3 for all Reloaded Folge 4 Die Lunte brennt Ja, ein sehr schöner Titel. Ich hatte auch noch einen alternativen Titel. Aber dann hätte ja jeder gewusst, um was es geht oder auch nicht. Keine Ahnung. Deswegen habe ich das dann doch lieber so genannt. Ja, für alle die, die jetzt die Auszeichnung gucken, ihr könnt schon mal ein bisschen ein bisschen vorspulen. Also da könnt ihr gucken, ob dann da nachher noch was los war oder nicht. Das weiß ich selber wirklich genau. Hängt aber auch nicht alles nur von mir ab. Ja, der Internet-Tourist ist da. Der Nasche-Kapitalist. Ja, hier. Was ist er mit euch zwei? Wir können hier ein kleines Warm-Up machen. Dann könnt ihr in die Sendung rein, dann können wir mal ein bisschen quatschen. Was? Terra Mara. Hey! Terra Mara. Hände mich irgendwie an Terra Raid. Die wahrscheinlich auch ein Typ ist. So. Wo? Kennt ihr auch diesen Song von American Pie 1? Wie hieß der? Teenage Dirtbag Baby oder sowas, ne? Kennt ihr es? Oh Gott, jetzt hätte ich euch schon fast was vorgesungen. Hier, ihr wisst, fällig ein Song, ich meine, ne? Oh Gott, ich kann mich mal wieder pfeifen. Wartet. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst es? Ich hab mal wieder den Song her gehört. Ereignet sich doch sehr, sehr gut, um Karaoke zu singen. Das ist doch mal ein richtiger, richtiger Stimmungssong. Boah, das können wir doch mal machen. Wir können ja mal so einen Karaoke-Abend mit euch machen. Und dann hier was singen mit euch. Das wäre doch mal was. Da brauchen wir aber Leute, die singen können. Ich gehöre nicht dazu. Aber vielleicht ist es ja gerade dann lustig, wenn ich singen kann. Ähm, hm, 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 hier, Internet-Tourist, schreibt mich doch mal über Discord an. Oh, was schreibt da? Cause I'm just, was? I'm just a teenage dirtbag, baby. Ja, bla, 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 ja, ja. Listen to Iron Maiden, nee, 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 nee. Nicht, äh, listen to Iron Maiden, baby, sondern listen to Iron Maiden, äh, maybe war es doch, glaube ich, oder? Aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr so genau. Ist ja schon etwas länger hier, ja. Als ich den Song gehört habe, ungefähr 15 Minuten. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr, ja. Ja, sowas in der Art, ja. Hm. Ich hatte doch schon mal eine Sendung, die Folge 55, die hat doch auch sehr, sehr bedächtig angefangen. Und dann war nochmal was los. Ja, wie gesagt, ein kleines Warm-up, das hier. Vielleicht besteht doch dann die ganze Sendung aus einem Warm-up. Das will ich aber nicht hoffen. Wie gesagt, Auszeichnung hier, ihr könnt vorspulen. Habe aber das Gefühl, dass gerade seit der letzten Sendung hier mal wieder ein bisschen mehr Schwung herankommt. Gerade auch aus unterhaltungstechnischer Sicht. Ja. Wir quatschen jetzt einfach mal über, ja, über solche Filme wie, wusstest du dir eigentlich, dass bei TV Total meistens das Warm-up viel besser war als die Sendung? Müsst du mal Leute fragen, die da drin waren. Also da war dann ein Rad voll cool drauf. Und dann nachher so, oh ja. Es gibt übrigens eine, wo die können wir uns nochmal in die Sendung reinholen. Nadja. Truth Vestigation bei Nadja. Kennt ihr die? Irgendjemand hat mich drauf gebracht. Es kann sein, dass es Parti Flow war oder sowas. Parti Flow, was ist am Ende der McRibman? Das ist das jetzt hier. Kannst du ja mal hier hier auftreten. Ja. Wir quatschen. Wie nennt man das denn? Coming-of-Age-Filme oder was? Crusader of God. Oh, Crusader of God. Ich glaube, ich weiß, wer du bist. Ja. Ist ja voll spannend, die Sendung. Naja, aber jemand sagte ja zum Beispiel mal, dass irgendwann die Sendung ein bisschen abgebaut hat, und aber die reiserischen Titel, das war hier wirklich sagenhaft immer. Ich glaube schon, Crusader of God. Ja. Ich habe jedenfalls so eine Vermutung mitmiss. Das sage ich jetzt über die nicht öffentlich. Sag mal wieder, wie dir Orwell gefällt, was du auch schon gesehen hast. Also, das kann ich dir erzählen. Also, ich habe tatsächlich eine Folge gesehen. Ein bisschen so. Ich fand es auch nicht so toll. Das hat mich jetzt nicht so umgehauen. Hat da nicht sogar der Jonathan Frakes Regie geführt oder so? Keine Ahnung. Das ist nicht so mein Ding. Ich finde auch die neue Star Trek Serie nicht so toll. Also, ne. Magisch nicht so. Ich fand aber auch die letzte Star Trek Serie auch schon grenzwertig. Und Voyager hat mir auch nicht so gefallen. Also, eigentlich hat mir gar nichts gefallen. Scheiße. Ne, aber ich mochte eigentlich nur Captain Kirk halt früher, die Serie und die Filme halt und dann The Next Generation. Ja. Trotzdem fand ich Kirk immer besser und dann halt noch Deep Space Nine. Da fand ich aber vor allem die immer wieder auftauchende Nebencharaktere viel besser als die auch Charaktere von Deep Space Nine. Definitiv. Meine Favoriten, Ghul Dukat, Garak, also Kalasiana, die mochte ich einfach total. Was, Star Trek Serie, Star Trek war schon mal cool. Hier da. Colonel O'Neill. Geil war. McToni. Mit Feuerzeug. Oh, die Hengelperle, die war geil. Ich finde das echt erfrischend, so einen Mix. Hat mir jemand die Rede von Dr. Curio AfD gesehen? Da strotzt ja nur so von Freimauersymbolik. Die Partei strotzt nur so von Freimauersymbolik, Mensch. Aber egal. Es ist natürlich nur Zufall. Ja. Alexander W. Guten Tag. Ja, die Lunde brennt, aber dann lassen wir das doch einfach mal ein bisschen brennen. Alleine über die Sachen zu reden, ist langweilig. Das will ich nicht. Dann brauche ich einen entsprechenden Gesprächspartner. Wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, guckt euch die mal an. Da war ja mal wieder richtig was los hier. Im weiteren Verlauf der Sendung. Also es lohnt sich immer dran zu bleiben. Sonst, verpasst nochmal, Christelle of God, welche Lunte brennt? Na, die Lunte halt. Was hat denn eine Lunte? Eine Rakete oder so? Was halt Lunden hat? Das ist nicht eine Bombe. Ray, Ray Huber. Hi, Sam. Der Sam, der lebt auch noch. Ja. Sam, wir brauchen noch ein Ja-Sager in der Sendung. Sagst du ein Ja und gehst wieder raus. Wer hatte das? Ah, das war hier der, keine Ahnung, hier, ne? Der Flo. War das doch hier mit dem, was ist das eigentlich für jemand hier? Der hat Wolken und das ist einfach der Ja-Sager. Ha, 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 ha. Und noch jemand anderer, der irgendwie Stammkunde in Fastfood-Restaurants ist mit Ermäßigung. Ja, der hat auch mal gesagt hier, ne? Was soll ich denn da, soll ich da mit einer Wolke reden? Oder was? Was? Wow, hier werden öffentlich terroristische Bombenpläne gespielt. Oh, jetzt kommt alles raus, ne? Deswegen wollte ich es auch nicht sagen, ne? Ich wollte es da eher dann doch noch geheim halten, aber jetzt, wo man mich hier so in die Engel getrieben hat und mit den krassen Verhörmethoden hier, da war ich so aufgeregt, da musste ich es einfach sagen. Wieso hört man nichts mehr von dir, Sam? Ja, warum eigentlich nicht? Bist ja sehr selten im Chat. Also, ich glaube hier, Internet ist schlecht und sowas, ne? Also, das kommt halt auch mal vor. Ähm, ja, bei der Klugschilder-Rennung ist auch, hat auch häufig schlecht Internet, äh, die wäre eine hochinteressante Gesprächspartnerin für die heutige Sendung. Ja. Finde ich zumindest mal. Ich könnte jetzt hier auch mal ein paar Sachen einblenden, aber ich hab da keinen Bock drauf, immer hier mit der Bildschirmfrage habe und, kennt ihr noch die Sendung mit Oliver Janich hier mit dem Klimawandel und da, wo ich dann immer alles einblenden musste und, oh, das war echt schlimm. Ja, hier, mieses Elan, ja, doof, ne? Äh, ja. Ich mach das nicht so gerne, das einblenden. Ich brauche einen, der hier Sachen für mich einblendet. Naja, jedenfalls, äh, hatte ich halt dann nochmal dieses Cover gesehen von American Pie 1 und gerade diese Sexbombe, weißt du mir, wie die hier ist, diese osteuropäische Austauschschülerin, ne? ja, ich da wirklich mal rein, äh, Schultern, Hüfte, der ganze Körperbau, echt übel. Das hat man damals gar nicht gesehen, ne? Naja, ja, man, das versaut einem die ganzen Filme. Am schlimmsten finde ich Terror Raid, ja, wenn man die mal genau gesehen hat von ihrer Bauen Structure her oder sowas, ne? Das ist, das ist echt mies, weil ich mochte die irgendwie vom Gesicht her. Also es gibt halt Trannies, wo ich halt sagen muss, wenn das ein Tranny ist, weiß ich ja nicht, aber manche sehen halt echt so aus, die aber dann trotzdem noch noch hübsche Trannies, zumindest vom Gesicht her, ja? Und ich hab ja letztens auch erzählt von der Robin Leffler, die halt im Maschinenraum gearbeitet hat auf der Enterprise, ne? Die hatte Dorn und halbwegs hübsches Gesicht, auch wenn sie natürlich nicht echt war, wahrscheinlich, Was? Kommt Nature in den Hangout? Ja, Nature! Holt doch Nature hier rein. Und in Gott weiß es. Ha, ha, ha! Ja, das wäre dann eine andere Lunte. Ja, das wäre eine schöne Sendung. Ja. Was? Bunny? Was? Bunny? Bunny knutzen... Vegan-Checker. Welche Lunte? Na, die Lunte-Lunte. So spannend wird's jetzt auch wieder nicht. Wenn man schon langweilige Sendungen macht, dann braucht man zumindest 30-jährigen Titel. Wenn man schon minderwertige Produkte anbietet, braucht man wenigstens eine tolle Verpackung. Und ich bin ja gerade so jemand, ich kaufe ja die Sachen, die eine tolle Verpackung haben, ne? Wir haben zum Beispiel Monster Drink. Ich habe immer den grünen gekauft. Wisst ihr auch, warum? Nicht, weil der am besten geschmeckt hat, sondern weil er grün war. Gut, er hat auch am besten geschmeckt am Anfang, weil es gab nicht so viele. Es gibt einen saugeilen übrigens. Rockstar, Pineapple Express. Ne, Quatsch, das war der Film. Pineapple and Coconut, glaube ich. Das schmeckt geil, muss ich echt sagen. Das ist so hellblau, glaube ich. Das gibt's aber nicht überall. Boah, und wisst ihr, was auch mal geil war? Die blauen Pringles. Können euch noch an die erinnern? Das war noch lecker. Terrarade war in Big, was? Lebovsky, Bunny, Vorgusen. Ach, keine Ahnung. Ja, aber ich finde schon, dass die ein hübsches Gesicht hatte, auch wenn sie wahrscheinlich gar keine Frau war. Leider. Oder zumindest dann von der Fresse ein hübscher Typ. Okay. Hallo. Webstar. Moin. Webstar Tablay. Was? Hagen Grell ist hübsch? Oh, da gab's doch ein schönes Video hier von dem Spont. Ist auch da Hagen Grell mit drin, ne? Was schreibt er da? Ist Hagen Grell ein Dranny, oder was? In dem Video. Das wäre ja echt ein Ding. Dr. Pepper Energy ist das Beste. Ja, so Dr. Pepper kann man sich auch mal gönnen. Ey Leute, was haltet ihr davon? Ich könnte ja so werden wie Tanzverbot, oder? Ich könnte ja auch so, dann immer so Videos machen. Mein Einkauf von heute. Dann bin ich aber schnell fertig, weil ich heute nicht einkaufen war. Was? Na, wann kommt denn Toni vorbei? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. So gute Frage. Ich habe ihm gesagt, dass ich heute eine Sendung mache. Das wäre zum Beispiel ein interessanter Gesprächspartner. Hater 90.000. Mach Ansage. Wo ist denn hier eigentlich der Stasi-Methoden bei Let's Play and Talk und Toni Mahoney? Das ist doch ein schöner Name. Der Lustknabe. Ist doch immer lustig drauf. Der Philosoph. Bist du eigentlich der echte Philosoph? H.O. Therapeut. H.O. Therapeut. Bist du ein Kollege vom H.O. Informant? Oh, Moment. Moment, Moment, Moment. H.O. Therapeut. Nee, du bist doch hier der ... Ne? Du weißt schon wer. H.O.� opportunity. Wirst du eine Zeit lang und wärst du auch mal ein interessanter Gesprächspartner gewesen, ne? Nein, ich bin Bernhard, ja. Wobei, ich müsste jetzt erst mal überprüfen, ob du wirklich der Kanal bist. Also jedenfalls hat Bernhard auch ein Kanal, so heißt du. Ja, mein Account ist was? Echt jetzt? Ah, Moment. Du hast recht. Du hast recht. Warte, warte, warte. Dann werde ich dich mal wieder hier entsperren. Ich bin immer mit meinem eigenen YouTube-Account überfordert. Warte mal. Ah, du warst doch sogar auf dem Kanal mal in einer Sendung drin. Und da hatte ich dich rausgeschmissen, weil mir dann Kontakt zu gewissen Leuten nicht gefallen hat. Habe ich dich direkt bei 7 aufgenommen. Ähm, Moment. Warte, warte, warte. Wo ist denn das? Oh, hier ist sogar noch ein Kommentar, wo sie auch stehen. Spiele. Oh, 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 Dingsbums, ne? Vanille, ja? Spiele doch bitte Final Fantasy XIII durch, damit die Leute meine Namen endlich richtig aussprechen können. Liebe Grüße, Vanille. Vanille. Community-Einstellung. Wo geht denn das, Mensch? Buh, Moderatoren. Oh, habe ich hier viele Moderatoren. Warte mal. Wo bist du denn, Mensch? Oh, da bist du ja. Vielleicht mal entsperrt. Ja, komm. Komm, ihn hier entsperre ich auch wieder. So. Mh, 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 schweren Herzens entsperre ich auch dich wieder, weil du in letzter Zeit lustige Sachen geschrieben hast. So. Jetzt habe ich mal entsperrt. Was möchte denn sie diese Herstelung verlassen? Ah, wo gehe ich denn? Hier, muss ich speichern? Oh, jetzt hätte ich fast nicht speichern gedrückt. So. Ja, mach doch mal. Star Trek, Stargate, wäre mal lastig. Ja, Hater90.000. Kennt ihr eigentlich dieses Geschäft? Treff3000. Penner Treff3000. Kennt ihr das? Von was ist denn das eigentlich ein Ableger? Ist das ein Ableger von Edeka, oder was? Also, irgendwie fühle ich mich schlecht, wenn ich in das Geschäft reingehe, ne? Aber, ne? Muss halt auch mal sein. Gerade wenn es um die Ecke ist, mehr oder weniger. So. Mein Kommentar. Es nervt wirklich mit meinem Namen. Ja. Ah, Vanille. Guck mal, Vanille. Wir könnten doch mal Final Fantasy zocken und dann könntest du doch, äh, könntest du doch was synchronisieren. Zum Beispiel Aerith oder so aus Final Fantasy 7. Das wollte ich doch immer machen. Boah, Leute, ich habe letztens was geträumt, ne? Und vorgestern war es, glaube ich. Und dann, der Traum war total spannend. Ja? Ja. Und jetzt, jetzt habe ich gewartet, dass die Fortsetzung kommt von dem Traum, weil ich bin leider wach geworden, wo es gerade spannend wurde. Und ich befürchte aber, dass ich quasi heute Morgen schon die Fortsetzung geträumt habe und es nicht mehr weiß. Ach, Mann. Warum gibt es denn, warum kann man das nicht aufzeichnen mit den Träumen oder so? Dann könnte man nächsten Tag gucken und dann, äh, dann könnte man wieder löschen. Mensch. Das wäre ein Blockbuster gewesen. Hat sogar ein Charakter aus Denkonszene mitgespielt. Was mich etwas verblüfft hat. Ja. War aber ein cooler Traum irgendwie. Hm... Ja, aber was soll ich denn machen, über was da geht? Was, äh, was da geht, da habe ich nicht alles geguckt. Muss ich sagen. Ich möchte aber keine sterbenden Charaktere synchronisieren. Uuuh, ups, Spoiler. Ja, okay, wenn nicht. Also wer das jetzt nach, äh, 20 Jahren immer noch nicht weiß, wie das Spiel ausgeht. Also, ich glaube, nach 20 Jahren darf man es ruhig mal spoilern. Äh, es wird ja an Technologien gearbeitet, um zum Beispiel Träume aufzustellen. Vielleicht wird das schon längst gemacht. Gedank an, Bilder, Videos umzusetzen, ist ja schon relativ weit entwickelt. Äh, da wird es mit Träumen irgendwann auch klar. Ja, gibt's wahrscheinlich eh schon. Oh Gott. Leute wissen, was ich träume. Uhuh. Uhuh. Also, die, die jetzt meine Träume aufgezeichnet haben, die könnten mir doch mal, also, aber nur, wenn es die Fortsetzung davon ist und nur, wenn das wirklich unterhaltsam weitergeht, dann könnt ihr mir das schicken mal. Als Videodatei, irgendwas. Was? Das kam auf Stargate mal vor. Der lucide Träume. Oh, Internetwurst. Das ist ja Ahnung. Ja, aber ich träume ja dann manchmal Sachen, wo ich ja dann auch gar, da muss man sich ja klar werden, dass man träumt, aber wenn ich dann irgendwas Cooles träume, ich wäre bei der Sternenflotte oder so, dann, dann weigert sich ja das, Leute, ich hatte mal einen Traum, ne? Das war jetzt aber nicht der Traum, den ich jetzt gesagt habe. Äh, ein anderer. Äh, der war für cool, der Traum. Und zwar hatte ich irgendwie geträumt, dass, äh, keine Ahnung, dass halt irgendwie Karneval wäre und ich hätte, mich, ich wollte mich irgendwie verkleiden als irgendwas Star Trek-mäßiges. So, und dann kam aber raus, dass das alles, dass das nicht echt war, sondern ich war nur auf einem Holodeck. Und ich war auf einer Sternenbasis. Dann bin ich da rausgegangen und dann hab ich da, war sogar eine Tussi, die ich eigentlich ganz cool fand. Und die hat, äh, die hat ein Raubeschiff kommandiert. Und zwar, ein richtig schönes Schiff, und zwar ein Schiff der Constitution-Klasse. Und es war die NCC1704. Was aber alles nicht passt, weil ich glaube, die NCC1704 ist doch die Yorktown, und die Yorktown wurde umbenannt in die Enterprise A. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls, ja, jedenfalls hab ich halt so gelabert mit der und dann hab ich gesagt, hier, äh, war cool und, äh, ein schönes Schiff und, äh... Ja, und ich hab sogar hier... Ne, das sag ich, glaub ich, nicht. Oder soll ich das sagen? Ne, ich sag's, glaub ich, nicht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ist auch so ein komischer Traum. Und wisst ihr, wer da noch rumgelaufen ist in dem Traum auf der Sternenbasis? Joe Conrad. Der hat ja auch mal so einen Film gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber der hat mal hier, äh, 96 für, äh, galaktische Grüße. Ihr müsst gucken auf seinem Kanal. Ihr müsst mal eingeben, Joe Conrad, und ich glaube, das ist eines der ersten Videos. Hahaha. Da hat er auch was gedreht. Ähm. Klar, da kann man üben, einfach täglich öfter einen Reality-Check machen in Situationen, die theoretisch ein Traum sein könnten. Zum Beispiel die Finger zählen. Es gibt viele Anleitungen. Ja, und im Traum habe ich dann nicht so viele Finger wie jetzt, oder wie? Ich traume sehr oft, dass ich wach werde und meine Augen einfach nicht öffnen kann. Ich höre jemanden die Treppe hochstapfen. Pore Horror. Uh. Vanill. Alles, was in Serien wie Star Trek, Stargate, Vorkommen, Vorkommen kommt, langsam in der Realitätsschrift. Ja. Ja. Ja, aber in der Serie sind doch Kugelplaneten. Wird dann die flache Erde jetzt auch kugelförmig irgendwie. Oder was? Oder ich sehe das schon längst. Äh, jedenfalls, ähm, das ist ja heute langweilig. Äh, ich wollte wirklich mal, und das ist kein Scherz, ich wollte wirklich eine Folge über Megaman machen, ne? Ich wollte euch mal ein bisschen das erzählen darüber, wie ich darauf gekommen bin und so. Vielleicht auch einfach ein Video darüber machen, vielleicht sogar mit Einblendung. Hier, Szenen oder so. Also bei mir war es immer so, dass ich dann auch im Traum diese Reality-Checks gemacht habe und ich dann praktisch unzählbar viele Finger hatte. Das habe ich zu seltsam, auch schwer zu erklären. Megaman-Intro ist nice, aber welches Intro denn? Ich habe mal geträumt, ich wäre eine Schlange, aber vielleicht war das gar kein Traum. Äh, ja, erzähl mal was vom Megaman, ja. Ja. Naja, wie bin ich auf Megaman gekommen? Ähm, hier Leute, Achtung. Hier, äh, ihr müsst ja genau zu hören, da erzähle ich was über mich. Alles, was sie sagen kann und wird gegen sie verwendet werden. Äh, du könntest Megaman X jetzt playen. Habe ich das nicht sogar schon mal? Was ist eigentlich aus Team Rocket geworden? Äh, naja. Mir hat mir jetzt aufgefallen, dass Team Rocket eigentlich schon ziemlich, äh, ein ziemliches Herrschaftsgesaier von sich gibt. Da habe ich gedacht, der Name passt halt auch vielleicht nicht so. Aber ich mochte irgendwie Team Rocket. Wie ging denn der Spruch noch, Mensch? Bei Pokémon, vom Team Rocket, ähm. Ah, wie ging das noch? Jetzt gibt's Ärger und es kommt noch härter. Wir wollen über die Erde regieren und unseren eigenen Staat kreieren. Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Mehr und mehr Macht. Ach, das wollen wir. Jesse und ich, James. Team Rocket! So schnell wie das Licht gibt lieber auf und bekämpft. Ja, äh, das ist schon ein ziemliches Herrschaftsgesaier, oder? Aber ich finde, der Name war einfach cool, Team Rocket. Und den Namen hatten wir ja daher, dass mal hier diese Dingsbums, äh, Luft und Liebe, Licht, Love and Light, Tussida. Die hat mal was geschrieben über uns, wir wären das Team Rocket. Das war cool. Und die Folge, die hat auch viele, äh, viele Eintragquoten, die Team Rocket-Folge von Triefer All. Ja. Megaman 8 Intro, mehr sage ich nicht zu geilen Intros. Ja, Megaman 8 hat nicht so ein wirklich schlechtes Intro. Hm, finde aber dann das von Megaman X3 doch schöner. Team Rocket jetzt in der 16. Staffel und Ash immer noch zählen. Also, okay. Vielleicht kriegt der auch so Hormone, machen doch die Eltern heutzutage, damit das Kind sich dann das Geschlecht selber aussuchen kann. Quasi. Bitte kriegt der so Wachstumzonen der Hormone. Ja. Kennt ihr eigentlich Megaman, ne, wie hieß denn das noch? Doch, ich glaub Megaman Legends oder so. Oder Megaman Legends? Gibt's sogar zwei Teile davon. Uns gibt's sogar noch einen Ableger. Müssen wir mal zocken, war ganz so schlecht. Ich weiß, Team Rocket hatte einen Crush auf James. Bis ich verstand, dass er leicht schwul wirkt. Au, das wissen aber viele nicht, was du damit meinst, ne. Wenn du sagst, I had a crush on, dann denken die Leute, was heißt das? Aber das heißt halt einfach, dass du halt in den Verknallt warst. Du hast es für ihn gesperrmt quasi. Es ist umgangssprachlich, das weiß aber nicht jeder. Oder wahrscheinlich bin ich derjenige, der es nie wusste. Und dann bin ich jetzt froh, dass ich irgendwas weiß, was alle schon immer gewusst haben. Wenn ja, Final Fantasy XIII könnte man wirklich mal streamen. Am Anfang mochte ich das nicht so. Aber ich muss sagen, heutzutage ist es gar nicht so schlecht. Und XIII-2 ist auch nicht schlecht. Was? Es gab auch Megaman, der in der Internetwelt ging, um gegen das Böse zu kämpfen. Also ich bin. Also ich quasi. Da haben sie schon quasi... Da waren sie schon ihrer Zeit voraus, ne. Das war aber scheiße. Ich weiß, dass du meinst, Battle Network. Das war kacke. Da gab's gar eine Serie. Ich kenne nur die alten, den ersten Megaman-Spiele. Die gab's. Ihr habt ja auch gezockt. The Nill. Da könnt ihr mal so eine Liste machen mit unseren Lieblingszahlen in Fantasy Italien. Also pass auf. Also es gab mal eine Zeit. Das weiß vielleicht der eine oder andere nicht von euch. Aber es gab tatsächlich mal Versandhäuser. Da gab es einen Katalog aus Papier. Sozusagen. Da konnte man sich Sachen bestellen. Also jetzt ohne Amazon oder so, ja. Ja. Und da gab's zum Beispiel auch... Da gab es alles. Ja. Die großen Versandhäuser. Otto, Quelle. Otto gibt's ja immer noch. Neckermann. Und, und, und. 13 hatte eine sehr schlechte Kritik. Ich war ja doch begeistert vom Kampfsystem. Naja. Guten Tag zusammen. Der Volkslehrer. Hütet euch vor Leuten, die ja nichts im Namen haben. Ähm... Und sogar noch... Ja. Da hast du richtig geschrieben hier. Der, der Leerkörper. Mit zwei E, aber. Äh. Naja. Jedenfalls konnte man da im Katalog sie... Und dann, äh, dürfte ich mir halt auch da manchmal was bestellen, ne. Gibt's Megaman für Playstation? Ja. Ja, gibt's. Und zwar für, für alle Playstation. Naja. Und irgendwie... Ein Kumpel meint, äh, komm, hier... Megaman 3 und so. Und dann dachte ich hier so, äh, was, echt? Und... Ich kannte das gar nicht. Und heute gedacht, komm, jetzt hier, ne. Dann bestell ich das halt mal, ne. Ich fand das Cover irgendwie cool. Das Bild, was ich hier habe, das Megaman-Bild, das ist... Also, das ist kein offizielles Megaman-Bild. Das hat nur jemand gezeichnet, ja. Aber das ist quasi... Das ist halt... Das sind halt die Charaktere von Megaman 3. Das ist auch mein Lieblingsteil. Ja. Und unten rechts der... Also, der, wie so aussieht, wie so... Dass er so Eis-Stachel hat oder sowas, so, ne. So Scherben. Das war der Gemina-Man. Das war quasi mein Lieblingsgegner. Ja. Naja, jedenfalls, ja, dann halt Megaman 3 und so. Und dann kam das irgendwie, ich denke an nichts Böses, und dann denke ich, boah, geil! Ja. Also, ich habe mir echt gedacht, scheiße. Was ist das denn? Wie geil ist das denn, ne? Wow. Ja, und was hat mich so an Megaman fasziniert? Naja, es war halt so, dass... Megaman 3 ist wirklich... Es ist auch der längste Teil, ja. Oder einer der längsten Teile. Jedenfalls mal der längste auf dem NES. Das hat mich daran so fasziniert. Also, es war halt am Anfang echt... Da hast du echt die Zähne ausgebissen, ne? Weil, was hieß der linke unten nicht irgendwas mit Magnet-Man oder so? Ne, ich glaube, links unten, das war hier der Gemina-Man, oder? Ich glaube, der Magnet-Man, der war rechts oben, oder? Lass mich überlegen. Links oben, Spark-Man. Dann rechts daneben, Snake-Man. Dann oben, Magnet-Man. Dann war... Oder doch nicht? Oder war oben der Needle-Man? Ach, scheiße. Ich müsste mal gucken, ja. Ich glaube, jedenfalls rechts war der Top-Man. Ich weiß, Kind, der weikt viel mehr, als heute kommt. Immer mehr... Blablabla, klar. Mega-Man gab es ja auch dann später als Serie 97, ne? Da habe ich eh nichts mehr ausgehalten. Aber es war nicht ganz originalgetreu. Naja, wie gesagt, Mega-Man 3 und so. Und dann habe ich gedacht, hier... Es war total schwer, bis man dann mal einen Gegner besiegt hat. Ich hatte dann mal irgendwann den Hard-Man, hatte ich mal besiegt. Und das war halt schon geil, ne? Und dann... Die hatten immer eine Schwäche, die Gegner, ja? Also, die waren mit einem bestimmten Schuss... ...waren die halt verwundbar. Aber man wusste nicht, mit welchem. Und man musste auch erst mal zu dem Gegner kommen. Und... Es hat doch viel mit Auswendiglernen zu tun, Mega-Man. Hast du nicht mal auf Twitch gestreamt? Ja, genau. Aber da ist ja nicht mehr los. Der Kanar ist ja tot, mehr oder weniger. Mich hat ein Mega-Man fasziniert, dass man die Waffen und Kräfte vom besiegten Gegner hält. Naja, also... Ja, gut, das war auch cool. Aber... Übrigens wollten sie ihn am Anfang mal Rainbow-Man nennen, ne? Weil er dann so verschiedene Farben hat, immer wenn er die Schüsse hat. Kennt ihr bei Saber-Riders? Cool, ja. Naja, gut, wie gesagt, Mega-Man 3 hier... Boah, bis man dann mal die ganzen Gegner geknackt hatte, ne? Und ich weiß noch, ganz am Schluss war noch Shadow-Man übrig. Boah, der war schwer zu knacken. Naja, mit Top-Spin konnte man den knacken, ne? Irgendwann hat man dann noch jeden Gegner mal mit Normalschuss besiegt, wenn man alles wusste. Aber am Anfang Mega-Man 3 und dann die 8 Gegner besiegt. Und dann... Dann kamen nochmal 8 Gegner, nämlich noch die aus Mega-Man 2. Und zwar eine Reinkarnation davon. Und dann waren die Level richtig schwierig. Da war dann mal der ganze Boden weg, da konnte man nur mit dem Hund drüber fliegen und so. Das war echt... SAP BN war auch cool, das war auch schwierig. Den Gegner am Schluss, Dr. Wily da, den Riesenroboter zu besiegen. SAP BN war auch sehr, sehr schön, wo er dann heimläuft, über die Wiese da und alles. Das war cool. Mega-Man 3, das war echt... Naja, und da konnte er halt auch schon rutschen, ne? Und dann habe ich mir gedacht, scheiße jetzt, ne? Ach, jetzt kam Mega-Man 4 raus, ne? Ach, ich brauche Mega-Man 4, ne? Aber ich war irgendwie gerade knapp bei Kasse. Also ich hatte irgendwie... Ja, ne? Und... Also ich konnte mir jetzt nicht einfach mal hier 100 Spiele auf einmal kaufen. Jedenfalls war das irgendwie blöd. Und es war auch gerade nichts zu bestellen. Und... Scheiße. Mega-Man 4. Und Klassenkamerad, der hatte aber Mega-Man 4. Und dann habe ich irgendwie gedacht, scheiße, wie kann ich den jetzt irgendwie zu mir nach Hause locken, dass der das Spiel mitbringt? Ah! Also Mega-Man 4 war schon geil. Ich war wirklich noch nie so heiß auf einen Mega-Mental... Außer auf Mega-Man X, da war ich auch ziemlich heiß auf. Aber Mega-Man 4, da war ich schon, boah, da war ich schon ultra gehypt. Und dann die Spielezeitschriften durchgelesen. Ah, Mega-Man 4, die Gegner! Ah! Die waren so geil. Äh, ja, toll. Und da habe ich gedacht, komm, für 50 Mark holst du dir Mega-Man 2. Ne? Und da war ich irgendwie enttäuscht, muss ich sagen. Also der Teil war schon gut. Hatte auch geile Soundtracks gerade in den End-Gegner-Leveln. Also von Dr. Wiley im Schloss und so. War cool. Richtig epische Chance. Dieser Drache, der war auch total cool. Aber ich war halt enttäuscht, weil... Der konnte nicht rutschen im Zweier. Das wusste ich vorher nicht. Und manche Sachen, die sahen auch immer ein bisschen anders aus. Auch die Energietanks, glaube ich, wurde anders angezeigt. Hätte ich Mega-Man 2 als erstes gezockt, dann wäre das vielleicht heute mein Lieblingsteil. Aber das ist ja jetzt schwachsinniger als von Bayernheim. Wird jeden Tag immer in der Mainstream, ja. Oh, die Lunte brennt und brennt und brennt und brennt und brennt. Tja. Naja. Naja, vielleicht kommt da noch was. Ich hoffe es, dass noch was kommt. Ich brauche aber richtigen Sprechpartner. Ähm. Ja. Äh. So. Und dann... Mega-Man 2, okay. Ja. Und er war auch wirklich ein guter Teil, ne. Da waren echt Level dabei. Oh, gerade mit... Oh, mit Quick-Man. Wo immer diese Laserstrahlen da kamen. Oh, scheiße. Naja, gut. Wie gesagt, dann Mega-Man 2. Und dann Mega-Man 4 bestellt. Ja. Ja. Boah. Und ich war wirklich jemand, der nach Hause kam und der immer gleich seine Hausaufgaben gemacht hat. Was? Let's-Band-Talk Gaming? Was passiert, wenn die Lunte abgebrannt ist? Ey, dann zünde ich wieder eine neue an. So. So. Jedenfalls Mega-Man 4, ne. Und dann, oh. Ey, Leute. Ich war wirklich jemand, der immer gleich seine Hausaufgaben gemacht hat. Aber dann, ja. Goal! Mega-Man 4! Und da habe ich wirklich zuerst Mega-Man 4 gezockt. Das war das erste Mal, dass ich nicht direkt Hausaufgaben gemacht hatte. Ja. Ja. Schreibt mich auf Discord an, ja. Äh. Ey. Mega-Man 4, das hat mich so umgehauen, ne. Ich fand das richtig geil. Und da hatte er noch so diesen Flaschenzug und noch andere Sachen. Und das war total cool. Das war richtig geil. Die Level, die waren geil. Gegner, die waren cool. Soundtracks, das war so ein bisschen melancholisch, finde ich. Das, äh. Das Vierer. Das hatte jeder Mega-Man-Teil seine eigene Stimmung. Das Vierer, das war irgendwie so traurig, ein bisschen so. Aber schön. Gerade von Dustman, der Level. Dieses. Ah, war cool. Mit dieser Müllpresse, dieses Traurige. Ich habe das echt geliebt. Die Happy End. Ja, am Schluss. Die Level, ähm, Dr. Wily wieder. Oder Dr. Cossack musste man ja zuerst besiegen. Dr. Wily kam am Schluss. Ach, das war so geil. Ich habe Mega-Man 4-Wisch geliebt. Ja. Also, man kann schon sagen, äh, schon Mega-Man 3, mein Lieblingsteil. Aber, und bei Mega-Man 4 war das auch noch endlich, dass man nochmal in die Level reingehen konnte, wenn man die Gegner schon besiegt hat. Das war nämlich beim 3er noch nicht. Und bei Mega-Man 4 hatte er dann auch den Mega-Buster, diesen Schuss zum Aufladen. Was ich aber teilweise schon doof fand, weil dann auch die Gegner so designt waren, dass man halt auch den auch benutzen musste. Also, beim 3er fand ich am besten den Normalschuss ohne Aufladen, aber Rutschen. Das war optimal. Naja, gut, und, äh, wie gesagt, 3 und 4 sind so meine Lieblingsteile. Und beim 4er dachte ich irgendwie, das wäre jetzt der letzte Teil. Ich weiß nicht warum. Ich dachte irgendwie so ein Gefühl, oh, scheiße. Es wäre auch ein schöner letzter Teil gewesen. Denn, danach, äh, ja, danach habe ich mir aber nicht Mega-Man 5 gekauft, sondern Mega-Man 5 habe ich mir jetzt sehr, sehr spät gekauft. Ich habe mir das importieren lassen. Und das hat mich 130 Mark gekostet. Hm. Und ich war noch total enttäuscht, weil ich hatte es an einem Tag durch. Ja, 5 hatte auch teilweise coole Gegner. Aber, naja. Der Schluss ging eigentlich auch noch. Aber, äh, äh. Ich weiß es nicht. Naja, da kam halt irgendwann Mega-Man X. Und ich hatte das mal irgendwie gesehen auf irgendeiner Messe oder was, wo ich da war. Und das war dann quasi so eine Vorschau darauf. Und dann habe ich das irgendwo gesehen und, geil! Äh, was ist das denn jetzt? Ich habe nichts mehr ausgehalten. Boah! Und ich habe mir echt wirklich nur das Super Nintendo gekauft. Wegen Mega-Man. Wegen Mega-Man X eigentlich. Ja. Das war so der Grund. Und ich hätte ansonsten... Ja, gut, hätte ich mir das auch irgendwann geholt. Aber ich habe es eigentlich schon gekauft wegen Mega-Man, ne? Und dann Mega-Man X. Boah, Hammer. Mega-Man X ist zwar auch noch ein richtig geiler Teil. Muss man ganz klar sagen. Ne? Also wie gesagt, so Mega-Man 5, das habe ich mir relativ spät gekauft. Aber, wie gesagt, dann hat Mega-Man X und das war so richtig geil. Also das ist eigentlich für mich der beste Mega-Man-X-Teil. Der Einser. Wie ging es dann weiter? Dann kamen zwei Spiele auf einmal raus. Mega-Man X 2 und Mega-Man 7. Dann habe ich gedacht, hä? Warum denn jetzt auf einmal 7? Und dann... Scheiße. Kennt ihr so Leute, die... Da haben die Eltern denen ständig Spiele gekauft. Kennt ihr das? Das war gerade bei so Leuten, die irgendwie... Naja. Äh... Jedenfalls ein Kumpel hatte dann plötzlich... Wie waren das noch? Also, der hat dann gesagt, er fährt jetzt ein Geschäft und dann holt er sich Mega-Man X 2. Und dann kam der wieder und sagt dann, ja, ich habe Mega-Man X 2 nicht gekauft. Und dann, scheiße und so, ne? Tag versaut und auf einmal hatte der Mega-Man 7. Und ich kannte Mega-Man 7 gar nicht. Ich dachte, was ist das denn? Und eigentlich, jetzt mal objektiv betrachtet, ist eigentlich Mega-Man 7 der beste Teil der klassischen Mega-Man-Reihe. Muss man eigentlich so sagen. Der Teil war wirklich fantastisch. Was, LP, welchen Mega-Man kannst du für die PS3 empfehlen? Na, ist doch nicht so viel. Ähm... Ja, halt Mega-Man 9 und Mega-Man 10. Oder was gibt's da sonst noch drauf? Und vielleicht irgendwie noch ein Remake oder was? Keine Ahnung. Was man da vielleicht noch im PSN-Store kriegt. Naja, jedenfalls... Ja, dann Mega-Man 7 und ich war wirklich echt begeistert von dem Spiel. Ich fand das richtig geil. Und kurze Zeit später haben wir uns da auch dann Mega-Man X 2 gewollt. Und Mega-Man X 3... Das war sehr, sehr schwer zu bekommen für Super Nintendo, weil sich da die Super-Nintendo-Zeit schon am Ende näherte. Ich hatte es dann auf der PlayStation 1. Ja... Also anstatt mal Tomb Raider oder sowas die ganze Zeit zu zocken oder Final Fantasy oder was... Nee, ich direkt Mega-Man gezockt auf der PlayStation. Und das hatte dann sogar coole Videosequenzen und so, ne? Hab dann noch später sehr viel Tomb Raider gezockt. Und so vor allem Teil 2, finde ich sehr geil. Resident Evil und das alles. Ah, die PlayStation-Zeit, die war schon cool. Naja, jedenfalls... Ja... Ja, das war es dann eigentlich schon, ne? Das war es dann eigentlich schon. Wie gesagt, die Mega-Man X-Zeit kam dann. X3 noch halt für die PlayStation. X4... Ich hab das später mal irgendwie auf dem Emulator gezockt oder ich hab mir das dann gar nicht mehr gekauft. Ich weiß noch, X5 oder X6. Einer von den beiden Teilen, die waren irgendwie sau schwer. Einer, das konnte man auch auf ultra hart stellen. Da haben wir den ganzen Tag gebraucht, um ein Level zu packen. Ähm... Aber da war ich dann irgendwie schon so ein bisschen raus aus der Mega-Man X-Zeit. Da kam sehr viel später... Ich glaube, es war 2008... Hieß es dann plötzlich... Ähm... Mega-Man 9 kommt. Und zwar wieder mit der alten Grafik und so. Und da hab ich gedacht, boah... Und das war auch cool eigentlich, Mega-Man. Das Summe war nur, das war von der Mechanik her wieder wie Mega-Man 2. Da konnte er nicht rutschen. Das war ein bisschen blöd. Aber ich glaube, man hat da irgendwie... Könnte man DLC... Und der andere konnte man, glaube ich, auch mit Protoman spielen. Also wenn er da noch hätte rutschen können, wäre es cool gewesen. Und wirklich ein Geheimtipp für Mega-Man-Spieler, ne? Äh... Und zwar Mega-Man Unlimited heißt es, glaube ich. Und das ist auch einer meiner Lieblingsteile. Der ist richtig schwer, aber auch total geil. Und das liebe ich. Das hatte wieder den Schwierigkeitscard von früher. Also, ah, scheiße. Kann man sagen, dass die Mega-Man-Spiele deine Lieblingsspiele sind? Oder gibt es noch etwas, das Mega-Man top... Ja, das kommt auch an. Also, ich weiß nicht, ob die Mega-Man-Spiele wirklich meine Lieblingsspiele sind. Also, es hat da auch so ein bisschen... Hier so, wie nennt man das, Nostalgie-Faktor oder so. Äh... Ich mochte den Mega-Man auch als Figur irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Ich hab mir früher sogar Mega-Man-Dinger da... Die Gegner und alles... Oder Mega-Man und Protoman den Hund als Lego gebaut. Äh... Die waren richtig geil. Die sind schattig nicht mehr, aber... Äh... Äh... Mh... Also, es gibt noch eine Reihe... Äh... Die kommt sehr, sehr nah an Mega-Man ran. Oder wo ich sogar sagen muss... Das kann man aber nicht unbedingt damit vergleichen. Aber was ich auch total gefeiert habe... Also, das eine, was ich total gefeiert habe, war natürlich die... Die Mega-Man-Spiele. Und... Ich guck jetzt gleich auf Discord. Ich weiß, mich haben Leute angeschrieben. Und da könnt ihr jetzt gerade nochmal schreiben mir, weil... Dann seh ich eure anderen Nachrichten auch. So. Wenn ich dann schon mal mich dazu bequeme, da mal zu gucken. Aber Donkey Kong Country, ja. Das war anders und rei. Das kann man heute noch spielen. Ich finde auch die Grafik von den originalen Donkey Kong Country-Teilen... Die finde ich auch besser als die von den... Hier, Donkey Kong Country Returns und sowas, ne. Von den alten. Das war Hammer. Das war der absolute Wahnsinn. Ja. Und Sega Genesis, oder Mega-Drafik, wie es bei uns hier ist, war ja eigentlich grafisch. Ich muss bei den Stern überlegen, aber nicht soundtechnisch, aber grafisch schon. Aber da gab es kein... Da gab es nicht sowas wie Donkey Kong. Aber da gab es extra noch Chips, die man da in die Kartoffel designieren konnte. Das hat Donkey Kong auch. Und er hatte da so eine geile Grafik. Und das war halt 3D vorgerendert und bla bla nachher auf 2D. Aber das war so cool. Und ich glaube, Mega Man X 2 hatte später auch den 3DFX-Chip. Und dann gab es irgendwie gegen Sigma der Kampf. Und da war das Schädel, das Polygon-Modell. Das sah auch fantastisch aus. Für die hermeine Zeit. Aber... Ja, Donkey Kong, muss ich sagen, hat es mir auch sehr angetan. Vor allem Donkey Kong Country 2. Das war echt mein Lieblingsteil. Das war auch das beste Team für mich. Diddy und Dixie. Fand ich cool. Bist geliebt. Einser natürlich auch. Der war aber teilweise ein bisschen eintönig. Und der... Dreier hat mich halt als Baby genervt. Also wenn das immer noch mit Diddy und Dixie gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, nicht so schlimm gefunden. Was mir auch gar nicht gefällt, die Kombination Dixie und Donkey Kong. Also das geht ja quasi bei Donkey Kong Country Returns Teil 2 Tropical Freeze. Aber das ist auch scheiße. Bei Donkey Kong war nicht nur die Grafik so geil, sondern auch die Soundtracks und alles. Das habe ich wirklich geliebt. Das sind so wirklich von Jump and Runs so meine beiden Lieblingsreihen. Ich bin ein sehr großer Fan von Jump and Runs. Auch heute noch. Ja. Was, Kirby, der fressende Kürbis? War das noch irgendwo? Ja, Kirby. Also was da grafisch rausgeholt wurde aus dem NES. Fantastisch. War, ist relativ spät rausgekommen. Da gab es schon längst Super Nintendo und alles. Aber, ich habe übrigens schon Super Nintendo gezockt. Da war das hier noch gar nicht draußen. Da habe ich die Super Famicom, die Japan-Version. Da habe ich schon gezockt. Aber, äh. Aber. Ja. Also. Kirby. Saugeil. Ist auch bis heute noch wirklich mein Lieblingsteil. Auf meine erst. Kirby's Adventure. Fand ich auch besser als der Game Boy-Teil, weil da konnte er halt schon dann auch das unterschlucken. Und dann hat er dann Schwert oder Feuerball oder so. Hat auch einen tollen Soundtrack. Hammer. Krass. Vor allem, was war denn das? Level 6 oder was hier mit den Orangen mehr? Oder was das war? Boah, das war toll. Ja, ich habe Kirby wirklich geliebt. Da können wir auch mal hier, äh. Livestream machen. Super Mario World für das SNS war auch ein guter Spiel. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. War auch. Das habe ich auch damals schon auf dem Super Famicom gezockt. Da hat man ja geschrieben. Einen Totenkopf. Hey, jetzt würde der echt gern rein. Hab aber echt paar Neue, was das betrifft. Zu viele Spinnen unterwegs. Sehr witzig. Ich bin doch auch drin. Was? Scheiße, jetzt habe ich das jetzt live vorgelesen. Schalte. Sorry. Sorry. Ich hoffe, das war jetzt nicht geil. Okay, ja. Warte. Hier ein Internet-Tourist. Du kannst ja mal reinkommen. Was? Wo ist das denn? Anaschokapitalist. 15.9.2017. Kriege ich den Hangout-Link. Ja, ich habe dir jetzt auch schon meinen Link geschickt. Anaschokapitalist. Willst du reinkommen? Die Sendung. Ihr sollt mich nicht mal einschreiben. Ihr sollt mich schreiben. Das sind die Sendungen. Oh, Jerry Moana. Könnte ich doch mal anschreiben. Mario Kart kann keiner betreffen. Ja. Ich finde ja wirklich, ich muss echt sagen, dass ich auch finde, dass Mario Kart 8 wirklich mehr oder weniger echt der beste Teil ist bisher. Grafik finde ich auch wirklich fantastisch. Da habe ich ja noch gedacht, die Wii U. Übrigens, Leute, wenn ihr was sammeln wollt, dann sammelt die Wii U. Die wird nochmal richtig teuer werden, sage ich euch. Und ihr könnt jetzt auch anfangen, Xbox 360 Spiele oder PS3, weil das ist momentan echt sehr günstig. PS2 auch. Könnt ihr jetzt sammeln. Mario Kart habe ich nächtelang gespielt. Ja. Ja, ich war nie so der Mario Kart Freak, aber... Boah, es gab noch ein richtig cooles Spiel auf dem N416. Das war Diddy Kong Racing. Boah, das war cool. Ich hätte so gerne gehabt, dass bei Mario Kart 8 auch mal die Dixie Kong dabei gewesen wäre. Oder ist die dabei in der Deluxe-Version? Müssen wir mal gucken. Aber... Und die Lunte brennt und brennt und brennt. Mann! Mensch. Vanill, erzähl doch mal, was sind deine Lieblingszahlen der Fantasy-Teile? Sag jetzt bloß nicht 13. Oder doch? Nee, erzähl mal, was sind deine Lieblingszahlen? Ich meine, Leute wie ich haben doch wirklich einen Vorteil. Da ich noch diese 16-Bit-Ära oder sowas kenne, also ich kann auch heute noch sowas zocken, ohne Augenkrebs zu bekommen. Andere Leute, das ist ja schlecht. Weil, wenn die da zocken, dann denken die, was ist das für eine Scheiße? Das ist echt ein Vorteil. Weil es gibt manche Spiele, die sind echt schlecht gealtert. Aber wenn es da diese Retrowelle gibt, schon seit Jahren jetzt, muss man sagen, in NES kann man eigentlich schon mal noch zocken. Ja. Ich würde sagen, zum Beispiel jetzt so für Streams oder sowas, benutzt man ja in der Regel auch einen Emulator oder sowas, auch wegen der Qualität, was ist blöd, wenn man mit dem Skat kabelt oder sowas, das sieht scheiße aus. Aber das Feeling, das hat man tatsächlich nur, wenn, ich habe mir wirklich überlegt, das ist kein Scheiß, ich habe mir überlegt, wirklich noch mal so einen Raum einzurichten, halt mit einem Röhrenmonitor, also mit einem Röhrenfernseher, und das dann da anzuschließen. Weil so, das ist ein scheiß Bild. Vor allem, wenn euer Fernseher zu groß ist, dann sieht das irgendwie scheiße aus. Aber wie gesagt, wenn man wirklich so Feeling haben will, dann braucht man wirklich einen alten Röhrenfernseher und dann die echten Konsolen und die echten Controller und dann ist man da voll drin. Ansonsten, klar kann man sich heute alles runterladen für Emulatoren oder so. Aber das ist nicht dasselbe. Und ihr könnt das eigentlich auch auf einem 4K-Flatscreen oder so, könnt ihr eigentlich auch vergessen. Das ist kacke irgendwie. Gerade auch für Playstation 2-Spiele auch noch oder für Xbox, die 1er oder so, wie so ein Röhrenfernseher ist cool. Es gab natürlich auch CRT-Röhrenfernseher mit 720p bzw. Sony 80i, das gab es auch schon. Ist dann aber auch wieder für die ganze Zeit die Spiele auch nicht so geeignet. Ich glaube, man muss schon doch bald wieder eine neue Lunte anzünden. Das ist richtig, richtig langweilig heute. Man weiß es nicht, aber vielleicht ist das hier einfach nur. Komm, schau mal, Toni. Mal gucken. So. Ich habe tatsächlich erst 10, 10, 2, 13, 15 und 7 durchspielt und 7 erst letztes Jahr. Zum ersten Mal. Mein Favorit ist 10. Ja, weißt du, was ich am 10er nicht mochte? Ich mochte einen 10er nicht, diese scheiß Tempel. Das hat mich irgendwie genervt. Wisst ihr, weil ich, ich meine, ich kaufe ja nicht für jedes Spiel, Spieleberater oder dieses, wie nennt sich denn das? Dieses Buch. Wie heißt denn das? Geil oder was? Aber ich muss sagen, für Final Fantasy habe ich die tatsächlich und kennt ihr diesen Geruch davon, von diesen Büchern? Wenn ihr das aufschlagt, das riecht irgendwie so komisch, so Chemie, Kacke, Gift, was weiß ich. Das ist halt typisch für diese Bücher. Und da habe ich dann auch wirklich ab und zu mal reingeguckt. Und da konnte man auch nachts noch so gucken oder so, abends eingeschlafen und so gelesen. Oh cool, das kommt noch und so. Gegner oder so. Geil. Ich empfehle dir Kingdom Hearts. Das ist ein tolles Spiel für Final... Ja, ich kenne doch Final Fantasy. Äh, Kingdom Hearts. Da habe ich doch sogar mal Let's Plays gemacht davon. Habt ihr die noch nicht gesehen? Die sind sogar voll witzig. Ja. Das hat man zu wenig geguckt. Da habe ich keinen Bock mehr gehabt. Und das sieht richtig geil aus, wenn er da so ein Emulator zockt. Also mit Torauflösung. Da ist nämlich das Spiel gar nicht so schlecht gealtert. Ich habe mir ehrlich gesagt, PS2 oder so, das war auch wirklich nur für Final Fantasy und Gran Turismo natürlich. Das war bei der 3er aber eigentlich auch so. Die haben sich auch nur für Final Fantasy und für Gran Turismo. Wenn es dann irgendwann mal rauskam. Das hat ja so ewig gedauert, bis es rauskam. Gekauft. Und ich finde gerade so die Xbox 360 und PS3-Zeit, das war ein richtig krasser Sprung, Hardware-technisch. Die Spiele sahen auf einmal fantastisch aus. Und wenn wir uns jetzt nochmal mal gucken, der Sprung auf die nächste Konsole-Generation, also dann quasi auf PS4 oder so, da war nicht so der krasse Sprung. Für mich ist doch die PS4 eher so eine PS3.5. Und die Xbox ist ja noch später. Die habe ich eigentlich auch in erster Linie wegen Forza oder sowas. Auch weil es da auch Autos gab, die bei Gran Turismo nicht gab. Aber vom Spielprinzip her fand ich eigentlich Gran Turismo, weil es war schwieriger. Lange kann ich nicht mehr, muss noch arbeiten und eine Biskuit-Rolle backen. Backst du mir auch eine? Kannst du mir nicht so eine Erdbeer-Rolle backen? Das finde ich cool. Besuch kommt nach 18 Uhr. Final Fantasy 7, das ultimative Spiel. Ja, aber in Neo Cortex, was mich mittlerweile so ein bisschen anätzt, es gab so Zeiten, da fein ich halt Final Fantasy 7 cool, aber da hatten viele das nicht mehr auf dem Schirm. Aber das wurde mittlerweile so gehypt, dass ich will halt immer auch was cool finden, was andere nicht kennen oder so. Oder so, das ist dann doof, wenn alle sagen, das ist toll. Versteht ihr, was ich meine? Und ich habe gerade das 7 in den letzten Jahren so oft immer wieder angefangen, aber nicht weitergespielt. Da wollte ich mal was machen. Ich wollte Final Fantasy 7. Ich wollte so eine Synchro machen. Also mit Charakteren, bekannten Charakteren aus der Englosszene. Das wäre geil gewesen. Hat aber keiner mitgemacht, leider. Biskuit-Rolle mit Vanille. Ey, Leute. Hier, James Bond, falls du zuguckst, guck dir mal bitte den Typ an. Lichtblick nennt sich der. Guck dir mal die Symbolik an. Vor allem, das ist eine Video. Vor allem, das haben wir hier. 101 Gründe, vegan zu werden. Oder wie auch immer das heißt. Das ist schon... Interessant. Buh, wer schreibt mir denn hier? Ja. Ha, ha, ha. dann ist ja wahrscheinlich das warm-up und vielleicht kommt ja dann noch eine folge die es dann einfach was könnte man denn nach die lunte brennt machen die bombe platzt oder was weiß ich ach man was ihr könnt ihr habt früher zu ps1 zeit gespielt die story prägt einen schon so was dürfte heute gar nicht mehr produziert werden widerstand so ist aber auch sehr viel new age kacke mit drin ja siebener das war schon cool das war auch richtig lang und es war glaube ich auf drei cds oder vier irgendwie habe ich gedacht ich wäre begeistert da immer was über megawand zu machen das sieht ja also ich habe mir letztens überlegt megawand 3 zu streamen wo letztens hat jemand ein cooles spiel gestreamt und zwar hier der gamemenschen typ der hatte links awakening die ex hat er gezockt und das war ja die version quasi für den für den gimme color ja genau die war cool und der schluss war so traurig wird hier nur über gaming geredet oder gibt es hier noch stimmung da musst du irgendwie den toni rein locken was ich übrigens verraten hat auf gott ist ein thumbnail er ist nicht der familie dann dein logo ja er hi tony au der tony haut doch ein neues video raus weiß es ist das video was ich denke naja also wenn es das ist dann könnte man sich das wirklich mal einziehen dabei habe ich mich doch so gefreut auf die sendung heute mensch schreibt mir mal bitte irgendwas im chat worüber ihr quatschen wollt was gesagt auf gott ist immer in der kommentar sektion von nature 23 das hast du aber schön bemerkt kapitalist nicht immer aber wir reden mal werft mal ein cooles thema hier in den chat schreibt mir irgendwas worüber ihr quatschen wollt ihr habt jetzt heute die gelegenheit ich habe gedacht du hättest das andere video fertig wo du schon seit jahren dran arbeitest ja schade dass toni der zocker abgesprochen hat wäre witz geworden ihr beiden toni hätte über die symbolik in final fantasy reden können ja ich will ja immer was mit tony zocken aber der hat ja nicht so bock da drauf wir hatten doch mal sea of thieves zocken können und das ist ultra krass das ist ja nicht mehr transgender das ist ja schon da kann man ja gar nichts mehr zu ordnen dann im spiel ne das ist richtig heftig sea of thieves mit vier mann das wäre echt geil ne das wäre doch mal was aber die charaktere sehen echt hässlich aus ne oh internet tourist schreibt was interessantes q show das wäre doch mal ein interessantes thema heute q anon genau aber ich will auch da die richtigen charaktere haben ich hätte doch gerne mal die klugschiedlerin hier drin mensch ich habe da mit der quatsch aber ich habe mich nicht so viel befasst mit q anon aber die kann bestimmt mehr dazu sagen und falls es nicht wisst also ihr könnt auch hier mit super nintendo emulator oder ns emulator bla bla könnt ihr auch online koop können wir mal machen ich bin der Prinz, der vom Bitterfi beschützt wird, ich agiere nicht mit inizierender Gewalt, ha, oh, danke ja, ich mache heim und mische dann hier mal ordentlich auf genau das ist doch mal was schreib mir doch bitte mal, was für ein Serientalk wir machen, ich weiß, das hat mich viele interessiert, aber ich fand das immer cool, Serientalk wo ich dann einfach abgehauen bin beim letzten Serientalk, was war das noch Game of Thrones war das, glaube ich, ne da bin ich einfach weggegangen und musste Sam Jones erst alleine machen ja Westworld gucke ich aber nicht weißt du, das runterläuft von Emulatoren, brauchen wir noch Vindra ne, brauchst du nicht, oder doch kannst du auch 7-Zip holen Black Mirror gucke ich auch nicht ich gucke ja nicht mehr so viel irgendwie habe mir tatsächlich noch ein paar Folgen The Walking Dead reingezogen, aber naja ich hoffe, dass die Serie jetzt auch mal welt vorbei ist, weil die zweite Staffel, die war noch geil von The Walking Dead mit Shane ist doch blöd, hat Shane nicht mehr dabei, wa he he Shane hat immer richtig im Psycho jetzt muss ich mich aber dann gleich nochmal die Stimmung hinein versetzen in der ich vorhin war, wo ich die Sendung gestartet habe boah, kennt ihr das, wenn ihr zu früh auf einer Party seid und dann seid ihr schon ewig da und dann ist noch nichts und dann geht's irgendwann mal los alle Strannys fuck that also Toni, ich muss dir da wirklich, man kann da empfehlen äh den also symboliktechnisch das wäre auch wirklich genau das Ding für ein James Bond äh hm 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 ja und wie gesagt hier Truth Investigations bei Natja vielleicht schon mal die meine Sendung waren ich finde das finde das cool also äh man hat das nicht so oft man hat das nicht so oft Frauen, die sich damit befassen und auch einen Hinn haben und nicht nur irgendwelchen Trash produzieren oder so ja was Macarena guten Abend let's play blablabla blablabla ja blablabla ey wie lange läuft die Sendung eigentlich schon oh Gott wie man sich so lange übernicht oh Klugstein ist auch da jetzt langsam äh tut sich da was äh äh Moinsen lade gerade eine kurze was W-A-V für Toni hoch und muss gleich wieder los ey Klugstehterin dann können wir das doch hier abspielen in der Sendung oder nicht hm ist das äh machst du das auf deinen Kanal oder wenn das jetzt privat ist natürlich nicht ich glaube der false flag Manuel ist auch eine Tranny nur haben es da ordentlich gepusht hoho ich glaube wir haben noch hier ganz andere Trannys was heißt ja ja privat oder ja dass das abspielen kann boah das wäre doch mal was Klugstehterin das ist doch geil dass du eine Videobotschaft quasi vorbereitet hast hier das ist cool du könntest ja mehrere Videobotschaften machen und dann immer für jede Eventualität und dann ah ich will die Antwort und dann spielen wir immer das ab äh ja glückstehende weiß und Spaß äh grüß dich haha ja kannst abspielen oh das ist gut das ist gut das ist gut Ich finde das wirklich scheiße, dass bei dir immer mit dem Internet so schlecht ist und vielleicht auch zeitlich schlecht ist oder so. Finde ich echt kacke, weil ich hätte so gerne drin in der Sendung, hätte ich letztens schon gerne drin gehabt, Klugschiedern. Das wäre auch spannend und auch kontrovers. Wo ist denn der James Point? Ich ziehe den gar nicht im Chat. Und James Point hat mir ja schon im Vorfeld geschrieben, hier sein neues Video, was da jetzt kommen wird, dass ich da wahrscheinlich an einer bestimmten Stelle echt schlucken muss. Ja, James Point hat es recht. Ich musste wirklich schlucken. Das war schon heftig. Das ist ja langweilig, wenn der James Point hier nicht im Chat ist. Könnt ihr den nicht mal ausbuddeln? Ich habe mir heute übrigens das Video mal angeguckt. Guckt euch das mal an. Guckt mal das neueste James Point Video. Sodom und Gomorra oder wie immer das heißt. Ziehe ich das mal ein. Tony hat es übrigens gemirrert. Könnt ihr auch bei ihm gucken. Was? Hallo, Kluge. Hieß Klug nicht eine von Blue Dragon aus dem Spiel? Boah, Leute. Habt ihr schon Nino Kuni Teil 2 gesehen? Und dieser Hauptcharakter, König Evan oder Prinz Evan. Ich glaube, das ist König Evan. Ich dachte am Anfang, das wäre ein Mädchen. Nicht nur, dass derjenige eine Mädchenfrisur hat, sondern er hat sogar noch die Wimpern so wie ein Mädchen. Da habe ich gesehen, das ist ein Junge. Da habe ich es gar schon jemandem beschrieben. Also hier wegen Transgender und so. Also hier, dass das Mädchen sieht. Und der Witz ist aber, dass da die Proportionen aber halbwegs passen von Schultern und Becken und sowas. Internet-Tourist James Bond, Sodom und Gomorra ist echt gut geworden. Jetzt interessiert mich, jetzt eine Frage an dich, Internet-Tourist. Fandest du es denn komplett gut? Oder war da auch eine Szene drin, wo du gesagt hast, ja, finde ich super optimal. Wenn du es dir komplett angeguckt hast. Die Collector's Edition ist schon vorbestellt. Naja, jedenfalls hier Nino Kuni. Und ich hatte letztens mit jemandem gesprochen da aus der Gaming-Szene und auch hier mit Transgender und so. Und ich habe mich so ein bisschen angesprochen. Ihr guckt da mal die Proportionen an und bla bla. Und sowas. Ja. Ja, wie gesagt, also das Heftigste, was ich bisher gesehen habe, das ist echt Sea of Thieves. Ihr könnt euch das mal angucken, gerade die Charaktererstellung. Das ist so absolut heftig. Da weiß man gar nicht mehr. Also jetzt im Ernst. Ich kann teilweise nicht mehr unterscheiden bei Sea of Thieves, ob das bei manchen Charakter, ob das ein Typ sein soll oder eine Frau. Weil das so vermischt ist. Passt, Anime ist doch sowieso extrem. Ein Mädchen sieht aus wie ein Junge und umgekehrt ist ganz normal dort. Ja, aber das wüsste ich mal gar nicht. Hier mit Animes oder sowas. Oder auch mit, man sieht es ja auch bei Metal Gear Solid, das Raiden ist ja sehr, sehr weiblich auch. Woher kommt denn das bei den Japanern? Ist das auch wegen der Transgender-Agenda oder hat das andere einen Ursprung? Gibt es nicht auch dieses ursprüngliche Theater, dieses Kabuki oder was, was dann auch mit vertauschten Rollen ist, wo dann auch Männer Frauen spielen und umgekehrt? Ich weiß das nur aus einer Folge von den Chipmunks. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber Klug steht, dann schreibt ihr einen Link. So. Was ist denn das? Ist das das Video oder was? Ich habe aber keinen Bock, das abzuspielen. Das soll der Tonie machen. Ich habe da keinen Bock, doch. Das ist mir echt zu blöd, wenn wir hier mit der Bildschirmfrage haben. Die Männer in Japan wollen androgyn aussehen. Ist ein Schönheitsideal dort. Ja, aber ich wüsste gerne mal, pfff. Okay. Na, vielleicht hat es da dann zum Teil auch noch andere Ursprünge. Aber bei uns war das eigentlich nicht verwaltet. Was? Dann zieht ihr mal Naruto oder meint ihr Naruto? Komplettereien Kommunismus ist ein W.O. Volles Programm, ja. Hoffentlich die Tonqualität ist beim Abspielen erträglich. Oh, dann ist es dein Video. Aber ich werde noch die Leute ein bisschen auf die Folter spannen. Dann spielen wir das mal ab. Ich würde gerne zum Beispiel heute in meiner Sendung darüber diskutieren. Das wäre auch fast der Name geworden, aber der war mir dann nicht reißerisch genug für den Titel hier. Ich wollte die Sendung eigentlich nennen Brauchen wir Gatekeeper? Aber das ist doof, wenn du nur im Chat bist. Ja, cool, wenn du in der Sendung wärst. Das ist blöd, so zu kommunizieren. Weil das ist nämlich schon ein interessantes Thema. wobei er was ja interessantes klug hier ist, dass du das auch so benennst. Also, weil das habe ich so eigentlich in der Form glaube ich auch gar nicht gehört, weil na ja, also die anderen bezeichnen die ja nicht als Gatekeeper. Verstehst du? Die sagen dann einfach ja, die haben halt eine Zielgruppe und bla bla und ja, so. Aber du sagst ja ganz offen Gatekeeper. Das fand ich eigentlich interessant. Ich wusste das auch gar nicht. Ich wusste das jetzt nur aus dem Video hier. Aber da würde man besser mal persönlich drüber gehen. Oder hier in der Sendung. Also, ich meine jetzt hier mit audiovisuell oder zumindest Audio. Airflare hat im neuesten Video über flache Erde geredet. Au, echt? Zu Gatekeeper habe ich nichts im Video gemacht. Bin in ca. 90 Minuten von Arbeit zurück. Kannst du nicht doch mal probieren, in die Sendung reinzukommen, klugstitterin? Ja, aber ich glaube immer mehr, wenn da mal jemand über flache Erde redet oder so, dann ist das einfach nur so wie mit Unge mit der Milch. Da heißt es hinterher wieder, haha. Da ist dann nur wieder um das, äh. Was? Ne, sind schon Gatekeeper. Du hast eine hohe interessante Sichtweise da, weil Klugstitterin, wen kennst du denn noch, der offen sagt, das sind Gatekeeper, aber wir brauchen die, weil es Gatekeeper sind. Die anderen sagen auch, wir brauchen die, aber die sagen ja nicht, dass das, verstehst du, was ich meine? Irgendwie bekommt man den Eindruck, die Klugstitterin leidet unter Verfolgungswahn. Was soll das denn jetzt? Ja. Erzähl mal veganen Checker. Wie kommst du denn darauf? Warum brauchst du Gatekeeper, Klugstitterin? Ja, aber was mich interessiert, äh, Internet-Tourist, äh, ist immer noch die Frage, ob du das Video komplett gut fandest vom James Bond oder ob da etwas drin war, was dir nicht so gefallen hat. Ja. Äh, Klugstitterin sowieso. Ist natürlich auch der eine oder andere Droll hier drin. Also, sorry, veganen Checker. Ja. Was hat dem Internet-Tourist aufgefallen? Ist mir beim ersten Mal ansehen nichts. Muss ich nochmal, ja, solltest du nochmal angucken. Solltest du mal angucken. Vielleicht ich muss in 10 Minuten nochmal kurz arbeiten, dann, wenn ihr noch da seid. Oh, was, komm ich gerne rein, du kommst dann rein? Und das ist cool, Klugstitterin, dann wird ja die Sendung heute doch noch geil. Das ist cool. Ich freue mich, ich freue mich. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, dass man ein bisschen vorspüren kann. Ähm, ich habe übrigens vorgesehen, Rob Eifernostrum hat auch noch was Neues hochgeladen. Ja. Was schreibt sie? Ja, ich kann aber erst in der Stunde, ja, das sind dann quasi gefühlt 10 Minuten hier für mich. Das macht doch nichts. Ich meine, ich sehe das natürlich anders mit den Gatekeepers, ja. Toni sieht das auch anders, aber es geht mir hier nicht darum, dich da irgendwie vorzuführen oder sowas, ja. Mich interessiert das einfach nochmal. Vielleicht hast du ja da noch ein paar Erkenntnisse oder was weiß ich. Ich finde das, ich finde das wirklich interessant, ja. Muss los, bin offensichtlich gleich, das Thema Gatekeeper ist schon wichtig. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es gibt eine Sache, die finde ich sogar noch wichtiger, Klugschiedlerin, als das Thema, ja. Übrigens, wer das nochmal vertiefen will oder wer jetzt nochmal genau unsere Meinung dazu sehen will, der einfach mal die Folge Gatekeeper, wie hieß die denn? Gatekeeper Kalypse. hieß die, glaube ich, die Folge, Einfach mal reinziehen. Also, wenn wirklich jemand viel darüber gesprochen hat, dann waren das ja wohl ich und Toni. Also, ja. Ja, Internet-Tourist, guck doch mal. Jetzt könntest du doch hier reinkommen und du wärst doch ein toller Gesprächspartner jetzt. Jetzt komm, gib dir mal einen Ruck, Internet-Tourist, Mensch. Jetzt war im Ernst. Das wär geil, wenn du jetzt auch noch drin wärst. Wir haben ja auch schon mal gesprochen und alles, ne. Ich kenn dich ja sowieso. Internet-Tourist, ich sage dir, heute wär der richtige Einstieg, weil das eine Sendung hier ist, wo auch was abgeht. Ja. Also, probier's mal irgendwie. Du kannst ja auch einfach reinkommen und dann sagst du einfach nichts. Verstehst du? Ja, genau, auf Discord. Du kommst einfach rein und sagst einfach nichts und dann gehst du wieder auch so scheißegal. Du musst ja gucken, dass du ein schönes Bildchen drin hast. Mach ein Bild rein von Megaman X oder so, dann. Nee, mach das nicht. Das würde ja zur Verwirrung führen. Was? Ihr wart zumindest mal, ich wart zumindest mal, bis er erst drin ist. Wie? Soll ich dir einen Link schicken, Internet-Tourist? Ja, Tuni, könnt ihr ja reinkommen, wenn der Link ist, der hat er gar nicht, ne. Dann hat mich keiner sehe ich gerade. Äh, ja, ich schicke mal den Link, würde ich sagen, ne. Antoni Mahoni, mhm, mhm, Hä, nee, ich will, dass du es vorher überlegst, weil das ist ja dann unnötig, den Link rauszugeben. Und du weißt ja, den Link weiter gab es immer ein potenzielles Sicherheitsrisiko, auch wenn es bei manchen Leuten verschwindend gering ist. Also, Internet-Tourist, was soll denn passieren, wenn du hier drin bist? Und so interessant bist du jetzt auch wieder nicht, dass du da irgendwie groß jetzt gehatet wirst oder so. Weil dafür sind wir zuständig. Verstehst du, Internet-Tourist? Kümmerle, Stefan, Stefan, man würde dich jetzt haten, da würde man dir doch nur Aufmerksamkeit geben. Verstehst du? An dir will sich ja keiner hochziehen. Funktioniert das nicht? Du bist da eigentlich außen vor. Verstehst du? Ich fände es cool. Also, wie gesagt, du kannst es dir mal überlegen. Ja, verstehe ich schon. Ja, Sim Jones. Äh, ne, weil du bist eigentlich ein guter Gesprächspartner für die heutige Sendung. Weil du auch das Video gesehen hast vom JB und, äh, wäre alles cool. Weil ich will ja auch kritische Stimmen drin haben, ja. Also, ne? Oh, wen hab ich denn hier noch alles? Oh, 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 oh. 42 Zuschauer, obwohl ich gar nichts sage. Wen findet ihr eigentlich schöner? Findet ihr Gemini-Man schöner? Das ist unten rechts der hellblaue. Oder findet ihr den dunkelblauen schöner? Ganz links der Shadow-Man. Der gefällt euch eigentlich besser, sag mal. Also ich würde doch mal ganz klar sagen, Gemini-Man, oder? Der Shadow-Man hat aber so einen coolen Schuss gehabt. Mit dem... Immer mit diesem Teil, was er da schmeißen konnte, ne? Rechts, rechts der... Der Dings mit Gold. Der Zwulm86. Erklär mir wirklich mal, wie muss man unterwegs sein, wenn man sich Zwulm86 nennt? Erzähl mal. Ja. Und ich warte extra, bis Toni da ist. Hier wegen dem Video. Das können wir uns da nämlich gemeinsam angucken. Oder auch nicht. Oh, da ist es ja nochmal. Komm, ich gucke mal gerade, wie lange das geht. Oh, es geht nicht so lange. Das können wir uns in der Sendung angucken. Ich bin wirklich schon gespannt, ne? Wer macht heute da das mit, LP? Ja, das ist doch immer hier dem Zufall überlassen. Hier bei Free4All. Weiß man doch nicht. Ja, die Sendung. Free4All. Reloaded. Folge 4. Die Lunte brennt. Was? Der Name hat keinen Sinn. Doch, der Name hat total viel Sinn. Der hat nur bisher... Ist das nur nicht erkennbar? Aber den habe ich in weiser Voraussicht gewählt. Leute, ich muss euch mal eine Frage stellen. Was zockt ihr eigentlich lieber? PUBG oder Fortnite? Ich finde eigentlich noch beide mobile Versionen wirklich toll. Boah, Leute, ich kriege die ganze Zeit immer Videos empfohlen von Tanzverbot. Ich weiß nicht, warum, ne? Aber ich gucke mir echt total gerne Videos von Tanzverbot an, wo er dann irgendwie erzählt, das esse ich alles. Ich wüsste noch jemanden, der könnte auch mal solche Videos machen. Die würde ich sogar gucken. Was kennst du, X? Ey, ich weiß, was du meinst. Du weißt nämlich, wie man das ausspricht. Ja, ich kenne den. Der sieht aber sehr ungesund aus, muss ich sagen. Außerdem frage ich mich, ob das auch nicht ein Mädchen ist, sondern so irgendwie... Der sieht aber richtig fertig aus. Also, ich finde, das ist eignisichtig gut, Werbung zu machen, weil da sieht man ja dann... Ja, dass die Produkte vielleicht doch nicht so zu toller Gesundheit verhelfen. Aber der Tanzverbot, der sieht ja dann bis auf seinen fetten Wanst noch halbwegs... Ja gut, wobei, normal kann man von dem auch nicht reden, aber... Der hat ja nicht so krasse Augenringe oder so, ne? Aber wie gesagt, der Tanzverbot gerade immer hier mit Wolvik-Tee, das habt ihr so oft erwähnt, ne? Dass ich mir schon Wolvik-Tee gekauft habe. Oder hier mit anderen Sachen, wo er da immer erzählt, es gibt eine saugeile Folge, da erzählt er hier vom Rewe. Ja, Salami, ja, das Ausrufezeichen wird schon seine Berechtigung haben. Und die Folge, die war total geil, wie hieß denn die noch? Und wisst ihr, was auch noch eine geile Folge war? Ich muss es loswerden. Oh, die Folge war so geil, wo er mit dem Pizzakarton spricht. Das war echt herrlich. Ich darf nicht inaktiv sein, ich muss Videos produzieren. Das war toll. Aber der Tanzverbot ist auch nicht mehr so... Ja... Wo ich mir halt auch denke, ne? Ich gucke mir manchmal lieber auch alte Sachen an von ihm oder so, ne? Ich finde das auch total cool, wo er da immer erzählt hat, ich hab bei Kohle Pizza bestellt und so und so. Bla, bla. Ich wüsste gerne mal, warum... Wie muss man unterwegs sein, wenn man sich sowas anguckt? Warum pucke ich das? Oder warum pucken andere das? Und das erzählen ja wirklich viele, dass die dann wirklich zum Teil echt genau die Produkte kaufen, wie ihr Tanzverbot. Ne? Das kann er aber echt gut rüberbringen, ne? Das ist besser als jede Fernsehwerbung. Ja. Ja. Ich stelle mir wirklich zum Teil die Frage, ob der wirklich die... Ich hab ja gefühlt, teilweise hat der auch mal eine Zeit lang abgenommen. Also, ich frage mich, ob der wirklich die ganze Scheiße an sich reinschaufelt. Jetzt hat's doch wohl betreut bestimmt MKUltra, genau. Also, jetzt stell dir mal vor, dass Sam Jones, gewisse andere Charaktere würden auch so Videos machen. Was ich alles esse. Ich würde es gucken. Ne, ich will hier nicht schon wieder, ne? Ja. Ja. Wobei, vielleicht will man das so gar nicht wissen. Äh, 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 das muss jetzt raus. Wenn du so mit hoher Stimme versuchst zu lachen, hört sich das richtig tuckig an. Nicht persönlich nehmen, das ist nur meine Wahrnehmung. Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Ich hab letztens, äh, ich hab eine kennengelernt. Und dann, irgendwie sagte sie was. Und dann hab ich gesagt hier, äh, ja, aber ich bin eigentlich schon auch Voltitose, ne? Ja, und die meinte dann so, hä, das fällt gar nicht auf. Und dann sagte sie, wie macht sich das denn bemerkbar? Und dann wusste ich gar nicht, was ich da sagen sollte. Ich wusste nicht, wie sich das bemerkbar macht. Deswegen zum Beispiel, ne? Ja, genau. Ich bin bestimmt auch hier Transgender-Agenda. Aber ich könnte, teilweise könnte ich sogar als Trainee durchgehen, finde ich. Also, wobei, ich muss sagen, mich haben sie dann aber echt gut hinbekommen. Aber, zum Teil, ja, finde ich schon eigentlich. Ja. Am Schluss kommt raus, ich bin wirklich, äh. Ja. Was schreibt der Mac Arena? Wo ist Tony Mahoney? Ihr könntet ihr da mal anfeuern. Vielleicht, uh, kommt dann schneller dieser Duh. Da. Gucken wir uns das dreiminütige Video an von der Klugschild drin. Und vielleicht quatschen wir dann irgendwie noch ein bisschen. Oder auch nicht. Aber ich will hier nicht schon alles verschießen. Und dann ist Tony drin, da gibt's keinen Gesprächsstoff mehr. Ist ja auch blöd. Gerade weil ja die Gatekeeper-Geschichte hat, ist ja so auch ein Thema von uns beiden. Was auch viele Sendungen geprägt hat, auch letztes Jahr. Äh, deswegen. Und ihr wisst immer, einmal alles schon erzählt hat. Und das dann später nochmal wiederholen, dann vergisst mal einiges. Meint ihr eigentlich, der Tanzverbot ist auch Tanzkender? Ich weiß es nicht. Gebt mal bitte ein, 101 Gründe vegan zu werden. Gebt das mal bitte ein, von Lichtblick. Und dann sagt mir mal bitte, was euch auf dem Thumbnail auffällt. Kann ja durch Zufall sein. Vielleicht gucken wir uns das auch heute mal kurz hier in der Sendung an. Ey, das ist schon geil, dass ich, das ist echt sagenhaft, dass ich sogar so faul bin, selber mal hier die Bildschirmfreigabe zu machen, ne? Das ist echt sagenhaft. Ich bin ja im Real Love, so. Äh, wisst ihr, was mal einer zu mir gesagt hat im Real Love? Sagt er zu mir, äh, ja, ja, du brauchst immer irgendwelche Lakkaien, die deine Tracksarbeit für dich verrichten. Das ist doch gar nicht wahr. Oder doch? Du musst Kuhmehl trinken. Ja. Im Ernst, Leute, ich habe mir letztens schon erwähnt in der Sendung, ich mache mir in letzter Zeit wirklich mehr Gedanken über vegane Ernährung als vorher. Das ist wirklich so. Wobei ich schon ein Fleisch liebe, also gerade Steaks oder sowas. Finde ich eigentlich schon geil. Wenn das dann auch noch richtig gut gemacht ist. So ein bisschen angebraten und dann im Backofen oder so. Und dann auch so schön knusprig und innen. Das ist cool eigentlich. Aber im Grunde genommen ist es auch schon wieder Satanismus. Irgendwie die gleichen Teile sich reinzufüttern. Ich meine, wenn nichts anderes mehr geht und man hat nichts anderes, ist was anderes. Aber ich weiß es nicht so genau. Ich finde, der Lichtblick hat größtenteils recht. Ja, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Ich finde auch da echt viele Videos von dem hochinteressant. Der Anasche Kapitalist schreibt, das Thumbnail ist hochsymbolisch. Und jetzt, Anasche Kapitalist, will ich mal von dir wissen, was findest du denn da hochsymbolisch und was repräsentieren die Symbole? Erzähl mal. Wenn du dich einschätzen solltest, in welcher Richtung siehst du aus? Schnuckimäßig oder was? Nerdig. Ich würde sagen, er ist Schnuckimäßig. Ahahahahahahahahaha! Far Cry 5. Ja, da habt ihr euch schon Far Cry 5 angeschaut. Far Cry 5. Wisst ihr, was mich abfragt? Ich habe mir schon gleich gedacht, die haben wie diese Nebel schon wieder mit dieser Sichtweitenreduktion. Aha! Habe ich einen anderen Thumbnail als ihr? Ich sehe nur, wie das Kuhmäßig klingt, das meine ich aber nicht. Wie sieht Schnuckimäßig aus? Ja, das ist eine gute Frage. Schnucki! Gott, was war das denn? Hey Veganer! Was? Suja ist ungesund. Ja, bei Suja bin ich mir nicht sicher. Ist das eigentlich jetzt gesund oder ungesund? Mein Einkauf vom 27. 2017. Ach, da habe ich ein Tanzgebot aufgeguckt. Das erste Mal aus meiner Kabine. Was? Symbolik? Da haben wir direkt Hut. Hä? Schutz. 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 Ich habe. So bin ich heim. Nur Essen, dann komme ich rein. Tony, merke dir mal vor, dass wir nachher noch kurz beim Lichtblick auf den Kanal gehen. Was kriege ich denn hier für Videos empfohlen? Mensch. Alter, Tanzverbote, was er immer für eine Fresse zieht. Ey, ich kriege hier nur noch Tanzverbote, 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 Tanzverbote. Oh, 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 oh. Was siehst du denn an Symbolik, Let's Player? Das will ich euch ja nicht verraten. Guck dir ein Video gemacht, was du uns... Ja, ich weiß, aber ich hab's extra noch nicht abgespielt, Toni. Jetzt gucken wir uns zusammen an der Sendung, würde ich sagen. Ich hab's noch nicht gesehen. Tanzverbot. Ich hab den schon geguckt, da hat der noch einen relativ kleinen Kanal eigentlich. Aber der Excel, der ist irgendwie nicht so toll, finde ich. Ich finde auch dieses eine Bild, ne, ihr müsst das mal gucken. 100. Bestellung, ne, vom Tanzverbot mit diesen schicken Dingern da oder was, ne? Es sieht so geil aus, dieses Bild. Die Titel vom Tanzverbot sind auch mal cool. Aber solche Titel kann ich eigentlich nicht bringen, weil... Das passt nicht zu mir. Hab ich übrigens noch mal letztes Sendung gesehen, hier mit Lauren Southern, wo sie auch noch mal gesagt hat, dass sie ein Typ ist. Äh, oh, das war, glaub ich, beim James Bond im Video, kann das sein. Man sieht ja die... Was ist... Was auf dem Thumbnail... Asskarten symbolisieren. Schlechte Eigenschaften. Und im Viertel steht, da ist die Karten in der Hand. Muss ich noch mal sagen. Geht dir nix anders da. Guten Tag. Und tschüss. Jetzt geht's ja langsam wieder los. Hm, 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 hm. Also eigentlich 15, 15, 15, 15, great, the greatest PS2 games that also had amazing graphics. Und da ist dann schon hier ein Bild von Final Fantasy... Äh, nicht... Ich meine, es ist ein Teil 3. Also ich würde sagen, Toni, wenn du hier drin bist, dann kannst du mal übernehmen. Dann kannst du mal reden, ne? Dann esse ich auch mal was. Hau ich einfach wieder ab. Boah, ey, Toni, ohne Scheiß. Wirklich, hier mit dem Thema Transgender. Guck dir wirklich mal an. Sea of Thieves. Ja? Zieh dir mal diese Fressen rein. Ja? Von diesen Charakteren. Du kannst gar nicht Blutterschein zwischen Mann und Frau. Das geht gar nicht mehr. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich werde mir ja Nino Kuni 2 nicht holen wahrscheinlich, weil es sei denn erstens deutlich billiger wird. Oder wenn die Nachfrage riesengroß ist, weil... Irgendwie mir gefällt das nicht, auch mit diesen Echtzeitstrategie-Anleihen da noch. Das ist eins aber, glaube ich, auch nicht so toll. Aber das war halt traurig, weil die Mutter halt gestorben ist von dem, ne? Oliver hieß der, glaube ich. Die Frau auf dem... Das hat mir ja bestimmt auch irgendeine Bedeutung. Jetzt müsste man natürlich mal den, äh... No-Icon fragen. Dem fällt natürlich noch mehr auf. Ja? Was steht hier God of War? Äh... Kein rotes Blut, aber ankert. Die Gewalterstellung im PS4-Spiel. Na toll. Was? Ihr müsst mal alte Musikvideos reinziehen. Bananas zum Beispiel. Hammer, was? Ziehen? Hä? Oh Gott, Leute. Oh Gott, Leute. Wie fällt hier gerade was auf? Irgendwie Richtung Training. Aber das kann ich echt nicht sagen. Das ist echt zu krass. Moonstar. Du kennst das nicht. Ha, ha, ha. Stupidly expensive and rare N64 games. Complete. In box. Sag mal hier... Ich gucke jetzt mal gerade hier bei der Truth Investigation bei Nadja. Ja. Da hätte ich auch, glaube ich, mal wieder Bock, Sendungen zu machen, wenn die mal hier reinkommen. Vielleicht hat die ja... Guck mal hier, Transgender. Spricht sie an? Das sprechen viele nicht an. Guck mal, gucken mal. Best of Fake Fish. Die scheint sich auch... Ich hab das Gefühl, die guckt auf den Conspiracy is my hands. Nasus, äh... Ugly Fake Moon. Transgender Agenda an deutschen Unis. Wer ist Stephen Hawking? Also... Jetzt guckt die uns etwa. Die Schuldner des Biestes satanisch. Also, was denn noch? Ist doch geil. Oh, der Flugblues ist da. Servus. Flugblues, dann baust du ja endlich mal eine Mega-Man-Figur ein. In deine... Propaganda-Videos. Was habt ihr hier auch bei Nanarama? Ja, gut, das ist was anderes. Was habt ihr hier auch bei Nanarama? Leute, schreibt die mal gerade an, ich bin zu faul. Schreibt mal bitte der Truth Investigation. Schreibt sie mal an und ob sie gerade Bock hat, reinzukommen. Ich werde sie mal anschreiben. Flo Plus, mach doch mal das Intro rein von Megaman. Wir haben vorhin die ganze Zeit über Megaman gesprochen und sogar über Kirby. Ich schreibe die jetzt mal an. Warte noch. Habe ich sie nicht sogar abonniert irgendwo hier? Die kann man ja gar nicht anschreiben. Aber ich wüsste... Toll, Kommentar sind deaktiviert. Hahaha, wie wird's los? Das ist schlecht. Also, gut, vielleicht macht sie es auch genau richtig. Also, sorry. Schade. Hä, ich hab doch den Ding schon geschickt, Toni, oder nicht? Soweit ich weiß. Also, der ist er doch. Und, falls du es vorher mitbekommen hast, äh, die Klugschicht drin will auch noch reinkommen. Also, Toni, wenn du sie noch nicht gesehen hast, dann, wie gesagt, hier Truth Investigation bei Nadja. Du siehst hier nachher rein. Flo Plus, wenn du mal ein bisschen hier... Ja, also, ich habe mir wirklich überlegt, mal von Kirby's Adventure, äh, auch tatsächlich Livestreams zu machen, ne? Das ist ja doch cool, oder nicht? Ja. Schick mal bitte den Link bei Discord, ich habe nur den... Hä? Den Video-Link, okay. Den Video-Long. Long. Moment. Moment. Oh, scheiße! Scheiße! Wo habe ich denn das hier gepostet? Ich habe das hier völlig falsch gepostet. Also, Toni, du hast es schon, aber... Warte, ich habe es, äh, ich habe es falsch gepostet, Toni. So, Internet-Tourist, bist du jetzt soweit? Top, ja, Kirby's Adventure, war der beste Titel, aber ob du damit viele Views bekommst, das weiß ich nicht. Ja, muss man hier die Werbetrommel rühren, Mensch. Also, Kirby war schon so, ich bin jetzt nicht der riesen Kirby-Fan, aber das Spiel war cool. Und das ist wirklich, jetzt ohne Scheiß, von der Grafik her, das kann man heute noch zocken. Es gibt Spiele, gerade auf NES, es gab zum Beispiel auch Batman irgendwie, das ist relativ spät rausgekommen für das NES. Das sah fast aus wie ein Super-Nintendo-Titel. Richtig geil. Wie hieß denn das noch? Batman, keine Ahnung wie. Müsste mal gucken. Was? Gleich, warten wir auf eine Bestellung, sollte gleich mal da sein. Echt? Und dann willst du reinkommen, Internet-Tourist? Das ist cool. Dann ist ja hier doch mal wieder was los. Hochbegabung, die 17 typischen Zeichen. Das kann ich mir jetzt aber nicht reinziehen, weil dann kommt nachher raus, dass ich einfach nur hoch dumm bin. Oh Gott. Ich müsste doch mal angucken. Super Mario Bros. 3, das hat auch eine Spitzen-Grafik für NES-Verhältnisse, definitiv. Ich weiß manchmal gar nicht, ob ich Super Mario Bros. 3, das ist ja quasi Super Mario Bros. 4 oder 3, aber ich würde vielleicht doch noch sagen, Moment, 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 wird dann vielleicht doch noch sagen, eher Super Mario Bros. Oh, die Internet-Tourist will vielleicht reinkommen. Moment, 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 komm, wir gucken uns mal zusammen das Klugschiedern-Video an. Ich habe es nicht gesehen, es dauert, glaube ich, nur 3 Minuten. Nee, es geht 10 Minuten. Echt? Dann habe ich gar nicht das Richtige hier, oder? Warte. Pass mal auf, WAV, Antoni, was heißt denn WAV? Nee, VAW. Video-Antwort. Ach so, Video-Antwort. Antoni und Gatekeeper, hier steht 3 Minuten. Ja, 3 Minuten habe ich mich verguckt, weil es ging so schnell. Ja, dann schauen wir mal. Ich gucke. Ja, mach mal. Was habt ihr hier? Gerade die billige Grafik und die billige Musik finde ich reizvoll an den Retro-Titeln. Speziell bei Mega Man ist auch die Musik top. Man denke nur an das Dive-Level. Oh, Dive-Level und vor allem Dust-Man-Level. Ja, kannst du mir hier mal einen Schlüssel geben oder so? Ich wäre froh, ich könnte das, aber komisch, was kriege ich bei dem Kanal nicht hin. Aber ich habe dich jetzt einfach hier dauerhaft eingeblendet. Ach so. Okay, dann hören wir es uns mal ein. Ich kann das nur über Mikro machen. Egal, ging ja sonst auch mal. Da bin ich jetzt einfach mal still. Mojoni. Ja, du hast... Mojoni, Mojoni. Ja, du hast ein Video gespiegelt von James Bond mit dem Titel Sogung und Romora, das den FIFA-Pakt vorgeführt. Und in deiner Beschreibung finde ich mich erwähnt. Ich bin nicht so auf der Linie von James Bond, aber mir würde ein Kommentar von dir dazu gefallen. So viel sein ist Lächeln. Und ich habe zumindest darauf geantwortet. Ich schreibe einen Kommentar, wenn ich mir das Video angesehen habe. Heute habe ich keine Zeit. Ja, dann habe ich doch die Möglichkeit, zwischen meiner Arbeit sozusagen mal für zwei Stunden nach Hause zu gehen. Ich nutze das, um hier eine Antwort zu erstellen. Ich habe nämlich dankenswerterweise Screenshots erhalten. Und hier zitiere ich einfach mal aus James Bonds Video. Und ja, es ist kein Zufall, dass dieser QAnon-Winschild von Klugschüterinnen schön in Ihrem Refekt die Mordkruge gepackt wurde. Das liegt gegen Speck, das Drüge und das Play, wenn sie die Mordkruge, was ich noch verstehen kann, nur ebenso den QAnon-Winschild mit mir und verbreiten. Wie kann man das nicht erkennen? Ja, offensichtlich für klüger als viele sind, oder zumindest einige. Und was meine Reaktion auf die Morddrohung gegen mich betrifft, habe ich das getan, was ich für richtig und wichtig fand. Was Toni und Let's Play betrifft, denke ich, werden mir alle zustimmen, dass sie wesentlich klüger, intelligenter und differenzierter sind, als dass es nötig ist, dass sie nicht eine Software, eine schlechte Software bedienen könnten, um nicht irgendwie kenntlich zu machen, zu kommentieren oder herauszuschreiben, was sie an Inhalten auf ihren Kanälen nicht teilen, freuen oder verbreiten wollen. Soviel zum Argument. Und soviel dann auch zu meiner Motivation, das Video von James Bond mir anzugucken. Zum Thema Geldkeeper könnt ihr mal in den Kommentaren, die hier wohl offensichtlich auch bearbeitet wurden, unter dem Video von Toni Maunen finden, mit dem Titel, ich denke, es war Sonntag statt jemand von letzter Woche, ich verlinke euch das Video und da möchte ich immer mehr ergänzend hinzufügen, dass was Geldkeeper betrifft oder auch ich dazu sehr wohl Videos gemacht habe und wenn ich Lust dazu habe, werde ich das vielleicht nochmal diskutieren in einem Hangout oder nochmal ein Video dazu machen. Aber wie gesagt, wenn ich Lust habe und wenn derzeitliche Rahmen, dann ausreichend auch eine differenzierte Betrachtung ermutigt. Bis dann, und tschüss. Jo. Jo, let's play, was sagst du dazu? Also, wenn es ein Thema Geldkeeper oder so, ich denke, da dürfte unsere Meinung ja klar sein. Da haben wir ja schon genug Sendung drüber gemacht. Ich persönlich muss ganz klar sagen, guck mal, also dem Spont hat ja zum Beispiel hier, ich wusste das übrigens gar nicht, dass Klugschiedlerin die Aussage da gemacht hat, irgendwie im Kommentarbereich, dass man nicht Geldkeeper braucht oder so. Das ist schon so eine Aussage, die, ja, ich sehe das halt anders und du halt auch, nehme mich manchmal schon mal schon mal an, ja. Und, ähm, aber das ist halt, das ist auch belegt, verstehst du? Ja, also, wenn mir jetzt jemand erzählt hätte, so, die Klugschiedlerin hat das so gesagt, dann würde ich sagen, ich würde das gerne mal sehen. Wo hat die das denn gesagt? Aber das ist ja mit drin im Video von James Bond. Da hat er ja ganz klar ein Screenshot da oder was, ne. Äh, da kommt zum Beispiel auch die Aussage, hier, dass es einfach nur eine Fake-Morddroge war oder so, ne. Und ich kann das nicht ausschließen, ja. Nur ich wüsste dann auch gerne mal, woher der das hat, woher der das weiß und vielleicht auch dann mal einen Beweis dafür oder so. Wenn das wirklich stimmt, dass das eine Fake-Morddroge war, dass es gar nicht so gewesen ist, ja, dann muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch, dass du das aufgedeckt hast, James Bond. Nur, ich brauche da schon irgendwie was Handfestes, weil so kannst du ja hingehen. Und das sind für mich zwei unterschiedliche Gatekeeper-Geschichte, ja. Und das andere ist, selbst wenn die Klugschiedlerin sogar höchstpersönlich die größte Gatekeeperin auf der Welt wäre, könnte sie ja trotzdem eine Morddroge gehalten haben. Selbst in diesem Extremfall, ja. Verstehst du, was ich meine? Also ich, jetzt stell dir mal vor, die hat wirklich eine Morddroge gehalten. Und das hat sich wirklich so zugetragen, wie sie erzählt hat. Und jetzt heißt es einfach, nee, das ist alles nur Fake oder so. Das ist ja schon eine ziemliche Frecherheit. Also, in meinen Augen. Es sei denn natürlich, es wäre wirklich nur ein Fake. Dann hätte James Bond natürlich genau richtig reagiert. Aber das ist halt so, ich bin halt kein Fan davon, Vermutungen als Tatsachen zu verkaufen. Und das hat auch für mich das Video ruiniert. Ich hatte mir nämlich auch schon überlegt, ob ich das mirroern soll oder sowas. Aber der hat mich ja schon vorgewandt. Der hat schon gesagt, es wird eine Szene kommen, da musst du wahrscheinlich schlucken und so. Und ja, das war dann halt diese Szene da. Aber ich würde auch sehr gerne mal mit der Klugschiedlerin selber drüber reden, über das Gatekeeper-Thema. Ja, du hast es schön auf den Punkt gebracht. Ich habe auch wirklich überlegt, ob ich das so spiegele. Deswegen habe ich auch einen Text vorher eingeblendet. Nämlich, dass sich eine weitere Meinung herauskristallisiert und eine andere Sicht auf die Dinge. Ich möchte mich keinesfalls dem zu eigen machen. Auch wenn man das natürlich reininterpretieren kann, aufgrund der Tatsache, dass ich es gespiegelt habe. Aber mir ging es um das Gesamtwerk, um die anderen Geschichten. Und dass das natürlich belegt ist. Und das ist auch hier so, fuck you. Ich meine, das habe ich ja auch schon rausgehauen in andere Richtungen. Aber grundsätzlich kann ich das nicht vertreten. Du hast es eben schön beschrieben. Auf der einen Seite, es braucht Gatekeeper. Die Aussage gilt es kritisch zu betrachten. Da kann man drüber diskutieren und so weiter. Dann aber hier zu sagen, eine gefakte Morddrohung und dann keine Fakten dazu zu liefern, ist wirklich absolut hoch riskant. Ja, das finde ich absolut grenzwertig. Und da möchte ich auch nicht mitziehen. Deswegen habe ich in meinem Video nicht nur diesen Einleitungstext gemacht und dort auch gleich diesen Kommentar reingemacht, dass ich nicht alles, was in diesem Video transportiert wird, trage. Ja, das ist mir an dieser Stelle auch nochmal wichtig. Ich finde es aber trotzdem wichtig, dass dieser ganze Zusammenhang angesprochen wird. Weil so wie es JB beschrieben hat, dass halt am Anfang ihres Videos diese Morddrohung, ja, sie hat dann diesen Zusammenhang da beschrieben in ein, zwei, drei Sätzen. Und danach kommt halt QAnon. Ja, also natürlich, ich mache das auch so. Also man hat halt Sachen, die für einen wichtig sind und transportiert sie dann halt auch in solchen Videos. Aber dadurch entstehen zusätzliche Fragen, ja. Und ich bin da genau auch auf deiner Linie, Let's Play. Ich finde diesen Begriff, es braucht Gatekeeper absolut unterirdisch. Absolut unterirdisch, destruktiv, ja. Da würde ich gerne mal wissen, wie sie das meint. Ich meine, sie hat das ja hier so beschrieben, wir können das ja mal nicht aus dem Zusammenhang reißen, sondern ich habe es nicht gespiegelt und cue gern ein andernmal. Ich finde nicht, dass ja nichts Videos AfD-Werbung ist, sondern er schlägt private Sicherheitsdienste vor. Das stimmt so, wie sie das dorthin schreibt. Aber die Ansagen, dass er private Sicherheitsdienste vorschlägt, tritt halt hier nicht in den Vordergrund. Was die Leute im Hinterkopf haben in Bezug auf Oliver Janich, ist sein Schuldkult-Geschichte. Ja, wer nicht wählt, macht sich schuldig und hat Kleblut an den Händen. Und seine permanente, immer wiederkehrende AfD-Propaganda, was eine Tatsache ist, weil er es tut in seinen Videos, ja. So, und die eigentliche Meinung von ihm, dass da private Sicherheitsdienste eine Lösung wären, geht da regelrecht drin unter, ja. Er spricht die einzelnen Leute an, er spricht AfD-Abgeordnete an, diese Zusammenhänge müsst ihr jetzt tragen und so weiter. Das ist Parteilinie. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Da kann Herr Janich auch gerne noch ein Buch schreiben, der böse Staat, ja. Was ändert das denn, wenn er in jedem seiner Videos AfD-Werbung macht? Und gerade bei der Klugschiederin, bei der wir alle wissen, dass sie hochintelligent ist, dass sie differenziert die Sachen betrachtet und auch nach einem gewissen Moralpegel, weil sie ist uns ja in der ganzen Geschichte auch zur Seite gestanden, in den letzten Monaten dort. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass wir uns jetzt wundern über diese Aussage, es braucht Gatekeeper. Ich habe das ganz veröffentlicht in dem Video, ich habe das gemirrert, aber ich mache mich gerade, was diese Beleidigung hier angeht, möchte ich mich nicht zu eigen machen. Wobei ich nicht genau weiß, ich kenne ja nicht alle Videos von ihr. Ich muss sagen, ich habe ja früher selten mal was gesehen von ihr. Und so richtig auf sie aufmerksam wurde ich eigentlich auch erst. Früher auch, die hat da auch, glaube ich, mal Kommentare geschrieben, oder ich habe bei ihr auch mal was geschrieben, aber ich hatte das immer nur so ganz am Rande, auf dem Schirm ihren Kanal. Ich wusste, der existiert. Aber so richtig krass auf sie aufmerksam geworden bin ich halt durch diese Sache da, wo sie uns halt auch zur Seite gestanden hat. Da habe ich auch dann mehr Videos geguckt von ihr, aber das waren halt dann Videos, da ging es halt auch um uns. Und ich weiß nicht, ob sie da früher schon, vielleicht hat die noch nie was anderes gesagt. Vielleicht hat die früher auch schon gesagt, dass wir geguckt haben wollen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch gar nichts Neues. Also sie gehört da wirklich zu denen, die wir halt nicht so auf dem Schirm haben. Ich meine, andere Leute oder so, da wäre es halt aufgefallen, die die seit Jahren auf dem Schirm hatten oder so, freilich frei oder wo die ganzen Videos kennt oder was auch immer was. Da wüsste man das, dass die vorher schon, aber das nicht gesagt haben. Aber wie gesagt, bei den Glücksschiedern weiß ich es nicht. Und ich kenne ja auch die ganzen Argumente. Ich kenne ja auch die Argumente von irgendwelchen Leuten. Es heißt ja noch immer, dass, ja, ohne Olli oder ohne Ken Jebsen oder was weiß ich, wären die Leute nicht darauf aufmerksam geworden oder würden sie nichts machen oder der ganze Kram halt. Und die Frage ist doch nur, ist es deswegen, sind sie deswegen überhaupt mal oder haben sich mal irgendwie hervorgetraut oder was? Weil so Leute wie Olli oder so gewisse Themen nicht ansprechen oder war es, obwohl sie bestimmte Themen nicht ansprechen? Weil ich glaube nämlich eher, obwohl. Das ist, ich glaube nämlich nicht, dass das wirklich der, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Vielleicht wie, wenn ich mit einem Auto fahre, wo die Handbremse angezogen ist oder so. Dann denkt vielleicht der ein oder andere, ja, wenn die Handbremse nicht angezogen wäre, dann würde sich hier gar nichts bewegen. Aber das Auto fährt nicht, weil die Handbremse angezogen ist, sondern obwohl die Handbremse angezogen ist. Und wenn sie nicht angezogen wäre, dann würden wir sogar noch viel schneller fahren. Ja, aber kommen wir mal zurück. Ich würde das gerne mal ein bisschen abschließen. Ja, also ich habe ja da auch dran drauf geantwortet auf ihre Ansage hier und war halt erstmal auch entsetzt über dieses, es braucht Gatekeeper, ja. Und ich habe das auch negiert und habe gesagt, es braucht Leute, die offen die Wahrheit aussprechen. Und ein Teil der Wahrheit ist auch, wenn man anspricht, dass andere Torwächterfunktionen bedienen. So, und da antwortete sie drauf, ich stimme dir absolut zu. Aber stelle die Frage, ob Janik nicht vielleicht Leute abholt, die sich ohne ihn den Staatsfanatikern zuwenden. Was sagst du denn dazu? Ich glaube das schon, ja. Ich glaube das tatsächlich, dass durch Olli oder so, weil er bestimmt ein Bekanntheitsgrad hat, ja, da mit Sicherheit auch Leute irgendwie in gewissen Teilbereichen da auch aufgeweckt wurden. Gerade was Libertarismus angeht oder sowas, ja. Denke ich schon. Nur das Problem ist halt, dass es geht dann halt nicht weiter, ne. Und sie bleiben halt dann auch da kleben, verstehst du? Und werden dann auch wieder mit Herrschaftspropaganda versorgt. Also mir kommt das jedenfalls mal so vor und man kann das nicht anders bezeichnen mit der AfD-Werbung. Ja, das ist nun mal so, ja. Und es ist halt eben nur, wie gesagt, man muss das echt auseinanderhalten. Das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, ne. Ich meine, klar sind die Leute natürlich froh, dass überhaupt jemand mal was sagt, ja. Und gerade Olli kennen dann halt die Leute oder sowas. Das ist schon klar, ne. Aber die Frage ist, ob sie ihn wirklich deswegen toll finden, weil er bestimmte Themen ausklammert oder ob sie ihn toll finden, obwohl er bestimmte Themen ausklammert. Und ich glaube nicht, wenn Oliver Janich jetzt plötzlich mal sagen würde, hier, okay, ne, AfD, das wird er schon vergessen oder so. Ist egal, welche Parteien, ja. Ich lehne Herrschaft komplett ab, ja. Oder hier die Transgenderagenda oder so. Von mir ist auch noch die Weltbilddiskussion oder was. Ich glaube nicht, dass dann plötzlich alle Leute weg wären, ja. Das glaube ich nicht. Weil du siehst ja, was er sich sonst schon geleistet hat oder so. Dann waren vielleicht mal fünf Prozent der Abonnenten weg, wenn überhaupt. Verstehst du, was ich meine? Also er könnte locker hingehen und diese Dinge da durchdrücken oder so. Klar, viele sind natürlich auch zugekommen, die sehr konservativ drauf sind oder so. Die wollen dann auch bestimmte Dinge nicht hören, ja. Das ist schon klar. Er hat sich auch selber schon darüber beschwert, dass Leute bestimmte wirtschaftliche Zusammenhänge nicht verstehen oder sowas, ne, weil die halt aus einem anderen Lager kommen, sich da nicht so intensiv damit befasst haben, wie vielleicht Libertäre. Aber trotzdem könnt ihr das locker machen. Und das ist einfach, ich glaube, also meiner Meinung nach, und vielleicht lege ich da auch der Fall, vielleicht hat Klugschilderin da noch sehr gute Argumente, aber wir haben ja früher schon auf diese Diskussion geführt mit anderen Leuten, aber ich sehe das, ich finde, das ist halt eben ein Druckschluss und wir brauchen nicht hier Limited Hangouts zu verbreiten. Also hier mit quasi die Leute wie kleine Kinder zu behandeln und okay, das können wir euch jetzt aber noch nicht sagen. Das ist krass. Vielleicht ist es auch bei manchen Themen so. Ich weiß es nicht, aber trotzdem, ich bin nicht so drauf, ja. Und wenn irgendwelche Leute, ich meine, das ist ja auch ein Ding von Angebot und Nachfrage, ja. Olli hat ein Angebot und die Nachfrage ist ja anscheinend auch da. Und vielleicht wollen auch manche Leute die Wahrheit nicht hören. Das kann ja sein. Weil wir haben das ja auch immer wieder an Reaktionen gemerkt, als wir dann irgendwelche Sachen rausgehauen haben, ne. Aber das ist dann halt, ist auch denen ja gutes Recht. Ist natürlich Ollis gutes Recht, also jetzt mal exemplarisch, natürlich auch von Ken Jebsen oder von allen anderen, da natürlich einen Kanal zu betreiben. Und wenn die Leute das unbedingt hören wollen, ja, dann können sie das ja auch konsumieren und sogar noch Geld dafür bezahlen. Nur ich brauche es nicht, ja. Und wenn die das brauchen, von mir aus. Aber die Frage ist ja auch, ne, das ist eigentlich eine sehr gute Frage, die auch Leute stellen. Wie siehst denn du das? Also ich glaube eigentlich, du siehst das auch nicht anders als ich, weil ich sage, dass auch die von mir aus auch eine Existenzberechtigung haben, wenn die Leute sich das unbedingt anhören wollen, ja. Und uns geht es ja auch nicht darum, die irgendwie zu vernichten oder sonst irgendwie, also mir geht es jedenfalls nicht darum und ich glaube dir auch nicht, ja. Weil wenn wir das nämlich sagen würden oder sowas, ne, oder die müssen weg oder sowas, ne, dann wäre das wirklich eine Sache, die jeglicher Freiwilligkeit absprechen würde oder sowas, ne. Weil das ist ja genauso, da könnte man auch sagen, äh, McDonald's muss weg, weil McDonald's schädlich ist oder so. Aber sie machen ein Angebot und die Leute nehmen dieses Angebot an. Niemand wird dazu gezwungen. So sehe ich das halt. Ja, man muss halt auch mit den Konsequenzen und damit leben, dass halt andere Leute das kritisieren, ja. Genauso wie ich damit leben muss, dass ein permanenter Shitstorm hier stattfindet. Aber nochmal, gerade was die Knacki-Geschichte angeht, ja, also die totale Zerstörung des Knacki-Deluxe, das hat nichts mit der physischen Ebene zu tun. Das ist ein rhetorisches Mittel gewesen, um zu polarisieren, ja. Jeder, auch Knacki, das habe ich oft gesagt, ich wiederhole es an dieser Stelle auch, egal wie finster die Leute da draußen sind, unterwegs sind. Das ist ein Angebot und jeder, der das wahrnimmt, tut das auf freiwilliger Basis und dieses sogenannte Recht möchte ich niemandem absprechen, ja. Aber es gehört zu einer Kommunikationskultur, einer Medienkultur, einer Pressekultur, dass halt ganz bestimmte Sachen, die von anderen, die eine Reichweite haben, egal wie groß sie ist, rausgehauen wird, dass das kritisiert wird. Und zwar von vorne bis hinten und zwar mit allen Möglichkeiten, das zu beleuchten, ja. Das ist das große Spiel, was hier läuft. Und ja, ich habe halt gesagt, dass ich da mitmache. Ja. Ja, und ich finde, man muss auch noch ganz klar unterscheiden zwischen Leuten, die vielleicht mal etwas aufzeigen. Also Sachen, die wirklich gesagt wurden von einigen Leuten oder Sachen, die gemacht wurden. Das kann man alles nachweisen oder sowas. Wir haben ja auch oft immer gesagt, hier in dem Video, könnt ihr euch das angucken oder verlinkt oder was. Das kann man auch nochmal unterscheiden, die Sache zwischen, kann man unterscheiden von Zersetzung zum Beispiel oder sowas, ja. Ich finde, wenn wir zum Beispiel im großen Stil Zersetzung betreiben würden, zum Beispiel beim Olli auf dem Kanal oder beim Ken Jebsen oder was auch immer, ja. Indem wir wirklich irgendwie Schwachsinn über ihn behaupten oder was auch immer oder ihn da irgendwie, ne. Wenn die dann auch dann sagen würden, okay, nee, da haben wir jetzt keinen Bock drauf oder so, wir verabschieden euch von, uns von euch, ne. Das ist für mich auch nochmal eine andere Geschichte oder sowas, ne. Das hat dann auch für mich nichts zu tun mit Aufklärung oder sowas oder, ja. Aber das machen wir ja nicht. Verstehst du? Wir betreiben keine Zersetzung, ja. Denn wir haben einfach nur Sachen, die wirklich schon mega offensichtlich waren, die haben wir halt auch nochmal angesprochen oder sowas. Und es gibt ja auch vieles, das war auch schriftlich, wie zum Beispiel damals mit dem Kulturstudio oder sowas, was Michael Grawe da geschrieben hat und alles, ne. Und der ganze Kram, was du nochmal aufgefasst hast bei deinem Video im Nordpark und so ein Zeug, das waren ja auch Sachen, die waren auch schon in der Öffentlichkeit, ja. Und wer in der Öffentlichkeit steht und dann auch diese Sachen raushaut, der muss eigentlich auch damit leben, ja. Dass das auch vielleicht mal kritisiert wird oder sowas. Wir leben ja auch damit, ja. Also, so sehe ich das. Ja, es ist ein Risiko von mir gewesen, wirklich diese Sichtweise hier zu transportieren, aber ich habe das in der Einleitung des Videos und in dem Text und in dem Video nochmal auf den Punkt gebracht, dass ich nicht alle Ansichten hier teile, ja. Und, ja. Es ist absolut kritisch in meinen Augen, wenn, ich sage mal, andere unabhängige, kritische Geister, für die ich halt die Klugschiedlerin auf jeden Fall halte, sich einseitig in ihrer Öffentlichkeitsarbeit betätigen. Ich möchte niemandem vorschreiben, was da für Themen zu bearbeiten hat, aber zur Transgender-Agenda oder zur Weltbilddiskussion höre ich da auch nichts. Es ist alles, ich sage mal, im Gebiet des Herrschaftsgesayers, was sich da abspielt. Das muss Klugschiedlerin halt selber wissen, ja. Also, dass diese QAnon-Geschichte eine Geschichte Psy-Op ist, dazu habe ich von ihr auch noch gar nichts gehört. Ja, anyway, aber ich will mich hier auch wirklich nicht an Klugschiedlerin festbeißen, ja. Also, das hat zu einer Kontroverse geführt, ja, diese Aussage, es braucht Gatekeeper und da muss man sich nicht wundern, dass das in Hangouts und in Videos transportiert, besprochen und aus einem anderen Blickwinkel wieder interpretiert und auch vielleicht überzogen wird, ja. also, ich möchte mich mit dem Wissen Stand jetzt hier nicht hinstellen und die Klugschiedlerin zu einem Gatekeeper erklären, genauso wenig den James Bond, denn man könnte auch in diese Geschichte das rein interpretieren, indem man halt hier die Morddrohung als gefaked hinstellt, das ist eine Behauptung ohne jegliche Untermauerung durch Beweise, da kann man auch aus einem ganz bestimmten Blickwinkel sagen, das ist Gatekeeper-Tum oder Zersetzung oder wie auch immer, es ist alles ziemlich schwierig momentan, ja, und jeder muss sich seinen eigenen Blick auf die Dinge machen, ja. Es geht um selbstständig und differenzierte Denken, ja, jeder muss das für sich entscheiden, ja. Ich habe mal wirklich eine Frage an James Bond, also, falls ihr jetzt nicht live zuguckt, vielleicht der Aufzeichnung, ich habe mal eine Frage, guck mal, James Bond, warum, warum verpackst du das nicht einfach als Frage oder sowas, warum schreibst du nicht einfach, es stellt sich die Frage, ob es nicht vielleicht gefaked sein könnte, oder du schreibst, es ist nicht auszuschließen, dass es vielleicht nicht gefaked ist oder sowas, verstehst du, wenn du das so schreiben würdest, dann stellst du es ja nicht als Tatsache hin, ja, und das ist eine Sache, das ist einfach nur deine persönliche Meinung, das kann stimmen, das kann auch nicht stimmen, das ist, mit sowas habe ich auch viel weniger an Problem, als, und da war schon mal irgendwas, ich weiß nicht mal, was das war, Tony, ich glaube, das hattest du angesprochen, irgendwas, ich weiß es jetzt nicht mehr, ich will jetzt gegen das Falsche sagen, es kann sein, dass es etwas war, der und der ist Freimaurer, oder was, oder, ich weiß es nicht mehr, ja, es ist auch schon ein paar Monate. Also diese, ja, man kann das, wenn das einmal passiert oder so, da kann man halt eine Impulsivität oder das triggert einen oder so rein interpretieren, aber, ja, wenn das halt immer wieder auftritt, dann macht man sich halt da auch Gedanken, ja, ich glaube, ich weiß es, Toni, ich glaube, ich weiß es, ich muss trotzdem sagen, der Schnitt, diese ganze Arbeit, auch gerade diese Kennedy-Geschichte, die ich auf meinem Hauptkanal dazu nochmal gespiegelt habe, mit diesen Dread Shoes, ja, wie er da das Kennedy-Video auch geschnitten hat, ja, genau an der richtigen Stelle, etwas früher, etwas später, hätte er nicht gepasst, tja, ich bin halt das Risiko eingegangen, dass halt Leute, die unreflektiert sind, da halt denken, ich würde ganz bestimmte Ansichten von James Bond da hier mittragen, ja, aber davon kann gar keine Rede sein, ja. Übrigens, ich fand das Video auch, bis auf die Glückscheater-Stelle da oder was, fand ich das Video, hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen, ne. Klar kannst du jetzt natürlich Details geben, wo ich das wieder anders sehe, aber insgesamt fand ich es echt gut, auf jeden Fall, auch von der Machart her, jedenfalls, er hatte so einen ganz, ganz eigenwilligen Stil, ich glaube, ich weiß es wieder, war das nicht irgendwie, er hat das Kommentar, er hat ja, irgendwo hat das bei mir, glaube ich, kommentiert, und da er nicht mit seiner Stimme rausgeht und so und nur auf, in Anführungsstrichen, auf das Videomaterial da beschränkt ist, macht er da eine sehr interessante Mixtur, um halt seine Sichtweise zu transportieren, aber wie gesagt, diese Behauptungen, die sind halt starker Tobak, ja, und du hast es super auf den Punkt gebracht, das umzuformulieren, ja, ist es Vorsatz oder ist es emotionale Polarisität, Polarisierung, ja, das ist jetzt die Frage. Und wie gesagt, James Bond, wenn das wirklich so stimmen sollte, wie du sagst, dann hau einfach die Beweise raus und dann, dann ist es ja auch gut, dass du das gemacht hast, aber wie gesagt, ich würde halt schon gerne mal vorher die Beweise sehen, ja, und wenn du Beweise hast oder sowas, dann ist ja okay, dann kann man ja ruhig sowas raushauen, aber die sollte man vielleicht schon haben. Pass auf, ich glaube, war das nicht wegen, ähm, hier from truth and other lies oder sowas, deceptions.org, wo es irgendwie hieß, Freimaurer-Verein, alle, oder war das nicht sowas, wo du hattest das, du warst derjenige, der es kritisiert hat, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war. Auch mit Oliver Zuhmann oder mit denen, irgendwas war da, glaube ich mal, wo du auch gesagt hattest, das war in irgendeinem, ich weiß es auch nicht mehr, ja, aber du, da war schon weiß, ja, ja, und das war, das war auch, glaube ich, wo wir auch so argumentiert hatten, dass, äh, dass es so eine Sache ist, dass man das nicht weiß, ich weiß nicht mehr, welche Sendung das war, aber da ging es, im Grunde genommen ging es in die selbe Richtung, dass das halt Behauptungen sind, dass das weiß man halt nicht wirklich, ja, und, äh, ich finde, ja, man muss sich auch nachnehmen, also, wenn man zum Beispiel sagt, äh, ich habe zum Beispiel vorhin einen Internet-Tourist darauf angesprochen, ein guter Internet-Tourist, da hast du vielleicht nicht so genau hingeguckt, aber ich habe dich vorhin gefragt, wie findest du dieses Video und alles und dann meinst du, ja, du fandest es komplett toll und dann habe ich dir gesagt, fandest du es wirklich komplett gut oder war da vielleicht noch eine Stelle drin, die du nicht so toll fandest, ne, und, äh, verstehst du, ich meine, du hast es dir jetzt vielleicht einfach übersehen, ja, oder was denn mal, was zu trinken holen und dann kam gerade diese Stelle, kann ja sein, du, das ist halt so, weil dann, wenn dann jemand sagt, ich fand das wirklich komplett gut oder sowas, ne, dann kann man dem wirklich unterstellen, unter Umständen, ja, du findest es gut, hier, Klugschiedlerin, fuck you und, dass das alles nur ein Fake war, zum Beispiel, ne, diese Behauptung und da muss man halt dann, ja, ne, es ist halt, ich hoffe auch, dass er noch reinkommt, hier der Internet-Tourist, der will ja vielleicht noch reinkommen, ähm, ja, und zu dem Video von Klugschiedlerin, also, ich bin jederzeit bereit, darüber mal zu, mal zu sprechen, ja, ich bin das Risiko eingegangen, dass das von vielen auch, äh, äh, unreflektiert betrachtet wird und dass ich da, was weiß ich, in den selben Topf mit reingeworfen werde, aber, ich bin auch davon ausgegangen, dass du das auch, gerade du, dass das differenziert betrachtest und in deinem Video hat es ziemlich wenig Aussage, ja, also, da wird nichts zum, du sagst zu Gatekeeper-Tum, hast du selber deine Aussage gemacht und deine Videos gemacht und so, also, ja, ich höre mir das auch nochmal an und, ähm, da sind auch wirklich krasse, ähm, satzbare Konstruktionen, die man wirklich gedanklich erstmal auseinandernehmen muss, ja, also, was, wie, äh, so Verschnorkelungen, um herauszukristallisieren, was wird da jetzt eigentlich gesagt, was ist gemeint, ja, weil ich bin momentan, was diese drei Minuten angeht, äh, hänge ich in der Luft, ich kann dazu gerade nichts sagen, weil da irgendwie für mich, äh, kaum Informationen transportiert wurden. Ja, aber vielleicht hast du es ja nachher noch in die Sendung einzukommen und dann, äh, kann man da vielleicht auch noch näher drauf eingehen und ich meine, wir sind auch nicht allwissend oder so. du hast auch in dem, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber du hast auch in dem, irgendwas mit Technik und Identifizieren und so, ja, also, ich, verstehe, das verstehe ich überhaupt nicht, ja, also ich, äh, wir sind über, wir sind über, über, über Discord oder so, sind wir, sind wir verbunden, das mache ich zwar nicht mehr so oft an, äh, äh, aber, ja, auch diese Geschichte mit, äh, in die Hangouts kommen, ja, also, ehrlich gesagt, Flugschiedern, brachten meine, gerade meine Internetleitung mit, äh, ISDN-Geschwindigkeit, um Audiosignale zu transportieren und ich wollte ja auch, und das liegt immer noch hier, das Mikrofon schicken, ja, das, äh, habe ich auch ernst gemeint und, ja, was da bei dir tatsächlich auffällt, ich glaube, dass es da, weißt du, ich glaube, dass es da eh nicht nur an der, Bandparte liegt, sondern, ich schreib gerade, ich bin, ich schärtere gerade daran, über den Link reinzukommen, also, äh, Flugschiedern, du brauchst unbedingt, äh, den Chrome-Browser, ja, also ich habe einen Chrome, ich arbeite eigentlich mit Iron, mit dem, ja, mit selbst mit dem kann man, äh, nicht in den, in die Hangouts reingehen, das heißt, du brauchst wirklich einen Chrome, mit dem das wirklich optimale funktioniert. Übrigens, was bei der Flugschiedern noch ein Problem ist, das ist halt eben nicht nur die Bandbreite, sondern auch noch, dass es da immer wieder zu Unterbrechungen kommt, das hat man auch immer wieder gesehen, auch wenn es in Sendung drin war, äh, ja, aber es wäre schön, wenn du es irgendwie noch packst, wie gesagt, über, über Chrome oder sowas, könntest du reinkommen, die Intellectual hat mich angeschrieben, ich gucke jetzt mal, du bist, du bist so weit, äh, wenn der Link kommt, es ist ja zum Glück nur auf dem Gaming-Kanal, wenn da mal was passiert, dann, ist es nicht so, ist es auch doof, aber, mh, 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 aber was passiert denn, Klugschiederin, äh, kannst du auch bei Discord mal schreiben, äh, was, was da schief, schief läuft. So, schickst du übrigens auch nochmal gerade, der, Klugschiederin, falls das irgendwie der falsche Link war, nee, es war der Richtige, äh, Internet-Tourist, Anaschenkapitalist, was mit dir? Warum willst du jetzt reinkommen? Passiert nichts versprochen, okay. Ja, ich war übrigens, ich komme gerade aus dem, äh, vom Fußballplatz, ich habe wieder ein Video aufgenommen, ich muss mal gucken, äh, wie lang das ist, so 20 Minuten, so ungefähr, ja, und dann wird es ein, äh, ich hoffe, dass es heute noch fertig wird, weil so viel Schnittarbeit ist es eigentlich nicht, und da kommt heute Abend noch ein, ein, ein Epos, das wird so zwischen zweieinhalb und drei Stunden sein, Miranda Ponsus und, Inter Merifica, sage ich nur, als Stichwort, da könnt ihr euch, da könnt ihr euch schon einen Wolf googeln, an diesen beiden Wörtern, Internet-Tourist, was ist, was ist denn das für, Internet-Tourist, du bist sehr, du bist sehr leise übrigens, sehr leise, okay, Moment, ganz leise, oh, und die Klugschilder rennen, jetzt wird der gleiche Wut gestürmt, ey, Internet-Tourist, du bist total leise, echt, ja, so, als ob da irgendwie, das Mikrofon an der anderen Seite vom Raum ist, oder so, okay, nein, ob es umklingt, also, iPhone guckt da rein, kann das vielleicht sein, dass, dass, dass du vielleicht irgendwas da dran hast, aber das wird gar nicht übertragen, sondern ein anderes Mikrofon, wo du weiter weg bist, eigentlich nicht, ich habe nur die iPhone gehabt, aber kann ich irgendwo die Lautstärke reagieren? Ja, guck mal, dass du das vielleicht noch irgendwie einstellst, ich mache dich hier auch noch ein bisschen laut, oh, das geht gar nicht hier gerade, weil ich hier nicht alle Funktionen habe, und ich weiß, wie ich die wieder aktivieren kann, okay, Netzblad, sag bitte nicht, dass du Hangouts mit dem Handy machst, äh, nein, das ist jetzt tatsächlich nicht mit dem Handy, aber, äh, ähm, Achso, wegen da dein Kanal eingeschränkt ist, oder was? Irgendwas, ich weiß nicht, wie das geht, also, bei meinem, äh, Notfallkanal und bei meinem Gamingkanal, da kriege ich auch nicht mehr hin, dass ich einen anderen als, äh, wie nennt sich das noch, Regisseur machen kann, oder was, und bei den anderen Kanälen geht's aber, und ich weiß auch nicht, ich will mir das auch immer wieder installieren, dieses Scheiß, das geht nie, ich weiß nicht, bei den anderen Kanälen war es kein Problem, ja, äh, ich verstehe nicht, woran das liegt, ähm, Ja, Klugschitterin, äh, sag mal was, mal sehen, müssen wir mal einen Soundtest machen? Moin, vielleicht mit Hund? Hört sich super, dich hört man gut, oder soll nicht, aber, ja, gebrochen. Ich hänge auch direkt vom Rechner, also, äh, so richtig fett davor. Ja, bin gerade eben rein, ich hab noch so ein bisschen gehört, irgendwie, äh, dass du, äh, mit meinem Video nichts anfangen konntest. Ich hab eigentlich nur versucht, dir eine Videoantwort, ähm, zu ver-, also, zu erstellen, wo eigentlich deutlich wird, dass ich, hab, wie gesagt, das Video gesehen, dass, äh, James Bond das hochgeladen hat, und ich hab halt einfach gedacht, nee, ich hab, also, es interessiert mich gerade nicht. Und dann hab ich, äh, erst heute irgendwie mitbekommen, dass ich da wohl auch Thema war. Und, ähm, ja, bin so zwischen dem Arbeiten, äh, hab ich gedacht, okay, es hat mir jemand dann halt, äh, Screenshots zugeschickt, und da hab ich gesagt, okay, dann mach ich halt einfach mal, äh, eine Videoantwort, wie ich mich da halt im Moment zu positioniere. Das ist, äh, weder eine grundsätzliche Aburteilung von James Bond, noch von irgendwie, generell den Themen, aber es war halt einfach was, was mich nicht weiter interessiert hat. Und, ähm, ich fand jetzt halt auch das, ich hab's mir halt noch nicht angeschaut, was er, was ich da über die Screenshots gesehen hab, fand ich argumentativ jetzt wirklich nicht, äh, überzeugend. was mich betrifft, also was mein Thema, äh, also, wo ich da vorgekommen bin, betraf. Und ich hatte das jetzt irgendwie, als ich gerade am Wurschteln war, mit dem Link, halt mal die Klappe da, ähm, hab ich halt noch so ein bisschen gehört, dass du, dass er wohl, davon war ich dann auch ausgegangen, mich so mit, äh, quasi in eine Gelb-Keeper-Schiene rein argumentiert hat, sag ich mal. Ist das richtig? Habe ich das so richtig wahrgenommen? Ja, ja. Also, und, und ganz vorab, das wollte ich eigentlich sagen, das hatte ich in einem anderen Videoentwurf noch, also für mich, dachte ich, wäre es deutlich genug zwischen den Zeiten, äh, klar geworden, dass ich euch, äh, also dich und Let's Play und auch viele andere, äh, differenziert genug halte, dass wenn ihr jetzt irgendwas spiegelt, dass es eigentlich automatisch so ist, dass ihr damit nicht 100% hinter einer Aussage von einem Video oder hinter allen Aussagen eines gespielten Videos stehen müsst. Ja, das ist für mich selbstverständlich. Also, da gibt es für mich auch keine Vorverurteilung, Abverurteilung oder irgendwas. Äh, hält jeder so, wie er will und ich mache das ja selber so, dass ich Videos poste oder like, die ich teilweise auch überhaupt nicht unterstütze. Einfach nur, dass ich im Prinzip für mich eine Gedächtnisstütze habe, aber auch für andere, dass man sich damit mal auseinandersetzt. äh, es ist ja gewinnen oder weil man weiß, oder weil man weiß, wie bitte? Oder weil man weiß, selbst wenn man sich damit beschäftigt, über gleiche, über die ganze Zeit damit. Ja, das liegt aber nicht an dem, weil irgendjemand seine Lautsprecher hat wahrscheinlich. Ich habe eigentlich das Video raus, mach wieder zu. Ne, das liegt an dem, das liegt daran, dass Klugschitterinnen noch das Mikro, ihr eigenes Mikro offen hat, denn dadurch entsteht die Rückkopplung. Also gut, das kann sein. Äh, was wollte ich denn sagen? Ne, also ich setze auch teilweise Sachen auf Onscreen, also, äh, wo ich auch einfach denke manchmal, das ist jetzt einfach wichtig oder wo ich einfach mal sehen will oder wo ich einfach gerne hätte, dass andere das auch mal sehen. Das kann sogar sein, dass das wirklich total unverschämt oder richtig scheiße ist, was ich da hinsetze, aber nur, dass andere Leute das auch mal sehen, dass tatsächlich das gesagt wurde oder dass tatsächlich jemand dieses Video gemacht hat. Das kann also auch ein Grund sein, warum ich etwas auf Onscreen setze oder auch mal beim Discord-Server. Das heißt auch nicht immer, dass ich das alles mega toll finde, sogar manchmal auch das genaue Gegenteil davon. Aber da will ich halt dann nur mal darauf aufmerksam machen. Also, ich denke, vielleicht ist das nicht jedem klar, aber so habe ich es jetzt auch nochmal gesagt und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch bei der Klugschitterin so oder beim Toni, dass, äh, ja, es ist halt einfach dann, man denkt halt einfach, dass aus gewissen Gründen das Video irgendwie wichtig ist, dass es irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Warum auch immer. Damit, ne, weil einfach da irgendwie was Bestimmtes transportiert wird. Deswegen macht man das dann halt. Das hätte ich jetzt so generell eigentlich vorausgesetzt, sage ich mal, bei allen, die ein bisschen länger auf YouTube unterwegs sind oder in anderen Medien. Klugschitterin, super, dass du da bist. Also, wie gesagt, ich, ich, ich gucke mir das Video nochmal an und so weiter. Ich würde auch jetzt nicht ewig drauf rumhängen, äh, äh, rumhacken. Ähm, ich habe, mir kommt gerade hier was ganz anderes in, in, in den Sinn, wo ich gerne deine Meinung mal hätte. Ähm, ja, ich blende das gleich auch nochmal ein. Ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass du, dass du auch davon ausgegangen bist, dass ich das differenziert betrachte und dass das ja nicht alles meine Meinung ist und so weiter. Äh, da bin ich froh drum, weil das Letzte, was man gebrauchen kann, ist, dass man hier in die Emotionen geht und, äh, ja, dass dann wieder nur irgendwie ein Stunk entsteht, ja, der niemanden weiterbringt. Ähm, anderes Thema. Ich blende das hier mal ein. Moment. Bildschirm 2. Äh, ja, Vera Lengsfeld. Ja, also Vera Lengsfeld ist, äh, in den letzten Tagen sehr präsent. in den Medien, in den freien Medien, machen wir einfach mal hier eine Suche, Vera Lengsfeld. So, und da sieht man schon sehr schön, äh, ja, 42.000 Aufrufe, Robert Hanschrang. Äh, das hier finde ich sehr interessant. Insiderin Vera Lengsfeld packt aus, Merkel GroKo, Flüchtlingskrise, Zensur, NetzDG. Äh, bin ich auch noch nicht durch. Ähm, in meinem neuen Video greife ich da auch, äh, kurz, äh, was, sage ich auch kurz was dazu, aber ich würde den Bogen auch ein bisschen größer spannen, und, äh, gleich zum Punkt kommen, nämlich zu dieser gemeinsamen Erklärung hier. Na, also zu dieser Farbe wird es von mir auch ein neues Video geben. Äh, ich muss auch gerade schmunzeln, Klugschitterin, du hast auch so eine schöne Magenta-Farbe. das ist auch so ein Faden, der sich, der sich da irgendwie durchzieht. Ähm, ja, auf jeden Fall diese Erklärung. Äh, in diesem Video hier bespricht sie mit, äh, wird, bespricht sie das mit, mit, mit Herrn Schrang, ja, und diese Erklärung ist ganz klein. Ja, das heißt ja, so mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren, solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird. Ja, so ganz einfache Geschichte. Ganz oben ist der Herr Broder, finde ich sehr interessant, und, ja, Herr Sarrazin, auf jeden Fall ganz viele, äh, bekannte Leute, auch hier der Herr Steimle. Und, ja, und dann sind ganz, ganz viele, äh, äh, Philosophen, ähm, Historiker, äh, Wirtschaftswissenschaftler, die sich halt diesem Aufruf anschließen, und ich gehe davon aus, dass diese Liste in der nächsten Zeit auch noch wirklich viel, viel länger wird, ja, ja, also, ich weiß nicht, ja, also ich mache mir mittlerweile darüber Gedanken, vielleicht wird es auch ein extra Video dazu von mir geben, aber, was hältst du denn von der Geschichte hier, ja, und von, von, von Vera Lengsfeld, weil du kennst sie ja auch und ihre Arbeit, wie, 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 ja, wie, wie findest du das? Würde mich, also deine Meinung zu dieser Geschichte würde mich mal interessieren. Äh, meinst du mich jetzt? Also, erst mal, erst mal zum Magenta, ich habe das mal, das sind so alte Handy-Videos, die ich mal vom Himmel gemacht habe, ich fand diese Farbe so fürchterlich, nach merkwürdigen Streifen am Himmel, und da mir YouTube irgendwann mal meinen Avatar geklaut hatte, das war nämlich mal ein anderer, das war nämlich ein blauer Himmel mit weißem Wölkchen, auch ein Streifchen, habe ich dann gesagt, okay, dann ist es halt dieses ekelhafte Rosa, mehr war es nicht. Ja, bei mir ist es, bei mir ist es genauso, also ich habe mir über Farben, äh, jetzt in letzter Zeit auch mal Gedanken gemacht, und ich würde auch jetzt nichts unterstellen, äh, ich selbst renne rot rum, und früher war meine Lieblingsfarbe blau, und ich habe auch Fotos, äh, Mondfotos gemacht, äh, am Frühs, um vier, um fünf, die wirklich auch diesen, diesen Purporeffekt sehr schön haben, ja, also, äh, wie gesagt, ich wollte ja da jetzt nichts, nichts unterstellen, aber kommen wir mal zu dieser Erklärung, ja, also, genau, ich habe die mir aufgefallen, ähm, ich habe die, weiß ich nicht, auf Gap gesehen, hatte jemand gepostet, äh, über, ja, nicht über den, war, wie heißt, ja, Philosophia Perennis, genau, und dann habe ich halt noch mal ein bisschen weiter geguckt, ähm, und habe dann gedacht, okay, das passt zu einem alten Artikel, ähm, der zwei Wochen, glaube ich, vorher oder eine Woche vor, nee, zwei, fast drei Wochen vorher erschienen war, auf den Stuttgarter Nachrichten, da hatte ich ja dann noch mal den auseinandergenommen, wie ich das sehe, so bezüglich der, ähm, Existenz der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Institution, nämlich, quasi nicht mehr vorhanden, ich weiß nicht, ob ich es in dem Video, ähm, formuliert habe, dass ich eigentlich der Meinung bin, dass Merkel seit zweieinhalb, fast drei Jahren bald, äh, mit der Auflösung der Grenzen eigentlich, ähm, ja, eine Enteignung einerseits vornimmt, auf der anderen Seite manifestiert, dass, äh, diese sogenannte Bundesrepublik eh nicht mehr existiert, und zwar auf keiner Ebene mehr, und dass die Leute darüber nicht reden, weil das wäre ja für mich eigentlich das Wichtigere, und wenn jetzt so eine Erklärung daherkommt, dann finde ich das reichlich spät, weil man hätte es sofort machen können, weil es macht für diese Leute, die da sich geäußert haben, gar keinen, gar keinen Unterschied, die haben auch schon, 2015 gewusst, was da von sich geht, vor sich geht, und ich hatte, nee, dazu habe ich, glaube ich, kein Video gemacht, also auch so dieses Treffen von den sogenannten freien Medien, äh, was will man dazu sagen, also ich glaube, da rattert bei jedem sofort im Hinterkopf irgendwie durch, ähm, ja, das sind dann die etablierten freien Mainstream-Medien, ebasta. Wie Vera Lengsfeld, von ihrer Biografie her, also sie macht den Mund halt einfach auf, das ist das, was sie transportiert, was sie tut, ähm, und das finde ich erstmal grundsätzlich nicht verkehrt, weil, kommen wir zum Thema Gatekeeper, ähm, sie ist, glaube ich, eine der intelligenteren und differenzierteren von denen. Und, äh, sie hat sich ja im Vorfeld, da über die Hayek- und Kars-Geschichten, ähm, auch nochmal präsentiert, zu verschiedenen Themen, und ich finde sie glaubwürdig, was ihre Befürchtung oder ihr Aufzeigen betrifft, bezüglich der nicht mehr vorhandenen Meinungsfreiheit. Und ich halte sie auch für authentisch, was das Warnen vor einem Abgleiten in ein totalitäres sozialistisches System betrifft. Also sie ist ja eigentlich die Einzige von all denen, die da im, äh, ehemals Verfassungsrichter, was wir da haben, irgendwelche Minister oder sowas, die da Professuren haben, die sich da äußern, sie die Einzige, die sagt, wir haben de facto schon Zustände, die sind eigentlich schlimmer als in der DDR. Weil wir halt über die Technik, ähm, noch ganz anders manipulieren, also manipuliert werden. Das halte ich für glaubwürdig, aber dieses Konstrukt, ich weiß nicht, wie sie, ob sie jetzt einfach aufgrund ihrer Erfahrungen sagt, es macht Sinn, sich da zu organisieren, auch sich ein bisschen abzuschotten, den Kreis ein bisschen überschaubar zu halten, weil sie schildert ja auch sehr oft, dass sie, ähm, die Erfahrung gemacht hat, aus ihrem Widerstand in der DDR, dass viele Leute, die sich im Widerstand befunden haben, letztendlich nichts weiter waren als Stasi-Leute. Und vielleicht versucht man, das irgendwie auszuschließen. Ja, wie glaubwürdig das ist, muss letztendlich jeder selber beurteilen. Ähm. Ja, man kann ja mal versuchen, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ja, mach, mach. Man kann ja mal versuchen, das mal so zu, ähm, was diese Worte hier eigentlich transportieren, weil, was ich so toll und interessant finde, ist, dass es halt ganz wenig ist. Also es ist nicht irgendwie hier, wie wir damals als Friedensaktivisten, die Erklärung zum Frieden, ja. Das klingt auch so pathetisch, aber was es eigen hat, es, es verändert für mich nichts. Ja. Also aus meiner Erfahrung als Friedensaktivist und ehemaliger Pazifist und jetzt Voluntarist, äh, ist es so, dass jegliche Demonstrationen, Petitionen und Erklärungen völlig sinnlos sind. Sie verändern gesellschaftlich gar nichts. Nichts. Und man kann ja... Ich möchte ja kurz widersprechen. Ja. Äh, und zwar, weil, äh, gerade die Forderung darum geht, dass sie ja, äh, die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit fordern. Ähm, sie sagen nicht, ähm, letztendlich, ähm, letztendlich, also letztendlich andersrum. Es sagt ja eigentlich aus, dass sie, ähm, ins alte System zurück wollen, was ja aber erst ermöglicht hat, dass wir in so ein totalitäres System abgeglitten sind. Und damit ist für mich die Sache an sich eigentlich schon hinfällig. Keine, kein Wort von Erneuerung, neuen Perspektiven, ähm, die unbedingt erforderlich sind, um dem, der viel größeren Gefahr, die ja nicht angesprochen wird. Das macht Vera Lengsfeld vielleicht mal zwischendurch und auch andere bezüglich der EU-Struktur, die ja, äh, letztendlich eigentlich die einzig gültige noch für uns ist. Ähm, die von oben nach unten halt uns vorgibt, wie wir uns zu verhalten haben, was wir zu äußern haben und so weiter, was wir zu denken haben. Da gibt es eben, ist ihr Mittel halt genau die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit, wie wir sie schon einmal hatten. Und diese Rechtsstaatlichkeit hat uns ja leider nicht geschützt. Ja, das ist so ein, das ist so ein Zockelschluss, der, der da so ein bisschen entsteht. Man kann es aber auch von einer anderen Warte betrachten. Denn wenn man sagt, dass in einem Land die rechtsstaatliche Ordnung irgendwie gefährdet ist, dann, oder dass sie wiederhergestellt werden soll, dann kann man ja, dann appelliert man ja eigentlich auch an die Eigenverantwortung der Menschen da draußen, eben das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Das kann man auch rein interpretieren. Aber schlussendlich muss man doch sehen, was es in der Gesellschaft auslöst, was es verändert. Ja, und da wird es halt dann schwierig. Ja, finde ich jedenfalls. Und ich finde diesen Satz, diese beiden Sätze super interessant. Die sind so vollgepackt, ja. Also mit wachsenden Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale Masseneinwanderung beschädigt wird. Oh, schön, dass mal jemand von Deutschland spricht. Ja, in diesem ganzen linken Gutmenschentum muss man sich ja schon schlecht fühlen, wenn man das Wort Deutschland in den Mund nimmt. Ja, also da geht es schon los. Und auch die eindeutige Benennung illegale Masseneinwanderung. Aber aus welchem Blickwinkel ist es denn illegal? Es ist illegal aus der bestehenden Rechtssituation. Die aber von den selbst, die aber von den Herrschenden total negiert wird, ad absurdum geführt wird. Das habe ich ja versucht, indem ich da diesen Artikel von der Stuttgarter Zeitung hinten dran gehängt habe. Habe ich ja versucht, deutlich zu machen, das ist mir wahrscheinlich nicht gelungen, weil ich halt immer versuche, nur auf 15 Minuten das Ganze runterzubrechen. Was Merkel gemacht hat, ob man die belangen kann, ist eben die Frage, weil sie wird sich auf übergesetzlichen Notstand berufen. Ja, und das ist, wie gesagt, eine Rechtstheorie und damit wird man sie nicht belangen können für ihre Taten und damit sind ihre Taten auch nicht grundgesetzwidrig. Und das ist das Problem. Und sie werden alle, egal wer jetzt auch in der sogenannten Regierung da rum sitzt, die werden sich alle darauf berufen, dass dieser Notstand immer wieder vorhanden, aktuell vorhanden ist und dann mal wieder stärker oder mal wieder schwächer wird. Das heißt also, die haben dann auch noch durch die Rechtsnormen, die dadurch geschaffen werden, dass über zweieinhalb Jahre keine strafrechtliche Verfolgung stattfindet und diese außer Kraft gesetzt ist. Das ist ja quasi dann gestaltende Rechts oder gestaltende Gesetzgebung, in dem Richter Urteile sprechen und dann diese Urteile, diese Entscheidungen wieder in neue Urteile aufgenommen werden. Das heißt also, ich kann darüber so wie zum Beispiel, was war das, Majestätsbeleidigung oder was wir da hatten, mal was da gestrichen werden sollte. Jetzt auch noch im Grundgesetz war das, glaube ich, nicht Majestätsbeleidigung, sondern, ach, was weiß ich, wie das heißt, nicht Beamtenbeleidigung. Es gab mal sowas im Kaiserreich wie Majestätsbeleidigung und sowas ähnliches gab es auch im Grundgesetz. Wo man so mal ein bisschen spaßig Pseudo diskutiert hat im Mainstream, das sei ja jetzt wohl hinfällig, da kann man einfach sehen, das Ding steht zwar irgendwo noch in irgendeinem Gesetz drin, aber es wird nicht angewandt und dadurch wird es eigentlich hinfällig. Man kann es stehen lassen oder man kann es streichen, es ist eigentlich egal. Ja, ich würde... Das ist das, was mir wichtig war, nochmal klarzustellen, dass die einfach sich hinstellen und Gesetze kreieren auf den unterschiedlichsten Ebenen und das für legal erklären und die werden vor jedem Gericht der Welt, vor jedem Nachfolgestaat, wenn die damit durchkommen. Das ist der Trick von der Merkel. Die hat ja dazugelernt, die ist ja nicht doof. Ja, es steckt wirklich wesentlich mehr in der ganzen Situation, als die meisten annehmen. Machen wir mal weiter, weil jetzt wird es wirklich interessant. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür demonstrieren. Machen wir hier erstmal einen Stopp. Was ist das? Was wird hier transportiert? Und es ist für mich Pazifismus. Erstens mal friedlich, also demonstrieren, ja, hatte ich ja schon in Bezug auf die Sinnlosigkeit schon was gesagt. Und dann die Solidarisierung mit dem Friedlichsein, ja. Und das ist für mich ein Pazifismus, ja. Also ich will hier nicht den Gewaltbegriff hochjubeln und so, aber für mich steht einmal frei fest, wenn man als Individuum oder als Gruppe mit initiierender Gewalt konfrontiert ist, ist das einzige Mittel, um sich davor zu schützen, die Gewalt. Ja, und wenn man vorher, von vornherein sagt, Gewalt wende ich nicht an oder ich negiere sie oder ich schließe sie aus und bla bla bla, wie das mit dem Pazifismus gemacht wird, das ist hochgradig irrational, dann führt das einfach dazu, dass man, ja, das Kadaver großartig, dass man sich abschlachten lässt. So, und das, hier steckt da Pazifismus drin, ja. und auch gleichzeitig mehr oder weniger die Bereitschaft, sich gar nicht gegen Angriffe zu schützen zu wollen, sondern Solidarisierung und friedlich, sticht hier hervor, und das irrationale Demonstrieren. Und der weitere Teil des Satzes ist, dass die rechtsstaatliche Ordnung in den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird. Das ist erstmal die Rede von der sogenannten rechtsstaatlichen Ordnung, dass die wiederhergestellt wird. Das ist das Betteln um den Stark, nach dem starken Staat. Das ist das Schreien nach Organisieren von oben nach unten, ja. Egal, wie man das jetzt einmal werden will. Und dann bezieht es sich auf die Grenzen unseres Landes. Die Grenzen unseres Landes sind die mit der ganzen Geschichte, wenn man die in den letzten 100 Jahren betrachtet, sind die klar definiert und in einem Zustand der Rechtsbeugung und des Rechtsbankkorts existiert denn überhaupt sowas mit Grenzen. Und wenn irgendwelche Parteien oder Institutionen sagen, wir müssen unsere Grenzen wieder schützen, wovon reden die denn da eigentlich? Ja, also Leute, lasst euch bitte, bevor ihr euch die Liste anschaut, diese zwei Sätze mal wirklich durch die Gehirnwindung geistern. Und versucht auch mal zwischen den Zeilen zu lesen. Und ich mache hier einen Strich drunter und wenn ich sehe, was für Persönlichkeiten oder dass das ausschließlich Persönlichkeiten, ja, Leute mit einem Titel, ja, und einer öffentlichen Reputation hier als Placeholder herangezogen werden, ich mache hier einen riesengroßen Aufkleber drüber, ja, und da steht ein Wort, Herrschaftsgeseier. Ja, kann ich nachvollziehen, würde aber ein paar... Warte mal kurz, ganz kurz, um das abzuschließen und es ist wirklich erschreckend, wie das in der öffentlichen Wahrnehmung völlig verkehrt und völlig anders interpretiert wird. Die Menschen da draußen, oh, denken, der sogenannte Mittelstand, ja, und denken schon wieder in ihrer Hierarchien, empört sich endlich auch. Es ist also nicht nur die Straße, die sich empört, jetzt ist es auch noch das elitäre Bürgertum, was sich mit empört, ja. Sie fühlen halt sich wieder aufgewertet durch eine höhere Instanz. Dabei braucht ihr Leute das da draußen gar nicht. Okay, und mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Also ich würde da schon gerne was dazu sagen, und zwar einmal zum Letzten, was du angefangen hast, also ob jemand einen Titel hat oder eine Bezeichnung ist letztendlich für mich persönlich wurscht. Ich glaube, das könnte auch den meisten, die heute auf der Straße sind oder sonst wo sich befinden, wird den meisten auch relativ egal sein. Also ich glaube, man hat sich eigentlich überwiegend schon gesellschaftlich, dass es quasi eine Ausweisung ist, womit man sich im Leben beschäftigt, mehr oder weniger professionell, und dass das eine nicht wichtiger ist als das andere. Aber davon mal ab, ich denke, dass das eine durchaus nachvollziehbare und auch sinnvolle Situation sein kann. Nach der Erfahrung von den Leuten aus der DDR, wobei man sich eben immer mal vor Augen halten muss, warum gerade diese Figur jetzt wieder eben nach vorne kommt, ist es halt so gewesen, dass letztendlich in dem Moment, wo mehrere namhafte Leute, die DDR-weit bekannt waren und auch über die DDR hinaus bekannt waren, letztendlich dafür gesorgt haben, als die sich hinter die Leute gestellt haben, dass die ganze Sache nicht militärisch niedergerungen oder polizeilich niedergerungen worden ist. Auch wenn es selbst, davon würde ich ausgehen, eben staatlich gelenkt war. In 30 Städten Demonstrationen gleichzeitig in der DDR über Organisationen, die hatten überall ihre Stasi-Leute drin. Und für mich bleibt es damit immer fraglich, wie weit das wirklich nicht staatlich gelenkt war. Also ich glaube, wir sind uns fast alle einig, dass das von oben erlaubt war, mindestens, und auch gelenkt war. Und ich denke, dass wir hier was Ähnliches sehen, dass man hier eigentlich im Grunde genommen versucht, eine Kraft zu lenken, damit die wirklich nicht zu mächtig wird. Das wäre meine Sache, so wie ich das verstehen würde. Zum Thema Pazifismus fällt mir eigentlich nur ganz kurz ein, ja, sicher, aber ich meine, wenn die sich hinstellen und sagen, Leute, die Realität ist, es ist tatsächlich so schlimm, dass wir uns auf Artikel 20, Absatz 4 berufen müssen, dann haben wir hier Militärgewalt und Polizeigewalt. Dann ist das ein Freibrief dafür, dass man alle kritischen Leute sofort wegsperren und von der Straße kügeln kann. Und ich denke, das ist in Ordnung, wenn die sich so hinstellen und das formulieren, damit das nicht von vornherein anders bietet. Verstehst du, was ich meine? Also, die würden jedem Widerstand ein Bein stellen, wenn die sich hinstellen und sagen, sofort Artikel 20, Grundgesetz und Widerstand. Ja, so würde ich das sehen. und ich halte das Ganze natürlich für gelenkt. Ich denke, das ist fast jedem klar. Ja, das wollte ich dazu gesagt haben. Ja, super. Nee, wie gesagt, deine Meinung dazu hat mich mal interessiert und ja, super. Also, ich bin auch von vornherein immer so vorsichtig mit solchen Erklärungen. ja, aber ich finde das wirklich, wirklich richtig großes Kino, ja, was da, was da alles drinsteckt und wie das halt auch jetzt gepusht wird und so weiter. Super, super interessant. Ich möchte ganz kurz noch eine Sache einfügen, weil ich glaube, James Bond geht da ja auch in seinem Video drauf ein, ich vermute das zumindest aus dem, was ich auch zitiert hatte, bezüglich der Q-Geschichten. will ich nur ganz kurz anfügen, ich halte es für töricht, sich damit nicht zu beschäftigen und zwar einfach aus dem Grund, weil ich finde es ein sehr guter Einblick, an den man eigentlich erkennen kann, was da vor sich geht über den großen Teich und wo bei uns dann die Reise hingeht. Also, es ist für mich eine Art Frühwarnsystem und darüber hinaus, ich poste ja immer wieder den 24-Stunden-Livestream rund um die Uhr. Ich finde, es sind sehr, sehr, sehr interessante Leute dort vertreten mit sehr interessanten Konzepten und ich finde es auch spannend, was sie neben diesen sogenannten Q-Post sich für Themen erarbeiten und was sie da noch so, ja, worüber sie da noch intensiv diskutieren und sich austauschen. Deswegen ist für mich das eigentlich eine ganz wichtige Sache und ich finde halt, man sollte sich auf jeden Fall mit diesem Q ein bisschen beschäftigen, dass man einfach so ein bisschen weiß, wie kann man damit umgehen, was transportiert es, was löst es aus, was soll es bewirken und was bewirkt es nicht, obwohl es es soll. Das finde ich halt auch den interessanten Aspekt. Ja, das zum Thema Q-Recherche wollte ich jetzt hier nicht ausweiten, war jetzt nur, weil das eben auch im Video mit angeklungen ist und ich sehe aus dem, womit ich mich natürlich auch nicht allumfassend, aber von der Q-Recherche her beschäftigt habe, dass wir halt massivst versuchen, hier eine gleiche Zeitschiene und zeitgleiche Ereignisse in Europa und den USA herzustellen und da finde ich schon ganz spannend, wenn man eine Möglichkeit hat, ein bisschen tiefer sich mit Leuten auszutauschen, wie die das sehen, was mit dem Deep State jetzt tatsächlich in den USA vor sich geht und was eben nicht. Finde ich schon ganz interessant und ich habe da eine große Befürchtung, das will ich dazu noch abschließend sagen. Große Befürchtung. Auch wenn ich mich selbst mit dem Thema so gut wie gar nicht beschäftige, ist es doch so, natürlich ist das interessant und diese Annahme oder diese Aussage, dass gerade Europa jetzt hier und auch Deutschland sehr Amerika geprägt ist und dass Entwicklungen dann immer regelrecht rüber schwappen, das stimmt schon. Ich würde es auch gar nicht abreden, aber ja, wie soll ich das sagen? Moment, es ging mir nicht darum, zu sagen, es schwappt rüber, weil das von den Leuten aus aufgegriffen wird, sondern ich bin der Meinung, dass hier über bestimmte Schienen versucht wird, das, was sich vorher zeitlich versetzt ereignet hat, also erst in den USA stattgefunden hat, dann in Europa, dass man das versucht, jetzt auf eine zeitgleiche Schiene zu bringen. Ja, 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 ja. Das finde ich nochmal besonders wichtig hier. Ich muss dabei aber komplett so zwei Ebenen unterscheiden und die erste Ebene ist, ja, ich sag mal grob, Infowars, die ganzen Leute, die damit zusammenhängen, auch, auch We Are Change, das geht bis hin zu Oliver Janich und so weiter, das interessiert mich überhaupt nicht, ja, aber das, was du beschrieben hast, dass sich dort Leute selbst organisieren, ja, und das Internet auch als großes Tool oder Toolbox benutzen, um sich dort zu organisieren, ja, ist großartig. Ja, das Problem bei der Sache ist, dass die meisten, selbst die meisten Amerikaner sich darüber nicht im Klaren sind, dass ihr ganzes Land von Anfang an mit, auch mit dieser Unabhängigkeitserklärung ein komplettes Maurerkonstrukt ist und ihr Patriotismus Makulatur ist dadurch, ja, und wenn du dann die Leute damit konfrontierst, da kommen halt viele nicht mit klar und was für mich noch viel wichtiger oder ist oder was bei mir auf dem Fokus steht, das ist diese, auch die Transgender-Agenda, weil die mitten reinknallt in dieses politische Spektrum und ich sage euch eins, wenn die Leute erkennen, dass sie hier auf multiplen Ebenen, auf mehreren Ebenen getäuscht wurden, dann brauchst du etwas, um die Leute aus dieser Starre rauszuziehen und mit irgendwelchen Chats, wo sich die Leute sammeln, die kritischen Sachen besprechen, um dann irgendwas dazu zu machen, erreichst du halt auch nicht die Leute, ja. Das ist nicht populär, das hat auch viel mit anstrengender Recherche zu tun und musst da viele Sachen mitmachen und so, das präht halt viele Leute ab und wenn ich aber sehe, wie die Transgender-Agenda auf allen Ebenen eine Rolle spielt, dann kann sie genau diese Deutungshoheit, die vermeintlich Politiker haben, ich sage nur, schaut euch mal aus der Transgender-Agenda betrachtet, das politische Spektrum in Deutschland an und ich sage euch eins, das möchten viele da draußen jetzt nicht hören und die flippen aus, aber schaut euch mal nur einmal allein den Führer an, ja. breites Becken, frauliche Hände, kleine Ohren, runder kleiner Kopf, ja, ich sehe auch keinen Kehlkopf und so weiter. Leute, ja, und wenn man dann erkennt, dass man da getäuscht wurde, was das Wesen dieser sogenannten Führungspersönlichkeiten angeht, dann erkennt man auch, dass man mit den Konsequenzen, die sie hervorgebracht haben in der Gesellschaft auch getäuscht wurde. Ja, und deswegen, ja, ich agiere da oder meine Arbeit bewegt sich auf einer ganz, ganz anderen Ebene und was halt QAnon, die zweite Ebene bei QAnon ist halt, wie gesagt, die Leute, die sich da eigenverantwortlich organisieren und das ist halt was ganz anderes. Das Problem ist nur, dass auch gerade diese Leute immer noch viel zu sehr an diese Infowars-Ebene geknüpft sind und wenn ich mir die Infowars-Ebene anschaue, auch aus der Transgender-Agenda, ja, ich komme aus dem Lachen und aus dem Weinen nicht mehr raus und das ist ein Augenöffner, das ist ein Augenöffner, ja, und ja, ich verstehe nicht, dass die Leute dieses, das nicht thematisieren, gerade die Intelligenten, ja, also, von der Weltbilddiskussion möchte ich noch gar nicht anfangen, ja, das ist noch wieder ein anderes Thema. ganz kurz dazu, also, ich meine, für mich liegt es nahe, dass wenn jemand sich intensiver mit der flachen Erde beschäftigt, er sich eigentlich fast schon zuvor hätte mit diesem Transgender-Krempel beschäftigen können oder sollen, ist jetzt einfach nichts, also, ich muss ja meine Zeit auch immer so ein bisschen sortieren, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich Mädchen bin und vielleicht ein bisschen mehr mit dem Gesüller zum Beispiel über den Livestream anfangen kann. Ich gebe dir absolut recht, also, alles, was so in Richtung sich stark orientiert, Alex Jones, wobei, der hat sich da ja eigentlich auch schon abgenabelt, man hat es ja jetzt auch an Olli gesehen, der hat ja auch nachträglich, ob der Trump da nicht doch irgendwie nach hinten losgegangen ist mit diesen Omnibus-Geschichten da, mit der Gesetzgebung, mit dem Veto, ist für mich eigentlich alles genau eben, was du auch richtig sagtest, ein bisschen nebensächlich. Ich wollte nur eine kurze Sache anmerken. Ich habe neulich, und das taucht immer wieder auf, dieses Gespräch im Zusammenhang mit dieser Internet Bill of Rights oder EIBOR, dass es da inzwischen reichlich gute Diskussionen darüber gibt, über die US-Verfassung. Da gibt es zum Beispiel eine große Gruppe, die vertreten, dass man alles, was nach dem, 15. oder 13. Amendment hinzugefügt worden ist, eigentlich in kurzer Zeit binnen eines Jahres streichen will, also quasi die absolute Urfassung der Verfassung in Kraft setzen will. Und das hat natürlich für viele Leute erst mal so diesen Schritt nach vorne, die Suche nach wirklich, nach tatsächlicher Freiheit erst mal überhaupt in Gedanken wieder nach vorne zu gehen. Und das finde ich schon sehr imposant, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind nicht wenige Leute und das ist nur ganz wenige Leute erreicht, würde ich auch nicht sagen. also es sind ja glaube ich irgendwie bald, also über 24.000 Leute, die da regelmäßig das frequentieren. Das sind natürlich nicht alles nur Leute, die sich dafür interessieren, aus freiwilligen Stücken, sondern sicherlich auch aus beruflichen Gründen. Aber ich denke, das ist sehr vielfältig und man kann unheimlich viel lernen. Und was mein Fazit von diesen Gesprächen neben dieser Q-Recherche halt ist, die sich fernab von Alex Jones und Co. bewegt, ist, dass mein Fazit eben sich bestätigt, dass man eigentlich im Kampf für Freiheit und davor stehend eigentlich ja für Wahrheit, weil ohne Wahrheit keine Freiheit, man wirklich nur in kleinen Schritten vor sich gehen kann. Und wir hatten auch eine sehr interessante, lange Diskussion über mehrere Tage, und ja, was machen wir eigentlich mit den Leuten, die aus allen Wolken fallen können oder auch zum Teil fallen, weil das jetzt teilweise blitzartig geht, dass die Leute aufwachen und eigentlich geschockt sind und auch dann ziemlich schnell orientierungslos sind. Na, das ist halt so eine Sichtweise, die ich halt nicht so teile. Naja, in dem Moment, in dem Moment, wo es eben ja im Prinzip schon klar ist, dass bestimmte Themen kanalisiert sind, kann das natürlich nicht gefährlich werden. Ja, und zwar kann das richtig nach hinten losgehen. Und jeder ist sich, glaube ich, bewusst, der sich nicht nur mit Q beschäftigt, sondern der vielleicht auch mal im Augenwinkel so ein bisschen die Schlagzeilen verfolgt, was da in den USA geschieht, und zwar eben eher über die sogenannten alternativen Medien oder über Fox News, der wird sich mit Sicherheit die Frage stellen, na, also ob das mal nicht die Megatäuschung ist. Verstehst du, was ich meine? Die Leute sind ja alle davon überzeugt, dass Trump alles richtig macht. Ich kann das auch nachvollziehen, warum die davon überzeugt sind, weil das sind eben überwiegend Militärleute und was weiß ich was für Veterans. und die glauben halt wirklich, dass es nötig ist, dass man halt da die Leute auf so ein Personalkarussell mit Schleudersitz packt, damit halt bestimmte Leute keinen Einfluss mehr haben. Das ist dann natürlich dann immer ein zweischneidiges Schwert, weil in dem Moment bringe ich ja letztendlich nur andere Leute wieder nach vorne, die dieselben Strukturen nutzen. Ja, und das mit... Ja, warum ich noch weiter klugschiede? Ja. Mit einem gigantischen Militärapparat. Ich kann nachvollziehen, dass es richtig ist, dass man sagt, okay, also die Obama-Clinton-Regierung, die Clique hat dafür gesorgt, dass sie über die Handelsbeziehungen und die Auslagerung der Produktion nach China zum Beispiel dann schlechte Qualität von Aluminium und Stahl einkaufen, die dann über diesen Umweg, direkten Umweg, wenn man so will, eine Armee sabotieren. Wir haben das auch in der Bundeswehr. Das ist ein Fakt. Ja, aber das ist doch hochgradiges Herrschaftsgeseier. Inwiefern hat das einen Einfluss darauf, dass die Menschen da draußen, ja, auf den unmittelbaren Lebensumstände der Menschen hat das keinen Einfluss. Im Gegenteil. Doch hat das... Warte, lass mich mal kurz ausführen. Also sich wirklich darauf zu fokussieren, was aus der Unmoral entstanden ist, in der Menschen ihre Verantwortung an irgendwelche Konstrukte abgeben, ja, ist doch sinnlos. Die Menschen müssen doch erkennen, dass die Autorisation dieser Stufe das Problem ist und nicht die Konsequenzen, die daraus entstehen. Die Konsequenzen sind die Kriege, die Konsequenzen ist die massenweise Enteignung von Völkern, ja. Und der Ursprung liegt darin, dass die Menschen überhaupt keinen Eigentumsbegriff mehr haben. Der ist komplett zersetzt. Die wissen ja, und da ist es doch total destruktiv, sich mit den Konsequenzen ständig zu beschäftigen. Das Herrscher ist ja herrschendig. Ich verstehe das nicht. Ja, aber das Problem ist, du kannst ja, also wenn man einen Status Quo aufnimmt vom Bewusstsein der meisten Menschen in den verschiedenen Nationen, dann ist es doch eigentlich vollkommen logisch, dass wenn da gerade Veterans, wenn die angesprochen werden, wenn es da heißt, wir sind eigentlich nicht mehr verteidigungsfähig, wenn es jetzt darum geht, dass wir letztendlich ja, wieder zurückerobern, wieder zurückholen wollen, dass wir also genügend Arbeitsplätze haben über Produktionsbereiche und so weiter und so fort. Ja, da kann man dann auf der internationalen Bühne beobachten, wie dann über Nordkorea. China hat jetzt gedroht, Macron ist ja der große Freund, hat übrigens als Zeichen der Freundschaft für die Chinesen ein Pferd auf Facebook gepostet, ja, ich sage nur Offenbarung. Ich wollte eigentlich ein Video dazu machen, aber ich musste dann doch arbeiten. Wie, also hier, also die Strukturen sind ja vorhanden, ja, und die Kriege und das Elend geht ja weiter. So, und wenn jetzt die Masse der Leute, die sagt, okay, wir haben verstanden, was, in welche schlechte Situation uns die Vorgängerregierungen gebracht haben, wir wollen jetzt wieder Stärke zeigen, damit wir uns wieder auf unsere eigenen Füße stellen können, ist das grundsätzlich ja erstmal keine schlechte Idee. Und das ist aber das genau, worüber die Leute eben gesprochen haben, weil, wo sie gesagt haben, na gut, wir haben in Teilen so Aufwachprozesse, wo die Leute sich erstmal überhaupt trauen, wieder anzufangen, über sich nachzudenken und wie sie leben wollen. Und dann gleiten die aus Unsicherheit in diesen wackeligen ersten Schritten eben ganz schnell wieder dahin zurück. Gut, also wir brauchen eine gute Armee, wir sind Patrioten, wir kriegen dann Arbeitsplätze und so weiter. Und um das zu verhindern, ja, da finde ich es eben wichtig, dass die Leute vernetzt sind und im breiten Forum wirklich darüber reden und sich Gedanken darüber machen, wie sinnvoll ist jetzt eigentlich was und geht man mit der Situation um, damit man eben nicht abgleitet in einen richtig übelst tiefen Start mit noch mehr Krieg oder Weltkrieg. Ich würde dir gerne mal eine Frage stellen und zwar, weil es schwingt schon so ein bisschen mit, deshalb brauchen wir halt eben die Gatekeeper, dass die Leute dann langsam heranführen können oder so, weil ansonsten ist vielleicht zu viel. Ich würde dir gerne mal eine Frage stellen, das schwingt schon mit, ich würde dir gerne die Frage stellen, glaubst du, ich nenne jetzt mal Oliver Janisch exemplarisch, glaubst du denn, dass er schon über diese Dinge Bescheid weiß, wie Transgender-Agenda und 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 gewisse andere Sachen, Symbolik und der ganze Kram und dass er das zum Beispiel nur nicht anspricht, weil die Leute einfach so nicht bereit dafür sind und weil, oder wie siehst du das? Ich sage mal ganz klipp und klar, also er muss davon irgendwas nehmen und er muss ja von irgendwas nehmen, also das heißt, er muss auf der einen Seite die Themen in seinen Büchern verkaufen, weil sonst gibt er keinen Cent, auf der anderen Seite denke ich, dass er auch als einer von denjenigen betrachtet wird von vielen Leuten im Wirtschaftsbereich, der sozusagen die Wetterprognose für die Märkte macht, jetzt ist halt natürlich genau der Punkt und das ist auch das, wo ich ihn zum Beispiel durchaus für einen Gatekeeper halte aus Eigeninteresse, dass er bei der Kure-Schwärsche eigentlich gar nicht mit all dem raushaut, was er raushauen könnte, meiner Meinung nach. Du meinst, du meinst, er könnte ja eigentlich, beziehungsweise er will ja eigentlich, aber er kann einfach nicht, zum Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen oder so. Nö, ich denke einfach, er versucht so eine Gratwanderung. Also ich stelle jetzt mal eine Frage, ich stelle jetzt mal eine Frage, und zwar, das ist ja für die Masse, okay, aber warum? Ich meine, Olli könnte ja sagen, okay, das wirtschaftliche Interesse und da blablabla, wobei ich das auch fragwürdig fände, deswegen die Leute zu verarschen, aber zumindest könnte man das doch zum Teil irgendwie dann nachvollziehen, aber das Problem ist ja auch, verstehst du, auch wenn man sich mal so mit ihm unterhält, jetzt privat, jetzt vielleicht nicht nur in Sendungen oder irgendwas, da fährt er ja genau dieselbe Schiene, verstehst du? Da kommt er jetzt ja nicht, naja, pass mal auf hier, let's play, es ist mir schon klar mit der Transgender-Agenda und verschiedene andere Sachen und so, ich spreche das halt nur nicht an aus wirtschaftlichen Sachen, da fährt er ja genau die gleiche Schiene, bei uns brauche das doch nun wirklich nicht zu erzählen, verstehst du, was ich meine, aus wirtschaftlichem Interesse oder sowas, weißt du, was ich meine, aber da fährt er doch genau dieselbe Schiene, warum macht er das denn da dann nicht anders, da könnt er doch hingehen und, verstehst du, was ich meine? Wenn man Off-Air ist oder sowas, oder das, was ich, oder mal schreibt, oder was? Zum Olli-Verteidiger werden, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man einen Tag damit verbringt, vielleicht für sein täglich Brot Bücher zu schreiben, dass man auch nur im begrenzten Rahmen Zeit hat, alles und jedes zu verfolgen, mit der Intensität, dass man dann auch, sag ich, mit der Qualität, die die Leute an ihn als Anspruch stellen, da mit umgehen kann, das ist der eine Punkt, das wäre eine quasi Entschuldigung, ist bei mir im Prinzip als Mensch, der damit absolut kein Geld verdienen will, um Himmels Willen, aber genau dasselbe, ich habe einen zeitlich begrenzten Rahmen und ich suche mir schon ziemlich genau aus, wenn ich die Möglichkeit habe, mich mit was auseinanderzusetzen, worauf sitze ich denn jetzt meinen Fokus? Also flache Erde zum Beispiel ist ein Thema, was mich sehr interessiert, was mich begeistert, was mich beflügelt und befreit, wo ich aber einfach sage, wenn ich jetzt den Zeitaufwand betreibe, mit der Intensität, mich mit der flachen Erde zu beschäftigen, wie ich das zum Beispiel in den letzten, na vielleicht fast zwei Monaten mit Q-Recherchen gemacht habe, dann entgehen mir wichtige andere Ereignisse und das kriege ich zeitlich einfach nicht unter den Hut. Und bevor ich mich dann hinstelle und sage, ich finde flache Erde toll oder doof oder wie auch immer, halte ich dazu einfach mal eine Klappe und teile einfach mal Beiträge, die mir einfach gefallen, ohne jetzt genau in der Tiefe vom Thema zu stehen und zu sagen, der hat da einen Fehler eingebaut und deswegen ist er irgendwie, weiß ich nicht, Fake News oder was auch immer. Ich glaube, das ist der eine Aspekt und der zweite Aspekt ist halt wirklich tatsächlich der wirtschaftliche, dass er weiß, dass er bestimmte Bücher nicht mehr verkaufen kann für eine bestimmte Klientel, wenn er bestimmte Themen anspricht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und das kann ich nachvollziehen. Da ist ja keiner, der sich hinstellt und sagt, die Leute, die sich mit flacher Erde oder Transgender beschäftigen, sind doof, sondern er lässt das ja immer offen. Also insofern denke ich, das ist nicht für mich das Problem, sondern ich denke eher, wo ich die Kritik bei ihm sehen würde, ist, dass er, ja, also ich meine, er ist auch kein unbeschriebenes Blatt, aber ich denke, dass er halt bei vielen Informationen einfach nicht das raushaut, was er wirklich raushauen könnte. Jetzt kaufe ich mir seine Bücher nicht. kann sein, dass er da mehr Informationen irgendwie raushaut, damit er die verkaufen kann, damit es noch einen Grund gibt, die Dinger zu kaufen. Aber wenn ich mir so die Videos angucke oder auch die Hangouts oder so, die er macht zu bestimmten Themen, dann frage ich mich, wenn er doch Bücher zum Thema schreibt, warum haut er da nicht die Sachen wirklich so auf den Tisch, die ich ja sogar recherchieren kann mit meiner wenigen Zeit. als Laie... Guck mal, Klugschädterin, guck mal Klugschädterin, selbst, wenn das alles so ist, es würde ja zum Teil ausreichen, einfach mal bestimmte Fragen zu stellen. Verstehst du, was ich meine? Oder mal Hinweise zu geben. Ich finde, ein sehr gutes Beispiel ist doch Alexander Waggan dafür, den man jetzt auch sehr gürtig sehen kann, auch aus einer bestimmten Richtung. Nur er geht ja zum Beispiel hin und gibt zumindest Hinweise darauf. Zum Beispiel die Weltbilddiskussion oder verschiedene andere Sachen. Gut, das versteht dann nicht jeder, der das sieht. nur ist es ja beim Olli gar nichts. Und das würde auch nicht super viel Recherche kosten oder super zeitaufwendig sein, aber zumal den Hinweis zu geben oder sowas, aber da kommt halt überhaupt gar nichts. Verstehst du, was ich meine? Und ich frage mich, ob das dann wirklich nur die Gründe sind, also jetzt primär die zeitlichen Gründe oder die finanziellen Gründe oder sowas, warum da einfach in bestimmter Hinsicht nichts kommt. Also ich stelle einfach nur Fragen. Ich sage nicht, dass ich weiß, warum das so ist oder was da abläuft. Ich stelle einfach nur Fragen und für mich ist das alles, ja, verstehst du, was ich meine? Wie gesagt, ich denke mal, dass er von einer bestimmten, Ludwig, geh mal ab, dass er von einer bestimmten Klientel gekauft wird als Buch. Das setzt sich meiner Meinung nach zusammen oder Informationen, die er verbreitet, die werden konsumiert aus zwei Fraktionen. Einerseits jüngere Leute, die eine Alternative suchen zu dem, was wir jetzt als System haben, zur Parteienlandschaft und so weiter. Auf der anderen Seite hat er sicherlich den größten Kreis mit dem dickeren Portemonnaie so bei Leuten, die aus der Wirtschaft kommen, vielleicht Börse oder so, die so ein bisschen seine Sachen wie Wetterbericht sehen. Und für wen ist es eigentlich interessanter als für solche Börsenleute und Wirtschaftsleute, wenn es jemanden gibt, der eine Privatrechtsgesellschaft propagiert, wohin die Reise geht. Und ich glaube, das ist das Zielpublikum, was er hat und das wird ihm sicherlich davon abhalten, sich bestimmten Themen zu widmen. Und ich finde das nachvollziehbar, das muss jeder selber wissen, was er meint. Und ich finde es dann eher geeigneter, wenn man seine Thesen zur Privatrechtsgesellschaft mal genau auf den Prüfstand stellt. Weißt du, was ich meine? Also da würde ich schon eher auf der Schiene auch bleiben wollen und das eher diskutieren. Man soll natürlich gucken, dass das nicht immer nur so quasi in so einer Filterblase bleibt, aber da stellen sich mir auch reichlich Fragen an dem Konzept, was ich von ihm bis jetzt so wahrgenommen habe, wie er sich das vorstellt. Das finde ich zum Beispiel dann interessanter, ihm da auf den Zahn zu fühlen. Also ich denke, wenn sich jemand mit Toni über die flache Erde unterhält, meinetwegen auch ein Olli ja nicht, dann wird er zwangsläufig davon weniger Ahnung haben als Toni. Würde ich mal einfach davon ausgehen. Also mich überzeugt das wirklich, in keinster Weise, ganz ehrlich. Wie siehst du das eigentlich, Toni? Okay, ich kann gerade nichts sagen. Macht da irgendwas? Ich wollte gerade die Datei von meiner Kamera kopieren, aber das spinnt ja rum und Marvin tanzt ja auch die ganze Zeit. Ja, also ich weiß nicht. Olli ist mir eigentlich egal. Er macht halt sein Ding da. Und ich habe auch keine Lust, bei mir die Gedanken darüber, einen Kopf zu zermatern, warum ganz bestimmte Themen nicht angesprochen werden. Das hat sicherlich seine Gründe. Eine Analogie möchte ich jetzt mal herstellen zu Conrebi. Jetzt greife ich nämlich leider ein bisschen meinem eigenen Video vor, was ich heute aufgenommen habe. Aber da habe ich ja auch gesagt, da mache ich jetzt ein Reaction-Video. So, Reaction-Video, aber, ja, was ist denn der tiefe Sinn von Reaction-Videos? Ja, sich von der Wahrheit beziehungsweise der eigentlichen Arbeit, seine Ausrichtung, den Ziel abzuwenden, ja, und das zu kritisieren, was andere irgendwie machen, warum auch immer. Und ich bin da immer hin und her gerissen, ja, weil manchmal ist die Dreistigkeit, das meine ich jetzt nicht bei Conrebi, sondern eher so, sage ich mal, in Ken-FM-Richtung so hoch, ja, dass die Empörung einfach dazu führt, dass man ein Video zusammenschneidet. Aber generell betrachtet ist es wirklich so wesentlich, ich sage mal, effektiver oder besser fürs eigene Leben, wenn man sich auf die Sachen konzentriert, die man selbst für wichtig hält und jederzeit dort bereit ist, da in den Dialog zu gehen und das aufrechtzuerhalten und da immer weiter zu suchen nach der Wahrheit, ja, und sich von diesem Weg halt nicht abbringen lässt. Das ist viel, viel wichtiger, ja. Ich weiß nicht, also, manchmal ist es ganz lustig, manchmal ist es ganz schrecklich. Das ist bei mir sicherlich für viele andere da draußen auch so. Ja, also ich bin halt auch so eine Figur, die entweder, man kommt klar mit ihm, ja, oder man kann ihn nicht leiden. Und gerade dieses Polarisieren, ne, wird halt auch gerade hier bei der, bei meiner öffentlichen Wahrnehmung total verdreht, ja. Also sucht mal bei Google nach Tony Mahoney, ja, und ihr seht sehr, sehr lustige Bilder von mir, ja. Und, ja, und dann kennt der ein oder andere dann noch eine Hangout-Perle und das war's dann auch, ja. Und dann ist halt Tony der Schrei halt so. Und, ja, man merkt halt automatisch, dass das öffentliche Bild massiv leidet, weil die so vermeintliche Gegenseite die Deutungshoheit hat, ja. So, und da, da kannst du nicht viel machen, ja. Und was bringt es denn, sich jetzt an die ganzen Leute zu hängen und zu sagen, oh, und da wird Unsinn erzählt und da wird Unsinn erzählt. Ja, kümmert man sich um die Wahrheit selber, da kommt mehr bei raus, ja. Also ich freue mich sehr auf mein neues Video. Deswegen wollte ich das ja jetzt mal kopieren. Du musst aufpassen, dass ich nicht so viel vorgreife, weil dann hört sich das halt alles doof an. Ja, aber Olli, ja, ich mag ihn überhaupt nicht mehr wegen seiner AfD-Werbung. Und das ist alles Herrschaftsgeseier aus meiner Sicht. Und primär nicht dazu geeignet, die Menschen zu eigenverantwortlichen, selbstreflektierenden, ja, und kritischen Geistern zu animieren. Ja, das ist eher so, oh, guckt mal, was die da anrichten. Und da spielt auch viel Angst eine Rolle. Da sage ich nur, ein Nuclear-Hochs in Bezug auf Konrebi. Ich habe das schon gesagt, weißt du. Ich habe vor ein paar Wochen diese drei Videos da vorgestellt für einen Einstieg. Und damit ist eigentlich alles gesagt, ja. Und entweder der Gegenüber ist halt bereit, sich mit diesen Informationen auseinanderzusetzen und dann seine Sichtweise eventuell auch bereit ist zu ändern. oder halt eben nicht. Man kann halt die Entscheidung oder das Nicht-Entscheiden-Wollen oder das bewusste Entscheiden zur Ignoranz also nicht beeinflussen. Ja, jedenfalls nicht so auf diesem Weg. Aber ich quatsche hier schon wieder. Ich finde, du quatschst ja nicht schon wieder. Du bringst das eigentlich schön auf den Punkt. Ja, wie gesagt, Ignoranz ist das Problem. Und ich denke aber, damit hat jeder letztendlich ein Problem. Weil man kann Ignoranz fast jedem vorwerfen. Und worum es ja eigentlich geht, ist, dass man zum Beispiel sagt, also das ist halt blöd, das geht jetzt immer wieder die ganze Zeit um Olli Janich. Ich kann ja auch mal andere Beispiele... Der war nur exemplarisch. Also da kannst du ja auch jeder... Ja, aber die Ignoranz ist teils notwendig, aus dem, was ich vorher gesagt habe, aber teils eben auch bewusst. Und ich glaube, wenn wir über Gatekeeper sprechen wollen, dann sollte man daran versuchen, irgendwo sich ein bisschen festzumachen, dass man sagt, was ist denn vorsätzlich oder bewusst von denen als Ignoranz an den Tag geliefert? Ja? Also das kann man ja bei einigen durchaus erkennen. Also ich sage nur, nur Wieso und flache Erde. Das ist bewusste Ignoranz. Da brauche ich, weiß ich nicht, mir nicht mal eine halbe Minute Videoausschnitt angucken und dann kann ich sagen, gut, das war's. Ja, aber ist es denn nicht trotzdem wichtig, dass wir nur Wieso haben, dass wir die Leute da abholen, wo sie sind und sonst, ne? Sag mal so, also sagen wir mal so, jeder soll tun und lassen können, was er möchte. Ja? Und ich werde die Letzte sein, die sich hinstellt und irgendjemandem erzählt, was er zu tun oder zu lassen hat. Warum geht's ja gar nicht. Warum geht's ja gar nicht. Nee, es geht ja nicht darum, dass du gesagt hast. Und da sie das tun, und da sie das tun, wird es sicherlich dazu kommen, dass doch eventuell einige Leute über diese Schiene anfangen, sich weiter zu interessieren und immer weiter gehen und immer weiter gehen. Aber ob es das jetzt an Masse rechtfertigt, was abgefangen wird und abgehalten wird, davon weiterzugehen. Ja, aber du sagst ja ganz klar, du sagst ja ganz klar, wir brauchen Gatekeeper. Ja? Und du hast ja jetzt gesagt, dass sie dann zum Beispiel jetzt auch jetzt exemplarisch dann quasi deiner Meinung nach eine Gatekeeper-Funktion erfüllen. Ja? Und aber eigentlich, du sagst doch, du sagst doch, dass wir das brauchen. Also ist das doch eigentlich ganz gut, dass wir die alle haben? Sollten wir doch eigentlich dankbar sein, oder nicht? Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt wieder so unentschieden wirke. Aber es gibt eben nichts Beschissenes, das mich doch zu irgendwas taugt. Weißt du, so nach diesem Prinzip gehe ich eigentlich vor. Ich finde es, also was mir geltet... Uh, das ist schon hart. Das ist heftig. Es widerstrebt mir grundsätzlich, Leute für irgendwas zu verurteilen. Es gibt aber durchaus Leute, von denen ich persönlich sagen kann, da kann ich mir bestimmte Sachen einfach überhaupt nicht mehr geben, weil es... Nee. Also es ist für mich aufgesetzt, hat eine Funktion, die mir widerstrebt, bringt mir nichts und so weiter. Es kann sein, dass bei anderen Leuten genau das Gegenteil eintritt und dass die aufgrund irgendeines Beitrags von diesen Leuten genau anfangen, nach vorne zu gehen. Ich wage aber stark zu bezweifeln, dass die Funktion von bestimmten Leuten, nicht nur schlicht einfach die, ist die Leute davon abzuhalten, wirklich weiter zu suchen, sondern dass sie sich eher, ja, wie war der, beim Glotzenersatz ein bisschen kuschelig aufgehoben fühlen und sich einlullen lassen und immer wieder um dieselben Themen mit derselben Oberflächlichkeit kreisen. Und, ja, und das war es dann. Damit haben sie ihren Tag verbracht, als eben wirklich nach vorne zu gehen und, ja, aus der Sache mal rauszukommen. Also, ich glaube, dass... Ja, aber das ist eigentlich besser. Guck mal, wenn jetzt jemand zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt gerade es dabei ist, sich mit irgendwelchen Sachen zu befassen, dann ist es aber doch viel besser, wenn er jetzt zum Beispiel zu Noviso kommt oder sowas, und dann langsam herangeführt wird da, was wir schon gesagt haben, dass er da abgeholt wird, wo er steht, dann ist es doch viel besser, wenn er dann zu Noviso geht, als jetzt zum Beispiel zu Toni oder sowas, der direkt mit den Hardcourt hinkommt, dann wird er ja total erschreckt und ist ja dann wieder weg eigentlich. Geht er eigentlich in die Richtung? Nein, es ist ja eine Typenfrage. Also, es gibt ja einfach durchaus Leute, die schnallen das sofort bei Noviso, stoßen dann, weiß ich nicht, per Zufall auf ein Video von Toni und sagen, na, endlich, ja, das ist das, was ich gesucht habe. Ich denke aber, es gibt ganz viele Leute und das, glaube ich, ist eine ganz große Gruppe, die sehr vorsichtig, sehr zaghaft, sehr unsicher sind. Und die tasten sich langsam vorwärts. Ja, nur ich sehe eben halt die Gefahr bei bestimmten Leuten, nicht bei allen, ja, bei bestimmten Leuten, die werden eingefangen. Und die lassen sich einlullen. Also, ich kann nicht zum hunderttausendsten Mal das Thema Pyramidenforschung haben. Irgendwann reicht es. Ja, wenn ich das als einziges Element bei der Wahrheitssuche in mein Leben einbinde und reinlasse, dann, weiß ich nicht, dann finde ich das ein bisschen ärmlich. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Aber viele verstecken sich eben gerne dahinter und lassen sich dann dadurch gerne einlullen. Und das ist die Gefahr, die ich bei einigen Formaten eben sehe. Sehe ich jetzt zum Beispiel weniger beim Janich. Zum Beispiel sehe ich auch weniger bei dem Joe Conrad. Die finde ich durchaus ein bisschen vielfältiger und lassen meiner Meinung nach den Leuten auch genug Freiraum selber zu entscheiden, ob sie da weiter nach vorne gehen. Und fordern die eigentlich auch genug, selber nochmal irgendwie nachzudenken, sich ihr eigenes Bild zu machen. Ich würde gerne mal eine Frage stellen. Ja. Ich muss jetzt noch ganz, ganz kurz doch nochmal zum Olli. Auch wenn ich mir jetzt nicht stundenlang irgendwie das Maul zerreißen will. Aber pass auf. Wenn unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aspekte und auch unter Berücksichtigung, dass manche Leute vielleicht langsam da herangeführt werden müssen, dass man sich nicht gleich ins kalte Wasser reinschmeißt, unter Berücksichtigung dieser beiden Aspekte, inwiefern ist es für diese beiden Dinge erforderlich, den Leuten die Handlungsempfehlung zu geben, die AfD zu wählen. Das würde mich mal interessieren. Für keine. Oder es ist letztendlich genau der Effekt, dass die Leute sagen, wunderbar, vielen Dank Olli, dass du mich irgendwie an den Libertarismus herangeführt hast, aber da widersprichst du dir selber und ich suche mir jetzt jemand anders. Verstehst du? Ich glaube nicht, dass also die Leute, gerade weil der Janich ja durchaus in seinen Anfängen sehr viele Leute auch emotional, sage ich mal, mitreißen konnte für das Thema Libertarismus, die so herangeführt hat, dass es für die eigentlich alle offensichtlich ist, wenn man dann zum AfD-Wählen auffordert, dass es ein Widerspruch an sich ist. Das ist, rechtfertigt sich durch nichts, aber auch das ist sein Bier, also kann er machen. Tendiert für mich vielleicht eher so in die Richtung, dass er da nochmal einen großen Bereich von seinen Lesern und Unterstützern irgendwie erreicht, weil, ja, wir sehen ja auch, dass er damit versucht, letztendlich die Wirtschaftspolitik, die so in der AfD angedacht wird, ein bisschen nach vorne zu treiben. Ich habe noch eine kurze Frage. Ist Oliver Janich Anarchist? Nö. Was? Würde ich sagen, aus meiner Sicht nicht. Warum nicht? Ja, dass es in sich ein Widerspruch ist, zu proklamieren, ein System zu unterstützen, was letztendlich in der Konsequenz bedeutet, dass ich mir dadurch die Möglichkeit abschneide, überhaupt einen Schritt nach vorne zu kommen. Ich meine, er wird das jetzt so verstanden haben wollen als Notwehr wegen der Grenzöffnungssituation und der Zuwanderung. So kann man argumentieren, aber ich weiß nicht. Also ich hätte es ehrlicher gefunden, wenn er gesagt hätte, Leute, wenn ihr meint, dass ihr wirklich wählen müsst, dann wählt wenigstens die AfD statt der CDU oder sonst irgendwas. Also man hätte es so formulieren können. Aber nicht Rettet Leben war das nicht so. Rettet Leben wählt die AfD, geht wählen? Ja, das war so ungefähr in der Richtung, ja. Aber ich will jetzt nicht mich noch ewig aufhalten. Es war nicht so ungefähr so in der Richtung, sondern Olli hat sich massivst des Schuldkultes bedient, indem man den Leuten vor den Glotzen weiß machen wollte, dass Blut an ihren Händen klebt, wenn sie nicht wählen. Ja, Leute. Richtig. Ich meine, ich weiß das. Also vielleicht hätte ich noch mehr auf den Punkt bringen müssen. Ich habe eine ganze Sendung mit ihm darüber gemacht über das Thema. Also mir ist das klar. Der Drops gelutscht, aber das Problem ist nicht, dass der Drops schon gelutscht ist, sondern das Problem ist, dass der Anteil der Leute, die verstanden haben, dass der Drops schon gelutscht ist, total minimal ist und der Anteil, denen das mehr oder weniger am Arsch vorbeigeht und sie ihre Stars weiter verteidigen wollen, riesengroß ist. Das ist, ja, das ist diese Diskrepanz. Ja, aber wie meinst du, dass Stars verteidigen? Wer verteidigt denn Olli ja nicht als Star? Also mir fallen da persönlich keine Leute ein und ich sage nur, diese Erklärung, von hier im März 2018. Ja. Ich wette mit dir, da gibt es ganz, ganz viele, der Anteil der Leute, von diesen ganzen auch Professoren und so, die die Arbeit von, die betrachten die Arbeit von Olli war ja nicht als wertvoll, sage ich dir. Ja gut, aber wenn sie einfach in ihrem Denken noch sehr staatsverhaftet sind und sich dann ein bisschen öffnen, ist das ja keine schlechte Sache. grundsätzlich erst mal. Ja, für sie selber. Wenn es in eine Richtung Öffnung geht, ist es in Ordnung. Es ist halt dann die Frage, ob wenn, also ich sage mal so, wenn diese Leute, die sich dafür hochqualifiziert halten und da unterschrieben haben, die Diskrepanz selbst nicht bemerken, zwischen Wahlaufruf durch Schuldkult und Libertär sein und damit Bücher verkaufen, ja, das ist dann, weiß ich auch nicht. Zeigt dann halt mal wieder, dass ein Doktortitel eben auch nichts sagt. Also, ich weiß nicht. Internet-Tourist, du kannst dich auch mal hier einschalten. Du sitzt ja da und hörst zu. Ja, ist das schon laut genug? Ja, leider nicht. Okay. Also, der Ton ist extrem laut. Je lauter ich trage, desto lauter wird mein Buch. Und das Mikro, ja. Du, 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 da darfst nicht die Boxen lauter machen oder so, sondern in den Systemeinstellungen. Das Mikro. Schade. Verbunden mit einer. Es wird entweder beides lauter oder beides leiser. Ja, schade. Ja, Let's Play, super. Läuft mal wieder hier ordentlich Sendung. Mal ein bisschen kritische Themen besprechen. Ja, also, ich freue mich auch sehr darüber. Und, dass wir jetzt auch dann in den Dialog kommen, auch die Sachen da besprechen. Und es hätte auch können, es hätte auch alles Mögliche passieren können heute in der Sendung. Vielleicht wäre auch gar nichts gewesen, dass gar keiner reingekommen wäre. Es hätte ja auch sein können. Also, das war mir unheimlich wichtig. Auch diese James-Bond-Geschichte, dass es halt angesprochen wird und der ganze Kram halt. Ja, das sind wirklich auch gerade so die Themen, die mir unter Nägeln auch brennen. Also, das ist gut, dass James Bond hat mir ja jetzt. Dann halt hier wirklich QAnon. Wie gesagt, damit habe ich mich ja nicht so viel befasst. Und halt dann wirklich die Gatekeeper-Geschichte halt. Also, das ist halt schon... Ja, das finde ich cool, dass wir darüber sprechen und dass wir auch keine Echo-Kammer haben, sondern du steht drin, dass du auch mit dabei bist. Klar sehen wir das anders, aber das ist halt einfach... Sonst kommt ja kein Dialog zustande. Da verstehst du... Ich und der Toni, wir können uns die ganze Zeit da irgendwie... Da ist ja nichts... Verstehst du, was ich meine? Da ist ja zumindest mal... Da ist keine Kontroverse, also was diese Themen angeht. Das ist ja... Ja, finde ich auch unheimlich. Finde ich auch unheimlich. Und freue mich endlich, dass das mal geklappt hat. Du warst ja schon mal... Wir waren ja schon mal in einem Hangout. Da hat es ja schon mal geklappt. Und ja, ich kenne das... Nicht zu früh beschreien. Das liegt nur daran, dass heute Sonntag ist und Ferien sind und dadurch fahren nicht so viele Busse um die Ecke. Dadurch habe ich weniger Internetstörungen. Ja, ich weiß nicht, ob das kontroverser ist, weil das Einzige, worum ich mich bemühe, ist eigentlich, dass ich versuche, für mich zu filtern, gerade bei dieser Geldkiefer-Geschichte, wenn ich auch feststelle, dass ich mit Leuten grundsätzliche Positionen überhaupt nicht teile, welche Aspekte, die für mich gut bis sehr gut entwickelt haben und wo ich dann auch gerne mal mich wieder mit denen beschäftige. Ja, weil, wie gesagt, es hat nichts mit reinwaschen zu tun oder mit irgendwie was in der Richtung, sondern es ist ja auch in dem Moment, wo man jetzt auch Leute trifft, die zum Beispiel totale Ja-Nicht-Fans sind oder ich nenne es mal immer so eher in dem Stadium der totalen Ja-Nicht-Fans sich befinden. Dann ist es doch gar nicht so verkehrt, wenn man Anknüpfungspunkte hat, um mit denen darüber zu sprechen, was der so in den letzten Videos zu bestimmten Themen rausgehauen hat. Ja, und dann vielleicht die Leute auch auf die ein oder andere Idee bringt oder da vielleicht einfach mal so ein bisschen den Kopf öffnet oder so. Das ist auch ein Grund, warum ich mich mit einigen noch durchaus beschäftigen mag. Na, pass auf, ich habe ja durch die flache Erde da schon Übungen, weil mit der flachen Erde-Thematik ist es halt noch heftiger. Also, wenn man das Wort flache Erde in den Mund nimmt, ja, ohne die Leute zu versuchen, vorher inhaltlich und auch, ja, vom eigenen Wesen halt positiv zu überzeugen, bevor man diesen Begriff überhaupt benutzt. Das ist ja schon eigentlich so ein Konflikt, ja. Also, das kriege ich mittlerweile ziemlich gut hin. Und es, ja, lässt sich super auf andere Bereiche halt auch adaptieren, ja. Also, diese Vorsicht. Ja, man darf nur nicht irgendwie abdriften, ja. Und da irgendwo verhaftet bleiben, ja. Also, ich finde momentan die Weltbilddiskussion und die Transgender-Geschichte ist, da sie auf allen Ebenen greifen, ja, genau die Themen, die die Leute brauchen, um wachgerüttet zu werden. Und gerade diese stückweise herantasten, sehe ich halt eher total kritisch. Na, sagen wir es mal so. Eigentlich ist es so, dass die Menschen immer nur eine Rechtfertigung und eine Bestätigung haben dafür, dass sie sich rausnehmen. Und das ist halt, geht für mich alles so in diese Richtung, ja. Dieses Lenken und Leiten und An- und, und diese, die erste Stufe erreichen, um dann die nächste Stufe erklimmen zu können und so weiter. Und das klingt für mich alles so sehr nach Hierarchien. Und die sind ja, die sind für meine Begriffe das eigentliche Problem, ja. Übrigens, was diese Dinge angeht, das anzusprechen, das jetzt exemplarisch gesagt, zum Beispiel Weltbilddiskussion, für mich ist das so, dass, also ich mache einen Unterschied, also ich mache zum Beispiel, das ist auch ganz wichtig, vielleicht begreift das der eine oder andere nicht, ist ein Unterschied, ob man sich privat jetzt mit jemandem unterhält oder irgendwie jetzt, wo es jetzt nicht hier, wo wir jetzt keine Sendung machen, was an die komplette Masse gerichtet ist oder sowas, ja, wo wir auch nicht kontrollieren können, wer das guckt und wer nicht, ja, aber die können es ja selber entscheiden, ob sie es angucken, aber man redet da jetzt mit jemandem und das ist dadurch so ein Ding, klar, wenn du da natürlich direkt volles Programm oder sowas, jemand, der sich noch nie damit befasst hat oder sowas, da kann schon sein, dass der dann einfach sehr schnell abschaltet oder dass dann das komplett überfordert halt. Da kann man sich ja mal langsam rantasten. Ich mache das gerne, auch in letzter Zeit, ich mache es auch gerne im Reelers so mit der Transgender-Geschichte, weil das halt eine Sache ist, die mich sehr, sehr beschäftigt und da mache ich ganz gerne mal so, nebenher mal so ein paar Bemerkungen halt oder so, ne, was so bestimmte Dinge angeht oder was, ne, und, ähm, weil da ist wirklich, also wenn du da wirklich komplett hier, bla, bla, das ist, ne, aber das ist für mich nochmal eine andere Geschichte, als wenn wir jetzt hier zum Beispiel irgendwie eine Sendung machen oder sowas, ne, dann da zum Beispiel Menschen wie kleine Kinder zu behandeln, ne, das darfst du jetzt noch nicht wissen oder so oder bla, bla, oder wir müssen, verstehst du, was ich meine? Irgendwie das ist für mich ein anderes Ding, weil das ist so, ne, dann, ich haue das einfach raus, ja, ich haue das einfach raus und, äh, das ist eine andere Geschichte, weil derjenige muss es nicht gucken, ja, oder so, aber das, ich habe da irgendwie keinen Bock oder vor allem, dass dann irgendwann noch die Leute rausfinden, vielleicht auch mal, äh, der hat, der hat mir die Informationen vorenthalten oder sowas oder der hat mich wie ein kleines Kind bevormundet oder sowas, ne, du darfst das jetzt nicht wissen, Herrschaftslosigkeit zum Beispiel, das ist jetzt noch zu viel für dich und deswegen will jetzt mal die AfD oder sonst und so, ne, so ein Gram oder was oder, weiß ich nicht, also dann, ich meine, wenn, klar, der ein oder andere ist vielleicht noch nicht so weit, was bestimmte Themen angeht oder sowas, ja, äh, die können sich dann aber vielleicht noch ein, zwei Jahre später mal die Sendung reinziehen und dann begreifen sie es dann oder so, aber wenn ich halt die, nur wie kleine Kinder behandle, dann können sie es auch zwei Jahre später, da ist dann nichts rauszuziehen, weil das ist ja dann schon das Maximum, dass ich halt eben immer nur häppchenweise, das ist mir einfach gut, es mag sogar sein, dass es vielleicht anders auch bei bestimmten Leuten besser ankommt oder da erforderlich ist, nur mir ist das einfach zu blöd, ne, also ich schaue einfach das raus, was mein derzeitiger Wissensstand ist oder sowas, wenn vieles hat sich uns wahrscheinlich noch nicht erschlossen, dann kommen das, nächstes Jahr haben wir andere Themen am Start oder so oder dann denken wir, oh scheiße, warum haben wir das damals nicht geschnallt, weil es ist halt immer unserem entsprechenden Wissensstand auch angepasst oder so, aber dann, ich glaube, dass die Leute verzeihen es einem auch, weil, woher sollen wir denn alles wissen, ne, verstehst du, aber wenn, wenn man zumindest mal nach dem aktuellen Wissensstand das rausgehauen hat oder so, zum Beispiel jetzt Transgender-Themen oder was auch immer, dann, dann ist das schon irgendwie okay, dann sieht man da auch irgendwie eine Entwicklung halt auch, ja, aber wie gesagt, ich werde nicht hingehen und werde da irgendwie großartig, äh, hier, nee, weil, weil ihr das eh nicht versteht und ich habe jetzt eine Zielgruppe, eine bestimmte und dann, dann erzähle ich das nicht oder, oder wenn ich das raushaue, was ja auch zum Teil uns vorgeworfen wurde, dass wir dann den Libertarismus damit in den Dreck ziehen, ne, oder die Bewegung, die Freiheitsbewegung damit in den Dreck ziehen, ne, und dass man einfach bestimmte Themen gar nicht ansprechen darf, ansonsten zieht man das in den Dreck, also müssen wir uns quasi selbst zensieren oder sowas und flache Erde und so ein Zeug, ach, damit braucht ihr mir gar nicht das anzukommen oder so, das ist Blödsinn, nein, man muss sich auf Themen beschränken, die jeder versteht, man muss mit der oder der Sache kommen und alles andere blenden wir aus und davon bin ich absolut kein Fan, das ist rein, rein, nicht nur verstandene Technik, sondern auch vom Gefühl her fühlt sich das für mich absolut falsch an, ich kenne mich ja total komisch vor dabei. Ja, genau, das war, du hast es wunderschön auf den Punkt gebracht, was ich eigentlich versucht habe vorhin zu sagen, es gibt gewisse Leute, wie zum Beispiel Nuo Wieso, ja, die betreiben dieselbe Zensur wie der Mainstream, nur auf andere Themen bezogen und versuchen damit letztendlich die Leute davon abzuhalten, sich weiter zu informieren, aber es ist eben so wie es ist, es mag dann auch viele Leute geben, die gerade weil sie das tun und das die Leute schon erkannt haben, bevor sie sich irgendwie weitergehend mit anderen Themen beschäftigt haben, dass sie sich dann sofort von Nuo Wieso distanzieren und nach anderen Dingen suchen und dann vielleicht auf die Hangouts von Let's Play oder die Videos von Toni stoßen und sagen, das ist es, das bringt mich jetzt weiter, ja, aber wenn du, also ich meine, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich gehe mit den Tölen draußen spazieren und dann kommt man natürlich, wie das so immer als doof Hundebesitzer ist, immer so, steht man und fängt an zu sprechen und oft checkend merke ich, dass Leute sich in letzter Zeit immer mehr gegenseitig abchecken, um mal zu gucken, sag mal, was geht hier eigentlich in unserem Land vor sich, man kann ja sich eigentlich nicht mehr äußern, aber irgendwie brauche ich einen Gesprächspartner und man merkt, wie die Leute so langsam anfangen, irgendwie aus ihren Schneckenhäuschen rauszukommen. Wenn ich mit solchen Leuten sofort flache Erde diskutieren würde oder Transgender, wenn die das nicht von sich aus anbieten, würde ich nicht auf die Idee kommen, ich würde ihnen das nicht aufträgen. Ja, finde ich, ja, vielleicht einfach Weiber-Strategie, dass man da so ein bisschen abwartend ist und weniger fordernd ist, aber finde ich oft zielführender, weil es geht schon drum, dass man gemeinsame Themenbereiche erkennt und sagt, okay, in diesem Punkt kann man gemeinsam sich engagieren, ja, aber wenn es dann halt auf anderen Ebenen nicht klappt, dann ist das für mich auch kein Weinbruch. Also das ist so eher mein Fazit, was ich da rausziehe aus der Gesamtsituation. Ich haue anderen Leuten nicht ins Kreuz für ihre Sachen, die sie raushauen. Ja, so zum Beispiel auch mit diesem ZDF-Hampelmann, wie heißt denn der da noch? Kann mir da mal jemand beispringen? Meinst du den Robert Stein, die Geschichte oder was? Ja, genau. Es hat mich megamäßig aufgeregt, weil ich glaube, dass es eigentlich schon ziemlich klar war, also selbst die Studieeinrichtung sieht ja schon fast nach ZDF aus. Ja, wie man sich da drüber wundern und aufregen kann. Soll er doch machen, was er will? Also soll er es doch auch offen machen? Ist für mich kein Problem. Hat für mich auch nicht die Konsequenz, dass ich sage, auch vielleicht habe ich mal Lust, mir ein Video von ihm anzugucken, aber ich wundere mich dann eben auch nicht, wenn dann bestimmte Sachen nicht angeschnitten werden. Ja, es ist halt jeder, wie er will. Und da jetzt einen Aufstand rauszumachen, fand ich irgendwie überflüssig, weil zu dem Zeitpunkt gab es für mich ein wesentlich wichtigeres Thema, Katalonien zum Beispiel, was sich bis heute zieht, wo wir genau wieder zu den EU-Strukturen kommen und uns Gedanken machen müssen, wie wir da vielleicht wirklich Leute zu bestimmten Themenbereichen zusammenkriegen, um da effektiv was zu ändern. Ja, dass das meiner Meinung nach vielleicht auch angestoßen werden kann durch so eine komische Erklärung, auch wenn ich mehr als zehn Fragezeichen bei der Sache habe, wenn es hilft. Ja, werde ich dazu nicht Nein sagen, aber ich werde mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, hurra, das ist es. Also ich denke, wenn ich jemanden nicht bevormunden will, dann lasse ich ihn auf mich zukommen und fühle so ein bisschen raus, ob da eine Bereitschaft da ist, über bestimmte Themen zu sprechen oder sich zu öffnen oder nicht. Ja, und dann kann man feststellen, wie weit da ein Vertrauen da ist, dass man dann vielleicht auch wirklich ein bisschen tiefer geht in die Sache und vielleicht auch mal Sachen raushaut. Also ich bin da einfach vorsichtiger nicht, weil ich Angst habe, dass man mich in irgendeine Ecke stellt, sondern weil ich denke, dass es einfach kontraproduktiv ist. Ja, ich würde gerne noch mal was zu Let's Play sagen, bevor die, bevor, mir gehen schon wieder die Gedanken flöten, weil ich weiß schon nicht mehr, was Let's Play gesagt hat. Aber ich habe mir was aufgeschrieben, ja, ich schreibe mir jetzt immer, ja, so zu meinem neuen Video habe ich auch einen kleinen Notizblock und ein bisschen was aufgeschrieben. Das holpert dann zwar an einer Stelle, aber anyway, ich habe mir aufgeschrieben Schockstrategien als Stichwort, ja, und das war bei mir ein doppelter Schock, ja, also ich habe als Friedensaktivist Naomi Klein kennengelernt, jedenfalls eins ihrer Bücher, und das heißt Schockstrategie. Also sie hat dann auch wirklich abstruse Werke über den Kapitalismus geschrieben, ja, die auch Bestseller sind, so Kapitalismus, Krieg und irgendwas, keine Ahnung, auf jeden Fall eigentlich eine totale Kommunistin, aber eine kluge Kommunistin und sie hat dieses Buch Schockstrategie geschrieben, ein Buch, was ich wirklich nur zu zwei Dritten lesen könnte, weil es einfach viel zu heftig war, was man da gelesen hat und es beschäftigt sich damit, wie in der öffentlichen Wahrnehmung, also massentauglich, man mit Schockstrategien arbeitet, ja, sowohl künstlich geschaffene oder beeinflusste, als auch wie man Naturkatastrophen sozusagen einbindet in ganz bestimmte, um ganz bestimmte Dinge auf einer ganz bestimmten Ebene, auf der Staatsebene da umzusetzen, ja, und das Buch fängt damit an mit New Orleans, wie halt im Prinzip vorher ein System mit einer 80-prozentigen Staatsschulquote, danach in, nach diesem Desaster total auch durch, durch Besitzveränderungen auf der Grundstücksebene da verändert wurden und so weiter, ja, also das geht dann über Bush und Irakkrieg und das ist halt eine riesengroße Verwaltungsapparat gibt, die sich mit solchen Situationen beschäftigen eigentlich und die da überhaupt nicht tätig geworden sind, also wirklich Herrschaftsgeseier von vorne bis hinten, und ich betrachte das Buch im Nachhinein wirklich als sehr, sehr kritisch eher, aber dieses Stichwort Schockstrategie, das lässt sich ja auch umwandeln, ja, das heißt, im Prinzip ist es so, dass die breite Masse der Bevölkerung halt hier mit Gehirnwäsche und Schockereignissen bei Laune und an der Stange gehalten wird und das kann man ja umdrehen, ja, so und das ist halt auch die einzige Möglichkeit für Truther, für Leute, die die Wahrheit suchen, diesen Weg zu gehen, deswegen ist es absolut kontraproduktiv aus meiner Sicht für die Wahrheitssuche, hier diese häppchenweise Geschichte einzuführen, weil gerade die Schockstrategie ist in einer Schocksituation die einzige Möglichkeit, sich zu befreien, mental auch, ja, und wie gesagt, wenn man erkennt, dass die ganzen Stars und Sternchen, egal auf welcher Ebene, Trennies sind, dann ist das nichts, ja, dann verurteilst du nicht das Individuum. Ich möchte auch an dieser Stelle nochmal ganz deutlich machen, dass ich nicht transphob bin, ja, also ich bin weder homophob noch, noch was für phob, ja, ich habe mit, egal wie die Leute drauf sind, andersartig sie sein wollen, die Freiheit des Individuums steht für mich an erster Stelle, ja, so, das funktioniert halt nicht. Ich rede hier von, davon, dass Menschen vorsätzlich, bewusst, kontrolliert und, ja, aufgestellt mit Reichweite Öffentlichkeits Beeinflussung betreiben, dadurch, dass sie Reichweite haben, ja, Meinungsbildung, ja, wird hier, wird hier gemacht und darum geht es mir und zwar bei jedem Einzelnen, ob es nun Sportler ist oder so, ja, die stehen alle für etwas ganz Bestimmtes, nämlich unser Scheingebäude, was wir von der sogenannten öffentlichen, für öffentliche Wahrnehmung halten, aufrecht zu erhalten und zwar schön mit Angst und Schuld, ja, damit kein Mensch das auch nur im Ansatz in Frage stellt, oh, ein riesengroßes, mächtiges Gebilde, ja, und man darf es nicht in Frage stellen und du kannst dann nur durchbrechen mit den geeigneten Themen, ja, du kannst es nicht einfach sagen, und hier, da Kriegssituationen und da ist die und die Partei, das funktioniert nicht, du musst die Prinzipien offenlegen, die bei allen diesen Konflikten zugrunde liegen, man muss auf die Wurzel, man muss auf die Wurzel runter, ja, und wenn du auf die Wurzel gehst, dann bist du im, dann bist du im Kaninchenbau, das ist nicht kein Zuckerschlecken, ja, du kannst es nicht irgendwie in irgendeine softe Geschichte packen, ja, um das irgendwie zu servieren, sondern, sondern das muss genauso raus und muss angesprochen werden, wie es ist, damit die Menschen dann auf der anderen Seite, die das mitkriegen, unverfälscht sich ihr eigenes Bild davon machen können, ja. Genau, das ist so, also man überlegt sich halt, also bei mir so, bei dir ist das auch so, dass wir überlegen uns halt, welche Themen sind dazu geeignet, ja, und das sind ja richtig krasse Täuschungen, die da stattfinden, ja, zum Beispiel im Transgender-Bereich oder auch in anderen Bereichen, welche Themen sind dazu geeignet, dass, es ist natürlich schockierend, aber dass Leute das System an sich in Frage stellen oder dass sie mal die Frage stellen, Moment, wenn man mich da jetzt schon verarscht hat, wo verarscht man mich sonst noch so, ja, das, das ist halt eben, das ist halt unheimlich wichtig, dass sie diese Fragen stellen, ja, und das andere, das ist für mich alles größtenteils Beschäftigungstherapie, welche Parteien können wir jetzt noch wählen und das und das und da können wir demonstrieren und das und das und dann schreiben wir eine Erklärung und bla, 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 das hält einen immer nur da drin irgendwie, das ist wie so eine, wie so ein Karton oder so, ne, und das hat alles einen Rahmen, es wird ein Rahmen vorgegeben und ich will, dass die Leute den Rahmen sprengen oder so, ja, damit sie sich daraus befreien können und das, und dann, dann muss man auch nicht alles vorkauen oder sowas, ne, dann sehen sie schon von selber, okay, das ist eine Riesentäuschung, das auch noch, was ist sonst noch, damit die selber anfangen zu hinterfragen und nicht, dass man alles immer vorkauen muss und jetzt kriegst du mal das Häppchen, jetzt kommst du auf Level 2, da kommt mal das und das, sondern ich will das einfach, ich will das einfach so sprengen halt, ja, damit man da gar nicht mehr und zwar auf dem kürzestmöglichen Weg, ja, und nicht dann noch irgendwie so hin und her schlängeln oder so oder was, das ist halt einfach, ob das letztendlich zum Erfolg wird, weiß ich nicht, aber das ist halt auch, das, und das kann schockierend sein, wenn man kaltes Wasser reingeschmissen wird. Ja, wenn man unter Erfolg jetzt versteht, ja. Und ich sage dir, ich sage dir ganz ehrlich, ich kann ja auch nur für mich sprechen, also mir ist es lieber, wenn ich irgendwie schockiert werde und ins kalte Wasser reingeschmissen werde oder sowas, was verschiedene Sachen angeht. Ich bin heute noch teilweise schockiert wegen dem Transgender-Thema. Im Ernst, weil ich irgendwelche Weiber geil fand, zumindest, dass die ein hübsches Gesicht haben, irgendwelche Stars, oder zum Beispiel Terror Raid, kann dazu auch nur sagen, dass wirklich, aber wem ging es mir so, hier bei dieser Harry Potter, ja, war das auch so, ja, total niedliches, kleines Mädchen, bla und so, und es ist ein Kerl, ja, es ist wirklich der Hammer. So, und genau diese, ja, das kann doch nicht wahr sein, ja, bei dieser ganzen Geschichte mit, mit dem Dritten Reich, ja, ich muss da immer, auch über meinen Großvater nachdenken, und so, und überhaupt Leute, die das miterlebt haben, und keiner hat darüber gesprochen. Verstehst du, warum die nicht darüber gesprochen haben? Die haben sich so sehr vor sich selbst geschämt, dass sie so massiv getäuscht wurden, und deswegen spricht keiner darüber. Die haben das mitgekriegt, die haben die Nachkriegszeit mitgekriegt, was da abgelaufen ist, und ich muss ehrlich sagen, das, was der Volkslehrer in dieser Hinricht macht, das finde ich großartig, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, ich bin gespannt, was da noch kommt, aber echt, das ist der Grund, warum die Leute nicht darüber reden. Die schämen sich so sehr vor sich selbst, dass sie so massiv getäuscht wurden, ja, und es hilft, es hilft, ja, dieses, dieses, diese, 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 diese Figur Adolf Hitler, nur, nicht die Person, sondern wofür er steht, ja, was da gemacht worden, und politische Entscheidungen, und Krieg, und tralala, ja, das ist so heftig, das ist so heftig, und das verliert aber seine, seine, seine Wirkung auf einen selbst, also diese Ehrfurcht fällt ab, wenn man sich das mal genau anschaut, ja, und ich möchte ganz bestimmt keine Transvestigation jetzt hier machen, aber es gibt halt Körpermerkmale, ja, und die kann man auch benennen, weil man sie sieht, sind keine Lüge, ja, es ist keine Unterstellung, keine Behauptung, oder keine Eventualität, sondern das sind, das sind Fakten, die man sieht, breite Hüften, weibliche Hände, ja, schmale Schultern, runder Kopf, weibliche Gesichtszüge, runde, runde Gesichtszüge, keine Spur von, äh, äh, breiten, kantigen, äh, Kopf, eng zusammenliegende Augen, so, und das sind jetzt Informationen, und ihr könnt euch, jeder, der das sieht, da kann sich was rausziehen, da raus, ja, und dann gibt's die eine Möglichkeit zu sagen, der erzählt Quatsch, der spinnt, was will er denn jetzt hier andeuten, warum, ja, bla 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 bla, es ist ein Verrückter, ja, bitteschön, dann geht wieder den Weg der Ignoranz, ja, und hebt eure Götter und eure Führer, äh, noch höher in den Himmel, äh, der Drops ist für mich echt gelutscht, ja, massive Täuschung auf allen Ebenen, und die Transgender Agenda, ja, das Wissen um die Zusammenhänge und die Körpermerkmale, kann jedem Einzelnen da draußen helfen, klar zu kommen in dieser verrückten satanischen Welt, ja, das mal zu ordnen, um vorher zu wissen, wie man mit jemandem umgeht, wie man auf jemanden zugeht, wie man mit jemandem spricht, ja, ich hab überhaupt kein Problem mit dieser ganzen, mit den ganzen Markierungen, wenn, wenn, wenn ich eine 30-jährige Frau oder 40-jährige Frau sehe, die, äh, von oben bis unten mit Nike-Schleifen, äh, dezent, äh, da durch den Park rennt, äh, versteht ihr euch, das ist für mich jetzt keine dumme Frau, weil sie das nicht weiß, ja, vor zwei Jahren war ich noch genauso unterwegs, wer bin ich denn, dass ich das verurteile, aber ich weiß für mich, die und die Erkenntnisse haben sich für sie noch nicht erschlossen, also weiß ich für mich ganz genau, äh, wie ich mit so jemandem umgehe, ja, was ich halt erstmal ausspare, ja, wo ich versuche dann zu sensibilisieren, äh, wenn ich es für nötig halte oder auch nicht, bla, man weiß einfach nur, wie man damit umgehen kann, das sind Informationen und jeder kann diese Informationen so nutzen, wie er das für sich für richtig hält, ja, so, und jeder, der, der dessens Lächerliche zieht, ja, der, der, ja, dem es nicht mehr zerhält, ja, tut mir herzlich leid. Ich muss jetzt doch hier noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen, äh, in dem Moment ist es gerade im Chat, mich würde es mal interessieren, ich habe mir auch überlegt, dich einfach persönlich anzuschreiben, aber, also nur mal, damit sich mir das erschließt, äh, ich wüsste einfach mal gerne, weil vielleicht kannst du jetzt hier hier die, voll die krassen Sachen auspacken, ich wüsste mal gerne, wir haben das vorhin ja auch hier besprochen, guck dir das auf jeden Fall mal noch an, falls du das die ganze Zeit nicht gesehen hast, wenn du darüber gesprochen, hier, äh, Gatekeeper und das alles, braucht man Gatekeeper oder nicht, oder, äh, oder wir haben, ich glaube, wir haben es sehr differenziert, auch betrachtet ich in der Toni, ähm, und, äh, äh, ich wüsste halt gerne, äh, äh, woher du weißt, woher du weißt, dass Klugschitterin, die, dass das eine Mordung, dass die gefakt war, das wüsste ich gerne, woher weißt du das, woher, das wüsste ich gerne, das würde mich mal interessieren, weil, du verkaufst es ja als Tatsache, du sagst ja nicht, es ist nur so eine Vermutung oder so, das ist nicht auszuschreiben, du sagst, es ist eine Tatsache, und das würde mich mal persönlich interessieren, weil du hattest vollkommen recht, James Bond, du hast mir im Vorfeld geschrieben, da wirst du schlucken müssen, das haut dich um, ja, das hat mich umgehauen, verstehst du, also, und das unabhängig davon, von der Gatekeeper-Geschichte, ne, das würde mich mal persönlich interessieren, also vielleicht weißt du ja da mehr als ich, aber das, ich wüsste es gerne mal, weil ich fand, die Behauptung, fand ich schon sehr heftig halt, ne, also vielleicht kannst du ja mal was dazu schreiben, im Chat, ja, ja, ne, was soll denn das, das ist egal, Brenner, ja, ja, schau dir mal die 187er Sache an, Let's Play, was da, was da genau ist, äh, was das genau ist, ja, ich, da gibt es einen Film mit der 187, mit, äh, wie heißt der, Pulp Fiction hier, aber, ja, erklärt uns doch mal, was ist mit der 187 auf sich halt. Ist das nicht irgendein Code bei der Polizei für, Gewalt, Straftaten oder Mord oder irgend sowas? Ich weiß es nicht genau. Richtig, äh, Kurzkode für Mord und wird dann, ähm, sozusagen gerne benutzt, um, äh, quasi, quasi Morde, anzukündigen. Es ist mir durchaus bewusst, dass es also bei uns im Stadtteil, ähm, und auch in der Stadt, eine, ähm, Sprayer-Gruppe gibt, die auch 187 sich selbst nennt. Äh, das kann ich aber deutlich voneinander abgrenzen. Also, ich wohne hier schon über 30 Jahre und, das nur dazu, ganz kurz. Ja, ja, James, du sagst jetzt hier, okay, das und das, äh, das können natürlich Hinweise sein darauf, ja, siehst du, da hast du es schon, brauche ich noch mehr sagen, Bullshit ist das, ja, aber ich will einen Beweis, weil, weil ich finde die Äußerung einfach total heftig. Verstehst du, weil ich stelle mir einfach die Frage, äh, bin ich vielleicht der Nächste oder sowas? Habe ich dann auch alles nur gefakt oder, was ist denn, ich wurde auch schon mit dem Tode bedroht von irgendwelchen Leuten oder zumindest mal ging es in die Richtung, ja, äh, und, ja, verstehst du, ich stelle mir das sehr heftig vor, wenn, wenn du Morddrohungen bekommst, wenn das denn tatsächlich so ist, wenn man Morddrohungen bekommt und dann hast du hinterher, nö, das hast du ja alles nur gespielt und man hat es dann aber vielleicht gar nicht gespielt. Verstehst du, was ich meine? Ich finde das sehr heftig und, verstehst du? Also, ich behaupte sowas nicht. Ich gehe nicht hin und, wenn ich das nicht weiß. Fast nix Morddrohungen, sie gibt es selbst zu. Also, habe ich dich da jetzt, vielleicht habe ich dich jetzt falsch verstanden, also, klug steht drin, gibst du selbst zu, dass du gar keine Morddrohungen gehalten hast? Dass das alles nur ein Fake war? Nein, das war kein Fake. Ich habe lediglich gesagt, dass mir bekannt ist, das hat mir noch jemand drunter geschrieben, äh, dass, äh, die 187 auch eine Sprayer-Gruppe ist, wie auch viele Tags verfasst hier bei uns in der Stadt, insbesondere auch im Stadtteil, dass mir das aber bekannt war, und da ich aber schon noch drei Tage länger hier lebe, im Umfeld, ähm, kann ich das sehr wohl unterscheiden, äh, ob das von so einer Gruppe kam, oder ob das von jemand anders kam. Okay, also, James Bond schreibt hier, äh, das ist eigentlich gerade ganz interessant, das ist keine Morddrohung, let's play, das ist Bullshit, das ist eine Sprayer-Gruppe, die Klugschitterin als eine Morddrohung auslegt, sie sagt das doch selbst, vielleicht kannst du das einfach nochmal, nochmal hier wirklich konkret auf den Punkt bringen, äh, nochmal was, was, was war denn da jetzt alles mit dieser Morddrohung, was, was hat das alles beinhaltet, oder wo wurde denn auch gesagt, wir töten dich, oder kannst du das vielleicht einfach nochmal auf den Punkt bringen, alles, damit man das hier nochmal, verstehst du, was ich meine? Ich weiß gar nicht, wie weit ich, äh, im Video habe ich, ähm, das nur sehr kurz und knapp formuliert, weil ich mir bewusst bin, dass die Person, ähm, die das, sagen wir mal, formuliert hat, möchte ich jetzt einfach mal vorsichtig ausdrücken, ähm, ähm, durchaus meine Videos schaut. So, und die erste Intention war, ähm, dieser Person Bescheid zu stoßen, dass ich das sehr wohl registriert habe, und, äh, es hat auch Wirkung gezeigt, so. Und was hat sich ereignet? Also, ich denke, die Zeichen sind eindeutig, wenn die Zahl 187, neben, äh, äh, dem Briefkasten, äh, neu, frisch aufgetragen ist, und dazu, äh, der Familienname auf dem Briefkasten ausradiert wird, also, vernichtet wird, für alle sichtbar, dann ist das, glaube ich, mehr als ein deutliches Zeichen. Und meine, ähm, ähm, das heißt, versuche ja, meine Unternehmung, meinen Namen, da wieder, äh, zu etablieren, und ich wohne in dem Haus, ähm, schon bald 20 Jahre, weiß also, dass es nicht aus dem Haus selber kommt, ähm, haben sich jedes Mal wieder, äh, zerschlagen. Also, das muss ich bis heute teilweise noch drei bis vier Mal am Tag machen. Ja, gut, aber du hattest doch in deinem Video erzählt, da war doch was, da war doch noch mehr. Da war doch nicht nur diese Zahl, sondern du hast doch irgendwie noch eine Botschaft erhalten, oder irgendwas war doch da, oder was hast du da genau erzählt? Ich habe gesagt, dass ich die Botschaft sehr wohl vernommen habe, ja, also wenn diese Zahl 187 direkt neben meinem Briefkasten aufgetragen wird. Okay, aber ich habe das so verstanden in deinem Video. In einer unmittelbaren Form für diese Sprayer-Gruppe. Okay, ich habe das, ich hatte das in deinem Video so verstanden, das ist ja gut, dass du jetzt live hier bist, ich hatte das in deinem Video so verstanden, dass es da irgendwie noch eine Botschaft gab, was dir auf ihn gewiesen hat, dass dann, äh, sich herausstellen wird, dass die 187 nicht nur das bedeutet, sondern, nee, ich habe gesagt, wenn ich hier, äh, nicht mehr poste, täglich auf Gap oder auf, äh, dann wisst ihr, dass diese, ähm, dass das eben kein Fake war, sondern, ähm, ein realer Mord, eine reale Mordandrohung. Ja. Können wir das vielleicht nochmal gerade, können wir das vielleicht einfach nochmal gerade doch, es war ja nur am Anfang vom Video, wo du es erwähnt hast, können wir das vielleicht einfach gerade hier nochmal abspielen, dass wir es nochmal in der Sendung haben. Kannst du das machen, weil ich habe ja eh keinen Zugang drauf. Ich hatte vielleicht mal gerade, nur, dass wir das einfach nochmal gerade hier, damit es auch keine Missverständnisse geben. Muss, da muss ich mal erstmal suchen. Warte mal, ich muss erstmal auch mal meinen eigenen Kanal aufmachen. Nein, aber ich dachte, Toni, du kannst vielleicht gerade das abspielen. Ja, wenn ihr das da habt, dann macht ihr das. So, da, Toni. Warte, warte, warte. Ja, ich bin noch da. Hast du es? James, bitte erkenn die Muster. Es geht hier nicht darum, dass wir keine Muster erkennen oder dass wir uns da irgendwie verweigern wollen. Es geht hier einfach nur, wir wollen ja Fakten haben. Moment, ich suche es gleich raus und schicke ich euch den Link über den Chat. Dauert einen Moment. Bus fährt wieder vorbei. Die Leute kommen nach Hause. Es wird dunkel. Welches Video war denn das? Ach komm, lade doch mal. Da ist es. Ich mach's eben auf. Moin. Stopp. Ja, meine Botschaft war weg. Stopp, 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 stopp. Teilen. Und ich poste euch das jetzt eben in den Chat. Und es ist ja gleich am Anfang, ne? Ja, mach einfach mal. Wo seid ihr denn? Hier bist du stumm geschaltet. So. Hier hast du den Link. Hallo. Ja, da ist er. Das sind ja nur die ersten zwei Minuten oder so. Ich mach mal mein Mikro aus. Ja, Toni, kannst du das gerade mal abspielen, dann. Langsam, langsam. Ich bin nicht so schnell. Ich war gerade bei Numerologie, ja. Das müssen wir dann mal durchgehen. Das finde ich total geil. So. Ich weiß gar nicht, was ihr da jetzt wollt. Moin. Ja, eine Botschaft vorweg an die Person, die mit einem erdigen 187 in einem Treppenhaus verewigt hat und einen Namen von einem Briefkasten abgekratzt hat. Wenn ich nicht mehr online poste, wird jeder betrachten, dass 187 keine Verschwörungstheorie, sondern eine Mordandrohung diesmal im echten Leben bedeutet. Täter, Verantwortliche sind in meinem Umfeld zu finden. Ja, äh, gap.ai. Ja, die Werbung nehmen wir auch noch mit. Ihr habt das gehört, ja? Ja. Ja, also ich finde das nicht irgendwie, ja. Wie hättest du das auch, Tony? Also ich hatte das so oft gefasst, als ob es da irgendwie eine Botschaft gegeben hätte. Also Täter sind im Umfeld zu finden, bla bla, und es ist dann nicht nur die Zahl, sondern dann ist... Nein, nee, das sehe ich nicht so. Wie hast du das aufgefasst? Also ich habe das genau so aufgefasst. Ich wusste nicht, dass die 187 diesem Polizeicode da entspricht. Ja, das ändert natürlich alles, aber unabhängig davon wusste ich, dass diese Nummer und auch das Abkratzen im direkten Zusammenhang steht. und das ist für mich eine eindeutige Drohung, vor allem, wenn das der Name immer wieder weiter abgekratzt wird. Das ist, dass das, wenn das so ist, dann ist das das Agieren der Linksfaschisten, ja, und das ist eine Morddrohung für mich. Ich würde das genauso empfinden, wie Klugschiederin das dargestellt hat. Und für mich, auch unabhängig davon, dass ich nicht wusste, was die 187 bedeutet, war das für mich kein Hinweis auf eine weitere Geschichte oder so. Für mich hat das alles diesen Zusammenhang gegeben. Was für mich bei der Geschichte von JB da interessant, was ich in dem Zusammenhang interessant fand, dass es halt eine kurze, knappe Ansage ist und dann ein QAnon-Video kommt, ja. Aber, wie gesagt, wir machen das genauso, wenn man irgendwie einen wichtigen Auffänger hat, dann bringt man ein Thema hintendran, was man selbst für wichtig erachtet. So, und ja, es ist ziemlich, für mich gibt es keinen Grund, das so bei der Klugschiederin in Frage zu stellen. Wenn mir das passiert wäre, so wie sie es beschrieben hat, würde ich auch von einer Drohung ausgehen, oder Drohung, ja. Naja, also man geht ja, es kann ja alles sein, man geht aber halt prinzipiell mal vom Schlimmsten aus und hofft das Beste natürlich, aber man denkt sich, das könnte ja schon, ja. Wobei ich jetzt dachte, das wäre irgendwie noch deutlicher gewesen. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, für mich hat sich das halt irgendwie so angehört, als ob da, also so Klugschiederin, als ob du da irgendwie was vorgelesen hättest, dass Täter im Umfeld zu finden, blablabla, als ob das quasi eine Botschaft wäre. Ich weiß nicht, warum ich das, deswegen ist ja gut, dass wir drüber sprechen halt, aber ich hatte das trotzdem irgendwie so aufgefasst halt. Aber dennoch, dennoch, wie gesagt, auch wenn du nur diese Zahl hast oder was, also du weißt es halt nicht, du kannst es halt nicht wissen und es kann tatsächlich eine Morddrohung sein. Na zumal, ich lebe ja auch sozusagen in der Hölle des Lügen, also mitten in Kreuzberg, direkt am Gurli, da sind mir auch zum entsprechenden Zeitpunkt einige Leute in bestimmten Chats begegnet, obwohl ich da nichts gepostet habe, die offensichtlich gewusst haben, dass ich mir da Streams angucke und die mich direkt angesprochen haben. Und dann weiß ich eigentlich schon aus welcher Ecke das kommt. Ja, damit lebe ich jetzt hier halt aber schon ein paar Jahre nur, dass es so krass wird, da habe ich gedacht, okay, das Einzige, was ich machen kann, ist letztendlich das zu veröffentlichen und mehr kann ich eigentlich nicht tun. Weil wie gesagt, wenn du Polizei rufst oder so, kriegst du höchstens einen auf den Deckel, warum dein Namenschild nicht regelmäßig ersetzt wird. Wenn du sagst, du machst das trotzdem, ja, dann müssen sie sich bei der Hausverarbeitung beschweren, dass hier Leute illegal ins Haus reinkommen. und das ist in einer Stadt wie Berlin, wenn man nicht am Stadtrand wohnt, eine Illusion. Da kriegt jeder die Tür auf und wenn er von hinten reinkommt oder, ne. Mich würde mal interessieren, du hattest es mal im Chat erwähnt, in der Sendung, diesem Einbruch, was war da eigentlich nochmal genau, dass wir das auch nochmal gerade auf den Punkt bringen, was war da genau passiert? Und es gab ja auch eine Androhung vorher oder wie war das eigentlich? Ja, was ist passiert? Also letztendlich, ja, ich hätte ja jetzt schon im Vorfeld beschrieben, wie die Situationen phasenweise in Treppenhäusern sind in der Stadt. Ja, und der Einbruch hat sich so ereignet, dass man im Grunde genommen eine Tür-Sachbeschädigung gesehen hat, also es war ein versuchter Einbruch. Wir haben dann wohl gemerkt, okay, es sind hier mehr als ein Mensch in der Wohnung, also noch zwei Vierbeiner, da haben sie wohl nicht weitergemacht und daraufhin, als ich dann die Polizei angerufen hat, haben die gesagt, ja, was wollen wir jetzt, was wollen sie jetzt, was wir hier machen? Wir haben ein paar Einbruchsspuren, das haben wir täglich, sie können keine Täterbeschreibung liefern, das wird nicht weiter ermittelt. Ja, stehst du da, ne? Hat es da jetzt, hat es da jetzt vorher nochmal eine Ankündigung gegeben, weil das weiß ich nicht mehr genau. Also, wir brechen demnächst ein oder es wird was passieren? Das war, das war, im Zusammenhang mit kurz nach dem Video, was ich gemacht hatte, denk an deine Tochter. Ja? Das fand ich dann auch schon ein bisschen beunruhigend. Gut, da ich aber weiß, in welchem Milieu ich hier quasi lebe, habe ich gedacht, okay, es kann auch ein Zufall sein, wobei es relativ aufgeschlossen ist, ist, weil wir hier unten schon sozusagen echte Gatekeeper haben. Wir haben Späti unten im Haus und die passen halt höllisch auf, dass hier kein Unbefluchter ins Haus reinkommt, solange die da sind, weil die selber Angst vor Einbruch haben. James, man schreibt hier was. Er wurde schon beantwortet, warum sie diese QAnon-Psy-Op propagiert und ihre Aussage, es braucht Gatekeeper. Falls nicht, würde ich diesbezüglich auch gerne eine Antwort haben. Kann ich noch mal gerne für ihn wiederholen, wenn er das möchte. Ja, kannst du ja gerne noch mal kurz zusammenfassen. Also, für James Bond noch mal, ich beschäftige mich gerne mit der Q-Recherche einmal, um einfach zu erfahren, wie die, also was für Botschaften dahinter stecken, in welche Richtung das geht und in welche Richtung man versucht, bestimmte Gruppen zu forcieren und meine Hauptmotivation, warum es mich begeistert, warum es mir Spaß macht, ist, dass ich eben festgestellt habe, dass über diesen Livestream von den Patriot Soapbox, Livestream 24-7, sich unheimlich tolle Leute teilweise zusammen gefunden haben, die rund um diese Q-Recherchen und Q-Themen eben auch viele andere Themen ansprechen, die direkt damit eigentlich nichts zu tun haben, wo sie anfangen, sich zu organisieren, sich auszutauschen, sich überlegen, wie man vorgeht und so weiter und so fort und das Ganze eben auch durchaus Q-kritisch und eben auch durchaus Trump-kritisch und das finde ich eben sehr spannend, das ist etwas, was es mir angetan hat, was ich auch sehr wichtig finde, gerade weil ich der Meinung bin, dass man feststellen kann, dass während man vorher immer so eine Abfolge hatte, wir haben Ereignisse, die lanciert wurden in den USA im politischen Bereich und dann hat man die versucht, nach Europa und nach Deutschland zu übertragen und jetzt ist man meiner Meinung nach versucht man eben hier eine zeitgleiche Schiene zu erstellen und meiner Meinung nach eben gerade auch mit Q. Zumindest werden es einige Kräfte versuchen. Ich bin aber insgesamt eigentlich davon überzeugt, dass die meisten Leute da mit guten Absichten an die Sache drangehen. Und dann vielleicht gerade nochmal die Aussage, es braucht Geldkeeper, vielleicht auch nochmal kurz dann erklären, dann haben wir es ja. Okay, es braucht Geldkeeper, weil, ich versuche es mal ganz kurz zu fassen, es ist nichts so beschissen, dass es nicht zu irgendwas taugt, das heißt also selbst Leute, die offensichtlich den Vorsatz haben, dass sie Leute abhalten wollen von weiterer Erkenntnis, vom Leiter sich auf die Suche machen, nach den eigenen Schlüsselstellen, wo sie vielleicht wach werden, dass sie vielleicht bei vielen doch einen Anstoß erregen, gerade durch ihre Versuche, die Leute festzuhalten, sich woanders umzuschauen und die treffen dann vielleicht auch die richtigen Leute, weiß ich nicht, wie, Toni, wie, was weiß ich, wer. Und die verschiedensten, die verschiedensten Abstufungen finden wir ja, deswegen, ja, auch grundsätzlich deshalb, weil ich eben der Meinung bin, jeder kann tun und lassen, was er möchte und veröffentlichen, was er möchte, da verurteile ich die Leute nicht, denke ich, können sie was Gutes haben, ich habe allerdings die Befürchtung, dass viele von ihnen versuchen, wie gesagt, die Leute aufzufangen und abzuhalten, sich weiter zu organisieren, weil eben gerade bei vielen Portalen, ich nenne jetzt mal keine Namen, sich die Sachen, die Themen doch immer wieder im Kreis drehen, wenn man da nicht irgendwie weiter in die Tiefe geht. Ich glaube, habe ich soweit alles gesagt oder fehlt noch was? Was vielleicht tatsächlich unklar sein könnte noch für den einen oder anderen, du sagst ja, nichts ist so schlecht, dass es nicht doch noch irgendwie einen positiven Nebeneffekt haben kann. Also es könnte zum Beispiel sein, dass jemand, dem passiert vielleicht ein Verkehrsunfall oder so und dann hat das aber trotzdem irgendwie was Positives oder so. Da kommt vielleicht eine Polizistin, die nimmt das auf, der verliebt sie in die Polizistin, die heiraten oder sowas, was weiß ich. Nur das ist ja eine Sache, verstehst du, weil vielleicht für den einen oder anderen unklar sein könnte, ist halt die Sache, dass das ist halt klar, man kann immer noch aus Scheiße Geld machen oder irgendwie immer noch was Positives daraus ziehen. Ich probiere das auch so zu machen, aber die Frage ist, braucht man denn dann unbedingt einen Verkehrsunfall, um eine Frau kennenzulernen, um sie zu heiraten oder was? Verstehst du, was ich meine? Ist das so, dass, weil das ist ja, du sagst ja, es braucht Geldkeeper, es ist ja nicht so, da sage ich auch, das kann immer noch irgendwie einen positiven Nutzen irgendwie haben, warum auch immer, ja, sogar, wenn Olli gesagt hat, wählt ihr AfD, so, ja, das kann irgendwie noch einen positiven Nutzen haben, ja, in gewisser Weise, was auch immer, das sage ich ja, aber ich sage ja nicht, nur ich sage halt nicht, das kann auch für Unklarheiten sorgen, dass man das jetzt unbedingt braucht, verstehst du, was ich meine? Weil das ist ja eigentlich eine Sache, wo ich sage, nee, das brauche ich gar nicht, ich brauche gar keinen Verkehrsunfall, aber es kann eine positive Nebenwirkung haben, aber ich sage ja nicht, dass ich das brauche, weil brauche heißt ja, ich brauche etwas zu essen, das ist ganz wichtig, ich bin zwar hungrig, oder ich brauche Luft zum Atmen, sonst sterbe ich oder sowas, brauchen ist ja schon was, was einem schon ganz, ganz wichtig ist, dass man das hat, wenn man das nicht hat, dann schlecht, weißt du, was ich meine? Also gut, dann habe ich aber auch da vielleicht den Punkt vorhin gar nicht angesprochen, fällt mir gerade auf, oder das nicht deutlich genug gesagt, jeder, jedes Individuum lebt in seiner eigenen Realität und in seiner eigenen Welt und hat unterschiedliche, ähm, Trigger, wo, wo, wo ein Mensch ansetzt, um, um sich angezogen zu fühlen, sich mit Themen auseinander zu setzen. Und auch unterschiedliche Trigger, zusätzlich natürlich noch, ähm, wo man, ähm, sag ich mal, so den Moment hat, wo man anfängt, seinen Kopf aufzumachen, mal nachzudenken und sich Fragen zu stellen. Und dafür, ähm, denke ich, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man Gatekeeper hat, wo eigentlich allgemein bekannt ist, wie die so mit den Themen umgehen, welche Themen sie abdecken, wie weit das geht, dass man dann halt mit den Leuten, die drauf stoßen und man sich darüber unterhält, und dann entsprechend eben halt auch mal durchaus sagen kann, du, sehe ich komplett anders, mir bringt es nichts, ich würde dir das und das mal empfehlen oder denk mal da drüber nach. Dass du also im Grunde genommen schon so eine gewisse Kanalisation hast von bestimmten, sogenannten freien Medien, ja, laut, laut dieser Versammlung da, ähm, wo du sagen kannst, du hast einen Fundus, darauf kannst du dich berufen, dass es einigermaßen, äh, übersichtlich über diesen Themenbereich und da kann man anknüpfen in dem Gespräch, ja, also ich glaube, dass wenn jemand noch nie was von Transgender oder sowas gehört hat, dann dürfte es ziemlich schwierig sein, äh, mit dem, darüber positiv in Gespräch zu kommen. Das kann natürlich auch sein, dass man mit einer direkten, äh, Sache da sofort den Leuten kleinen Schock verpasst, einen Elektroschock und dann gehen sie in die richtige Richtung, aber, ähm, ja, ich halte von Guttreibern nicht viel. Doch, kann sehr sinnvoll sein, ja, aber das ist eben immer vom Individuum abhängig. Wenn ich so ein zaghaftes Mäuschen vor mir habe, äh, weiß ich nicht, ob dann so eine Schocktherapie wirklich, ähm, gesund für die ist, ob die dann nicht zusammenbricht und dann an sich selber zweifelt und sich einliefert, dann hätte ich das Gegenteil von dem erreicht, was ich für, für erstrebenswert halte. Ja, aber das Problem dabei ist doch, dass, äh, hier das, äh, unmittelbare Verantwortungsprinzip völlig verkehrt wird, ja, und, äh, jeder, der Informationen teilt, der etwas sagt oder ein Lied singt oder was auch immer, äh, äh, ist zwar für dieses sogenannte Veröffentlichung Öffentlichen, äh, verantwortlich, in Anführungsstrichen, ja, aber was dann der, ja, also der Empfänger, äh, bestimmt die Botschaft, ja, das ist, richtig, ja, aber ich, ich hab doch nicht das, man kann doch, man kann doch jetzt nicht einfach sagen, okay, äh, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass zart beseitete Leute, äh, da eventuell, äh, einen Nervenzusammenbruch bekommen, ob diese Erkenntnis, das ist doch, das ist doch wirklich, äh, das ist doch Hanebüchen. Nein, das, nein, 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 also das habe ich jetzt vielleicht nicht richtig rübergebracht. Was ich meinte ist, dass ich, äh, Gatekeeper da in dem Moment positiv finde, wo man gewisse, wo man einfach weiß, was die für Themenbereiche abdecken. so, und, ähm, für da, da ist es sicherlich sehr sinnvoll, wenn einige Leute, je nach Konstitution, äh, sich langsam vortasten. Und wenn ich mich im Gespräch befinde mit jemandem, und, ähm, den einschätze, als eine labile Persönlichkeit, und dem ein Hammer vor den Kopf haue, dann habe ich eine Wahrscheinlichkeit, die relativ hoch ist, dass ich da das Gegenteil von dem bewirke, was ich eigentlich möchte. Nichts weiter war meine Aussage. Ja, äh, natürlich, äh, hab ich, wenn ich direkt im persönlichen Umgang mit jemandem spreche, eine Verantwortung auch. Ja, ich kann auch mit Worten jemanden fertig machen. Und, äh, das ist nicht mein Ziel. Also, halte ich für kontraproduktiv. Natürlich, wenn einmal der Kragen platzt, das kann alles mal passieren, soll man auch nicht so tragisch nehmen, aber, ähm, das sozusagen, auch dann zu tun, wenn man selber Zweifel hat, ob der andere damit, äh, so umgeht, dass man ihn nicht schädigt. Weiß ich nicht. Also, da bin ich woanders. Das ist aber unzählig. Man kann niemanden mit seinen Worten schädigen, ja. Also, entweder du, 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 du schläfst dich einer Diskussion, ja, und bist bereit, dir das auch anzuhören, oder, oder du tust es eben nicht. Egal, wie, egal, wie du Sachen veröffentlichst, ob über ein Video, oder ob du das auf der Straße sagst, jeder hat die, die, die Entscheidung, die, die, die Möglichkeit, genau am Beispiel Walle kommt das sehr schön rüber, äh, wo ich ja auch schon durchgegangen bin, dass die Leute jederzeit, äh, niemand ist gezwungen, sich, sich meine Sachen anzuhören. Und wo kommt man denn dahin, dass ich meine, äh, meinen eigenen Anspruch an mich und an die Wahrheit, äh, da irgendwo, äh, mich an irgendetwas anpasse, ja. Das, das hat, das war noch nie so. Das funktioniert einfach nicht. Doch, ich mache das durchaus mit Vorsatz, und zwar einfach, ähm, schon dann, wenn ich im Beruf fertig bin und mit Leuten ins Gespräch komme, das passiert relativ häufig, dann auch mal von ab, also ein bisschen ab vom Thema, von meiner Profession sozusagen. Und, äh, ich habe da schon Situationen, wo ich merke, dass ich auf Leute einen Einfluss ausüben kann. Und da überlege ich mir schon sehr stark, ähm, natürlich immer, versuche ich immer, das zu nutzen, um die Leute dann auch mal anzuschubsen, aber ich überlege mir schon sehr stark, ähm, von meiner Menschenkenntnis her, ob das, was ich ihnen vermittle, ob das auch eine Chance hat, ähm, zu landen oder nicht. Ja, ich glaube, die Selektion wird jeder irgendwie, ähm, für sich vornehmen. Ja, und, wenn ich, wenn ich versuchen möchte, den Leuten, also, die, die Leute zu öffnen für bestimmte Themen und weiß, ich bin jetzt gerade in einer perfekten Situation, wo die offen sind, wo die eigentlich alles annehmen, dann werde ich sicherlich das wählen, was ich glaube aus dem Gefühl heraus, aus meinem Eindruck heraus, aus meiner Einschätzung heraus, bei denen am besten wirkt. Ja, ähm, ob sie das dann wirklich auch annehmen, ob sie das umsetzen, das steht natürlich in deren Verantwortungsbereich. Aber ich habe ja sozusagen auch eine Möglichkeit, ein bisschen abzuschätzen, wie weit kann ich, äh, so eine Situation nutzen, um bestimmte Themen anzusprechen. Und, wie weit ist der Mensch überhaupt in der Lage, das, was ich sage, zu, aufzunehmen. ja, ich spreche auch durchaus mit, mit einigen Leuten, ja, über diese Themen und mit anderen Leuten über jene. Und versuche aber trotzdem über, egal welches Thema, ich spreche immer darauf zu kommen, letztendlich auf die eigene Entscheidung, auf, ja, Hierarchielosigkeit, Abwesenheit von Hierarchie. Und es ist aber auch eben immer davon abhängig, wie ich dem anderen gegenüber trete. Und ich habe da eine Verantwortung, also das ist mein, ergibt sich allein schon aus meinem Glauben heraus. Das hat aber nichts mit Bevormundung zu tun, sondern, ähm, aus dem Bewusstsein heraus, dass ich eigentlich nur ein Angebot machen kann. Und das versuche ich natürlich, dann wieder quasi kapitalistisch, so, ähm, attraktiv wie möglich zu machen, dass die Leute mir das auch abkaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und auf nichts anderes bezieht sich das. Und auf nichts anderes bezieht sich für mich auch eine positive Funktion von, von Gatekeeper. Ja, über die negativen hatten wir vorhin, denke ich, ausreichend gesprochen, waren, waren uns da auch alle einig. Ja, die Hauptfunktion, die halt darin besteht, die Leute eben zu bremsen und zu sammeln. Also, ich bin da in keinster Weise einig mit dir. Also, ich sage nicht, dass wir Gatekeeper brauchen und ich sehe auch nicht, dass wir da, da ist Null Einigkeit, also 0,0 gar nichts, weil ich finde nicht, dass das, also ich sehe da auch eine große Diskrepanz, weil ich, also es kann, es kann, es kann, es kann, okay, sag ruhig, sag ruhig. Also, ich sehe das überhaupt nicht so. Es gibt für mich und sicherlich auch für Let's Play so keiner, keinerlei Rechtfertigung für Täuschung, ja, das, es tut mir herzlich leid. Das ist das, was, also, ich lege da mittlerweile eine Konsequenz an den Tag. Die, die mögen viele nicht, viele können das auch nicht nachvollziehen und die verstehen das nicht und so weiter, aber ich habe halt gemerkt, ich bewege mich, ich bin Wahrheitsaktivist, ja, ich habe jetzt Friedensaktivist angefangen und bin Wahrheitsaktivist geworden und die Erfahrung, die ich damit gesammelt habe, ist eher so, dass man die Leute grundsätzlich immer falsch einschätzt, ja, egal, wie lange du mit denen zu tun hast oder ob es eigene Familie ist oder spielt überhaupt keine Rolle, du hast keine Ahnung, was das für Menschen sind, was sie für Ängste mit sich rumschleppen, was sie für Gedanken haben und so weiter. Du kriegst immer nur einen kleinen Ausschnitt über ihre Kommunikation und ihre Körpersprache. Für meine Begriffe deckt das einen Anteil von ungefähr 5% ab. Alles andere ist emotional, Rhetorik, Körpersprache und so weiter. Das ist, ja, aber 90% erschließen sich dir gar nicht, ja. Im Prinzip ist es so, dass man eigentlich von seinem Gegenüber sich nie richtig ein Bild machen kann, ja. Und gerade diese Kategorisierung und Klassifizierung und das Anpassen an diese oder die Versuche, sich an irgendwas da anzupassen, scheitern halt. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass gerade bei Menschen, die ich halt völlig anders oder als nicht bereit für irgendwelche Themen eingeschätzt hätte, dass gerade bei denen der Effekt dann auch noch kompensiert wird, dass die Leute, wenn die wirklich über Täuschung, sich dieser Täuschung stellen, ja, dann ein wirklich wertvolles Fundament gelegt ist in den Menschen, ja. Das ist das, was ich, was ich, äh, und das hat nicht nur mit der Öffentlichkeitsarbeit zu tun, sondern das ist hauptsächlich geprägt von der, von der Straße, ja, wie die Leute auf der Straße unterwegs sind. Ich bin da in viele Konflikte reingerutscht, ja, äh, und hab da aber massiv draus gelernt, richtig lernt. Man lernt nur aus dieser, aus dieser Konfrontation und aus dieser Reibung, ja. Und gerade von den Leuten, von denen ich gedacht hätte, ja, da ist Hopfen und Malz verloren, äh, die sind, das sind dann meistens die Charaktere, die sich dann in wirklich äh, Richtungen entwickeln, von denen man selber, äh, nie gedacht hätte, dass, dass sich das dann mal so entwickelt, ja. Also, ich sehe da wirklich eine riesengroße Diskrepanz, aber ich bin wirklich froh, dass wir, dass wir das, äh, dass wir das mal ausdiskutiert haben, ja, dass das jetzt so steht, kann sich jeder angucken und so weiter. Und, ja, das ist das, was ich unter einem kritischen Dialog verstehe, finde ich super, ja. Also, was ich noch hinzufügen wollte ist, äh, warte ganz kurz, was ich noch hinzufügen wollte ist, wie ich ja vorhin gesagt habe, dass das schon irgendwie dann doch noch, äh, weil alles Negative kann irgendwie doch noch irgendwo einen positiven Effekt haben. Ich meine, das, das sage ich auch, natürlich, das kann auch bei ganz, ich habe ja vorhin das Beispiel mit dem Verkehrsenfall genannt oder so, ja, äh, das stimmt schon, aber ich bin meilenweit davon entfernt zu sagen, das brauchen wir jetzt, ne, oder ich empfehle den Leuten, oder sollten mehr Leute Verkehrsenfälle bauen, vielleicht verlieben sich dann in eine hübsche Polizistin und heiraten die oder was auch immer, ja. Äh, also da bin ich, ich bin da wirklich gut, der Vergleich hinkt jetzt natürlich, ja, aber ich bin da wirklich weit, ich bin ganz, ganz weit davon entfernt zu sagen, weil ich finde mich, dass das, äh, der Schaden, der vielleicht dadurch angerichtet wird oder, oder die, wie Leute ausgebremst werden oder wie, wie Kleber oder so, sie kleben da fest oder so, ne, äh, der ist für mich viel, 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 viel größer oder einzuordnen als das, was vielleicht doch auch mal positiv hervorkommen kann da, ne, also das, so sehe ich das halt, ja, dass das einfach, dass es überhaupt in keiner Relation steht, also für mich zumindest mal, ich sehe das so, aber, genau der Punkt, den ich vorhin eben auch meinte, also das kann ich eben nicht abschätzen, ich habe bei bestimmten, ähm, Geldkiefern durchaus, eindeutig den Eindruck, dass da mehr Bremsen und Abfangen und Behindern, als Ziel im Vordergrund oder zumindest als Effekt, sagen wir mal, als Effekt im Vordergrund steht, ich denke leider auch als Ziel im Vordergrund steht, äh, äh, als dass man, äh, da sagen kann, es macht Sinn, dass da Leute mal vielleicht dran vorbeischmuppern und sich dann für mehr interessieren. Es gibt aber unter diesen Geldkiefern, denke ich, durchaus auch Figuren, wo sich das hier wahrgehält. Oder vielleicht sogar, ähm, überwiegt, dass die Leute einen positiven Anstoß bekommen. Ich möchte mal kurz auf das, was Toni sagte, ähm, eingehen, was er da angeschubst hat, genau, ähm, also, genau, Stichwort anpassen. Ähm, das sehe ich eigentlich, also, ich würde das, was ich versuche, oder worum ich mich bemühe, sagen wir mal besser, ähm, ist nicht, dass ich mich versuche anzupassen, sondern ich versuche bestimmte Situationen, gerade auch, wenn ich im Beruf bin, ähm, zu nutzen. Wenn ich merke, dass da vielleicht eine Lücke sein könnte, wo ich mal ganz locker versuche, so ein Thema anzuschubsen und vielleicht einfach mal ein paar Stichworte fallen lasse, um zu gucken, um die Leute mal abzuklopfen. Ja, gut, aber das hat man ja, aber das hat man ja vorhin gehabt, ne, das habe ich dir auch gesagt, dass zum Beispiel im Real Life oder sowas, wenn jetzt mit jemandem, der sich noch nie mit irgendwas befasst hat oder sowas, aber dass das doch ein Unterschied ist, wenn du individuell mit jemandem sprichst oder sowas, ja, oder mit jemandem zu tun hast, dass das doch was anderes ist, als wenn du irgendwie Massen erreichst oder hunderttausende Leute oder was, ne, und dann für alle den Bullshit, daraus laberst, obwohl, obwohl da vielleicht viele dabei wären, denen es echt was bringen würde, ja, wenn sie die volle Wahrheit erfahren würden und nicht nur häppchenweise, also ich glaube einfach, das versteht euch mal. Aber deswegen habe ich es da eben auch abgegrenzt und habe das Beispiel jetzt genannt, wenn ich also arbeite, ja, dass ich dann in solchen, weil das ist das, woraus sich überwiegend mein Leben zusammensetzt, ja, dass ich versuche, das, was, ich versuche ja hier, mich so ein bisschen in meinen Videos manchmal abzureagieren oder mal irgendwie was zum Thema beizutragen, auch für meine eigene Gedächtnisstütze oder was auch immer, dass ich aber versuche, das in mein echtes Leben mit zu übertragen und da ist es halt nicht so, ich habe halt nicht den Vorteil, den Toni hat, der sagt, okay, er ist jetzt Wahrheitsaktivist und versteht das als seine Hauptaufgabe, auch in seinem Real Life und das habe ich einfach nicht, weil ich liebe meinen Beruf und ich will den auch nicht aufgeben, weil ich bin da einfach glücklich, das ist aber das, was ich schon immer machen wollte und ich kann es machen und bin da auch sehr kompromisslos sozusagen, was die Ausübung meiner Arbeit betrifft, für wen ich arbeite und so weiter und was ich tue, aber ich würde, wenn ich jetzt bekannt wäre als jemand, der wirklich so schocktherapie-mäßig Dinge ins YouTube Nirvana raushaut, würde ich meinen Beruf nicht mehr ausüben können. Ja, und es ist, glaube ich, relativ egal, in welcher Gesellschaftsform wir leben. Ja, das ist aber das Problem, ja? Nö, das ist kein Problem für mich. Das ist kein Problem. Sagen wir es mal so, Toni, es ist einfach so, jeder muss mit den, oder jeder sollte mit den Konsequenzen leben können, mit den Dingen, die er macht und man sollte sich das halt vorher überlegen, ja? Sie hatte sich halt vorher überlegt, welche Konsequenzen das haben kann und sie sagt halt eben, nee, bis zu einem gewissen Punkt ergehe ich da halt nicht, ja? Ja, das ist vielleicht besser so, als dann hinterherum zu jammern, dass man zum Beispiel keinen Auftraggeber mehr findet oder arbeitslos ist oder was auch immer. Verstehst du? Weil das hätte man sich ja vorher denken können, dass das vielleicht dann, ich weiß noch nicht, was du machst, Luxeiterin oder was, in diese Richtung gehen kann, ja? Und du hast halt vorher einfach entschieden, dass du das nicht, und ich habe jetzt auch nicht diese Erwartungshaltung, oder das ist auch, das kann ich auch gar nicht von jemandem erwarten oder das irgendwie fordern sogar oder sowas, ja? Ja, das muss einfach jeder für sich entscheiden können, also was macht der, was nicht, ja? Also ich sage mal ganz gut, wenn ich einen Beruf hätte oder einen Job hätte, wo ich sagen könnte, es ist mir eigentlich scheißegal, weil ich mache es eh nur für die Knete, ja, dann würde ich da wahrscheinlich sehr schnell sehr rücksichtslos sein, ja, weil ich es mir einfach leisten könnte und sage, mache ich halt irgendwas anderes. Das Problem ist halt einfach, dass ich meinen Beruf wirklich liebe und das ist quasi mein Leben, wenn man so will, und da gehe ich auch wirklich dran auf und da habe ich aber mich schon immer als sozusagen politischen Mensch auch verstanden, ja, und, ja, versuche da halt diesbezüglich die Leute durchaus mal ein bisschen abzuklopfen, den mal auf dem Zahn zu fühlen und, ja, aber nicht aggressiv halt, sondern einfach, ja, so, wenn ich merke, es ist eine sensible Situation, die könnten offen sein, einfach mal ein paar Stichpunkte fallen lassen, manchmal merke ich, dass die Leute dann auch untereinander anfangen plötzlich drüber zu reden und dann bin ich auch häufig überrascht, ja, aber... Also, ich würde das mal gerne trennen voneinander, ne, also, dass du natürlich, und ich sage dir ganz ehrlich, ja, dass ich in meinem Job vielleicht auch mal irgendwie nebenbei irgendwie was fallen lasse oder so, oder wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, das könnte irgendwie was bringen, aber da gehe ich ja auch nicht hin im großen Stil und will jetzt hier die Leute von irgendwas überzeugen oder sowas, mache ich auch nicht. Nur, das ist für mich noch mal, äh, wie soll ich denn das beschreiben? Äh, mh, zumal das ja im großen Teil nichts bringen würde, ja, äh, du merkst es ja, bei wem das was bringt oder was nicht, du kannst es ja irgendwann einschätzen, aber nur das, das ist ja das eine Ding oder sowas, ne, äh, ich glaube, das würde aber auch Toni wahrscheinlich nicht machen oder sowas, ja, wenn, 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 dann beruflich dann die Leute da, das ist doch klar, ja, das war das Toni, das machst du ja auch, Toni, das machst du ja auch in der Kneipe nicht oder so, wenn du mit Leuten sprichst, da gehst du ja auch hin und nicht aggressiv oder irgendwas, sondern einfach auch ganz normal, weil ich rede ja, das, das muss man schon trennen von einer Sache, die vielleicht, äh, das, was du beruflich machst, ohne jetzt da irgendwie, das weiß ich, so wie du es halt jetzt machst, aber das vielleicht durch die Videos, die du machst oder so, dass es da halt dann heißen könnte, du bist Reichsbürgerin oder du bist das und das und verlierst jetzt irgendwie deinen Job deswegen oder sowas, ne, das ist halt eher, das, das sind zwei verschiedene Dinge halt, ne, verstehst du, was ich meine? Ich kann das nicht ausklammern, dass das passiert, auch durch diese publiken Videos, die ich teilweise mache, äh, dass man mir solche Sachen, äh, nachstellt, aber da, denke ich, ja, habe ich eigentlich mir schon immer gut überlegt, äh, wie weit gehe ich, ja, also da trenne ich Kanal, äh, zum Beispiel komplett, äh, auch, ähm, vom Alltag zu leben, ja, die Schere brauche ich meiner Meinung nach durchaus im Kopf, ähm, aber was, ich meine, weißt du, ich habe teilweise Wochen, wo ich 60 bis 70 Stunden in der Woche arbeite, dann habe ich keine große Zeit um YouTube, ja, und, äh, dann ist die Quantität einfach, äh, meines Real Lives sehr viel größer, als wenn ich halt die Möglichkeit habe, mich regelmäßig irgendwie an YouTube zu setzen oder ins Netz zu gehen, und vielleicht ist es auch eher so, deswegen, warum ich ein bisschen, ja, einfach versuche, auch moderat mit der Situation umzugehen, weil meine Erfahrung im Real Life halt einfach die ist, dass ich damit erstaunlich viel, ähm, auch anstoßen kann, ähm, eben, was nichts mit meinem Berufsfeld zu tun hat, aber durchaus eben während meiner Arbeitszeit, und das finde ich irgendwie ganz spannend. Also was, was ich halt nur wichtig finde, dass das halt zwei verschiedene Dinge sind halt, ne? Und wer macht das denn so? Wer geht denn im Real Life hin oder sowas? Oh, guck mal, Toni ist ja auch jemand, der wirklich hier echt kein, kein Blatt vor den Mund nimmt oder sowas zum Beispiel, oder ich auch, ja, in der Sendung, aber selbst wir würden doch nicht hingehen im Real Life, da irgendwelche Leute, äh, das funktioniert ja auch gar nicht. Was, was soll das bringen? Verstehst du? Ja? Also das machen ja, das machen ja selbst wir nicht. Also dass da einfach klar wird, dass das einfach normal ist, dass man das ja so nicht macht, ja? Also das ist ja jetzt, du bist ja auch da jetzt keine, und selbst wenn das gar keine Konsequenzen für einen Job hätte, oder selbst dann würde man das nicht machen, weil das einfach kontraproduktiv ist. Das bringt nichts. Wie willst du denn die Leute da überfallen? Die haben sich noch nie mit irgendwas befasst oder so, und du kommst da jetzt damit, und das ist ja absoluter Blödsinn. Wer das, also wer das so macht, Leute, ich kann euch nur davon abraten. Also das, und ich will auch nicht, dass das irgendwie so verstanden wird, wenn, vielleicht versteht es der eine oder andere wieder falsch im Publikum, hier mit Schockstrategie oder sowas, also das meinen wir nicht damit, ja? Also einfach hinzugehen, jemanden zu überfallen oder sowas im Real Life, das ist eine Sache, die ist sowieso nicht anzuraten, Job hin oder her, ja? Das möchte ich auch nochmal, danke, dass es nochmal aufgegriffen heißt, ja? Also ich möchte auch nicht, dass das missverstanden wird, ja? Also es geht nicht darum, die Leute vor den Kopf zu stoßen, sondern es geht darum, die Leute davor zu bewahren, dass sie durch diesen Schockwirkung in die Angst zurückgehen und sich wieder verkriechen, sondern dass man das umdrehen kann, und die Wirkung dieses Schocks nehmen kann, um darüber hinwegzukommen, ja? Darum geht es. Und es stimmt, ich renne da draußen nicht rum und natürlich sucht man die Kontroverse, aber man bindet sie ja jetzt nicht jedem vermeintlichen Opfer da jetzt auf. Das habe ich auch nicht so verstanden. Ja? Ja, ich weiß, dass du es nicht so zu verstanden hast, aber die Gefahr ist halt einfach da, dass nicht nur das falsch interpretiert wird, sondern es wird ja auch, und das wissen wir ja von ganz bestimmten Leuten da draußen willentlich verdreht und in die Welt getragen, ja? Weiter verbreitet, schneiden hier irgendeinen Mist zusammen und so, ja? Ja, also da muss man einfach nochmal drauf dringen. Aus diesem Grund finde ich es auch super, dass ihr das nochmal jetzt gerade auf den Punkt gebracht habt. Es war aber auch mein Versuch, eben diesbezüglich nochmal zu sagen, gut, ich habe halt diese Möglichkeit nicht, so häufig sozusagen so eine Situation zu nutzen, wie du das gerade beschrieben hast, Toni, sondern ich habe halt eine andere Lebenswirklichkeit und versuche mich halt dann trotzdem, versuche halt trotzdem die Dinge irgendwie in mein echtes Leben auch angewandt mit reinzubringen und reinzutragen, weil sonst müsste ich mich ernsthaft fragen, warum ich so einen Kanal betreibe oder warum ich mich überhaupt damit beschäftige, ja? Ja, es ist also so, reines, eigenes Kopfkino ist ja auch irgendwie Käse, ja? Das brauche ich dann auch nicht, ich brauche kein Mensch, dann kann ich mich sozusagen löschen, wenn ich das nicht auch versuchen würde, in den Alltag reinzusetzen, aber wie gesagt, ich sehe sehr selten diese Chancen, bin vielleicht auch einfach, vielleicht ist es wirklich so, als Frau, dass man da komplett anders drauf ist, wenn man anders gestrickt ist, einfach wahrscheinlich auch geübter in anderen Strategien, ja? Gut. Was wäre denn zum Beispiel so ein Thema, was wäre denn so ein Thema, noch ganz kurz, was du sagen würdest, boah, wenn du das ansprechen würdest auf deinem Kanal, also dann könntest du deinen Job echt komplett vergessen? Also ich glaube, habe ich mir aber nicht überlegt, ob ich das aus diesem Grund noch nicht angesprochen habe, es war, ich hatte mir über Transgender-Geschichten eigentlich auch schon länger Kopf gemacht, ob ich das mal anspreche, aber irgendwie habe ich da nicht den Zubehang gefunden, um das zum Video zu verarbeiten. Ich glaube, das wäre exakt genau so ein Punkt. Ja, gerade mit meinem Umfeld, weil ich halt auch hier im Umfeld in der Hölle der Antifa-Löwen sozusagen lebe, wäre das wahrscheinlich ganz schnell ein Ding, wo ich wahrscheinlich platt wäre. Fällt mir jetzt so gerade ein. Das finde ich interessant, ja. Bei gerade diese Szene, sich halt diesen Toleranzbegriff diesbezüglich und vor allem diese ganze LGBT und Schwulen-Szene und so weiter, das fließt ja alles damit rein. Das sind ja eigentlich die Prinzipien, die sie selbst da irgendwie hochhalten. Wobei ich das reinkommen muss oder möchte, ich habe naturgemäß auch viel, viel mit Schwulen und Lesben zu tun, weil die hier halt eh leben, die haben damit, glaube ich, das wenigste Problem. Das sind halt bestimmte Polit-Truppen, die tatsächlich, und das würde ich so unterstreichen, dass es bestimmte Polit-Truppen sind, die eigentlich mit der Thematik sonst überhaupt nicht vertraut sind. Ja, das ist mit vegan und mit vegetarischer ähnlich, ja. Dass da auch eine Form von kontrollierter Opposition, vor allem in der Meinungsführerschaft, da aufgebaut wurde, was aber eigentlich mit der sogenannten Szene kaum was zu tun hat. Also diese Instrumentalisierung, ja, findet man überall. Aber da entdecke ich halt gerade den größten Widerspruch. Auf der einen Seite sagst du, dass mehr oder weniger, wenn ich das Thema einfassen würde, das ist zu heikel, ja. Und auf der anderen Seite ist es gerade diese Szene, die diese Geschichte da so pushen, ja. Ja, das habe ich mir gut vorgestellt. Ja, das geht ihm auch mal von der Kindness. Vielen Dank dafür sozusagen. Bestätigt eigentlich mein Bild über die Strategien, die angewandt werden, um die Leute mundtot zu machen und im Dauerschlaf zu halten. JB flippt schon wieder aus im Chat. Ich muss es mal mitlesen zwischendurch. Ich versuche ja halt bloß immer hin und her zu schalten, damit ich das Mikro ausmache, damit es nicht so schallt. Nee, aber das finde ich, ja, hätte ich jetzt selber nicht gedacht, weil das ist auch das, was spontan wirklich aus mir rauskam eben. Von den Themen, wo ich dachte, ich glaube, ja, das würde mir das Genick brechen. Ja, doch. Was schreibt er denn? Ludwig, lass die Finger, meine Finger in Ruhe. Du kannst nicht an die Teste tun. Ja, ist nichts Schlimmes, aber. Nee, ich würde es halt gerne lesen. Ich darf kein EFE, kein Transgender, keinen detaillierten Satellismus verbreiten. Oh, darf ich nicht. Also verbreiten, ich darf ja Kuh an und tie up. What the fuck, Leute, leckt mich da. Triggert mich schon richtig mittlerweile, ja. Das ist eine sehr schöne, polarisierende Sendung, ja. Ich danke allen Protagonisten, die dabei sind. Ja, ich versuche das nur noch mit Humor irgendwie zu nehmen, ja. Genau, genau. Let's play, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich habe gerade ein bisschen den Chat gelesen. Hox dann schreibt, was ist denn das für eine Logik? Dann macht man lieber gar keine Videos und stattdessen vorzuverbreiten. Was hat denn das Releaf damit zu tun? Dann macht man das eben anonym, wenn man Probleme befürchtet. Buhh. Euiuiui, let's play. Da kann ich mal kurz was dazu sagen. Ja, das Thema Anonymität, ja. Das habt ihr ja auch reichlich beleuchtet, auch mit all den negativen Auswirkungen von gewissen größeren YouTubern mit Anonymität und an Menschenrechte absprechen und so weiter. Das war die eine Schiene. Die andere Schiene ist halt einfach de facto, dass egal, ob ich jetzt meine Stimme zeige, so beim Gesicht wäre es natürlich noch schlimmer oder nicht. Wenn man in einer gewissen Dichte von politischen, gewissen politischen Truppen lebt, dann ist die Chance, dass man irgendwann geoutet wird, eigentlich nicht gering. Und dennoch nehme ich für mich in Anspruch, einfach frei Schnauze das zu machen, was ich machen möchte. Und ja, das ist jetzt halt ein Thema. Die Erkenntnis, weil ich mich da vorher einfach nicht mit auseinandergesetzt habe, gerade Transgender ist eigentlich das, was mir das Genick brechen könnte, ist jetzt schon wieder eigentlich was, was mich reizt. Weil ich das nicht dulde quasi, dass man mich deswegen irgendwie blockiert. Gerade für dich als Frau, ich habe das ja in meinem ersten Satanismus, Wege aus dem Satanismus-Video da ein bisschen transportiert. Also diese Absurdität der Oscar-Verleihung vor Best Female Actor, Actors in, klar, irgendwas. Ich kann es mir aber noch nicht mehr. International, irgendwas. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendein Frauenpreis. Und da sind halt nur Männer am Start. Das ist so die totale Verhöhnung. Auch von den Männern. Also dass sich Männer da hinstellen und sich als Frauen ausgeben. Also noch krasser ist es halt mit Run, Devil, Run. Das geht ja noch ins Blut. Und da springen wirklich, und das fand ich halt großartig von JB, dass er wirklich dem allerletzten Schlafscharf nochmal drüber geschrieben hat, dass das alles Männer sind. Und wenn man sich die Bewegung so anschaut, irgendwann sieht man das einfach nur. Also da können die Rundungen und die weiblichen Gesichter und die Schmenke einfach nicht mehr darüber hinwegtäuschen, dass da Kerle rumzappeln. Und ich finde das pervers. Entschuldigung. Und nicht ich bin der Kranke, der das feststellt, sondern in diesem Zusammenhang ist die Gesellschaft krank. Und alle mit, die meinen Ignorant da auch noch beiverklatschen zu müssen oder es noch geil finden. Erinnert mich gerade an was? Und zwar so an meine Oma, die ist schon ein bisschen länger tot sozusagen. Die haben sich früher unter den Weibern immer unterhalten. Mensch, die läuft ja wie ein Kerl. Und wie sieht denn die aus? Oder wie sieht denn der aus? Der benimmt sich ja gar nicht wie ein Mann. Echt, solche Gespräche gab es? Also ich kann mich an meine Jugendvetter nicht erinnern. Also nicht in meiner Generation, auch weniger bei meiner Muttergeneration, sondern bei meiner Großmutter. Die haben das noch echt immer auf dem Schirm gehabt. Das war ich nur mal so ein, fiel mir gerade ein. Also das ist mir durchaus präsent, wo ich damals gedacht habe, na dann lasse doch, da können sie ja nichts für. Ja, das finde ich schon ganz interessant. Da hat man ja damals in den Generationen noch drauf geachtet, dass eine Frau sich weiblich kleidet, aber nicht zu übertrieben schmissen. Ich muss auch sagen, da fließt noch viel, viel mehr mit rein. Zum Beispiel die Tatsache, dass hochhackige Schuhe, dass das sexy ist. Das ist konditioniert, das ist ankonditioniert. Das ist ein völlig unnatürliches Verhalten des Fußes, ja. Und so weiter. Und es hat aber einen satanischen Hintergrund, ja. So Lady Gaga und, du brauchst dann nur noch Lady Gaga auf diesen hohen Schuhen, ja, irgendeinen Model und dann machst du den Baphomet daneben, ja. So diesen Teufel auf Hörnern, ja. Und genau darauf ist es ausgelegt, ja. Und auch die ganzen Schminkgeschichten. Die Schminke, wird den Leuten draußen suggeriert, ist ein Mittel, um die Menschen halt noch schöner zu machen. Das stimmt nicht. Die Schminke ist erfunden und sie kommt auch aus dem Schauspiel, um zu verdecken, was man ist. Es ist eine Täuschung, genau wie eine Maske, ein Täuschungsmittel ist. Genauso ist es Schminke auch, um die Augenbrauen zu machen, ja. Also eine Erinnerung an meine Jugend, beziehungsweise das ist jetzt noch gängiges Bild, das war in der DDR sehr, sehr vertreten, auch als Schönheitsmöglichkeit, weil es halt nicht auf teure Schminke angewiesen war, sich die Augenbrauen als Frau dünn zu machen, ja. Das hat teilweise wirklich grauenvoll Effekte bei einigen Frauen gehabt und die Gesichter total entstellt, ja. Also für mein Empfinden damals schon, ja. Und das war aber, das konnte man halt machen, weil man braucht halt keine Schminke und so, ja. Und der Indikator ist aber ein ganz anderer, also nicht sich schön zu machen, sondern zu verdecken, dass es da einen Augenwurst gibt, ja. Das ist wirklich absolut erschreckend, wenn man da in die Tiefe recherchiert. Ja, die ganze Mode mit dem Korsett, das ist ein indoktriniertes Schönheitsideal. Und dem zugrunde liegt eine Täuschung, nämlich den S-kurvigen Frauenkörper für Transgender realisierbar zu machen, ja. Also, dass das nicht auffällt. Es ist wirklich völlig, ja, so, das hat umwälzende Einflüsse auf das Betrachten von ganzen Epochen, ja. Also von, oder von Stilmitteln oder von Kunst schlechthin. Die ganze Kunstszene ist durchsetzt von Satanismus. Der Kracher ist hier Picasso, hatte ich glaube. Pablo Picasso. Wenn man seine Bilder unter dem Trenny-Aspekt betrachtet und auch was satanische Symbolik angeht, entsteht eine völlig neue Interpretationsform von diesen Bildern. Und fragt euch mal, also ich frage jetzt mal Kunststudenten da draußen, spielt Symbolik beziehungsweise der zugrunde liegende Satanismus im Kunst- oder kunstgeschichtlichen Unterricht überhaupt eine Rolle? Ich denke nicht. Vielleicht gibt es da so ein paar Freaks, die sich darauf spezialisiert haben und so, ja, wo da immer was passiert. Aber, ja, also so, dass das wirklich ein tragendes Mittel ist. Ja, wenn ich mir die Architekten angucke, ich bin da sofort beim Volkslehrer, ja. Wie da Architektur umgesetzt wird, ja, dann passt das auch zur satanischen Agenda. Ja, es ist, ja, also ich kann nur empfehlen, diese Transgender-Geschichte, du findest sie überall. Du findest sie im Frauensport, ganz Olympia, ja. Also ich bin jetzt an diesem Eiskunstlauf-Pärchen da irgendwie dran, bin mir da aber noch nicht sicher. Und es ist absolut, ja. Das Grunde ist, finde ich, also von den Sachen, die du ansprichst, ich habe mir ja natürlich auch einige Videos zum Thema angeguckt, es sind keine neuen Themen, die mir nicht auch vorher sauer aufgestoßen wären, aber jetzt nicht in dem Zusammenhang so auf den Punkt gebracht, sondern einfach so Sachen, wo ich schon seit Jahren im Grunde genommen im Alltag gemerkt habe, wo mir Sachen sauer aufgestoßen sind. Also du sagtest, Augenbrauen dünne zupfen, das kenne ich auch noch aus der Generation meiner Mutter, wo ich gesagt habe, ja, und daneben lang die Augenbrauen dünn gezupft und jetzt hast du keine mehr und gehst dir die tätowieren oder wie. Oder auch diese ganze Rasurgeschichte, ja. Also du siehst ja heute nur noch glatt rasierte Männer und Frauen im Erwachsenenalter. Das geht in Richtung einer eindeutig Pädophilie attraktiv zu machen. Weil du hast ja im Prinzip, natürlich hast du sekundäre Geschlechtsmerkmale präsent, aber so dieses Styling, das geht ja wirklich so jung wie möglich, ja. Und das ist ja schon seit Jahrzehnten im Kopf der Leute. Bei Bart nimmt es noch ganz andere Züge an. Erstens mal ist es so, dass... Bei was? Bei Bertin, ja. Achso. Das finde ich auch unheimlich interessant. Auf der einen Seite ist es so, dass Bertige generell ja immer auch als die Verschrobenen so ein bisschen dargestellt werden. Und auf der anderen Seite hast du diese Hipster-Entwicklung. Und diese Hipster-Entwicklung passt komplett in die Trainingagenda rein. Weil diese ganzen Hipster eigentlich alle Ladies sind, ja. Also man erkennt Stück für Stück, mit was für einer Verhöhnungsintention das umgesetzt wird, ja. Es ist wirklich der absolute Hammer, ja. Also diese ganzen Models, weil die ganze Modelszene nicht nur bei den Frauen, auch bei den Männern ist transgendert. Und diese ganzen Barträger, und gerade auch bei Schauspielern ist das so, da gibt es auch viele, die offensiv den Ein-auf-Barträger machen. Aber ich sage nur Tom Selleck, ja. Sag mal, Toni, wie schätzt du denn das ein, diese Hinwendung zum Attraktiv-Finden von spindeldürren Frauen? Das hat ja eigentlich nicht erst in den 60ern stattgefunden, sondern das hat ja schon mal vorher in den 20ern stattgefunden, wenn ich mich recht entsinne. Stimmt das? Das weiß ich gar nicht so, aber das kann durchaus sein. Weil dieses Schönheitsideal hat einen ganz anderen Hintergrund, nämlich auch, was bin ich sofort bei der Transgender-Agenda, nämlich die MTF-Trainees. Also es gibt ja die Male-to-Female-Transgender-Band und die Female-to-Male-Transgender. So, und in der Modebranche, wenn das alles Kerle sind, die Hauptunterschiede in den Körpermerkmalen findest du im Knochenbau. Also ich habe überlegt, ich habe da auch ein ganz tolles Video gefunden, was das nochmal analysiert, noch tiefgreifender als die Sendung, die ich da gemacht habe. Und du kannst alles manipulieren. Es gibt mittlerweile sogar Six-Packs, die du, halt 6.000 Pfund kostet dich ein künstliches Six-Pack. Also wenn du als Frau Bock auf ein Six-Pack hast, dann kriegst du das. Also diese Entwicklung hat die plastische Chirurgie mittlerweile auch schon genommen. Also es ist halt eine Sache, die sich der Autonomalverbraucher mittlerweile mehr oder weniger leisten können, wenn er halt Wert drauf legt. Und der Hintergrund liegt einfach darin, dass die ganzen Models alles Männer sind. Und die haben einen langen, schlanken Körperbar. Die haben längere Arme. Es gibt auch Unterschritte in den Beinknochen und so weiter. Und diese Unterschiede kannst du nicht wettmachen. Du kannst es schwer kompensieren. Du kannst alles andere machen. Du kannst Nase, Mund, das ganze Gesicht kannst du modellieren. Aber die Kopfgröße zum Beispiel ist halt schwierig. Und mittlerweile ist es so, dass wir einen regelrechten Mischmasch haben. Das heißt, es wird dann auch zurücktransgendert, wie sie das lustig finden. Und es ist ganz, ganz schwierig heutzutage zu sagen, hier, das ist ein MTF und das ist ein FTM und so weiter. Weil mittlerweile durch auch Generationsübertragung, weil die Blutlinien fließen halt dort auch mit rein. Das ist halt schon seit Generationen gewachsen und getragen. Das muss man halt auch ab einem gewissen Punkt dann sich zugestehen. Es ist auch schwer, da durchzugehen, dass das halt nicht erst seit 100 Jahren läuft, sondern dass halt die Vorbereitung in der Gesellschaft da schon wesentlich tiefer auch zurückliegen. Man braucht nur sich mal Hollywood anzuschauen und diese ganzen ägyptischen Schönheitsideale, Kleopatra und so weiter. Da wird auch das so geriert, dass dieses Schönheitsideal schon seit Äonen irgendwie da existiert. Das ist ganz, ist total clever, ist total clever gemacht. Aber dieser Knochenbau, dass die halt alle rankenschlank sind, das kommt halt daher, dass die primär Trainings am Start haben, dass die alle als Männer eigentlich geboren sind. Ja, was, die Frage, die sich mir stellte jetzt, warum ich auch die Frage stellte, ob diese Schönheitsideal der Superdürren in den 20ern, ob das nicht eventuell, weil wir können das ja durch die Kunstepochen immer wieder sehen. Ich habe es jetzt für vorherige Kunstepochen nicht abgeglichen, aber es wäre ja mal interessant, einfach mal nachzuschauen, wo, du hast ja immer einen Wechsel, du hast ja auch mal eine Rubensmode gehabt. Also bei dir, ich habe das so in Erinnerung, gerade die 20er Jahre, die ganzen Dixieland-Ladies da, mit ihren Topfhüten da und dem so. Ja, genau. Und da ging das halt schon los, dass dort halt auch schon diese schlanke Schönheitsideal getragen wurde. Weil du ja jetzt auch gerade zurückgingst nach Ägypten und so weiter, ob man da nicht wirklich auch eine Parallele ziehen kann, um Gesellschaften auf bestimmte Kriegsereignisse vorzubereiten. Ja, weil wenn ich in der Gesellschaft nur noch so ein männliches Schönheitsideal im Grunde genommen nach vorne trage, dann trigger ich ja letztendlich bei den Leuten auch viel eher Kampfbereitschaft, Aggression, Gehorsam aber auch und all diese Dinge. Ja, weil gerade auch mit den 20er Jahren, also da war es ja auch im Grunde genommen, ist ja so, dass die meisten Leute das, wo sie sich am meisten zurückerinnern können, dass da schon ja die Forschungen alle auf den Tisch schlagen, zu Drogen im Kriegseinsatz und was weiß ich was, wo man richtig auch experimentiert hat. Und wir hatten dann wirklich erst den sogenannten Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und wir hatten dann die 50er Jahre, wo eher wieder üppige Menschen oder Frauen zumindest auch propagiert wurden. Das wurde dann aber schlagartig, ab mit den 68ern wurde das dann wieder das Dürre-Modell herausgeholt und da hatten wir ja dann auch die nächsten schlimmen Kriege, einen nach dem anderen. Also, dass ich mir schon so gut vorstellen kann, dass man damit die Leute mit diesen Modeerscheinungen auch so ein bisschen schön manipulieren kann. Dass man also nicht nur das auch als Grundlage bringen kann, was du jetzt gesagt hast, sondern dass man damit eben auch in einem gewissen Rahmen ein bisschen versucht zu spielen. Und dass die Leute sich dessen überhaupt nicht bewusst sind. Das war richtig und würde ich auch soweit 100% unterstützen. Auch gerade was Symbolik, Bildaufbau, immer das idealen Dreieck, also die Pyramide mit Spitze nach oben zum Beispiel. Das sind Sachen, die lernst du normalerweise, zumindest früher als Schüler, auch in der Schule. Oder was haben bestimmte Formen, geometrische Formen für symbolische Wirkungen auch in der Bildbetrachtung. Aber diese Geschichte mit diesen bestimmten Körpertypen und im Zusammenhang mit Kriegsvorbereitungen, das ist irgendwie was, was mir nicht aus dem Kopf geht. Also, wo ich das Gefühl habe, ja, wenn das wieder so richtig weit nach oben kommt, dann können wir uns eigentlich an drei Fingern abzählen, dass sie hier wirklich wieder eine große Vernichtungswelle anrollen lassen. Ja, das ist aber diese Endzeit-Geschichte, der ich mich nicht anschließen kann. Ist wirklich so. Wieso Endzeit? Wieso Endzeit? Also, ich habe das ja gerade eben auch gesagt. Ich bin der Meinung, dass sie das in Perioden machen, um bestimmte andere Ziele zu erreichen. Also, totale Vernichtung, Endzeit, dem rede ich auch nicht das Wort damit. Ja, an dieser Stelle möchte ich noch mal transportieren, wie ich das sehe. Bei diesem ganzen Gerede und auch Dritter Weltkrieg und der Volkslehrer macht es irgendwie auch irgendwie und tralala und ich sehe das nicht so. Ich sehe das nicht so. Ich sehe das völlig anders. Wir leben in einer total satanischen Welt voller Täuschung und der Dritte Weltkrieg, da läuft es seit ungefähr 10, 15 Jahren. Ja, also die Vorbereitungen dafür sind halt schon länger. Bla, bla, bla. Das könnte man jetzt im Einzelnen zerpflücken, aber das läuft. Das läuft die ganze Zeit. Ja, und das hat mit dieser, ja, wie soll man das beschreiben? Ja, also 2001, der 11. September, hat er auch nur eine ganz bestimmte Phase eingeläutet, ja. Und so, ich glaube, 2012, 2013, 2015, seit dieser Zeit kann man so analog auch ein bisschen an die Flüchtlingsgeschichte knüpfen, ja. Auch was du gesagt hast vorhin mit diesem Rechtsstatus von Deutschland und so, das fließt auch so grob in diese Zeit rein. Aber für mich ist seit 2001, läuft dieser Krieg, ja. Und heutzutage ist es nicht mehr notwendig, irgendwelche Cruise Missiles rumzuschicken, irgendwelche offenen Kriege zu führen. Kennedy hat es selbst gesagt, diese versteckten Operationen im Geheimen. Ja, das ist wieder Realität geworden. Und wenn ihr auf das hört, was der jetzige Kennedy an Herrschaftsgeseien, an eure Köpfe setzt, dann glaubt ihr das. Und irgendwann werdet ihr an ganz bestimmten Konfliktsituationen eben so handeln, dass es das begünstigt. Und ich sehe es nicht so. Das ist Fremdbestimmung, das ist Überherrschung, das ist Manipulation der Menschen. Das geht alles in Richtung Angst und Schuld, damit diese Souveränität des Individuums nicht wieder aufkommt. Und genau das brauchen wir jetzt. Diese Souveränität des Individuums. Und man sollte der Täuschung und der Lüge und der Relativierung, sollte man eine Absage erteilen. Und das geht halt nur mit Konsequenz, ja. Für mich läuft dieser Krieg schon. Die Leute müssen nur begreifen, dass der Krieg am Laufen ist, ja. Und dieses, was du auch genannt hast, Klugschiederin, diese Enteignungsgeschichte, die größte Enteignungsgeschichte findet, ja, da sind wir schnell bei dem Punkt kollektives Eigentum. Gibt es sowas überhaupt? Und wenn ja, wie wird das organisiert? Das ist doch die eigentliche Frage. Und basierend darauf muss aber auch der individuelle Eigentumsbegriff vollumfänglich erfüllt werden. Nur so funktioniert eine Gesellschaft, in der sie das achtet. Das Eigentum des Einzelnen. Ja, und wie organisiere ich jetzt, wenn überhaupt sowas wie Gemeinschaftseigentum? Gibt es sowas überhaupt? Es findet überhaupt keine Diskussionen dazu statt. Dass überhaupt der Eigentumsbegriff ist die Hauptgrundgrund, die Diskussionsgrundlage eigentlich. Wenn ich nicht weiß, was jemand für einen Eigentumsbegriff hat, sowohl was den persönlichen Eigentumsbegriff angeht, als halt auch kollektives Eigentum, ja, wenn der nicht da ist, dann kann ich mir alles Gerede mit demjenigen sparen. Ja, deswegen kannst du mit Kommunisten auch keine Gesellschaft aufbauen, ja, weil sie total unmoralisch ist, ja, wenn man genau hinschaut. Und es ist, ja, es ist total schwierig. Ich finde das eigentlich nicht so schwierig, weil ich würde das natürlich unterstreichen, was du, vorher unterschreiben, was du sagst. Was ich ja vorhin sagte, bezüglich der sogenannten Grenzöffnung von Merkel, weil das eben für mich so erstaunlich ist, dass das ja eigentlich der letzte, das letzte deutliche Symbol war, was uns vor zweieinhalb Jahren vor Augen geführt hat, dass wir also als Deutsche hier keinen Anspruch auf Land mehr haben, weil wer seine Grenzen öffnet, hat es eben nicht mehr. In dem Moment, wo eine Welt halt in Nationalstaaten oder auch in größeren Konglomeraten organisiert ist und wir diese komischen Vertragsverhältnisse haben, in denen die Individuen ja gefangen sind, ohne Recht auf Eigentum, ohne Recht auf die Früchte ihrer Arbeit, die ja steuern, ist das eigentlich nur so das letzte bisschen gewesen, woran sich viele Deutsche noch geklammert haben. Wir haben einen Staat, wir haben ein Staatsgebiet und da habe ich als Deutsche mein Anrecht oder mal als Deutscher mein Anrecht, irgendwie mein Häuschen zu haben, mein Stück Land zu kaufen. Und selbst dieses letzte große Symbol, was die Merkel da vollzogen hat, das wird noch nicht mal darüber gesprochen. Das weist ja mehr als deutlich darauf hin, was du eben gerade angesprochen hast. Die Leute haben den Begriff Eigentum, Recht auf Eigentum, Recht auf den eigenen Körper und so weiter, das haben die komplett ausgeblendet. Das gibt es auf gar keiner gesellschaftlichen Ebene mehr, dass es irgendwo diskutiert wird, außer bei den Linken, die ja genau das bestreiten, dass man ein Recht auf Eigentum hat. Ja, also ich könnte jetzt ausgelöscht. Es ist einfach ausgelöscht, dieses Thema. Es hat einen positiven Einfluss darauf, dass hier zensiert wird und bla, war ja, aber nee, das ist... Hä? Das verstehe ich nicht. Ja, nee, das war jetzt eine Verdrehung, also eine bewusste Verdrehung. Also ich wollte jetzt zu diesen, es braucht Gatekeeper, ja. Das ist jetzt natürlich überzogen, das möchte ich dir überhaupt nicht unterstellen. Aber so ein bisschen klingt das für mich, ja. Um nochmal auf das zurückzukommen, wo Let's Play auch so ein bisschen drauf gedrungen hat, ja. Also das ist diese Aussage, dass an jedem Bösen kann man noch was Gutes abgewinnen, ja. Das ist für mich irgendwie, ja, das ist erschütternd. Ja, man muss es nutzen, denke ich. Also man muss es einfach nutzen, weil es... Das ist satanisch. Das ist satanisch. Vom Prinzip her gebe ich dir recht, aber wenn man sich entscheiden möchte, Dinge zum Positiven zu ändern, dann kann ich doch nicht positive Dinge, auch wenn sie sich im Schlechten befinden, komplett verdammen, sondern warum nutze ich sie dann nicht, um etwas Positives zu schaffen? Was hindert mich daran? Da könnte man jetzt so argumentieren, es ist beim Bitcoin genau dasselbe, ja. Beziehungsweise bei der Technologie. Aber wie gesagt, ich weiß nicht. Ich tue mich da noch ein bisschen schwer, ja. Let's Play, bist du noch da? Endlich mal wieder eine schöne Sendung. Ja, schon mal kurz in meinem Raum. Ja, wie gesagt, das hatten wir ja vorhin. Also es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich mache trotzdem noch das Beste draus aus der Scheiße oder ob ich sage, wir brauchen das. Also für mich ein Unterschied. Aber kann ja jeder da seine Meinung haben. Ich würde es auch langweilig finden, wenn jeder meiner Meinung wäre. Dann wäre auch die Sendung sehr langweilig. Ich wollte mal noch zwei Sachen ansprechen, dass wir es nicht vergessen. Und zwar, ich habe das gerade auch dem Spont geschickt. Und zwar der Kanal Lichtblick. Einige kennen ihn von euch. Ist mir das ein oder andere aufgefallen. Und gerade an einem bestimmten Video, ich habe es auch hier in den internen Chat eingesetzt. Du kannst ihn gerne mal aufrufen. Ja, ich habe mir da jedenfalls in letzter Zeit öfter mal was anguckt. Ich habe auch vor Jahren schon den ab und zu mal geguckt. Aber das ist für mich halt auch nur so ein Beispiel. Also mich interessiert nur mal, ob nur mir das alles auffällt. Man müsste sich da noch mehr Videos angucken. Da sieht man noch mehr. Ja, aber... Ja, was meinst du da jetzt? Achso, da hast du es aufgerufen. Nee, das meine ich. Du musst das Thumbnail angucken. Ja, dann nützt mir das nichts, wenn du mir den Videolink schickst. Anyway. Achso, da musst du halt den Titel nochmal eingeben. Wenn du jetzt hier Thumbnail... Welches meinst du? Da ist gerade nicht das Thumbnail zu sehen. Du musst einfach nochmal das Video nochmal suchen mit dem Titel. 101 Gründe vegan zu werden oder so heißt es doch, glaube ich, ne? Ach, das ist ja anstrengend. Nee, einfach eingeben als Suchbegriff. 101 Gründe vegan zu werden. Ich mache doch, ich mache doch. Siehst du es nicht? Ich kopiere den Inhalt und füge ihn ein und suche. Das ist doch. Diese vier Esser. Beziehungsweise ihn hier. Ich meine oben das Bild. Ganz oben. Mit den Karten oder was? Mit den Karten. Ah, okay. Und es gibt noch andere Sachen in den Videos. Vielleicht ist das alles nur Zufall, aber ich stelle mir immer gewisse Fragen. Also gut, der rafft jetzt vielleicht keiner. Ich glaube, James Bond, der versteht das ganz schön. Du hast die Karten in der Hand. Sehr schön. Satan, der Gehörnte, guck dir mal die Handgeste an. Ja, sehr schön. Dann die 101, Tempel, Tempelordnung, ja. Boas und Yachin, ja. Ist immer die 101, ja. Der ganze Kram. Und ich stelle mir manchmal echt die Fragen. Ich meine, vielleicht bin ich einfach nur paranoid. Aber gerade, wenn man sich da noch ein paar andere Sachen da reinzieht oder wie dann auch Chemtrails lächerlich gemacht werden oder die Weltbilddiskussion oder verschiedene andere Sachen, da stelle ich mir wirklich die Frage, ist das alles nur Zufall, warum es jetzt gerade 101 sind? Oder werden da eben doch bestimmte Sachen markiert? Ich weiß noch nicht, ob das so ist, ja. Aber man kann sich da wirklich schon mal das ein oder andere Video angucken. Oder er macht auch, da haben ihm Leute mal die Frage gestellt, ich bin depressiv, was soll ich machen? Ja, du bist depressiv, weil du dich mit diesen Themen befasst. Muss ich ihm sogar zum Teil zustimmen? Also man kann da wirklich depressiv werden, ja. Das Model sieht auch nicht aus wie eine Frau. Ja, also ich weiß es nicht genau. Aber in jedem Fall, das sind halt einfach solche Sachen. Oder ja, okay, ich gebe es zu, ich bin Illuminat, deswegen habe ich ja auch eine Pyramide stehen, ich zeige sie euch oder so. Oder gewisse andere Sachen. Ich würde das so machen, also wenn ich im Club wäre oder so, ich würde das so machen, ich würde meine Videos so markieren. Ich würde auch sagen, ja klar, bin ich Illuminat und bla bla und was bringt euch das denn, ihr mit euren Verschwörungstheorien und das gibt es nicht. Und da hat teilweise Sachen drin mit Ernährungstipps oder sowas, die wirklich sehr sinnvoll sind. Aber dann kommt er wieder mit anderen Sachen und dann wieder, nee und bla bla. Und wie gesagt, der ist mir halt einfach nur mal ein bisschen aufgefallen. Wie gesagt, kann man jetzt sehen, wie man will. Der hat auch über Unge was gemacht, der mit dem Milch. Das ist einfach auch. Und was auch total krass war. Ja, Caps Lock ist auch ziemlich oft. Ihr habt auch mal so eine Entspannungsphase. Nee, doch nicht. Fast alles Caps Lock. Ich wollte nur mal wissen, mich hat nur mal interessiert, Das Geile ist an diesem ganzen Hickhack, dass die Leute überhaupt nicht merken, wie sie ständig in der Schwobelspirale gehalten werden. Es ist wirklich ganz groß, Kino. Gerade Unge, ja. Und dann gibt es auch diesen Mr. Wie heißt der? Wie heißt der? Mr. News oder so. Mr. News. Der hat diese ganze Kontroverse. Schön, schön. Ist das Mr.? Nee, Mr. Ich weiß, wie du meinst. Mr. News Time oder wie auch immer. Mr. News Time, genau. Ja, also. Also es gibt halt genau wie bei uns in der Szene, ja. Da, wo halt knackig kommentiert wird. Ja, gibt es dann hier den Mr. News Time, der sich darum kümmert, was andere so von sich geben, ja. So, ist total geil. Ist total, ist total geil, ja. Und der hat 300.000 Abonnenten. Ich finde es wirklich richtig, das ist großes Kino, ja. Also diese Rotumrandung, ja, der, der ist auch ganz professionell. Warte mal, wir gehen mal in irgendeins rein. Weil ich möchte mal kurz den Hintergrund in seinen Videos. Finde ich total geil. Hoffentlich hat er jetzt hier denselben. Ja, ist total geil. Hier, bespricht er irgendwas von so einem, sicherlich auch ein Training, weiß ich nicht. Was ich aber richtig cool bei ihm finde, ist das breite Grinsen von Thomas Gottschalk da im Hintergrund, ja. Das finde ich so richtig, so richtig, richtig fett. Ja, also da weiß man eigentlich gleich, woran man ist, ja. Aber es gibt 300.000 Leute, die sich diesen Scheiß regelmäßig reinziehen, ja. Das ist wirklich, ich finde das wirklich groß Kino, wie die das machen, ja. Und manchmal ist es wirklich auch sehr interessant und unterhaltsam, aber es ist Schwurbel-Spirale, ja. Total geil, weißt du die da? Und ich mag auch, wie heißt er hier? Wo ist er denn? Nicht Unge, sondern hier, Tanzverbot, ja. Voll wie K. Ey, der Typ, ja. Ich könnte mich da, also wenn man da mal reinzappt, ist das wirklich der Hauer, ja. Im Hintergrund der total der Müllberg, ja. Und auch seine Fingerakrobatik ist so königlich, ja. Das ist so, naja, anyway, ja. Und die haben hunderttausende Abonnenten, ja. Also ich gucke mir auch diese Gestalten ganz genau an und stelle mir da auch teilweise die Frage, wer ist da jetzt wirklich ein Junge oder wer ist ein Mädchen oder sowas, ne. Und ich glaube auch gerade die, die wirklich ganz, ganz groß werden oder sowas, ne. Ich stelle mir immer die Frage, war das so gewollt, das ist nur Zufall, was steckt noch dahinter, warum werden bestimmte Themen befallen. Warte mal kurz, warte mal kurz für, 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 weil ich würde es, ich würde es weghaben. Ganz kurze Unterbrechung nur. Ich habe mir angewöhnt unter meinen Trendy-Videos oder was mit dem Thema zu tun hat, jetzt immer so eine Liste dran zu hängen, ja. Und das sind alles Videos von deutschen Stars und Politikern, ja, die momentan im Netz kursieren, ja. Also irgendwelche Leute haben ein Trendy- oder Transen-Video gemacht. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das, das weiß ich nicht, ja. Das kann sich ja jeder selber irgendwie geben, ja. Aber ich lese einfach mal die Liste vor, ja. So, und das geht los. Hier ist ein Video von Mr. E., der hat spezif in Bezug auf die Frauen, sogenannten Frauen im deutschen Fernsehen, schon ein Video gemacht. Das heißt German Trans Actors, Transen im deutschen Fernsehen. Da haben wir Marlene Dietrich, Maria Riever, Maria Fortwängler, Esther Schweins, Heike Makac, Iris Berben, Andrea Sawatzky, Senter Berger, Uschi Glas, Veronika Ferres. Und das nur in einem Video. Dann extra eins von Katharina Witt. DJ Bobo, Oliver Pocher, Nena, Bushido, Lucy Lektrik, Helene Fischer, Sarah Connor, Hannah Haller, Michelle, Nina Hagen, Claudia Schiffer, Nadja Auermann, Heidi Klum, Verona Poth, Lisa Fitz, Janine Biedermann, Michelle Hunzinger, Esther Schweins, Maischberger, Berbe Schäfer, Katrin Müller, Hohenstein, Jasmin Kosubek, finde ich super interessant, Anne Will, Krone Schmalz, ja, hier auch an der Friedens- und Russlandbewegung in der Ikone, Alice Schwarzer, Dunja Halli, Sarah Wagenknecht, Frauke Petry, Claudia Roth, Andrea Nahles, Alice Weidel, Daniel Brühl, August Diehl, Matthias Schweighöfer, Moritz Bleibtreu, Franka Potente, Radus Bokel, Christiane Paul, Libuse Safran, Kowa, das ist die Prinzessin aus drei Nüsse für einen Aschenbrödel, Leni Riefenstahl, Ingeborg Bachmann, Astrid Lienkren, Eva Braun und es gibt auch, was jetzt hier noch fehlt, mittlerweile eine kleine Transvestigation von Adolf Hitler. So, und das sind alles nur der deutschsprachige Raum. Ja, ich weiß nicht, ob die Videos stimmen, ob das wahr ist und so weiter, bla bla bla, auf jeden Fall gibt es diese Videos. Und allein diese Liste und diese Leute, ja, lasst euch das mal zu Gemüte führen. Echt. Und wer immer kommt, der Assisterin, ach, das ist doch unwichtig, wir müssen uns mit anderen Sachen befassen. Ja, er sollte sich mal die Frage stellen, warum werden genau solche Leute in diesen Positionen platziert? Ja, nicht nur bei den Models, nicht nur bei den Schauspielern, auch in der Politik vermutlich, ja, oder auch sonst vielleicht sogar in unseren eigenen Kreisen. Ich stelle mir wirklich bei uns wirklich echt die Frage, wer gehört hier eigentlich alles zum Club? Ja, wer gehört da eigentlich alles dazu? Wer ist noch? Also, früher habe ich das gar nicht in Erwägung gezogen, verstehst du? Aber ich gucke mir auch, auch Leute von unseren, von mir aus, auch aus der libertären Szene oder was weiß ich, ja, ich stelle mir auch die Frage, und das natürlich dann auch, ne, die Frage, okay, komisch, warum, nur angenommen, das wäre so, warum wurden dann ausgerechnet solche Leute platziert? Könnte das vielleicht ein Hinweis auf irgendwas sein? Oder auch, wie gesagt, generell in der Wahrheitsbewegung oder alternativen Medien oder was auch immer, ja, gibt es noch nicht viele Transvestigations. Transvestigations, aber vielleicht ist da auch kaum einer, ich habe keine Ahnung, aber das muss einem doch irgendwie zu denken geben halt, ne, dass das an wichtigen Positionen dann diese Leute hier platziert werden, ja. Ja, ich suche, ich suche jetzt, da ist so ein blondes Mädel, was sich in Bezug auf die Zuwanderung auch mal irgendwie geäußert hat, die wohl auch irgendeinem politischen Spektrum zuzuordnen ist. Ich, mir fällt ihr Name nicht mehr ein, ja, aber wie gesagt, wenn man einmal die Körpermerkmale auch auf dem Schirm hat und die Unterschiede und sich das mal anschaut, ja, im Real Life wäre ich damit wirklich noch vorsichtig und zurückhaltend, ja, so, da sollten es schon wirklich viele, viele, mindestens nach Möglichkeit zweistellige Körpermerkmale sein, aber wie gesagt, das ist so verirrend alles, ja, dadurch, dass, dass ganz viele Einflüsse da reinkommen, ja, also die plastische Chirurgie hat sich mittlerweile dahingehend entwickelt, wirklich die Gender zu verändern, ja, also die plastische Chirurgie ist geprägt davon, Brasilian Butt Lift zum Beispiel oder gerade die Gesichtschirurgie, da könnte ich jetzt stundenlang irgendwelche Videos mit euch, irgendwelche Bilder mit euch auswerten, wo man ganz genau merkt, dass sich eine Industrie entwickelt hat, die sich spezialisiert darauf, von Menschen das Geschlecht zu ändern, ja, und zwar in der optischen, ja, komplett, und wir haben mittlerweile einen Status erreicht, in dem quer durch alle Gebiete, ja, wir dort mit Transgendern konfrontiert sind, 15-Jährige, 20-Jährige Transgender geben Schminktipps, ja, zu Hunderttausenden werden die von anderen frequentiert, das heißt, dort gibt es wirklich einen Bedarf danach, ja, so, und das muss man halt in diesem Gesamtkontext halt auch einfließen lassen, die Zeiten sind eindeutig vorbei, indem man Konflikten im Leben mit Ignoranz begegnet, ja, also bitte, egal, was ihr für ein Glauben habt und was ihr immer dachtet und was ihr für euch wichtig ist und so und bla, 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 bitte hört auf mit Ignoranz, das bringt es nicht, ja, also entweder ihr konfrontiert euch wirklich mit irgendwelchen Zusammenhängen oder, ja, ihr seid lieber still, ja, aber dieses... Ich wollte noch ein paar Sachen... ...da draußen, äh, über Leute, die sich Gedanken machen, ist einfach, äh, das ist einfach, ja, das ist beschämendlich. Ich wollte noch ein paar Sachen, ich wollte noch ein paar Sachen ansprechen, sonst vergesse ich's. Es gibt noch einen interessanten Kanal und zwar Truth Investigations by Natia. Ich weiß nicht, ob du den kennst, gibt das mal ein, äh, anscheinend eine junge Dame, ich kenne sie nicht, äh, vielleicht auch schon älter, was weiß ich. Jedenfalls, äh, macht sie halt auch hier Transvestigations auf Deutsch, sogar. Ähm, die hätte ich auch gerne mal in der Sendung drin, ich wollte sie anschreiben, aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, sie anzuschreiben. Äh, was, ja, und die, ich habe das Gefühl, die, sie hat doch vielleicht den, den, äh, äh, Hornswarm hört, ein bisschen auf dem Schirm, weil, äh, ein bisschen auch so Themen, die er auch anspricht. Aber, äh, das hat mich sehr, sehr gefreut, dass ich den Kanal gefunden habe. Äh, ich glaube, Patsi Flo hatte da was gemerkt, oder irgendjemand anders. Ja, aber man kann gar, man kann nur auf die Übersicht gehen, man kann gar nicht auf Videos gehen. Ja, es ist halt sehr, sehr eingeschränkt. Das ist schade, schade. Ich hätte da gerne mal Kontakt aufgenommen. Äh, dann gibt es noch was, und Toni, das muss ja unbedingt reinziehen, äh, von mir aus nur ein Video oder Screenshots oder was. Und zwar das Spiel Sea of Thieves, und zwar die Charaktererstellung davon. Und mir wurde wirklich schlecht. Ich habe es letztens, äh, mal angezockt und so. Und ich wollte einen männlichen Charakter haben, ja. Und das ging so gut wie gar nicht. Die werden ja automatisch erstellt. Und was da teilweise dabei war, du konntest es teilweise gar nicht mehr, du wusstest gar nicht mehr, ist das jetzt eine Frau oder ein Mann, oder auch nur ansatzweise. Es war total heftig. Das musst du ja wirklich mal reinziehen. Das ist, ich habe das noch nicht erlebt, ja. Das ist wirklich, das ist mittlerweile so vermischt, du kannst das gar nicht mehr, du weißt das gar nicht mehr, was das überhaupt sein soll. Und es ist total schwierig, sich da irgendwie einen Charakter zu erstellen, der noch halbwegs männlich ist. Ich habe dann irgendeinen genommen, ne. Aber, oder auch die Charaktere, denen du da begegnest, ne. Dann bist du am Anfang in so einer Bar, und das soll irgendwie eine Frau sein, zumindest hat das eine Frauenstimme, aber unten sieht das aus, als hätte ich den Bart, oder was. So ganz komisch. Also, das ist total heftig. Und dann fällt das aber den Leuten nicht so auf, weil es ja dieser Comic-Look ist, und dann, ja, es ist halt nur ein Stilmittel und so. Und das spielst du nicht mal schlecht. Aber das ist sowas von heftig. Ja, ich habe das wirklich, auch hier in meiner Gamer-Karriere, das geht ja noch. Guck mal, ey, er sieht doch hier ganz, er sieht doch ganz männlich aus hier. Ja, aber das geht ja noch halbwegs, aber ohne Scheiß, du müsstest da wirklich mal reinziehen. Also, vielleicht mal selber, also für zwei Euro oder so, kann man sich einen Game Pass holen, und dann kann man auch zwei Wochen das Ganze testen, ne. Das hier ist alles noch harmlos. Du müsstest wirklich in der Charaktererstellung drin sein. Die stehen ja alle so in einem Kreis. So hier, guck mal, die gekreuzten Pistolen, ja. Sehr schön. Also, es war wirklich, das siehst du jetzt so nicht, ja. Da müsstest du wirklich ein Video suchen, wo wirklich, oder Let's Play, bla bla, und dann, wo der halt in der Charaktererstellung drin ist. Und ich hab da echt, glaube ich, eine halbe Stunde gesucht. Boah, hier ist Sloppy, Sloppy, Sloppy Shoulders, ja. Ja, aber das hier ist noch, das ist noch super, super, super harmlos. Im Vergleich dazu, was du da gesehen hast. Also, es ist wirklich, du kannst da gar nicht mehr unterscheiden. Also, das ist wirklich heftig, ne. Dann lässt du noch ein anderes Beispiel, was mir auffallen ist. Ich hab mir letztens mal ein Spiel angeguckt, Ni No Kuni 2, ja. Und ich dachte, das wäre ein Mädchen. Ja, da hab ich jetzt gar keinen Nerv drauf. Ja, ist schon klar. Aber ich würd's nur mal sagen, das ist echt noch so ein Ding. Lass uns mal kurz, lass uns mal kurz einen Break machen, ja. Also, ich hab's nicht mit Numerologie, überhaupt nicht. Ich geb jetzt hier mal öffentlich zu, ja. Also, Mathe ist nicht so mein Ding, ja. Also, jedenfalls, was hier Integralrechnung und so angeht, das sind für mich böhmische Dörfer. Das geb ich offen zu. Und ich hab bis jetzt auch nicht sehr viel auf Numerologie gegeben. Ja, aber ich hab ja mal die Magic 9. Ich weiß nicht, dem einen oder anderen ist das vielleicht schon untergekommen, ja. Also, ich hab das mitgekriegt bei einem Video von German Videos, von dem Kanal. Und der hat es da so einlaufen lassen, ja. Und von oben nach unten. Und nach 10 Sekunden war das Bild weg. Und mich hat das völlig umgehauen, ja. Mich hat das völlig umgehauen. Und, äh, schade ich mal diese Zahlensymmetrik an, die da entsteht, ja. Also, bei 9 mal 2, also, 9 mal 1, dann mal 9, ne. 9 mal 2 ist 18. 27, 36, 45. Und dann wird das ganze Ding rumgedreht. 4, 5, 5, 4. Bei 9 mal 6. 3, 6, 6, 3. 2, 7, 7, 2. 1, 8 und 8, 1. Und zum Schluss haben wir wieder die 9, ja. Also, ich find das irgendwie, mich hat das völlig umgehauen, ja. Es ist ein Buffsor-Below, ne. Ich wusste das aber auch nicht. Ja, ein Oberkracher. Also, mich hat das völlig, ja. Ja, so, da erkennt man irgendwie, auch wenn man keine Ahnung von Mathematik hat, da steckt irgendwie, ja, da steckt was dahinter, ja. Also, das ist nicht, das ist kein Zufall. Toni, gibst du, du hast nie das 1x1 gelernt. Natürlich habe ich das 1x1 gelernt. Aber das ist mir so noch nie aufgefallen. Ich kann mich daran erinnern, dass solche Symmetrien, zum Beispiel mein Vater mir ganz gezielt versucht hat, aufzuzeigen, damit ich mir es dann endlich mal merke. Also, das fand ich aber schon immer irgendwie gruselig und habe mich gefragt, warum wir dann so eine Mathematik haben. Aber natürlich nicht mit dem Hintergrund, wie ich heute das hinterfragen würde. Aber so, das ist mir, weiß ich nicht, wie alt war ich da? 6, 7 Jahre? Ja, habe ich gesagt, warum muss ich denn das dann auswendig lernen, wenn das eigentlich sowieso klar ist? Warum sagt man uns in der Schule, dass ich das stur auswendig lernen würde? Warum zeigt man uns in der Schule die Symmetrie nicht? Interessant war, dass ich dann später Leute kennengelernt habe aus Marokko und so. Und die lernen Mathematik auch mit diesen Symmetrien. Die lernen das viel einfacher, gerade was ist kopfrechnend irgendwie. Das finde ich super spannend, super interessant, ja. Es gibt auch in Indien, die wedische Mathematik nennt sich das. Vielleicht habe ich es falsch ausgesprochen, aber es gibt da auch wirklich viel, viel einfacher, als das, was die uns da irgendwie beibringen. Das ist wahrscheinlich auch wieder so eine Art Beschäftigungstherapie, dass wir uns da irgendwie dann abmühen dürfen oder so. Denke ich auf jeden Fall. Also gerade dieses, was ich vorhin sagte, auch das Auswendiglernen. Oder dass es viele Fächer gibt bei uns, weiß ich nicht, Physik oder sonst irgendwas, wo wirklich den Leuten gesagt wird, denk da nicht drüber nach, mach das einfach. Dafür brauche ich ja dann eigentlich nicht irgendwas lernen. Also das ist das, was hier unten... Im Chat, das ist genau das, was mir auch gerade durch den Kopf ging. Tara Mauer schreibt, Schaut euch das an, sehr aufschlussreich. Die Bedeutung der 3, 6 und 9. Ja, das ist ein sehr interessantes Video. Das hat mit Tesla zu tun. Moment, ich muss wieder mein Bild suchen hier. Zack. Einfügen. So, genau. Die Bedeutung der 3, 6 und 9 von Nikola Tesla. Von dem Kanal Nikola Tesla. Ja, ich glaube, da auch noch andere Kanäle, die darüber Videos gemacht haben. Woher kenne ich es? Von Gary Light, glaube ich. Gibt es den schon lang, Toni? Weil ich habe mal Sachen über Tesla gesucht, das war fast alles nur Englisch. Das ist Englisch. Nee, das ist Deutsch. Ist auch schon ein Jahr alt. Ja, also ich kenne das Video gar nicht, aber ich habe von der 3, 6 und 9 Geschichte schon von einem anderen Kanal gehört. Also das Video kenne ich nicht. Aber das greift genau diese Magie dieser Zahlen an. Also Tesla hat auch gesagt, angeblich, ja, weiß man ja nie, wenn du die Bedeutung der 3, 6 und 9 verstanden hast, dann hast du einen Schlüssel zum Universum. Sehr bedeutungsschwanger, ja, ob das wirklich so ist, muss jeder für sich selbst rausfinden. Aber ich finde, finde ich interessant, ja. In Bezug auf die Neuen hier, musste ich auch darüber nachdenken. Kann mir auch dieses Video in den Sinn. So, können wir ja mal hier teilen. Warum teile ich das nicht? Ja, Tesla ist eine sehr interessante, aber auch zwiespältige Person. Ich glaube auch, dass in Bezug auf Tesla sehr viel Desinformation gestreut wird, auch was seine Patente angeht. Wesentlich interessanter fände ich die Patente und Patentliste von Schauberger. Da ist sicherlich auch nicht alles an die Öffentlichkeit gedrungen. Hat sie jetzt nicht auch Cäsar ein Video gemacht über die Triebwerke und alles? Ja, da macht viele Videos über das Thema. Aber ne, ja. Ich finde es interessant. So, ich blende mal hier dieses, dieses Teil, die satanischen Teilen mal wieder aus. Ja, cool. Let's play. Endlich mal wieder eine schöne Sendung, wo, wo Reibung ist und, ja. Ich glaube, dass ich jetzt sogar größtenteils, oder hatte ich sonst irgendwas am Schirm, was ich unbedingt ansprechen wollte. Aber es ist auch interessant, dass man überhaupt mal wieder Themen hat, die man unbedingt ansprechen will. Ich hatte auch so eine Zeit lang, hab schon gedacht, toll, ne. Also, äh. Hm. Ja. Ja, Dingsbums hier. Der Pater. Bist du noch da? Hier, Marionette. Ja, vielleicht kriegst du es ja echt mal hin, also mit dem Sound, weil das, ich finde cool übrigens, was? Ich sag mir mal ein Mikrofon, dann ist das vielleicht besser, mit dem ist, wenn es immer nicht gescheit herz macht, das nicht viel Sinn, oder? Ne, es geht, ich höre dich schon irgendwie, aber es ist halt leise. Aber, äh, ich finde das trotzdem toll, dass du auch mal drin warst und so. Und, äh, ja, vielleicht geht es ja auch beim nächsten Mal dann auch besser. Also, aber auf wen, wenn man dich jetzt nicht so gut hört, aber wolltest du mal noch vielleicht irgendwas ansprechen, oder irgendwie, oder wichtige Impulse geben, oder vielleicht hast du ja noch irgendwie was. Also, es geht ja gerade so, ja, aber... Naja, keine Ahnung, und es ist eigentlich eh alles gekommen, Q und so, ja, und was hat's auch nichts Besonderes. Also, jetzt im Moment wird eigentlich alles geredet, denke ich mal. Was hast du eigentlich für ein interessantes, äh, Profilbild? Was ist das eigentlich? Die Marionette? Was soll denn das darstellen? Das ist das Partei-Logo, ja. Nur halt zeichnend. Ja, keine Ahnung, so sicher hält die Welt, wir hängen alle am Faden und lassen uns verorschen, von hinten bis vor dem ganzen Tag. Ja, ich sehe da noch ein bisschen mehr drin. Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel sieht man sehr schön deutlich, dass, äh, subtil das allsehende Auge von der Hand geformt wird, nämlich die drei separierten Finger und der geschlossene Daumen- und Zeigefinger, die einen Kreis machen. Aber das ist natürlich nur eine Hand, die auf das Kreuz greift. Und dann habe ich das Kreuz. Ja. Ja, was sehr schön deutlich macht, äh, wer hier eigentlich lenkt. Ja. Ja, das ist ein schönes Bild. Ja, mir gefällt es auch gut. Sagt viel aus. In wenig, ja, in einer kurzen Sequenz, denke ich mir, sagt es viel aus, wenn es genau ist. Toni, ich stelle mir übrigens mittlerweile auch Fragen. Äh, ich habe auch hier von New World Disorder schon ewig nicht mehr gehört. Äh, ich meine, kannst du dich daran erinnern, es gab mal ein gewisses Profilbild, wo dann draufsteigen New World Disorder und der Mund zu und dann das eine Auge eingeblendet und von der Belichtung her und wo du mal gesagt hast, was hast denn du für ein Profilbild? Ja? Weiß ich gar nicht. Ja, da war mal ein Mädel drin, ja. Äh, und zwar, und zwar war es Violet from Hell, aber ich habe nichts mehr gehört von ihr. Gut, vielleicht hat dir auch das Stil der Sendung nicht mehr gefallen, aber, äh, äh, mittlerweile denke ich da auch noch mal ganz anders drüber. Weil damals war für mich, damals war für mich, damals war für mich vollkommen, schade, schade. Aber übrigens, ah, Toni, du müsstest dir nur die Sendung angucken, hier, Spieglein, Spieglein, wo der Ian drin war und mit dem Basti die Geschichte. Ich glaube, da war sie nämlich drin. Und da hat es auch, glaube ich, das Symbol gehabt. Äh, okay. Jedenfalls, mittlerweile sehe ich das auch noch mal mit einer Ahnung. Weil damals war für mich vollkommen klar, ja, das muss ja irgendwie Zufall sein. Oder es ist einfach nur Verhöhnung oder hier einfach, äh, um das lustig zu machen oder so. Heute denke ich da auch noch mal anders drüber. Und ich sage jetzt nicht, dass die irgendwas damit zu tun hat oder sowas, ne. Nur heute denke ich auch, dass vielleicht doch der ein oder andere was mit bestimmten Dingen zu tun haben könnte und es einfach in der Öffentlichkeit präsentiert und man kann ja immer sagen, ja, kommt, Leute, wenn ich damit zu tun hätte, dann würde ich es doch nicht so öffentlich zeigen, ja. Oder was weiß ich. Aber ich denke mittlerweile da, ich denke mittlerweile da in andere Richtungen, ne. Wobei man echt aufpassen muss, dass man nicht irgendwie paranoid wird oder in jedem Baum Feind vermutet oder sowas. Aber es gibt einfach gewisse Dinge, die einfach mittlerweile, die ich einfach in Erwägung ziehe oder sowas, ne. Die stimmen dann oftmals gar nicht. Aber, äh, es sind einfach so Sachen, die, ja. Ja, es ist vielleicht auch die Frage, wie weit, wenn man sich solche Symbole aussucht, mit welcher Intention auch immer, die einen, ohne dass man es merkt, ein bisschen gedanklich in bestimmte Richtungen bringen, ne. Weil man ja sich permanent mit dieser Symbolik letztendlich äh, umgibt und, und auseinandersetzt, ohne dass man wirklich darüber nachdenkt, bewusst. Und vielleicht hat das ja auch eine Auswirkung, denke ich mir mal. Ja, wer weiß. Ich denke auch manchmal über meine Symbolik nach, also über mein Bild, was ich da habe. Und, äh, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, hier mit Megaman oder was. Gut, ich hab, ich hab's tatsächlich drin, weil ich schon immer gern die Spielreiter gezockt habe. Aber trotzdem ist da auch, äh, obwohl das nur jemand gezeichnet hat, aber trotzdem kann man da auch einiges, äh, reininterpretieren. Äh, und so ein Gram. Äh, ja, also ich, ich achte einfach heutzutage wirklich, äh, wirklich viel mehr auf sowas. Äh, und, ja, also früher war das wirklich so, oder das auch, wenn Leute auch teilweise Bullshit von sich gegeben haben oder merkwürdige Sachen, wo ich dann dachte, aber nee, das ist doch einer von uns, ne, das ist doch einer hier so und so, der ist doch Truther und bla bla und so, ne. Äh, ja, da bilde ich mir das wohl nur ein oder ich hab nur irgendwelche komische Gedanken oder so. Heute denke ich völlig anders. Ja, also, also ich, ich weiß nur, dass vor, vor einem Jahr hab ich manche Dinge doch noch anders, anders gesehen. Also das hat sich halt, äh, das ist krass, ja, aber ich hätte, ich hätte, also ich hätte auch vor einem Jahr schon Sachen für möglich gehalten, verschiedene Sachen, aber ich hätte es für viel, viel unwahrscheinlicher gehalten, als ich, als ich heute, als ich heute darüber denke. Und die Frage ist doch, ne, auch hier mit den, äh, bei Klugschiedern, du sagst ja zumindest noch, äh, es gibt tatsächlich Gatekeeper oder Leute, die die Gatekeeper-Funktion erfüllen, oder so, äh, aber viele denken ja, das gäbe es gar nicht, ne, und, und die Frage ist immer, oder auch, dass, dass man die eigene Opposition erschafft oder sowas, oder was weiß ich, äh, die meisten Leute stellen sich immer die Frage, warum, aber man sollte sich immer die Frage stellen, warum nicht, warum sollten die Mächtigen nicht ihre eigene Opposition erschaffen, warum sollten sie nicht ihre eigene Opposition kontrollieren, warum sollten wir es nicht machen, also das wäre doch grob fahrlässig, und so blöd sind die auch nicht. Und wenn wir schon darauf kommen, dann kommt jetzt jemand darauf. Also das ist, äh, denke ich mir, das sind, das sind halt ganz, ganz, ich denke, selbst wenn man mit Leuten spricht, die jetzt, äh, ablehnen, darüber nachzudenken, dass es eine Elite gibt, die gezielt, eine Opposition, eine gelenkte Einsätze, ähm, ist für mich alleine schon deswegen ausgeschlossen, dass es das nicht gibt, weil, wenn die wissen, oder wenn die das Gefühl haben, denen könnten die Fälle wegschwimmen, dann, äh, ist es für sie sehr gut, wenn sie ein paar Figuren im Spiel haben, äh, das heißt, das ist ja auch ein Geschäftsmarkt, und, ähm, die werden mit ihrem System sicherlich nicht aufhören, die Leute zu manipulieren. Und wenn sie jetzt schon ein paar Pferde setzen, und, äh, es dreht sich irgendwie eine Situation, es ändert sich was, dann haben sie zumindestens wieder eine Möglichkeit, wo sie wieder Einfluss nehmen können, auch weiterhin. um die Sachen zu drehen, oder nochmal, äh, eine neue Situation in einer anderen Form zu machen. Ja, ganz genau. Und ich, ich stelle mir folgende Frage, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Beispiel YouTube, ne, wenn du eine bestimmte Größe reißt, ein paar, vielleicht 10.000, oder paar 10.000 Abonnenten, oder sowas, ne, das ist doch die Frage, warum wird das eigentlich überhaupt zugelassen, dass es sowas überhaupt gibt, warum wird das nicht schon vorher, äh, unterbunden, warum wird das nicht vorher zerschlagen, warum wird derjenige nicht massiv angegriffen, wie wir es zum Beispiel auch erlebt haben, und, äh, in der Form, ja, äh, oder, sie haben die Möglichkeiten, sie haben die Möglichkeiten, das zu untermandern, zu zerschlagen, ja, das ist überhaupt kein Problem für sie, und, äh, bei uns, das könnte da noch, könnte da viel, viel krasser vorgehen, und, wenn man das wirklich wollte, wenn jemand eine Bedrohung darstellt, das ist ein ganz anderes Ding, und, äh, die Frage ist doch, sie haben die Möglichkeiten dazu, warum, lassen sie das denn überhaupt zu, dass jemand so groß wird, äh, warum wird das, warum passiert da nichts, und, äh, dann scheint es ihnen doch irgendwie zu nützen, stelle ich mir halt die Frage, und, äh, dann ist es, ähm, auch noch so eine Frage, äh, auf da, oder ob es nicht vielleicht irgendwann automatisch passiert, dass, äh, man entweder zerschlagen wird, oder sonst irgendwie, oder verächtlich gemacht wird, oder das dann keiner mehr ernst nimmt, oder eben, dass man irgendwann ein Angebot bekommt, was man nicht ablehnen kann, oder so irgendwie in der Richtung, aber ich finde es, ich finde es halt, extrem naiv, also, zu glauben, äh, dass gewisse Leute, die gewisse Größe haben, ne, äh, dass da nichts von dem irgendwie, dass man das nicht in Betracht zieht, oder sowas, oder dass man das, oder, oder dass man es für total unwahrscheinlich hält, weil ich halte es für total Wahrscheinlich halt, ne, und, äh, ne, das ist dann einfach so eine Geschichte, da muss man immer die Frage stellen, oder auch bei bestimmten Begebenheiten, oder bestimmten Handlungsweisen, oder sonst irgendwas, oder wird Leute machen, immer die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist das denn, dass es nur Zufall ist, oder ist es wahrscheinlicher, dass es Absicht ist, oder, da ist aber auch dann wichtig, da muss man natürlich mehrere Sachen zusammenzählen, ne, aber, ne, das sind einfach so, so die Fragen, die ich mir halt dann auch so stelle halt, ne, und, äh, ja, und es ist nicht nur, wie gesagt, es ist natürlich nicht nur in unserer Szene so, ja, es ist überall so, und ich sage auch, genau, das muss jetzt auch mal gesagt werden, äh, ähm, Donnie, ich schätze deine Arbeit, aber es sind nicht nur die, ne, aber, ey, guck mal, äh, weißt du, und, und ich sage auch, ich meine jetzt ohne Scheiß, Donnie, wenn du dir Leute anguckst, wie Tanzanbots oder so, ich könnte mir auch saugut vorstellen, dass er genau dafür platziert wurde, vielleicht, vielleicht wurde er ja sogar ausgebildet, irgendwie sich so zu weiht, ich habe keine Ahnung, es kann natürlich auch alles Zufall sein, ne, ich weiß das nicht, aber wie gesagt, wenn du eine bestimmte Größe, gut, aber wenn, wenn du dann vielleicht die Leute verblödest oder so, dann ist vielleicht okay, dann lässt man dich vielleicht einfach durchkommen, ich habe keine Ahnung, aber, äh, ich stelle mir wirklich die Frage, und, ich gucke mir auch, wie gesagt, gerade Größe kann ich, ich gucke mir die Leute auch ganz genau an, ne, auch wie gesagt, Thema, äh, äh, Transgender, ich finde das halt auch ganz, ganz interessant, ähm, ja, ich stelle mir da einfach, einfach gewisse Fragen halt, ne, ob man Leute nicht von Anfang an schon, wo sie vielleicht noch einen Kleinkann hat oder so, oder von Anfang an sogar da platziert hat, ne, um die bestimmte Rolle halt eben zu erfüllen, warum, warum sollte man das alles dem Zufall überlassen, warum, weil wenn du nicht deine eigenen Leute da platzierst, dann besteht trotzdem immer noch die Gefahr, dass jemand doch mal irgendwie was raushaut, der eine gewisse Reichweite hat, oder was, was sich negativ auswirken könnte, und da gehst du doch besser hin und platzierst von Anfang an deine Transgender, äh, Schatten, Giovanni hat die Tausend übertreten, in Zürich, wenn ich mich jetzt hier unterbreche, aber, äh, Giovanni hat ein neues Video, Flache Erde, Kugeltheorie gegen Flache Erde Realität, ich hab noch gar nicht reingeguckt, haha, aber er hat die Tausend geknackt, ja, 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 ich mag den Giovanni, ja, so viele sehen ihn sehr kritisch, ich find das cool, was er macht, so, zurück ins Studio, der Mann, der zeknitert sich, äh, James Bond, was sagst du dazu, was denkst du denn, mit den größeren YouTubern, meinst du, das ist einfach nur, äh, und wenn, wenn ich jetzt hier plötzlich eine Größe hätte von, was weiß ich, wie viel, 100.000 oder so, ich glaube, dann müsstet ihr euch bei mir auch mal die Frage stellen, weil, ich glaube, irgendwas geht dann da nicht mit rechten Dingen vor, vor allem nicht, wenn man solche Themen anspricht, äh, sag mal, glaubst, also ich meine, das setzt ja immer voraus, dass wir davon ausgehen, dass die, äh, Angaben über Abonnentenzahlen und Videopickzahlen realistisch sind, das würde ich, ich gehe nicht davon aus, dass das wirklich stimmt, ja. Okay, also, dann kann man das ja in verschiedene Gruppen kategorisieren, also ich denke, es gibt einerseits welche, die kaufen sich von vornherein Sachen dazu, ähm, damit sie halt von vornherein schon gleich mit Respekt, äh, behandelt werden, oh, der hat, äh, viele Abonnenten, da muss ja was dran sein, ähm, dass das in die Richtung läuft, aus Eigenmotivation, aber ich denke, dass es halt grundsätzlich so ist, dass alle Leute, die versuchen, damit wirklich ihren Lebensunterhalt zu bestreiten oder das als wesentlichen Teil für ihr Geschäftsmodell betrachten, dass man da, davon ausgehen muss, dass sie halt immer kompromissbereit sein müssen. Und, äh, da ist ja die Einflussnahme, denke ich, nicht mal unbedingt nötig, damit, äh, da Leute sich konform behalten, ich meine, im Grunde genommen hatten wir das Thema ja schon. Aber, warum es Leute gibt, die große Abonnentenzahlen haben und die man laufen lässt, also, ich denke, die Erklärungen sind super einfach, weil, damit können, können, kann die Leute ein Thermometer, die können halt einfach gucken, äh, wie weit da Zuspruch ist und wie weit die Leute sich selber zählen. und wo sie eingreifen müssen. Ich glaube, das ist eine relativ organische Sache, die werden halt einfach schauen, okay, wer wird uns gefährlich, ähm, legen, können wir da hier oder da nochmal so ein paar Sachen einstreuen lassen, dass er zerlegt wird, können wir den aufs Glatteis führen, dann sind die Leute weg vom Fenster. Also, bestes Beispiel für mich ist ein Alex Jones. Wenn man seine Geschichte verfolgt, kann man ganz deutlich Karriere, Knicks sozusagen oder Umschwünge sofort feststellen. Ja, und, ähm, da ist es für mich eigentlich von vornherein klar, dass, äh, ab einer gewissen Größenordnung da manipuliert wird. Aber ich denke mir durchaus auch, dass die Leute das selber merken, ja, sondern, dass sie halt unter Zwänge gesetzt werden mit einer guten Analyse ihrer, ihrer Psyche sozusagen, wo man genau weiß, wenn man die und die Sachen den Leuten vorsetzt und fallen sie drauf rein, kann man die in den Strick draus drehen. Also, ich glaube, dass die Leute selber das gar nicht unbedingt bemerken, sondern, dass es halt, ja, relativ leise von sich geht. Also, die, die am Leiden lautesten schreien, da werde ich zensiert, da werde ich gehandicapt. Ich glaube, das ist, ähm, am wenigsten, was gelenkt wird, sondern eher das, was wir gar nicht richtig sehen, sondern was du nur über eine Biografie nachher nachvollziehen kannst. Ja, JB schreibt, gerade, 99,9 Prozent aller Truths sind Gatekeeper, ob bewusst oder unterbewusst, ist in dem Fall irrelevant. Die Konsequenz ist dasselbe. Ähm, JB, äh, 99 Prozent aller Truths haben. Ich muss ja ehrlich sagen, ähm, wer da draußen hat denn noch den Anspruch, die Wahrheit zu sprechen? Hm? Wer? Wer stellt sich denn hin in seinen Videos und promotet die Wahrheit? Das sind doch, ja, wer ist denn das? Also, naja, der Einzige, der das macht, bin ich. Es mag sein, dass es da noch YouTuber gibt, die wirklich da, ne, aber ich hab ja jetzt grad keinen auf dem Schirm. Tut mir erst ehrlich leid. Ja, und genau so super, wie ich das finde, dass, dass, äh, die Klugschiederin jetzt hier in die Sendung reingekommen ist und, äh, zu dieser Kontroverse hier, öffentlich auch Stellung nimmt, das finde ich super, ja, kristallisieren sich hier ganz große Unterschiede raus, ja. Ähm, ist es trotzdem ein Gewinn für alle, äh, wenn solche Diskussionsrunden, äh, weiter bestehen und aufrechterhalten werden, ja, aber trotzdem, ich muss jetzt sagen, also, genauso wie, äh, Frank Höfer offen in einer Sendung sagt, dass er eine Zielgruppe hat, ja, und, äh, er hat auch andere, eine bestimmte Zielgruppe und die Klugschiederin aus ihrer Situation hat sicherlich auch bestimmte Intentionen und, äh, eine Form von einer Zielgruppe, ja. Äh, ich habe keine Zielgruppe, ich habe ein Ziel und das ist die Wahrheit, ja, und entweder die Leute gucken sich das an, ja, oder eben nicht und ich lasse mir da keinen Strick draus drehen, ja, das könnt ihr voll vergessen und diese Gelegenheit möchte ich auch nochmal nutzen und transportieren, dass ich in der Blüte meines Lebens stehe, dass ich mich ganz toll fühle, ja, dass ich sehr optimistisch in die Zukunft blicke und, äh, dass nichts und auch gar nichts in meinem Hinterkopf existiert, was in irgendeine andere Richtung tendiert, ja, das Leben ist schön, es war nie die Rede von einfach, ja, keep your head up high. Sehr schön, äh, aber eine Zielgruppe habe ich auch nicht. Ich habe zwar ein Ziel, aber keine Zielgruppe. Okay, ich wollte dir da keine Worte in den Mund legen. Nein, ich kann das nur gerade passen, weil, ähm, ähm, du richtig sagst, dass, also, der Unterschied zum Beispiel zwischen dir und mir mit Sicherheit der ist, dass du dich, ähm, auf die Wahrheitssuche und damit auch zur Wahrheitskunde begibst und, ähm, ich denke, ich habe eher die grundsätzliche Haltung, dass jeder Mensch seine eigene Wahrheit, ähm, sucht und findet und das sicherlich... Glückwürden, glaubst du denn, glaubst du denn, es gibt überhaupt, es gibt überhaupt so etwas wie die Wahrheit? Nein, nein, das gibt es nicht. Ich denke, aber es gibt... Also, du glaubst das, also, du glaubst das, was wirklich ist, unabhängig davon, wie wir das jetzt sehen, das gibt es nicht. Also, das ist für jeden anders, oder? Die Wahrnehmung ist für jeden anders, der wirklich... Ja, aber du sagst, ja, aber du, ja, aber pass auf, du redest aber nicht, verstehst du, wenn du sagst... Guck mal, wenn du sagst... Nee, stopp, jetzt muss ich ganz kurz was dazwischen sagen, weil ich glaube, das könnte deine Frage beantworten. Das heißt natürlich nicht, dass es gewisse Grundelemente gibt, die Themen hatten wir zum großen Teil heute angeschnitten, Transgender, flache Erde, was auch immer. Es gibt gewisse Grundkonstanten, also das satanische System, was eine Realität darstellt, die objektiv vorhanden ist. Wie aber die Leute, die wahrnehmen und ob sie die... Jeder Mensch in der Lage ist, die vollumfänglich mit allen Aspekten wahrzunehmen, das wage ich zu bezweigen. Äh, äh, hier, äh, Klugschädlerin, das ist ein riesen Unterschied, deswegen, äh, jetzt hast du es auch nochmal korrekt formuliert, deswegen, ich rede gar nicht gerne, ja, es gibt Leute, die sagen, es gibt die vier Wahrheiten, es gibt meine Wahrheit, es gibt deine Wahrheit, äh, es gibt, äh, das, was wirklich war und dann gibt es nochmal das, äh, was die, die Allgemeinheit, glaube ich, dachte, ich weiß nicht mehr genau. Was? Ja, jetzt lass mich doch mal ausreden, ja, also, äh, das ist, das ist mir doch klar, aber wie gesagt, ich, ich mag das gar nicht oder jeder soll seine Wahrheit finden, das hat auch Helena an ihrer Wand stehen, ne, meine Wahrheit finden oder so irgendwas in der Richtung, ne, und, äh, ich muss sagen, äh, ich will nicht meine Wahrheit finden oder dass jeder seine Wahrheit finden soll, sondern die Wahrheit, wüsste ich gerne, ob ich da jemals rankommen werde, ob ich die jemals erfahren werde, das weiß ich nicht, aber ich suche die Wahrheit, ich suche das, was wirklich ist und nicht nur das, weil, viele machen das nämlich so, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, das ist meine Wahrheit und das ist deine Wahrheit und dann passt das schon so. Ich kenne, ich kenne ganz, ganz viele Realitäten, was sind viele, aber ich kenne einige Realitätsverweigerer äh, und, äh, deswegen stößt mir das wirklich extrem, äh, auf sowas halt und das, dass viele, viele nutzen das halt, um das irgendwie umzuinterpretieren oder sowas, ne, und, ja, jeder hat halt seine Wahrheit und bla bla, ich bin da echt, ich bin, ich zumindest mal an meinem Jargon oder an meinem Wort, Wortgebrauch oder was, bin da kein großer, ich weiß, meinst du nicht so, aber das ist, ich will da einfach Missverständnis vermeiden, also, wenn ich drüber rede, ich rede ganz klar von Wahrnehmungen, ja, und jeder, jeder hat natürlich eine unterschiedliche Wahrnehmung, aber das hat mit der Wahrheit überhaupt gar nichts zu tun, unter Umständen, ja, äh, ja, das ist ein schöner Satz, da bin ich, das ist super, ja, so die Wahrnehmung hat nicht zwangsläufig was mit der Wahrheit zu tun, ja, es sollte man differenzieren. Richtig, und, äh, die stimmt, würde ich sagen, bei 99% der Menschen nicht mit der Realität oder mit der Wahrheit überein. Ja. Dazu würde ich mich auch zählen, weil ich denke, dass ich, ähm, ja, weil du sagst, weil ihr kommt dann wieder auf den Punkt Ignoranz äh, oder Wahrheitsverweigerung, und ich denke, also, wenn ich ehrlich zu mir bin, denke ich, werde ich bestimmt, ähm, an Punkte kommen, wo ich mich weigere, bestimmte Realitäten anzuerkennen. Aus Angst, aus Unfähigkeit, ja, vielleicht auch einfach, weil sich in mir selber ein Widerspruch ergibt, den ich nicht auflösen kann. Ähm, ja, muss man dann trotzdem weitermachen, ist meine Meinung. Aber, wenn ich das für mich sozusagen nicht ausschließen kann, dann kann ich das für andere auch nicht ausschließen. Und, ähm, also gut ab vor denen, gut ab vor denen, die dann sagen, also ich bin da 100% auf einer Schiene, ich fahre meinen Stiefel und, ähm, ich ziehe das durch. Also, ich denke, da liegen bei mir noch eine ganze Menge Hindernisse davor, bevor ich das tun könnte. Ja, aber ich, ich denke, sowas ist immer so klug, Schiederin, also man sollte sich ja wirklich die Frage stellen und ich stelle mir die Frage auch, äh, was kann man sich leisten und was kann man sich nicht leisten? Und wenn man sich vielleicht gewisse Sachen nicht leisten kann, dann sollte man sich das gut überlegen. Ich habe sogar schon mal eine Sendung gemacht, wo ich gesagt habe, ab jetzt könnte es hier, äh, heikel werden und ab da wurde es auch dann heikel, äh, kurze Zeit danach, wo ich auch gesagt habe, ne, da kann jetzt ein Preisschild dranhängen, zum Beispiel, ne, es kann das und das, es kann die eigene Gesundheit kosten, es kann Geld kosten, es kann sonst irgendwas kosten, ne, und ich finde das eigentlich sehr vernünftig, ne, sich die Frage zu stellen, was kann man sich leisten, was nicht, weil wenn man sich dann selber komplett zerstört irgendwann, ne, dann kannst du auch keinem anderen mehr helfen, ne, dann ist, äh, dann ist sowieso Feierabend und, äh, ich wollte aber eigentlich noch auf, was? Das meinte ich jetzt noch nicht mal aufs, äh, real life im Suftan bezogen, sondern auch einfach als, äh, Widerspruch, der sich in meinem eigenen Denken, in meiner Wahrnehmung und meinem Anspruch, äh, letztendlich ergeben kann, ja, wenn ich mich, äh, eben auf dem Prozess befinde und mich darum, oder darum kämpfe, dass ich die Wahrheit erkenne, dass ich da an meine persönlichen, ja, Limits stoße, weil ich einfach die Kompetenz nicht habe, ja, das ist durchaus möglich und da so, äh, würde ich auch keinem zum Vorwurf machen. Ich meine, also ich bin dann immer so eher der Typ, der sagt, nö, also, jetzt erst recht und dann will ich da durch und mit dem Kopf durch die Wand, dann hole ich mir Beulen und dann klappt's vielleicht doch irgendwann, aber ob man das am Ende irgendwann wirklich, äh, auf dem Schirm hat, das, also, würde ich für mich, dafür würde ich bei mir nicht die Hand, äh, ins Feuer legen wollen. Dass einfach die Kompetenzen vorhanden sind, dass ich wirklich allumfänglich, äh, die Wahrheit, ähm, erkenne, realisiere und dann auch entsprechend benenne, ja. Ja, weil, ähm, selbst wenn ich's erkenne, ist es dann ja oft ein großer Zeitraum, bis man in der Lage ist, ähm, das zu formulieren, ja, weil das arbeitet in einem ja eine ganze Weile weiter und, ähm, stößt da so auf ungeahnte Leichen im Keller, die man vielleicht selber hat, so nach dem Motto. Ja, da muss man ja auch erst mal durch. Ja. Also Hut ab vor dem, der das, ähm, so für sich klar durchziehen kann. Seid ihr noch da? Ja. Ja, ich bin noch da. Ja, nimm mal meine Einblendung wieder raus. Ich bin die ganze Zeit ja auf Fokus. Oh, was hat heute vor? Hi, schon. Schade, dass die Flacherde-Live-Sendung nicht mehr ist. Stimmt? Doch. Ich hab keine Ahnung. Ich hab das nicht mal am Schirm. Wär aber vielleicht, wenn das so ist, wäre vielleicht, äh, der Startschuss, äh, für meine andere Flacherde-Live-Sendung zu machen. Ich wollte gerade sagen, wenn du das vermisst, dann mach es doch. Zum Beispiel, Robert. Da gibt's ja kein Copyright drauf, ja. Warum machst du nicht Flacherde-Live, wenn du's vermisst? Ja. Das kann man jetzt wirklich auch auf jeden, der sich selber diese Frage stellt, äh, transportieren. Ja. Also ich habe, ich habe, die Erfahrung gemacht, also wo ich, ich hatte mir eine Zeit lang kaum Sendungen gemacht und, äh, da kamen dann, haben dann auch Leute geschrieben, ey, jetzt mach doch mal wieder was und so und so. Da war irgendwie so eine Anspruchshaltung, ne, und da hab ich mir zum Teil auch gedacht, dann mach du doch auch mal eine Sendung. Vielleicht guck ich mir das sogar an, wenn's mich interessiert. Ja. Ja, das ist aber mit Arbeit verbunden und mit, naja. Ist ja kein Wunder, also für mich ist das kein Wunder, dass sowas dich dann irgendwann erschöpft, ja. Also der Mensch generell in unserer Zivilisation jetzt irgendwie ist eben nicht konditioniert, äh, ähm, ich sag mal, eigenverantwortliche, äh, ähm, kollektivistische, freiwillige Konzepte zu tragen, ja. Weil er ein obrigkeitshöriger, äh, äh, verunsicherter, ähm, Funktionär ist, ja. Also er muss, er muss in, er muss in das Rad, äh, in das Uhrwerk, ja, muss er irgendwie reinpassen, ja. Es gibt halt da nur so eine Vorgabe und da muss man reinpassen und, äh, ja, so ein individualistischer Charakter wird, äh, im sozialistischen, äh, oder kommunistischen, äh, Zwangskollektiven, als eine Bedrohung betrachtet. Ja, das ist, ist wirklich, ist wirklich der Hammer, ja. Dabei, schaut euch mal an, was ich rausgehauen habe bisher, ja. Ich hab damit, äh, direkt niemandem geschadet, ja. Auch wenn, irgendwelche Kanäle, beziehungsweise Medienkonglomerate mir das unterstellen wollten, ja, von wegen Arbeitsplätze und so und Geld und tralala, es ist irgendwie, ja. Also das ist ja wirklich der absolute Witz, ja. Ich weiß, was du meinst, ja. Äh, ich finde einfach, dass, wenn, wenn irgendwelche Leute irgendwelchen Bullshit erzählen oder so, dann brauchen sie sich auch nicht zu wundern, wenn dann andere vielleicht mal darauf hinweisen, dass sie Bullshit erzählt haben, ja. Wie, wie das ja bei uns auch ist. Nur bei uns werden ja Sachen als Bullshit dargestellt, die gar keiner sind zum Teil, Aber, äh, da wird es ja dann verdreht und Zersetzung betrieben, aber, äh, ne. Ja. Ja, die Frage sollte man sich eigentlich mal stellen, ne. Wem haben wir eigentlich aktiv geschadet? Oder wen wollten wir denn hier wirklich aktiv, äh, das war auch in der Sendung so, dass Leute sich einfach selber entlarvt haben. Also, mit, mit irgendeinem Schwachsinn. Also, finde ich jedenfalls. Aber ich will da nämlich nicht wieder ransteigern. Äh, was schreibt da, over to fall? Leider ist das oft so, das muss man erst mal erkennen. Ja. Hopp. hat eigentlich schon das Gefühl, dass du eigentlich noch was anderes warst, dass du irgendwie was machen wolltest. Sie hat irgendwie das Gefühl, dass wir dich dann da irgendwie noch mehr oder weniger durch die Themen, ja. Ich weiß es nicht genau, ne. Sie ist gerade mal kurz weg. Ach so, ja stimmt, sie schreibt ja auch, ja. Genau, gut, dann, das ist gut, das ist gut, weil, äh, sie lässt sich auch nicht davon aufhalten, denn das zu machen, was sie machen wollte, das ist gut, weil dann ist auch, dann fühle ich mich nicht irgendwie schlecht oder so. Äh, so, ähm, dass, dass, dass vielleicht einfach zur Höflichkeit noch da geblieben wäre oder sowas. Äh, so, äh, Toni, äh. Ja, das finde ich total geil. Alexander W., Robert, ich habe einen Fallschirmsprung aus 6000 Meter gemacht, die Erde ist flach, ich habe es gesehen, ja, jetzt werden, ja, Flo, Flo wahrscheinlich jetzt schon wieder, ja, auf Lager, das sieht man erst ab 30 Kilometer, die, 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 die Krümmung. Ja, das ist wirklich, äh, das zählt alles nicht, 6000 Meter, das funktioniert nicht, da sieht man noch lange nicht die Krümmung. Marvin, Marvin ist gut schätzt. Marvin, Marvin dreht frei. Äh, Toni, hast du eigentlich schon mal K.O. gesungen? Äh, nee. Es gäbe den einen oder anderen Song, aber da gibt es ganz bestimmt keine, keine Karaoke-Vorlage, ja. Ich wollte mal Hennen da mitschleppen in so ein Lokal, ne? Das war, was auch fast passiert wäre. Also, äh, ich wollte mal weggehen mit der, und das ist noch gar nichts, das war noch vor der Scheiße da, ne? Aber so lange ist das eigentlich noch nicht her, ne? Also, wo ich, ich, früher war das ja anders. Ich hatte ja früher ein ganz anderes Verhältnis zu der, ja? Und, äh, früher war das so, wo ich gedacht habe, cool, oder so, komm, wir gehen mal weg, oder irgendwas. Oder was? Hat sie auch gemeint, ja, klar. Ne? Ich hab's ja auch kennengelernt, ja? So war sie ja auch ein ganz anderes. Ich hätte das nie für möglich gehalten, dass solche, solche, dass das so eine Entwicklung nimmt, ja? Also ich hätte es schon für möglich gehalten, aber ich hätte es für sehr, sehr unwahrscheinlich gehalten, gerade bei ihr, weil gerade auch sie ist eine, die ich wirklich sehr, sehr mochte auch, ja? Die waren ja wirklich, ein paar Sachen, die waren schon immer so ein bisschen, ja, okay, mit dem Chaos-Stream, oder? Ja, aber wir müssen es noch lieber über andere Sachen sprechen. Ja, ist schon klar. Man muss da wirklich rigoros mit umgehen, ja? Man muss einfach gucken, wie der Abonnenten hat jemand, ja? Und inwiefern ist das überhaupt interessant, ja? Ja. So. Das ist mir jetzt noch mal anders. Ich würde es mir lieber mit, mit, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Abonnenten hat denn, hat denn Helena? Hat sie überhaupt noch einen Kanal? Was macht sie denn? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Ich glaube nicht, dass dein Kanal hier so viel bedeutet. Aber wenn ich mir das so Giovanni anschaue, ja? Das finde ich viel interessanter, mit dem mal zu quatschen, ja? Auch wenn er noch nicht so viele Abonnenten hat, ja? Verstehst du nicht? Aber das... Die Leute haben doch ihre Maske, die Maske runtergeholt. Nein. Du verstehst mich völlig falsch. Ich rede irgendwie schon was anderes. Nein. Nein, Pass auf. Du denkst, es geht nicht um Helena. Verstehst du das? Das war jetzt nur am... Es ging um die Karogebar. Pass auf. Ich schweife manchmal so ein bisschen ab. Eigentlich ging es gar nicht darum. Das war jetzt nur, weil... Das war auch keine Karogebar. Aber das war ein Lokal, wo das auch mal gemacht wird. Aber ist doch egal. Jedenfalls quasi so eine Art Double B. Aber für mich, ja? Also wenn ihr mich mal finden wollt, dann habt ihr vielleicht sogar Glück und findet mich dort. Aber was wollte ich dir jetzt sagen? Jedenfalls findet ihr mich da noch eher als woanders. Aber was wollte ich sagen? Nee, ich wollte damit sagen, dass es vielleicht mal interessant wäre. Pass auf. Ich kenne einen, hier zum Beispiel Gaming-Szene, der Rainer Schauder. Ist auch ein bisschen größer, der eine oder andere kennt ihn. Der hat zum Beispiel mal Streams gemacht und irgendwie irgendwas lief da nicht so wirklich. Und dann hat der Gitarre gespielt. Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt eine Gitarre hat. Ich wusste das gar nicht. Und dann hat der da was gespielt und das war total geil. Das war viel besser als der Gaming-Stream. Das war cool. Da habe ich gesagt, hier, mach noch ein Lied oder so. Und dann habe ich auch mal auf Twitch was entdeckt. Irgendwie hier so Creative Channel, bla bla. Wo dann auch Leute einfach Musik gemacht haben und dann sagen, hier, kannst du das schreiben, spiel mal das und das. Dann haben die das zum Teil gespielt. Du hast dann mit Leuten ins Gespräch gekommen. Da war eine, die war irgendwie aus Washington DC oder so. Die hat dann was gespielt und andere Leute auch. Ich fand das total cool. Ich wollte ja nur sagen, dass ich denke manchmal darüber nach, halt noch über ein paar andere Formate oder sowas. Oder was man auch mal machen könnte oder was man damit noch in Verbindung bringen könnte oder sowas. Jetzt stell dir mal wirklich vor, gut, ich bin zu faul, um ein Instrument zu lernen oder sowas. Aber jedenfalls, wobei, ne, wobei, ich kann ja sogar teilweise Instrument, aber nicht wirklich gut. Aber jedenfalls, dass das, man könnte das ganz anders mal aufpeppen oder sowas. Ich stelle dir mal wirklich vor, wer hat mir einen, der Gitarre spielt. Ich fand das auch total cool, die eine Folge, ich habe ja Flache Erde eigentlich nicht mehr geguckt, aber die eine Folge mit dem Flat Earth Man habe ich noch geguckt und ich fand das voll cool, dass der da was gespielt hat und so. Und das sind eigentlich so Sachen, das ist total cool, ne. Und das kann man auch mal auflockern oder so. Oder aber noch was anderes mit einbauen oder so, dieses, ja, verstehst du, was ich meine? Oder, oder auch mal andere Sachen. Ne, ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll, ja. Äh, ich habe das übrigens letztens tatsächlich mal ausprobiert. Ich habe letztens tatsächlich, äh, ähm, ja, aber ich, ich kann halt nicht singen, ja. Ich kann nur singen, wenn die Musik ganz laut ist im Auto oder so und dann, ne, dann kriegt es ja keiner mit, ja. Das, das ist schön. Vor allem für die anderen. Dann singen wir noch ein wenig was mit, aber, äh, ich wünschte, ich wünschte, ich könnte singen, ja. Ich würde, fände ich wirklich ganz toll. Äh, aber, ja, irgend so wie was. Das ist zum Beispiel auch ein Trugschluss, ja. Und ich sagte, jeder kann singen. Ja, klar, aber dann nur. Warte mal, warte mal, jeder kann singen. Das ist wirklich so. Das heißt, das ist ein Organ und das kann auch trainiert werden. Das ist ganz einfach. Wir haben doch keinen Gesangsunterricht. Bono zum Beispiel ist das beste Beispiel dafür. Bono ist für mich, ja, der, der konnte nicht singen. Der konnte nicht singen. Und in den 90ern ungefähr hat man ganz genau gemerkt, der hat Gesangsunterricht bekommen. Und das merkt man. Man kann das alles machen. Ja, natürlich. Aber trotzdem gibt es auch gewisse Leute, die haben auch ein gewisses Talent, ja. Oder die haben auch vielleicht auch trotzdem schon andere Voraussetzungen. Ich weiß es nicht genau, aber, äh, keine Ahnung. Ich überlege mir halt eben nur, was könnte man sonst noch machen oder so, ne. Und, äh, es gibt, es gibt auch so andere Sachen, da hätte ich total Bock drauf. Aber wie gesagt, da ist ja keiner dabei, ja. Äh, das müsste auch nicht unbedingt so ein Gaming-Scheiß sein, aber, ähm, ich will mal wieder irgendwie was, was Witziges machen oder irgendwie was, was, was Lustiges oder einfach irgendwas mitreißendes. Ich kann das nicht, ich weiß nicht genau, was mir da vorschwebt, aber, äh, ich versuche gerade da irgendwie ranzukommen, ne, was das sein könnte und, äh, einfach mal, jetzt, weißt du, was total geil wäre wirklich, ne? Es wäre total geil, wenn wirklich, das ist schade, dass wir da keinen dabei haben, aber, äh, ich bin einfach zu voll dafür, aber, wenn wir einfach einen hätten oder so und dann würden wir einfach so ein Leader machen, aber über einen Hangout, ja, wo dann live irgendwas gespielt wird oder mal was gecovert wird oder was auch immer, ich fände das, fände das saugeil, ja, ich finde sowas, äh, das geht aber nur, wenn du, wenn du halt, ähm, experimentierfreudige, ähm, humorvolle, äh, selbstbewusste Leute zusammenbringst, ja, so, die jeder dann seinen, äh, äh, Inputs da so liefern, damit das läuft, ja, so, 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 er springt mich an, mein Kater springt mich an, ja, dann probier dich aus, also ich mach das ja mit den Videos, deute das ja auch über, also ein, ja, wo, wo ein Wille ist, ist ein Weg, ja, und sollte sich da, man sollte sich da keine Grenzen setzen, vorsetzen lassen, ja, Also viele, viele Leute haben auch mal geschrieben, dass sie das so interessant fänden, ja, äh, wenn wir mal irgendwas zocken würden oder so, ne, aber es ist ja, schwierig dich dafür zu gewinnen. Also ich hätte da ja grundsätzlich auch nichts dagegen, aber, äh, ich würde da sicherlich auch mit einer ganz anderen Spielweise rangehen, also ich hab, ich, ja, es fällt mir halt schwer, weil es ist eine Form der Ertäuschung, ja, 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 ich weiß, ähm, ja, jetzt irgendwie was zu, 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 zu machen, äh, was ich selber eigentlich irgendwie kritisch oder als destruktiv, äh, äh, empfinde. Was ist denn, Marvin? Du hast doch schon was gekriegt. Zweimal heute schon. Ähm, ja, oh, mein Scheiß. Komm her, was, komm her. Warte. Hä? Was ist denn? Ach, der Kater fetzt. Ja, äh, ja, was soll ich dazu sagen? Let's play. Lass deine Fantasie, äh, lass da freien Lauf, ne? Was ich zum Beispiel sehr cool finde, ist zum Beispiel von, ähm, ähm, von, äh, Mr. E, das Video, was ich ja auch gespiegelt habe, ja, dein letztes Musikvideo, ja, zu diesen Trennies von, äh, von den Oscar-Verleihungen. Ja, da merkt man schon, dass er da, da ist ein, da ist, das ist abgemischt, ja, also, das, das hört man, also da sitzt er nicht einfach nur mit Gitarre und singt, sondern, äh, das ist schon ein besseres Mikro und das ist halt auch alles abgestimmt. und, äh, das ist wirklich auch schon, äh, verwendet er einen ähnlichen Stil, wie ich, äh, selber halt auch oft verwende, nämlich den, den Bilderwechsel auf, auf dem, auf dem Beat und, äh, erhöht den dann an einem ganz bestimmten Punkt, kurz vorm Schluss nochmal, also, das vom Videoschnitt her ist es, äh, sehr einfach, ja, aber wirkungsvoll und ich, ich liebe das, ja, weil ich es halt selber auch so arbeite, aber er setzt halt noch einen drauf, indem er, indem er, äh, äh, ein Musikstück mit einem eigenen Text, äh, das Alter, der, der absolut zum Thema passt, äh, dann noch, noch einfließen lässt und nimmt das auf, ja, und das ist für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass jemand, äh, mit, mit, äh, mit Begeisterung, ja, und Überzeugung an eine Sache rangegangen ist und, äh, sich dabei jetzt auch keinen abgebrochen hat, ja, sondern dass irgendwann kommst du an einen Punkt, wo das dann fließt, ja, und, äh, das Einzige, was es braucht, ist, ist, ist der Mut, äh, sich in eine ganz bestimmte Richtung zu entwickeln, oh, die Katze nimmt gerade die, die Bude auseinander, ich muss mal gucken, da ist gerade was umgefallen, ja, das kann ich jedem nur empfehlen, also Drehstühle, ja, sind, äh, das beste Spiel, der beste Spielplatz für Katzen, ja, also da steht er in der Ecke und, äh, Marvin nimmt dann immer Anlauf und springt da drauf und dann springt er wieder runter und der dreht sich dann, ja, es ist total, am besten noch was drüberhängen, eine Decke oder ein Tuch und dann ist es das beste, der beste Katzenbaum ever. So, let's play, bist du noch da? Ja, ich habe ein bisschen mal gelesen, was du da am Tuch schreiben, äh, 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 keine Ahnung, aber jetzt wird da schon noch was anfallen, ja, da wird, da wird schon irgendwas kommen, glaube ich, ne, also, äh, ja, ich wollte wirklich schon in letzter Zeit, ich wollte in letzter Zeit wirklich öfter mal, na gut, die letzten Tage war auch zeitlich ein bisschen blöd, aber, äh, ich habe mir echt überlegt, ich wollte wirklich schon mal wieder in so einen Gaming-Stream machen, aber irgendwie habe ich es dann doch nicht gemacht, dann war mir der Aufwand wieder zu hoch, es einzustellen wieder und bla bla, wollte ich dann doch nicht, aber, äh, ähm, ja, keine Ahnung, ich merke auch immer wieder, dass diese Games alle, ähm, zu unflexibel sind, ja, das heißt, egal wie, es findet in dieser sogenannten virtuellen Welt, äh, immer irgendwelche Einschränkungen statt, ja, so, also, mir haben Spiele zum Beispiel gefallen wie, ich weiß nicht, hieß das nicht Fallout, auch so eine James-Bond-Geschichte, wo du, wo du, wo du halt auch viel mit Flugobjekten unterwegs warst, just cause, just cause, aber selbst da hatte man auch nicht die Möglichkeit, wirklich richtig sich frei zu bewegen und da kommen dann solche Fantasy-Geschichten dazu, halt, die mit, ähm, Physik auch nicht vereinbar sind, wie dieses Lasso, ja, so diesen, dieses Seil da irgendwo hinzuschießen und sich da mit ganz schneller Geschwindigkeit an diesen Punkt dann da ranziehen zu lassen, ja, also, das ist eine ganz spannende Geschichte, aber wenn man das mal genau betrachtet, das sind diese Geschwindigkeiten und diese physikalischen Geschichten, ja, also du wärst nach fünf Minuten, wärst du windelweich, wenn das alles so laufen würde und, ja, das geht halt alles für mich wirklich, äh, weg von der Realität, ja, so. Ja, das stimmt, das stimmt tatsächlich. Für mich sind alle Computerspiele, ja, alle, egal ob nun Jumpen, Runen und Autorennen und, und was weiß ich, das sind weitere virtuelle Welten, die da kreiert werden und, äh, der Unterbau ist der schwarze Würfel, The Cube, die Welt und, und das wird einfach nur weiter adaptiert und die Leute, äh, werden darin, äh, gehalten, ja. Das stimmt alles. Das will jetzt nicht sagen, äh, also ich gehöre nicht zu den Leuten, die durch die Gegend rennen und dann hier, das ist total verdammt und so, ja. Also das. Basiert auf den freien Willen, ja, die Leute haben jederzeit die Verlegenheit zu sagen, ich mach das nicht, oder das ist alles freiwillig, äh, da ist überhaupt kein Zwang im Spiel und deswegen, äh, ja, betrachte ich das jetzt auch so kritisch. Nee, also, ich weiß nicht, also ich irgendwie, ich werde da auch wieder irgendwas machen, ja. Ich hab jetzt keinen Bock, mich da wieder so reinzusteigen, ich hab ja wirklich eine Zeit lang, gerade auf Twitch, da hab ich sehr, sehr häufig dann gestreamt und, äh, das will ich nicht wieder, ja, in der Form, ja, äh, aber, äh, ich hab da schon mal wieder Bock, irgendwie ab und zu was zu machen, auch wenn es da Tarnisch ist, ich scheiße da irgendwie drauf, also, es ist irgendwie, weiß ich nicht, man hat einfach wieder Bock drauf, ich mein, Alkohol ist auch nicht unbedingt. Wenn du das zum Beispiel benutzen kannst, um die Leute da draußen zu sensibilisieren, ja, gerade was diese, vielleicht werde ich das auch mal machen und dieses, dieses Ägyptenszenario da von, von, weißt du, ich hab das, weißt du, Toni, ich hab das früher, weißt du, ich hab das früher, das ist ja noch nicht so lange her, wann hab ich denn viel auf Twitch gespielt, das war 2016, ja, und, ich hab da irgendwie immer probiert und damals war ja gar nicht so, äh, schlecht besucht der Kanal, gut, mittlerweile ist der halt tot, aber, aber, äh, es war einfach so, dass, ähm, wurde ja auch dann gesperrt und alles noch, äh, jedenfalls, äh, das war wirklich so, also, dass du irgendwas gezockt hast und dann hat man auch mal so politische Sachen mit einfließen lassen oder auch andere Sachen oder wo man dann mal drauf gekommen ist oder so ein Zeug und das irgendwie, und das hat sogar die Leute interessiert, das hat mich total überrascht, ne, weil ich ja auf YouTube damals eigentlich nicht so mega erfolgreich war damit und, äh, aber komisch, auf Twitch auch Themen angesprochen oder so, ja, und da gab's halt nicht so wirklich Tabus, außer jetzt vielleicht Themen, die einen schneller in den Knast bringen, als man denkt, aber, äh, das ist was anderes, aber ansonsten, ähm, ja, und das war eigentlich so, ich hab auch immer gedacht, das würde irgendwie, man könnte auch über die Schiene mal Leute erreichen, die, äh, man sonst vielleicht nicht erreicht, ja, das war auch immer so, weißt du, ich war ja nie so jemand, der dann gesagt hat, ey, nee, jetzt, äh, ich bin jetzt hier super angepasst, ich rede über nichts mehr, sondern ganz im Gegenteil, ich hab das sogar als Plattform benutzt, ähm, aber halt, ja, weiß ich nicht, also das, ich überlege ja auch immer wieder, was könnte man denn nochmal machen, um auch mal an Leute ranzukommen, weil wir sind halt immer in der Bubble drin, und da mal wieder auszubrechen, äh, ja, keine Ahnung, weil ich hab da irgendwie trotzdem, trotzdem mal wieder Bock, ich werd da wieder irgendwas machen, es ist hier mit Alkohol, das ist Alkohol, das ist Gift, ja, im Grunde genommen, aber man hat trotzdem auch mal Bock, zu feiern, Alkohol zu trinken, ja, äh, aber, äh, Jo, ich werd, ich werd mich auch langsam ausklinken, weil, wie gesagt, ich hab hier noch Material liegen, und ich wünsch, dass das wieder so ewig dauert, und, naja, mach das mal, ich fand, das war eine super Sendung, ja, ich freu mich auch, äh, auch Klugschiederin, wenn, bist du, bist du wieder da? Ja, ich bin gerade eben, äh, hab ich mich wieder vor den Rechner gesetzt, ja, ich fand's auch eine, ähm, schöne Sache, ist ja eigentlich, glaub ich, erst mal, zweiter Livestream gewesen, ne? Kann sein, ja? Ja, weiß ich nicht, ein oder zweimal, nee, ich war nur einmal bei euch, ne? Und sonst war kein, und, hatte ich sehr, auch bei mir oder bei Let's Play warst du mal in der Sendung, ist schon eine Weile her. Bei Let's Play, genau. War, glaube ich, letztes Jahr sogar. Äh, ja, bin ich sehr gefreut, sehr gefreut, dass du da warst. Sehr entspannt, sehr unterhaltsam. Ich hab ja manchmal so ein bisschen Formulierungsstörung, Findungsstörung sozusagen, ja, manchmal ein bisschen unpräzise im Wort, merke ich dann irgendwie, wenn, ich merke, dass das, was ich gesagt habe, völlig schräg angekommen ist, aber man übt sich ein bisschen. Ja, ja, fand das wirklich toll, dass du da warst, weil ich hab ja so oft schon wieder gesagt, komm doch mal wieder oder so, ne? Bist natürlich auch, äh, gerne in mein Herz Willkommen, ja? Würde mich auch total freuen, wenn's auch mal wieder klappt. Ähm, ähm, ich überlege mir, werde vielleicht nachher sogar noch einen Gaming-Stream machen, ich weiß noch nicht, weiß noch nicht was, äh, vielleicht hab ich da doch noch Bock da, ähm, vielleicht geh ich nachher auch noch mal auf Sendung, mal sehen, ich weiß es nicht, um das Video zu promoten. Ja, also kannst du auch jetzt natürlich noch. das ist das Material. Ja, aber, äh, hier, also ich werde jetzt, werde jetzt eh gleich Schluss machen, also ihr könnt doch rein, hier wird schon rausgehen, weil ich quatsch jetzt hier vielleicht noch 10 Minuten oder so, also offiziell ist eigentlich schon die Sendung rum, ähm, ich werde jetzt nur noch ein bisschen mitnehmen. Also ich, 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 ich kling mich da jetzt ja aus, Dankeschön, und, äh, ja, wie gesagt, super, super, dass man sich ja auf der öffentlichen Bühne dann begegnet und es auch mal ausdiskutiert, ist ganz wichtig und ich muss jetzt an das Video rein. Ja, ist klar, bis dann, ja. Ja, macht's gut. Ja, dann, gutes Gelegen. Danke. Alles klar, tschüss. Jo, dir auch danke nochmal. Bis dann. Ja, danke auch für die Einladung. Kommt gerne mal wieder, besorgen wir mal ein Mikro und dann. Ja, mach mal, mach mal. Äh, jetzt interessiert mich hier noch, ähm, hm, ich frage jetzt mal die Leute, die noch da sind, habt ihr denn noch Bock, dass wir noch so einen Gaming-Stream machen und was habt ihr denn Bock? Also, heißt es immer doof, ich hab, wenn ich, wenn ich so Sachen zocke, die dir gar keine interessieren, dann kannst du für mich selber zocken. Das ist ja blöd. Also, äh, ja, vorhin hat jemand was geschrieben. Ja, äh, äh, Saiken Densetsu 3, äh, das hab ich sogar schon mal irgendwann angezockt. Ähm, es hatte sogar einen High-Resolution-Mode. Ähm, eins von den wenigen Super Nintendo-Spielen, die das hatten. Also, ähm, Saiken Densetsu, wenn ich das überhaupt durch ausspreche, das eine selber auf dem Game Boy. Das hat aber bei uns einen völlig anderen Namen gehabt. Das war bei uns bekannt, der Mystic Quest Legend, glaube ich, auf dem Game Boy. Das war aber eigentlich Saiken Densetsu 3, äh, eins. Saiken Densetsu 2 war bei uns als Secret of Mana 1 bekannt und Saiken Densetsu 3 ist bei uns gar nicht erschienen. In Europa, äh, aber in Amerika zum Beispiel war das dann Secret of Mana 2, was übrigens auch nicht schlecht war. Operation Flashpoint, interessant. Äh, oh, das, ich hab das nie durchgezockt, richtig. Es gibt übrigens noch eine coole Version davon für die, für die Xbox, für die ganz alte, ähm, die optisch aber besser aussah wie die PC-Version zum Teil. Moment, ich hab das doch hier sogar irgendwo rumliegen für die Xbox, für die ganz alte. Ich hab tausend Konsolen, also, mh. so. Ja, das, aber das dauert ja so lang. Ja. Ja, das wär dann was, was wir wirklich mit ein paar Leuten zocken müssten, ne? Das wär geil. Da wirklich mit ein paar Mann, was mir ja immer so gut gefallen hätte, ne? Ja, hier mit, mit etwas bekannteren Leuten auch, die man eben so kennt, hier mit der Englern-Szene oder, Truther oder was, wird da mal mit Leuten, mit, mit, mit der tollen Besetzung, da mal irgendwie was, ich hätt das geil gefunden. Ja, Operation Flashpoint war damals seiner Zeit voraus, ja, vor allem Hardware-Anforderungen technisch, also, wenn du da alles auf Maximum gestellt hast. Äh, es gibt da einen Hack mit englischem Text, ja. Ja. Es gibt sogar einen Hack mit deutschem Text, soweit ich weiß. Ja, das ist sowas, was das, wenn das schon so ein Multiplayer hat, dann will ich schon mit mehreren Leuten, das Zocken, ne? Muss mir mal erklären, was man da zum Zocken alles braucht, das wäre echt cool, du brauchst eigentlich gar nichts. Also, dein Headset vielleicht und dann, naja, das Equipment halt. Ich hätte, ich hätte einfach mal Bock auf sowas. Ja, ähm, ja, wie gesagt, sogar über einen SNES-Emulator oder NES-Emulator, scheißegal, man kann das online zocken, das geht das. Planetside, free to play, also, hier to go. Ja, ähm, das hab ich auch schon mal. Fand ich noch so vom Prinzip her, find ich auch nicht schlecht, ja? Hab ich jetzt aber eigentlich keinen Bock drauf. Dann würde ich wirklich eher noch diese Kacke da zocken, ähm, was bei PS3 kann ich mitmachen, sonst hab ich nix. Ich hab ja alles, ja, hab ja, sogar alte Konsolen hab ich ja noch. Ja, äh, ich hab sogar wirklich manche Spiele echt viermal, für alles, für alle Plattformen dann oder so. Und die meisten Leute, die ich so kenne, die spielen andere Sachen als ich. Das ist, da hab ich ja nicht so Bock drauf. Ähm, also ich hätte wirklich Bock, ein super cooles Rollenspiel mit ein paar Mann, sei es Secret of Mana oder sowas, oder andere Sachen mit Koop, boah, das wär so geil. Das wär absolut ärmer. Ich hätte da voll Bock drauf. Ja? Auch andere Sachen von mir aus. Notfalls auch Borderlands oder so. Mit einer richtig geilen Story. Und dann, kennt ihr das nicht? Secret of Mana oder sowas. Ja? Ich mein, und, ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid, aber ich hab ja zum Glück noch die, äh, ich find das cool, weil, wenn man das nicht so erlebt hat, dann, Rollstuhl mit Ha-Ha-Ha. Ja, genau. Nee, aber ich find das eigentlich cool, dass, äh, ich mein, wer jetzt erst, äh, keine Ahnung, wie alt ist, er hat die Zeiten ja nicht so wirklich live miterlebt, ja, aber es ist cool, dass einfach live miterlebt zu haben, die Zeiten. Und, war, war eine coole Zeit. Ähm, ja, was hat der Flug Lust? Überall voll gerade, die alten Grafiken sind doch noch cool. Ich finde zum Beispiel die N64-Version von Ocarina of Time viel geiler als Breath of the Wild. Ja, also das hat irgendwie, N64 hat das sowieso was von den Texturen her, das hat der irgendwie, ich kann das nicht genau beschreiben. auch Banjo und Kazooie oder sowas, das kann man sich heute noch angucken, ne, das ist wirklich faszinierend. Ähm, ja, und sowas wäre einfach geil. Ich mein, der Kanal heißt doch Let's Play and Talk und nicht Let's Talk and Talk. Ich will da mal wieder irgendwas machen, aber ich, ne, ja, Street of Mana war auch top. Ebenso, äh, Luthier oder Terranigma ist ja damals quasi für uns rausgekommen und die Amerikaner haben das, glaube ich, nicht gekriegt. die hatten dafür aber Chrono Trigger und das ist sehr, sehr geil. Das hab ich auch geliebt. Ja, ich hab's gar nicht ganz bis zum Ende, dann ist irgendwie was passiert. Ich hab das natürlich nur für den Emulator. Äh, ja, alles war schon cool. Da gab's sogar noch, äh, einen Fan-Nachfolger davon. Und dann gab's noch Chrono Cross. Das kennt auch fast keiner. Das hat eine Hammer-Grafik für PS1-Verhältnisse. Oder wir zocken Fortnite. Äh, das wäre zum Beispiel was. Ist ja auch Free-to-Play. Ähm, aber ich bin nicht so der Fortnite-Fan eigentlich. Aber gerade, gerade mit dem Sea of Thieves. Also, das wäre wirklich schon mal eine Möglichkeit. Guckt euch das mal an. Dann hab ich mir auch noch überlegt. Ich könnte heute noch was streamen, und zwar Late Shift. Was ich mir schon seit Längerem überlegt habe. Spiele-Runde Texas Hold'em. Da wäre spannend. Shooter-Poker-Night. Ja, das wäre doch mal was. Das, ich kann mir das auch vorstellen, das hätten andere auch schon längst mal aufgreifen können, ne? Ja, also, also, was hat der Fluglosen-Sachen? Turok mag ich eigentlich nur die Shooter-Spiele. Die Turok-Spiele. Ich hab manchmal das Gefühl, dass der eine oder andere hier, dass wir da irgendwie halbwegs im gleichen Alter sind. Jedenfalls, vielleicht bin ich noch etwas jünger, aber ich hab da nämlich sehr, sehr, sehr früh angefangen. Aber oder manche Spiele mir auch S gekauft, wo die gar nicht mehr so aktuell waren. Äh, ne? Ja, unbedingt heute noch zockern. Das sehe ich mir noch an, genau. Baa! Ja, also, ne? Und die Brunne genommen. Was wäre denn mal richtig geil? Was wäre denn mal so eine Sache? Was? Nabe, ne gepflegte Oval-Party-Floh ist auch da. Äh, du kannst sogar noch kurz in die Sendung kommen, weil ich mach eh mal Schluss. Äh, ich mein, ne, FIFA, ja, okay. Also, dann spiel ich lieber im Real-Life-Fußball. Aber, äh, ich kann das wissen noch. Ah, hier, Fluglose, hat der Roboter voll auf 8. Sonst wirst du von JP als Gatekeeper eingestuft. Boah, ja, äh, Mensch, hier. Oder überlegt euch für mir, also, überlegt euch irgendwas, was man im Koop zocken könnte, oder so. Ähm, man kann sogar keine verrückte Sachen machen. Man kann sogar, obwohl es gar nicht im Koop ist, kann man hingehen, und, äh, ich hab das zum Beispiel auch mal gemacht auf Twitch. Ja? Ähm, zum Beispiel, das ist das einfach, das war gar kein Koop, aber zum Beispiel Donkey Kong Country 2. Und da haben wir aber zum gleichen Zeitpunkt angefangen, ne, und wer dann halt zuerst durch ist oder so. Das war auch total cool. Ja? Oder sowas. Dann immer gucken, ah, scheiße, der ist schon so und so weit. Ja? Dann gibt es noch andere Sachen. Ihr könnt noch mal online Risiko zocken, also so Free-to-Play-Scheiß, oder Risiko hab ich immer geliebt. Ich fand Risiko immer geil. Ähm, ich mag eigentlich keine Brettspiele, aber das mochte ich auch als Brettspiel. Ähm, hm. Ja, also wie gesagt, entweder sowas, was man halt mit ein paar Mann zocken könnte, oder, ich muss doch wirklich sagen, dass meine Handyhülle echt unglaublich geil aussieht, ne. Also ich, ja. Hm. Was? Robert, du vorher verbreitet, aber keine Psyrips wie QAnon, also wieso sollte ich ihn als Geldgeber einstufen? Da hast du mal Glück gehabt. JB, du bist nicht so der Zocker, oder? Oder, ich könnte hier mal was zocken. Guck mal, ich wende die, die Möglichkeiten sind ja quasi unbeschränkt. Man kann ja, mir ist das egal, ich lad mir eh jede Scheiße runter, ne. Äh, und ich kaufe dann sogar immer noch die Originale, aber egal. Äh, wenn ihr meine Steam-Bibliothek sehen würdet, oh Gott, aber, hm, ich meine, so, hier, und dann, dann haut doch mal irgendwas raus, also, oder irgendein alter Klassiker, oder sowas, ja, wo ihr jetzt sagt, boah, ich hab keinen Bock, das selber wieder reinzuschmeißen, aber das könnte man doch mal hier streamen. Doch. Was? Doch, hast du nicht in meinem Video gesehen, Let's Play? Da ist ein Ausschnitt von Overwatch dabei, wo Flo Plus seinen großen Auftritt hat. Äh, ach so, ja. Ich wüsste auch nicht, dass du da selber zockst. Ach, das zockst du alles, James Bond? Was? World of Warcraft, Rocket League, PUBG, oder Overwatch, spielst du da am echt jetzt? Du musst ja vielleicht noch nicht mal da großartig was sagen, ne? Aber ich will schon live das auch streamen, ne? Jetzt sag doch mal irgendein, irgendein Klassiker-Mensch, von mir aus auf dem NES oder Super Nintendo oder egal was. Playstation 1. Doch, das bin ich, erkennst du daran, dass ich im Chat für 23 Tage gewandt bin dort, okay? Hä? Mega Man. Ehrlich gesagt, denke ich ja gerade drüber nach. Also Mega Man ist so wirklich hier, äh, oh, jetzt kommen ja mal Vorschläge, das ist geil. Boah, Mega Man, das könnte ich sogar durchzocken, sogar noch bis zum Schluss. Ja? Wäre doch cool, bis zum Happy End, wo der Mega Man dann mit dem Zug heimfährt, also wäre doch cool. Und Secret of Mana, ich weiß noch, wo wir das durch hatten, das war, als hätte man wirklich dieses Abenteuer selber erlebt. Und der Schluss, der war noch so traurig. Ach, das war geil. Hammer. Hab ich echt geliebt. Secret of Mana war aber auch sehr geil. Haben viele gar nicht auf dem Schirm. Äh, was, Playstation 1, da fand ich eigentlich nur Tekken und Fighting Force gut. Ja, Tekken 3 für eurem, ja. Hat er auch eine spitzen Grafik für PS1-Verhältnisse. Bomberman 4, Spieler. Ja, Bomberman, cool. Dein liebstes Mega Man, das du hast. Mega Man 3, natürlich. Äh, Sam Jones, Resident Evil 1, da könnte man sogar mal das das echte Spielen. Also das ist das Original. Oder eben das Remake. Keine Ahnung. Aber echt, da bin ich auch nicht mehr so. Silent Hill, da wäre ich eher noch dafür zu haben. Wir haben doch mal Silent Hill gestreamt. Da könnten wir doch eigentlich mal weitermachen. Das, äh, Downpour war das. Oder das 1er wieder. Das ist auch geil, Silent Hill, mit den Rätseln und so, aber dann nicht im Internet überall gucken. Sondern dann selber mal, ne, da gab es so dieses Shakespeare-Rätsel da beim Silent Hill 3. Das war aber geil, wo die Leute dann richtig mitgemacht haben im Chat. Wolfenstein 1. Hä? Das ist ja, die Grafik, die man mir dann doch... Äh, ja. Vielleicht code, code ich mal einen Mega Man mit dem Gatekeeper als Gegner. Wie jetzt mit dir selber, oder was? Du könntest mal ein neues Mega Man für mich rausbringen. Oder du könntest ja, genau, du könntest ja mit, äh, ja, das ist ja doch geil. Was ist denn so, Mahoney Man oder so, oder JB Man. Ja, lustig. Let's Play, Tony Hawk 2, oh, das war geil. Es gab sogar noch einen Tony Hawk's Remake, ich wusste das gar nicht für die erste Xbox. Boah, vom 2er, glaube ich. Boah, ich habe Dead or Alive gespielt, das hat ein wenig Spaß gemacht, Flo Plus, gibt, gibt den Plus. Aha, so geil. Row at to Fall, ich habe das Gefühl, dass, äh, das ist dein Ding ist, dass du hier wirklich was, äh, ich kann mir sogar vorstellen, wie der Mahoney Man aussieht, mit dieser Pixel-Grafik. Ich kann es echt vorstellen. JB, weil eine Person, die so hieß, mir einen, äh, äh, was? Als Spiele-Idee-Hangout-Fights für PS4, Xbox One. wäre alles möglich, kann man bei euch meinen Hangout kommen, äh, um zu crashen. Kannst du mir auch mal auf Discord umschreiben und mir ein bisschen Honig und Fond schmieren, vielleicht lasse ich da mal an. Ich bin derzeit gar nicht aktiv. Warte, W-W-Klassik, oh, das könnte wieder cool werden. Mh, also Robert to Fall, jetzt machen wir hier eine klare Ansage. Man könnte auch Chip and Chap zocken oder so hier, Chip and Dale, beziehungsweise, jetzt sei dir sicher, Robert to Fall, ist das wirklich sein Ding, was? Ich bin ja wirklich so jemand, der, also ich zocke ja wirklich alles, ne? Also auch wirklich die Klassiker oder so, aber auch ganz moderne Sachen natürlich. ich hab da irgendwie ja, James Bond, dann geh ich. Mensch. Ich fände das auch cool, mal hier Mario Kart zu zocken mit ein paar Mann, aber das hat ja dann keiner. Das DuckTales-Spiel für den NES war auch top. Ja, das hab ich sogar letztens fast mal gezockt. Äh, das war cool. Das war echt cool. Eins hat mir sogar besser gefallen, als ein zweier. Super Mario, aber welches? Ich will einfach irgendwas zocken, was vielleicht abendfüllend ist, aber was man wirklich in einem Abend durchzocken könnte, ne? Wer, wer hätte denn noch Bock dran zu bleiben, äh, wenn wir jetzt wirklich noch was zocken? Der soll einfach mal plus, plus, plus schreiben. Teil mal plus. Haben wir in den Chat reinschreiben gerade? Wer, wer da noch Bock hat? Damit ich mal sehe. Ja? Nein, nein. Ja, James Bond, was soll man ja mal zocken? Mal irgendwas Geiles, das ist Captain Planet auf dem NES. Boah, es gab beim Simpsons-Spiel hier mit Bart Simpson mit den Aliens da immer, ne? Wo der das, äh, entdecken musste. Boah, das war aber sau schwer. Oder, oder Radioactive, Bart versus, versus Radioactive Man. Oh, das war auch noch sau cool. Das beste Jump and Run-Spiel ist meiner Meinung nach Yoshi's Island. Ich habe Yoshi's Island richtig geliebt. Das hat auch, gerade das erste Level hat schon so einen schönen Soundtrack. PUBG könnte bei Zocken in der Vierer-Gruppe würde gut passen. Vielleicht zocken wir wirklich PUBG. Wer hat das Bock auf PUBG? Also ich habe es natürlich auf allen, allen, äh, Plattformen, ja? Sei es Smartphone, Xbox One und natürlich PC. Also. Donald Duck, Quack Attack. Oh. Auch nicht schlecht. Landschafts, Landschaftssimulator, dort gibt es keine Camp Trials. Echt? Dann werden sie bestimmt reingebaut. Unreal Tournament Turnier, aha. Oder Fortnite, PUBG im Comic-Style, ja, kennen wir schon. Was? Warms, oh, Warms ist auch nicht schlecht. Das könnte man auch mal mit ein paar Mal Das ist cool. Also jetzt haben wir doch hier schon ein paar Vorstellungen. Das ist immer cool. Und das Geile ist, ich kann mir auch irgendwann die Sendung nochmal angucken und dann nochmal hier, was, Battlefield 2, auch geil, auf der Xbox 360. Das war schon die Xbox 360, Battlefield 2, echt? Ich dachte, das wäre noch die alte gewesen. Hm. Bauen wir vielleicht. Die sind so cool. Damals fühlten sich alle durch Fußball verbunden, heute durch Zocken. Warms ist cool. Commander Keen, ne, ich war nie so der Commander Keen-Fan. Ja, ich bin nicht so der Commander Keen-Fan. ich bin nicht so Wir spielen Half-Life, ich werde langsam okay. Naja, ich muss sagen, boah, ich war ja so gehypt für Half-Life 2 damals. Ja, aber die Grafik sah nachher nicht so aus. Vor allem nicht die Dachziegel, ne. Die haben nicht so schön geklänzt wie bei der Präsentation. Und das hatte damals sogar einen Vorteil, ich hatte eine Radeon 8500 damals und das hatte wirklich einen Vorteil, weil die hat DirectX 8.1 unterstützt und da hatte man, tatsächlich konnte man da durchs Wasser durchgucken, ja. Wie in dieser einen Technik-Demo von ATI. Zwei damals noch nicht AMD, sondern ATI noch. GTA Star Trek Star Trek auf dem NES. Das war auch sehr geil. Vor allem, weil dann nachher noch hier, weil man dann durch die Romulanisch neutrale Zone muss und dann Sir, Warbur, De-Clocking, Directly Ahead. Und dann Scheiße, Alarmstufe Rot und dann haben sie einen so lange gejagt, bis sie einen hatten. Aber die Lösung war gar nicht Alarmstufe Rot, denn Kirk musste sie austricksen. Piñatas für Xbox. Ich habe alles da. Ich habe auch noch ganz alte Xbox-Spiele, dafür die erste Xbox. Ich habe alles zu dir stehen. Star Wars The Old Republic, okay. Du meinst jetzt The Old Republic, nicht Knights of the Old Republic. Übrigens, sau cool, im Zuge der Xbox One Abwärtskompatibilität. Cool, weil dann habt ihr endlich mal Knights of the Old Republic in der hohen Auflösung, aber mit Controller. Was ihr natürlich über Steam auch könnt, aber das ist dann immer so viel Fummelarbeit und so ist es halt auch daran angepasst. Cool. Silent Hill. Silent Hill könnte man echt mal zocken. Ja. Das ist cool, sowas mit mehreren Leuten. Silent Hill, ah scheiße, wo muss man jetzt hin, wo war denn der, Gegenstand noch? Prince of Persia? Der hat sich übrigens so spät, es gab ja auch 3D Prince of Persia, der hat sich dann mehr oder weniger von den Mechaniken Assassin's Creed später herausentwickelt. Das ist auch in New York, egal, ich hab jetzt noch keinen Bock drauf. Gleich spiele ich an meinem Pimmel rum, wenn du noch länger fragst, LP entscheide ich jetzt. Was für die, ich hab eh die Vermutung, dass wenn ich hier ausmache und dann in 15 Minuten das Stream wieder anmache, dass Eken da mehr da ist. Borderlands Quilt und lustig wäre ich dabei, aber nur 5 Spieler, wie 5. Ich dachte mal, das könnte man nur zu 4th. Also ich hab ne Version, die kannst du auch zu 4th im Couch-Coop sogar, ne? World of Tanks. Ich hoffe, dass es auch die neue Engine kriegt, auch für Konsolen, ne? Viel Spieler richtig, ja. Ich hab's ja auf allen Konsolen. Borderlands. Also, oh, ich hab ne geile Idee, Leute, ne? Das könnte man echt mal, ich hätt da auch Bock drauf, das zu streamen. Und zwar, Tales of, war das Tales of the Borderlands oder so irgendwas? Wartet mal. Oh, Leute, ich muss euch mal gerade hier noch einen Link reinmachen, ne? Also, wartet mal. Toll. Wie hieß denn der scheiß Kanal noch von mir? Wo hab ich denn das jetzt? Ich hab doch mal auf, äh, Mixer hab ich auch gestreamt. Ich müsste das aber auch in der Videobeschreibung drin haben. Ja. Moment. Äh, ja, bla, bla, bla. Ich geh jetzt mal auf. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das nachher über YouTube, äh, warum muss ich denn jetzt hier sign in, ja? Hm? Äh, Moment mal. Was ist denn hier los? Ja, genau. Ich seh euch gerade mal nicht. Ich mach mir gerade was anderes. Bin aber gleich wieder. Da hab ich's doch. Äh, Manage Channel. Ne, das will ich ja gar nicht. Wie komm ich denn auf meinen eigenen Kanal, Mist? Ah, Moment, 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 Moment. Ich hab's, ich hab's. Da ist es doch. Also Leute, hier ist mein Kanal. Und irgendwie, verpeile ich das mal hier die ganze Zeit. Moment. Keine Ahnung, was das soll. Ich werde das hier mal gerade, äh, da könnt ihr mich eigentlich mal alle abonnieren. Ja. Beim Mixer. Weil ich weiß nicht, ob ich YouTube streamen oder da. Du hast die viele Kanäle, ja, ich weiß. Hast du ne, ne PS4 Let's Play, was ist Sky Draw, DL, ist besser? Bla, bla, bla. Ich war nicht die ganze Zeit da. Gibt's noch Flugsimulatoren? Der letzte, der ich hatte, war der Flight Simulator X, glaube ich. Ja, war cool. Da gab's auch so coole DLCs dafür und hier mit Afrika und so'n Scheiß. Du konntest ja auch ganz Deutschland gemacht, das Kartenmaterial da. Wir hatten auch einige Konsolen gehabt. Bin ja eigentlich eher der Konsolenzocker, aber dank Robert the Fall geht's am PC zocken, ne? Auf Mixer hast du mal die Hüller-Szene gestreamt, die war, was denn für eine Hüller-Szene? Ja, aber du hast, du hast aber Moks draus gemacht. Ja. Ja. Das war, der war nicht gut. Ich hatte ja schon ein eigenes Video gemacht, ne? Ich hab das Video immer noch. Ich habe das aber nie veröffentlicht. Weil ich hab dann gedacht, das ist dann doch zu viel des Guten. Ja, der schreit, du bist Hüller-Hippo, genau. Ja, die Szene war, also hier, man hat sich halt so gut, das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint. Ich muss das ja jetzt hier wiedergeben, Szene, ne? Ich bin da halt gefahren auf dem Nil und dann kam ein Nilpferd und dann hier, nein, es ist Martin Hüller! Ich werde verfolgt! Oh, nein! Und dann kam das, oh Gott, der will mich beißen und dann bin ich weggerannt und dann, oh, Martin Hüller will mich fressen. So war die Szene. Ja, ungefähr sowas. Die war aber lustig, weil ich wurde schnell von diesem Nilpferd verfolgt. Das hat täuscht, der echt aussah. Also jetzt, egal, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Oder ich glaube, das war so, dass ich damals dachte, jetzt noch eine blöde Aktion und dann veröffentliche ich das oder die Aktion kam aber nicht. Irgendwas war da. Nein, jetzt play. Ich habe das nochmal remastered. Ja, aber es war trotzdem nicht witzig. Da hättest du einfach besser die Szene nur so gelassen. Im grügelen Verblendung hast du nochmal. Ja, du kannst ja auch einfach mal die Szene einfach so. Ja, aber ich will das jetzt nicht wieder einfachen hier. Aber es war aber lustig, die Szene. Das war auch cool, als wir das gezockt haben. Das war echt cool. Das war schon die Zeit hier mit Kanälen, die ganze Zeit melden. Falken 4.0 war ein Topflugsimulator früher. Ja, und mit dem Buch kannst du deine Oma schlagen. Also dann noch die Tasten noch mit 10-fach Belegung, glaube ich. Ich habe das zu einer Zeit gezockt, wo die Sonnenfinsternis war. Also nicht während die, der habe ich natürlich angeguckt, aber das war so die Zeit. Ja, guckt mal, da sind mal die ganzen Kanäle abonniert und auch hier auf Mixer und so weit und dann das mal mal. Ne? Warum könnt ihr euch dann nicht einfach mal ein Super-Nintendo-Emilator runterladen und dann probieren wir aber die Online-Funktion mal aus und dann zocken wir Donkey Kong Country 2. Dix ist Double Trouble. Ist doch cool. Ja, er ist dann auch schon rausgesucht, wo Hüller wie ein Nilpferd-Kunst Ja, nee, 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 böse, böser Mund, böser Mund. Das Buch war so dick wie die Bibel. Ja, locker. Das war aber cool und es ist sogar ein paar Jahre später nochmal als Remastered oder sowas rausgekommen. Aber Falken, das war auch noch die Zeit mit, was gab es denn noch alles? Ah, da gab es doch immer so diese wo dann zehn Spiele drin waren oder so. So eine Sammlung oder so, wo dann die ganze Scheiße drauf war. Donkey Kong Country 2 war Diddy's Conquest. Habe ich jetzt Dix ist Double Trouble gesagt? Ich habe, ja, natürlich Diddy's Conquest. Dix ist Double Trouble war natürlich Teil 3. Ja, aber ich musste gerade an Dixie denken, weil Dixie cool war. War bestimmt auch transgender. die arme Dixie. Ich fand Dixie cool, ich mochte die. Ich fand das doch so schön, wenn man Game Over war bei Donkey Kong Country 2 und dann saß man in dieser komischen Kiste da und dann kam dieser Soundtrack. Ey, jetzt habe ich es. Bezocken mit ein paar Mann LittleBigPlanet. CrimsonSky ist auch geil und auch für die Xbox One mittlerweile verfügbar. CrimsonSky ist wirklich geil, wobei mich das immer irritiert, die Flugzeuge, die waren irgendwie falsch rum. Demolator wäre gar kein Schicksal. Ey, James Bond, bist du dabei? Du bist doch fit. Hier, ladet ihr den Super Nintendo, ladet ihr den SNES 9X bla bla runter. Oder was? Dann zocken wir Secret of Mana. Ist doch cool. Ja, aber ich habe mir auch überlegt, es wäre auch cool, Tales from the Borderlands heißt es, glaube ich, ne? Ich kann mich mit dem Charakter irgendwie voll identifizieren. Ja, bei der Tussi, die ihr mitmacht, da stelle ich mir immer vor, als wäre, das verrate ich euch jetzt nicht. Müsst ihr euch halt überlegen, wer dazu passt. War doch wie Zelda. Was? Was war wie Zelda? Sonic, Sonic Generation ist cool. Auch das ganz neue Sonic, wo rausgekommen ist. das, äh, Sonic Mania, oder was ist auch cool. Und da gibt es auch noch Sonic Dark Forces, nee, nicht Dark Forces, wie heißt denn das? Keine Ahnung. Das neue, da finde ich auch nicht so schlecht. Ja, sollen sich ein paar Mann hier den Emulator runterladen? Ja. Und da habe ich eh viel mehr Bock drauf, auf so alte Spiele. Und wenn man es mit Emulator zockt, dann kann man sich sogar die Grafik reinziehen, weil man dann ein paar Filter drüberlegen kann und so. Demspot, mach das mal gerade. Lade das mal runter. Den SNEX 9X, du weißt, was ich meine. Secret of Manor war doch wie Zelda, nee, nicht ganz wie Zelda. Eh, Robert to Fall, Secret of Manor, ich bin natürlich hier, der passt doch zu mir. Und, äh, ja, wir zocken zu dritt Secret of Manor. Ja. Und die Charaktere sind ja sowieso stumm, man muss noch nicht mal was sagen. Könnt ihr euch schon vorstellen. James Bond. Was schreibt der hier? Computer Build Downloads. Okay, da gibt es ihn anscheinend auch. Ich hätte jetzt bei Emulator Zone oder so geguckt. Mach das mal, James Bond. Es gibt so viele geile Spiele und gerade der ist noch relativ einfach zu konfigurieren. Playstation Immulator sind schwieriger. Und, es gibt doch coole Sachen auch für die Wii U, aber die hat ja keiner. Soll sich mal jeder eine Switch zulegen? Ja. Ja. Also wirklich hier. Also Leute, ladet euch das jetzt mal runter. Ja. Den Super Nintendo Immulator. Es könnte sogar sein, dass sie euch den aufs Handy machen könnten, dass man sogar dann online, das weiß ich noch nicht genug. Dann gibt da einfach mal einen Immulator Zone. Gibt da einfach einen SNES 9X, glaube ich, heißt er. Gibt das mal einen. Oder wir zocken irgendwas an. Es gibt so geile Multiplayer-Spiele. Genau, dann schreibt es hier. SNES 9X. Ja, ist cool. Emo Parodas, genau, ihr könnt das alles runterladen. Oder fürs N64. Das war ja dafür ausgelegt, für irgendwas zu zocken. Ich experimentiere gerade mit so einem Emulator. Den habe ich für das NES. Dann kann man sogar den nochmal übertakten. Aber da gibt es da das Grafikfehler. Minimal ist es ein bisschen blöd. Leute, überlegt doch mal, was es für geile Spiele gibt. Command & Conquer, die alten Teile. Ja. Echtzeitstrategie mal gegeneinander. Das wäre doch mal geil. Alarmstufe Rot. Überlegt euch mal, was es alles gibt. Haben wir früher auf LAN-Partys gezockt? Oder das erste Empire Earth. Das war total geil. No Man's Sky ist wie die AO-Szene. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich trifft, tendiert gegen Null. Ja. Was, du brauchst den Server? Ja, aber das kann man doch alles machen. Außerdem habe ich genug Rechenpower. Command & Conquer war der Klassiker. Ja. Aber das eine hat mir nicht so ganz gefallen. Ich habe auch gerne in Skirmish-Mode gezockt bei Alarmstufe Rot und die Videos, die waren immer so geil. Komma Handel. Sie müssen diese Raketen zerstören. Das ist toll. Stalin immer noch. Ah, mein Täubchen. Ich zeige dir jetzt mal was, was deinen ganz besonderen Fähigkeiten würdig ist. Ich finde das geil. Hinter uns liegt Deutschland. Morgen greifen wir an. Cool. Einfach nur geil. Auf beiden Seiten. Was? Kann man das auch aufs Handy machen? Ich glaube schon. SNS im LaterX Alias. Ich habe sogar viele Emulatoren auf dem Handy. Da braucht man dann aber ein cooles Handy dafür. Ne, eigentlich braucht man kein cooles Handy. Du kannst so für jeden Schrott-Handy zocken. Aber es wäre halt cool, wenn du einen Controller dafür hast. Ich habe extra so einen Controller fürs Handy. Aber... So, habt ihr euch jetzt mal runtergeladen hier. Und die Leute, die die Aufzeichnung gucken, die können sich die auch mal runterladen. Ja. Sollte, glaube ich, gehen. Und selbst wenn wir es heute nicht mehr hinkriegen, könnt ihr es aber schon mal konfigurieren fürs nächste Mal. Ja gut, aber was sollen wir denn zocken dann am Super Nintendo-Umelator? War habt ihr denn Bock drauf? Also Secret of Mana wäre doch was. Aber das dauert dann wieder so lange, ne? Ja. Aber das ist halt mal so ein typisches Spiel, was mir einfällt. Was an Secret of Mana nervt, ist das Leveln. Ja, und man hat sich auch immer gegenseitig die Gegner weggenommen, ne? Da hat man immer drum gestritten. Ja, aber es ging schon irgendwie. Das Ende war so schön von Secret of Mana. Mit dem Mana-Dragon und so. Fand ich toll. Wisst ihr, was auch mal cool ist? Ich weiß nicht genau, wie man das realisieren soll. Also, weil es dürfte ja dann nicht komplett live sein, oder? Ich hätte auch mal Bock, so einen Filmabend zu machen mit Leuten von hier. Ja, ja. Zum Beispiel, dass wir uns irgendwas reinziehen. Irgendein Klassiker. Zum Beispiel Pineapple Express oder sowas. Oder Superbad. Das wäre doch mal was. Ich hätte auch Bock drauf. Also, zur Not kann man sich einen Fass überziehen. Stimmt, es gab doch da einen Fass. Aber konnte man sich das überziehen? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, nee, ein Fass war doch irgendwas, wo man dann irgendwie was auffüllen konnte oder so. Energie oder wie? Rennspiele. Ja, was. Also, wir hatten von euch eine Xbox One. Wahrscheinlich keiner, ne? Was habt ihr denn überhaupt für Konsolen? Schreibt mir das mal hin. Vielleicht haben wir ja dieselbe Konsole und haben total coole Spiele drauf. Predator wäre auch mal cool. Also, ich zocke halt am liebsten immer auf der PS3, schreibt hier jemand, in der Tourist, ja. Ich habe sehr, sehr viele Sachen noch da für die PS3. Viele haben die ja auch damals verkauft für die PS4 oder so, aber ich habe mir gedacht, nee. Und heutzutage ist es eher cool, den PS3 zu haben. Auch noch. Du hast einen PC, okay. Ich könnte übrigens immer meinen Twitch-Kanal abonnieren. Der, der nicht gesperrt ist. Der, der Let's Play and Talk Live. Ist, glaube ich, auch in der Videobeschreibung drin. Nee, war, da war man unverwundbar und konnte gemütlich durch die ganzen Dungeons latschen. Echt? Okay. Habt ihr PS4 und einen nervigen PC, weil da mal her, doof. Ich habe das Gefühl, das wird eh noch ein bisschen dauern, bis ihr das dann alles richtig konfiguriert habt mit dem SNS. Weil ihr Handy schreibt ja. PS2, PS3, PS4, SNS 1,64. Ja, immerhin. Was hast du denn noch für coole Sachen für die PS3? Ja, online-mäßig. Ist doch gar nicht so lange her, da habe ich mir sogar noch für die PS3 diese Borderlands Collection nachgekauft, weil ich mir gedacht habe, ich habe das sogar immer gezockt mit jemandem. Obwohl die PS3 da nicht meine favorisierte Plattform ist. Also, PS3 ist eigentlich so mehr oder weniger die letzte Plattform, auf der ich es zocken würde normalerweise, aber egal. Tim Spond Goldeneye. Philippe PS3. Eine Konsole habe ich. SNS, Favorite Games, Super Mario, Allza, Oh, Allza, das war auch noch cool. Und vor allem noch das, wo noch Super Mario World mit dabei war. Handheld, 3DS, neueste Modell und alle Pokémon Spiele von blau, rot, bin jetzt mal auf Mixer. Hast du da einen Link, dass ich direkt auf deinen Kanal komme? Ja. Aber hier auch mal, müsst ihr euch auch anmelden. Aber Mixer ist total geil, das hat eigentlich gar keine Latenz. Das ist total cool. Also dann, und vor allem, man kann das auch so einstellen, dass ihr quasi, könnt irgendwie Kontrolle anschließen oder so und dann könnt ihr auf das Spiel einwirken. Das geht irgendwie, ich habe das noch nicht gemacht, aber und vor allem ist bei Mixer total geil, also ihr könnt ja so ein Vierer-Splitscreen machen, gerade wenn ihr was zockt und dann könnt ihr den Splitscreen übertragen. Das ist Hammer. Dem Spawn GoldenEye war das nicht um N64, ja, glaube ich auch, es gab noch mal ein Remake davon, ne? Das war aber cool. GoldenEye. Das war auch mein Lieblings-Gem-Spawn, der Pierce Brosnan. N64 war eh Hardware-Technik einiges besser natürlich als die das war eigentlich am besten in N64, also auf jeden Fall besser als Playstation 1 und besser als Sega Saturn, was natürlich von der Symbolik übrigens auch ultra krass war, aber das mal abonniert, sehr schön. Stimmt, das ist ein Tab-Spiel für N64 ziemlich unterbewertet. Was heißt unterbewertet? Viele finden es doch geil. Ich werde jetzt mal was machen hier nebenbei. Wartet mal. So. Also, du hast dir gedacht, ja, schön, dass du doch noch mal da warst. Hier ist ein How to für den Emulator, sehr schön. Ich werde jetzt mal gerade die Xbox One anschmeißen. Ich finde die One S übrigens richtig schön. Gefällt mir auch wesentlich besser als die One X und wenn gut PC hatte, braucht die One X nicht. Ich hätte mir fast die One X geholt, aber ich war echt enttäuscht. Ich habe gedacht, die wäre dann zumindest sehr ökonomisch oder so, aber ich war echt enttäuscht. Wenn da wenigstens dann alle Spiele flüssig mit 60 FPS laufen würden oder so, da will ich ja noch sagen, okay, aber selbst das ist ja teilweise nicht, also blöd. So. Was ist denn jetzt hier? Also macht das auf jeden Fall mal mit dem SNS Simulator. Ich könnte jetzt zum Beispiel hingehen, während ich hier noch streame, könnte ich zum Beispiel mal testweise einen Mixer-Stream anschmeißen. Geht mal alle parallel noch auf Mixer oder macht das mal mit dem Super Nintendo Immulator. Ich schreibe hier noch mal einen Mixer-Link und da könnt ihr noch mal gerade parallel hier geht mal da drauf und meldet euch da mal an, dann könnt ihr auch nachher interagieren, das ist voll cool. Also das könnt ihr ja nichts im Chat schreiben, das ist ja blöd. Ich gucke mal gerade hier auf der Xbox One. Übrigens finde ich cool, dass jetzt nochmal das Remaster rausgekommen ist von Assassin's Creed Rogue, weil das gab es ja die ganze Zeit nicht für PS4 und Xbox One. Sieht dann halt so aus wie die PC-Version. Was übrigens geil ist, das ist nochmal das Remaster von Assassin's Creed hier mit der Ezio-Triologie, weil das sieht dann wirklich besser aus als so ein PC zum Teil. So. Also ich gucke hier mal gerade, was ich hier noch für Spiele drauf habe, weil Xbox One, das ist für mich einfach immer am geilsten, darüber zu streamen. Vor allem, weil es total easy ist. Es hat halt keinen Aufwand. Und gerade bei Mixer ist auch die Grafikqualität von dem Stream, die Bitrate, also das sieht viel besser aus. Ja. Als wenn man das anders streamt. So, ich gucke hier mal gerade, oh Leute, wisst ihr, das wird auch noch saugeil werden. Metal Gear Solid, das könnte ich eigentlich auch mal wieder streamen. Von mir aus auch der Teil 1. Gerade der Teil 1. Oder das Vierer. Ich habe von dem Vierer mal einen Stream gemacht. Das war glaube ich der letzte Gaming-Stream, den ich gemacht habe. Unravel. Man muss manchmal sich die Spiele angucken, was man überhaupt hat. Unravel, das war auch total geil. Das könnte man eigentlich auch mal streamen. Das war so eine geile Zeit. Die Unravel-Zeit, das war Anfang 2016. Auf Twitch. Unravel. Saugeil. Es war eine geile Zeit. Ich kannte auch ein paar Mädels aus Twitch, die haben auch gezeigt, das war cool. Dadurch bin ich überhaupt erst mit denen in Kontakt gekommen. Was? Kenne ich nicht. Unravel, so war saugeil. Was heißt denn Unravel überhaupt? Entwirren, entwickeln. Auf einem Knöpfeil, keine Ahnung. Ich gucke hier mal gerade Super Lucky's Tale, das ist scheiße. mit dieser Schlange, Snake Pass, das habe ich auch noch. Wo habe ich denn jetzt Life is Strange? ist eigentlich auch cool. Könnte man auch mal streamen. Aber ich suche hier gerade, warum finde ich das denn nicht? Oh, hier ist es doch. Tates from Borderlands. Da hätte ich eigentlich Bock drauf, weil das ist eigentlich, es wäre schön, wenn es auch noch auf Deutsch lokalisiert wäre. Aber gut, man kann natürlich nicht alles haben. Aber trotzdem, das hat irgendwie was. Obwohl es natürlich wieder mit der ultrakrassen Symbolik ist, ist schon klar. Es hat doch einen superschönen Soundtrack. Ja. Ja, an wen erinnert sie mich? Nee, eigentlich doch nicht so wirklich von der Fresse her. Ja. Naja, vielleicht ein bisschen. Vielleicht ein bisschen. Siehen die eigentlich auch total transgender aus? Ich glaube, sie sind noch gar nicht so durchgegendert extrem in den Spielen. Ja, doch. Es hält sich nur in Grenzen. Es hält sich wirklich in Grenzen, ausnahmsweise mal. Interessant. Ja. Ja. Wart mal. Da hatte ich mal voll Probleme gehabt mit meinem Controller auf dem PC, aber ich würde sagen, wir zocken dann eher hier die Boah, die Ultrakrassen Symbolik. Boah, der Hammer. Guck mal, ich stelle es mir gerade hier noch alles ein. Ich müsste dann wahrscheinlich noch den Sound ein bisschen einstellen. Finde die Symbolik. Nettlich wieder zu. Da müsste man jetzt hier wirklich mal. Das ist richtig cool, glaube ich, schon eine Story. Gehen wir mal hin. Und das ist total easy mit Mixer. Ich werde es dann hier auch mal noch ein bisschen überprüfen. Oh, was, HypeBot, der Ketchup 767 ist nachfolgend, ja. Ich muss hier noch alles umstellen, Mensch. Jetzt will ich erst mal gucken, wie der so auf geht, nochmal. So. Ich zock doch besser Megaman. Ich könnte aber auch Megaman Anniversary Collection hier zocken. Das könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren. Das wäre doch mal eine Idee. Wobei ich auf Tales von The Borderlands auch Bock hätte. Vielleicht machen wir das ins nächste Mal. Ich glaube, wir machen hier wirklich mal bei Gatewatch. Also ich habe mir den Emulator jetzt runtergeladen und mal probiert, bis ein bisschen ein Spiel läuft. Schon ein super Bomberman. Aber es gibt noch ein paar Tipps zum Einstellen. Ja, ja. Mach das mal und guck mal, dass du das Online-Feature da hinkriegst. So. Ich finde übrigens das neue Far Cry 5 echt scheiße wegen dem scheiß Nebel. Du müsstest irgendwie einen Mod geben, dass man es deaktivieren kann. Oh, sehe ich hier gerade. So, Moment. Ich gucke jetzt mal hier. wegen Megaman-Collection. Wo habe ich es denn? Die Megaman-Collection. Legacy-Collection. Das ist eigentlich auch ein schönes Bild. Guckt ja wieder so grimmig. Ja, Megaman, sehe ich immer gern zu. Hat was nostalgisch ist. Damit die Leute das schneller checken. Es gibt noch mal ein paar Tipps. Wartet mal, Leute. Oh, geil. Und das finde ich so geil, dass sie da vom Dreier den Soundtrack genommen haben. Das ist so schön. Das ist sowieso der geilste Intro-Soundtrack. Aber da war gar kein Dreier, hatte gar kein Mensch dieses Intro, ne? Das hatte noch nicht mal eine richtige Story, glaube ich. Gut, aber welches Megaman-Spiel hatte schon eine richtige Story? So, soll ich jetzt mal hier auf Übertragen gehen? Warte mal. Also, wie gesagt, kommt doch mal parallel schon mal hier auf Mixer. Übertragen, Arbeit der Anstellung. Da würde ich doch sagen, Spiele und Systemlaufsteiger müssen wir da wahrscheinlich sehr runterstellen. Ja. Boah, das war auch bei mittelges Toilet immer so. Da hatte ich mal voll die Probleme. So, was mache ich jetzt hier? Jetzt muss ich halt noch einstellen, ne? Moment. Vier Mitteilung. Oh Gott. Oh, Leute. Scheiße. Sehen wir deine zwei Ringe hier Handy, das ist natürlich 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 die Symbolik der Fremdauer. So, äh, schoayan wir mal. D Nabada. Oh. 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 Himself. Oh, oh. das kann man so ganz klar herr und die bösse collection oder ist das die eine versuche gleich nähe oder es ist wahrscheinlich die anniversary collection es ist nicht ist es nicht alles doch leg ist die kollektion so also da kann man sogar auf deutschland stellen cool german das geht ja sogar krass warum habe ich das nie gemacht so so moment so ist hier überhaupt noch irgendjemand davon ich warte mal o5 ich zuschauen krass krass das ist überhaupt oh gott hier ist auch schon wieder freimauermäßig aber egal moment jetzt könnte ich eigentlich mal hier starten übertragung einrichten können wir alles zocken von 1 bis 6 sogar ich mache es mit übertragung starten ich schwende ob es geht geht doch hier ist alles komplett verstellt aber habe es auch hier ist auch hier ist auch hier ist ich auch hier ist vielleicht sogar noch läuft keine ahnung kann ich da mein ps3 kontrolle anhängen mitspielen ich glaube es gibt es nicht ich weiß gar nicht ob es geht für die ps3 mixer keine ahnung soll ich mal linke nochmal ich verlinke das hier noch mal da könnt ihr jetzt mal reinkommen also ich mache jetzt gleich schluss und dann bin ich auf mixer also hier ist der link hier ist das komplette bild verschoben ich weiß nicht warum so drei zuschauer ja da müssen schon ein paar mehr reinkommen leute es ist so krass dass es eigentlich keine latenz hat hammer total krass fast nicht seit hier dass ich mir im bildschirm und hier bei dem stream megawin 3 das wäre es eigentlich ne bei 4 hätte ich eigentlich auch bock drauf hast da ja dauert ziemlich lange ne höre steil der vierer machen megawin 4 sechs zuschauer ist noch zu wenig die anderen müssen auch noch rein wie gesagt der link ist im chat oder das intro ist schon so schön na komm na komm hier patrick megaman mixer ja link ich werde das auch gleich dann richtig starten das hier ist ja nur mal oder sind groß sogar ich liebe dieses intro so und das ist das geilste intro von megaman was ich je gesehen habe im vier ja eh leute boah wo ich das damals gesehen habe im geschäft geil megaman aber ich hatte das noch nicht ist vier nur acht zuschauer ihr seid immer noch nicht hier drinnen bei mixer ohne absolute wahnsinn so geil hier auf dem zug und wie er dann so guckt und so entschlossen ich finde das einfach geil und vor allem der soundtrack hammer nachher am schluss der endgegner der hat auch noch mal einen krassen neun zuschauer ok ihr müsst auch mal hier aktivieren quasi dass ihr benachrichtigt werdet wenn man stream kommt weil dann die glocke drücken oder sowas ich bin dann auch gleich natürlich auch bei mixer dass ich da mit euch rede aber ich rede jetzt halt noch über den anderen stream mit euch ich warte ja noch bis ihr da auch drin seiten im anderen ich habe nur neun zuschauer da fehlt bestimmt was nicht also ich muss sagen der soundtrack von fia der war auch echt geil ist so bedrohlich irgendwie so ne und die gegnerin leute ich muss jetzt wirklich mal gerade also wenn ihr dann auch mal rüber gekommen seid dann werde ich um switchen dann rede ich über den stream mit euch ja aber sagen doch noch nicht ist es witzlos und das ist auch noch so lang dass bei youtube auch noch offen so ich muss wirklich mal gerade ein level hier auch wenn ich den jetzt nicht besiege oder vielleicht doch besiege keine ahnung und es ist der sounddruck so geil geht auf mixer genau aber bleibt hier kurz noch oder sounddruck so geil oder der stärmer und so traurig und so hoffnungslos ist es ich liebe spiel ist einfach nur geil baha oh ne scheiße das war ja noch richtig schwer baha also leute wenn ihr mal drüber rüber gekommen seid dann werde ich auch mal das mikrofon umschalten einer der geilsten soundtrackers dieses level test jb ist auch da sehr schön ich muss mich da erstmal wieder einspielen ich kann das ja gar nicht mehr ich neun zuschauer die anderen sind immer noch nicht drüben ich warte ungefähr bis da 20 steht dann schalte ich rum James Bond wie findest du denn Soundtrack das ist doch geil oder vielleicht sollte ich mal einen Megabuster auslassen hört man auch mehr vom Soundtrack aha irgendwie ist da eine kleine Latenz drin warum auch immer das war im Endeffekt jedenfalls nicht so oh Gott da stimmt doch was nicht aha das ist sehr komisch sich jetzt den Hangout im Nachhinein anzugucken und man sieht das Spiel nicht aber wie gesagt da müsst ihr halt auf Mixer gehen und das irgendwie synchronisieren danach aha die ganze Soundtrack ist natürlich noch was ja Hammer das ist der Wahnsinn und Nintendo-Konsolen hatten eh immer bis zum Soundtrack als SIGA-Konsolen oh hier ist er doch der Eddie oh Eddie Gierfurt er heißt wirklich Eddie spielte ich noch oft ich brauche meinen Energietank wenn ich mir den Megamen so anschaue hier dann muss ich schon sagen das bist du aha genau ich will auch keinen Leben ich will einen Energietank ich glaube das ist total strange so 10 Zuschauer also bei 20 jawohl also bei 20 geht es los noch 10 Zuschauer brauchen wir oh gleich ist es gefährlich der passt wie Faust das Sorge ha 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 wie geil ist das denn immer noch nur 10 Zuschauer Hilfe 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 also hier stimmt irgendwie gar nichts mit der Latenz also irgendwie liegt das am Controller glaube ich 11 nein boah komm schon das schafft komm 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 11 11 11 komm noch 9 Zuschauer dann schalten wir rum oh was ist das denn für hörte ich eigentlich trotzdem ein bisschen hier über über das Headset ein bisschen den Sound bei euch im Chat 11 11 komm 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 kommt jawoll warum habe ich denn so eine scheiß Latenz 11 11 11 11 oh ne oh ne Dustman Hilfe aber wobei ich sagen muss vom Gegner der Sound der war schon vom Dreierwetter oh ne Oh Gott oh der hat ja sogar einen Staubsauger uuuh das war eigentlich auch cool der Soundtrack Boah Spannend 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 Ah Ah Oh Scheiße Ah die Latenz Scheiße es geht nicht Boah was wäre ein Glück Boah und noch beim ersten Mal gepackt und schon ewig keinen Mega Man 4 mehr gezockt jawoll kommt jetzt wo er sich denn rumdreht genau you got dust crusher also immer noch ein 11 Zuschauer Mensch was ist denn hier los wer geht denn mit dem Schuss kaputt Mensch überlegt euch mal ich glaube der Trillman ne 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 der Trillman geht kaputt mit mit seinem Schuss ich glaube da kommt keiner mehr rüber oder also ich werde jetzt hier ein Hangout beenden und wie gesagt wenn die anderen noch Bock haben rüber zu kommen Farrowman genau so also ihr könnt jetzt rüber kommen ich werde wir werden jetzt beenden ne also ich quatsch dann mal mit euch über den Stream so und für die die jetzt nur das auf Mixer gesehen haben müssen wir halt auf meinen Kanal kommen let's play talk gaming und das war die Folge die Lunte brennt free for all reloaded Folge 4 die Lunte brennt und da könnte er quasi den Sound wo ich hier gespielt habe total beschwert weil nebenbei nur ein Hangout lief so Parti flow ist noch vorhin jawohl jawohl ich würde sagen elf Zuschauer mehr gewinnt es nicht mehr wie gesagt ich beende den Hangout und kommt rüber würde mich sehr freuen dann zocken wir nämlich weiter also bis dann bis gleich hoffe ich und guckt auch mal die Videobeschreibung guckt mal der Twitch-Kanal und alles ja mal alles abonnieren so also bis dann bis dann